In dieser Nacht fingen wir noch zwei weitere Strigoi, und es gelang uns, die Prozedur zu wiederholen. Die Ergebnisse waren allerdings die gleichen. Jede Menge Beleidigungen auf Russisch, keine neuen Informationen. Sobald ich davon überzeugt war, dass ein Strigoi uns nichts zu bieten hatte, erlaubte ich den Unversprochenen, ihn zu töten. Sie fanden es herrlich, aber nach dem dritten Strigoi stellte ich fest, dass ich sowohl geistig als auch körperlich allmählich müde wurde. Also erklärte ich der Gruppe, dass wir nach Hause gehen würden. Doch dann, als wir eine Abkürzung über den Hofplatz einer Fabrik nahmen, spürte ich einen vierten Strigoi. Wir griffen ihn an. Es folgte ein weiteres wildes Handgemenge, doch schließlich gelang es uns, ihnen die Mangel zu nehmen, genau wie die anderen vor ihm. Na los, sagte ich zu Dennis. Du weißt, was du … Ich werde dir die Kehle rausreißen, knurrte der Strigoi. Was war das denn? Der hier sprach ja Englisch. Dennis wollte gerade mit dem Verhör beginnen, doch ich schüttelte den Kopf. Den übernehme ich. Wie die anderen Strigoi fluchte auch er, und selbst mit dem Flock an seinem Hals setzte er sich heftig zur Wehr, sodass ich Mühe hatte, ihm meine Fragen zu stellen. Hör zu, sagte ich ungeduldig und müde. Erzähl uns einfach, was wir wissen müssen. Wir suchen nach einem Dampier namens Dimitri Belikow. Ich kenne ihn. Die Stimme der Strigoi triefte vor Selbstgefälligkeit. Aber er ist kein Dampier. Ich hatte Dimitri ganz unbewusst als Dampier bezeichnet. Ich war müde, und die Worte waren mir einfach so herausgerutscht. Kein Wunder, dass dieser Strigoi so bereitwillig redete. Er nahm an, dass wir nichts von Dimitris Verwandlung wussten, und wie jedem arroganten Strigoi bereitete es auch ihm eine satanische Freude, uns in der Hoffnung, uns damit Schmerz zuzufügen, mehr darüber zu erzählen. Euer Freund ist erweckt worden. Jetzt wandelt er gemeinsam mit uns durch die Nacht und trinkt das Blut von törichten Mädchen wie dir. Im Bruchteil einer Sekunde schossen mir tausend Gedanken durch den Kopf. Ach, du heilige Scheiße. Ich war mit der Vorstellung nach Russland gekommen, dass es einfach sein würde, Dimitri zu finden. Diese Hoffnungen waren in seiner Heimatstadt restlos zerschlagen worden, und ich stand kurz davor, einfach aufzugeben. Ich war ans andere extrem gefallen und hatte mich damit abgefunden, dass es beinahe unmöglich war, meine Mission zu erfüllen. Bei dem Gedanken, dass ich hier vielleicht auf eine Spur gestoßen war, wurde mir ganz schwindelig. Du lügst, sagte ich. Du hast ihn nie gesehen. Ich sehe ihn ständig. Ich habe schon mit ihm gejagt. Mein Magen krampfte sich zusammen, und das hatte nichts mit der Nähe des Strigoi zu tun. Denk nicht daran, dass Dimitri Leute tötet. Denk nicht daran, dass Dimitri Leute tötet. Ich sagte mir die Worte im Kopf immer wieder vor und zwang mich zur Ruhe. Wenn das wahr ist, zischte ich zurück, dann kannst du ihm von mir eine Nachricht überbringen. Sag ihm, dass Rose Hathaway nach ihm sucht. Ich bin nicht ein Laufbursche, erwiderte er mit einem wütenden Funkeln in den Augen. Ich ritzte ihm mit meinem Pflock in die Haut, und er verzog vor Schmerz das Gesicht. Du wirst alles sein, was ich von dir verlange. Und jetzt geh und erzähl Dimitri, was ich dir gesagt habe. Rose Hathaway. Rose Hathaway sucht nach ihm. Wiederhole es. Ich drückte die Spitze des Pflocks in seinen Hals. Sag meinen Namen, damit ich weiß, dass du dich daran erinnern wirst. Ich werde mich daran erinnern, damit ich dich töten kann. Ich drückte fest dazu und Blutquoll aus der Wunde. Rose Hathaway, sagte er. Er spuckte mich an, verfehlte aber sein Ziel. Zufrieden richtete ich mich auf. Dennis beobachtete mich erwartungsvoll, den Pflock stoßbereit. Und jetzt töten wir ihn? Ich schüttelte den Kopf. Jetzt lassen wir ihn gehen. Die anderen davon zu überzeugen, einen Strigoi freizulassen, war gar nicht so leicht, vor allem weil wir ihn bereits auf Nummer sicher hatten. Allein die Befragung des Strigoi war für sie vollkommen unsinnig gewesen, dennoch hatten sie nicht dagegen protestiert. Doch einen Strigoi laufen lassen, das war nun wirklich verrückt, selbst für die Unversprochenen. Sie warfen einander unsichere Blicke zu, und ich fragte mich, ob sie sich mir wohl widersetzen würden. Am Ende trugen jedoch meine Unerschütterlichkeit und Kompetenz den Sieg davon. Sie wollten mich als ihre Anführerin und setzten Vertrauen in mein Tun, ganz gleich, wie wahnsinnig es ihnen vorkommen mochte. Als wir den Strigoi schließlich frei ließen, standen wir natürlich vor dem nächsten Problem, nämlich dafür zu sorgen, dass er auch tatsächlich ging. Zunächst griff er sofort wieder an, und erst als er erkannte, dass wir ihn noch ein zweites Mal überwältigen würden, zog er endlich ab. Bevor er jedoch in der Dunkelheit verschwand, starrte er uns noch ein letztes Mal drohend an. Ich hatte den Eindruck, dass er von einer Gruppe Teenagern überwältigt worden war, kratzte gehörig an seinem Ego. Insbesondere mir warf er einen hasserfüllten Blick zu, und ich erschauderte bei dem Gedanken, dass er meinen Namen kannte. Doch daran ließ sich jetzt nichts mehr ändern. Ich konnte nur hoffen, dass mein Plan funktionieren würde. Dennis und die anderen kamen recht schnell darüber hinweg, dass ich den Strigoi hatte laufen lassen, nachdem uns in dieser Woche noch einige andere Tötungen gelungen waren. Wir verfielen in einen Trott, in dem wir tagtäglich die Clubs und gefährlichen Stadtteile überwachten und darauf vertrauten, dass meine Sinne uns warnen würden, sobald Gefahr drohte. Es war schon komisch, wie sehr sich die Gruppe auf mich als Anführerin verließ. Einerseits behaupteten sie, sich auf keinen Fall den Regeln und der Autorität der Wächter unterordnen zu wollen, andererseits kamen sie erstaunlich gut damit klar, dass ich ihnen sagte, was sie tun sollten. Naja, mehr oder weniger. Gelegentlich bekam ich doch ein wenig von ihrer idiotischen Tollkühnheit zu sehen. Dann versuchte einer von ihnen, den Helden zu spielen, unterschätzte einen Strigoi oder zog ohne den Rest der Gruppe los. Auf diese Weise hätte Arthur sich um ein Haar eine Gehirnerschütterung eingehandelt. Als der Größte von uns war er ein wenig übermütig geworden und wurde daher von einem Strigoi überrascht, der ihn gegen eine Mauer schleuderte. Das war für uns alle ein ziemlich ernüchternder Augenblick. Einige quälende Sekunden lang hatte ich sogar befürchtet, Arthur sei tot und dass ich als Anführerin dafür verantwortlich sei. Einer von Sydney's Alchemisten war gekommen und hatte Arthur behandelt. Ich trat lieber nicht in Erscheinung, damit Abe mich nicht fand. Der Mann sagte, Arthur würde nach ein paar Tagen Bettruhe wieder vollkommen gesund sein, was allerdings bedeutete, dass er sich für eine Weile nicht an der Jagd beteiligen konnte. Es fiel ihm unglaublich schwer. Und als er uns eines Abends zu folgen versuchte, musste ich ihn richtig anschreien und ihn an all seine Freunde erinnern, die wegen solcher Dummheiten ihr Leben gelassen hatten. Draußen in der Menschenwelt neigten Dampire meist dazu, sich dem menschlichen Tagesrhythmus anzupassen. Jetzt verordnete ich mir jedoch einen nächtlichen Rhythmus, genau wie in der Akademie. Die anderen folgten meinem Beispiel, bis auf Tamara, da sie tagsüber arbeiten musste. Ich wollte nicht ausgerechnet dann schlafen, wenn Strigoi durch die Straßen streiften. Wann immer wir einen von ihnen erledigt hatten, rief ich Sydney an, und mittlerweile sprach sich auch unter den Strigoi herum, dass irgendjemand eine Menge Schaden anrichtete. Und falls meine Nachricht von diesem Strigoi, den wir freigelassen hatten, tatsächlich übermittelt worden war, könnten einige von denen insbesondere nach mir Ausschau halten. Nach ein paar Tagen begegneten wir immer weniger Strigoi, was mich auf den Gedanken brachte, dass sie jetzt in der Tat vorsichtiger waren. Ich konnte nicht sagen, ob das gut oder schlecht war, aber ich drängte die anderen, doppelt auf der Hut zu sein. Langsam fingen sie an, mich wie eine Göttin zu verehren, doch ihre Bewunderung machte mich auch nicht froh. Mein Herz trauerte noch immer um Lissa und Dimitri. Also stürzte ich mich in meine Aufgabe und versuchte einzig und allein daran zu denken, die Strigoi-Gemeinschaft zu bearbeiten, um an Dimitri heranzukommen. Sobald wir nicht draußen waren und Jagd aufs Strigoi machten, hatte ich sehr viel freie Zeit, in der es für mich nichts zu tun gab. Also stattete ich Lissa weitere Besucher ab. Ich hatte zwar gewusst, dass am königlichen Hof sehr viele Jugendliche wie Mia lebten, eben weil deren Eltern dort arbeiteten, ich hatte jedoch keine Vorstellung davon, wie viele es tatsächlich waren. Avery kannte sie natürlich alle, und niemanden überraschte es, zumindest mich nicht, dass die meisten von ihnen reich und verwöhnt waren. Lissas Aufenthalt bei Hofe hatte aus einer Abfolge von weiteren Empfängen und formellen Feierlichkeiten bestanden. Je häufiger sie die königlichen Moroi über geschäftliche Dinge reden hörte, desto ärgerlicher wurde sie. Lissa erkannte den gleichen Machtmissbrauch, der ihr schon früher aufgefallen war, die gleiche unfaire Verteilung von Wächtern, als seien sie Besitztümer. Die kontroverse Frage, ob Moroi lernen sollten, neben den Wächtern zu kämpfen, war auch immer noch ein heißes Thema. Die meisten Leute, denen Lissa bei Hof begegnete, gehörten noch zur alten Schule, ganz nach dem Motto, Wächter kämpfen, Moroi werden beschützt. Nachdem sie gesehen hatte, was bei so einer Einstellung herauskam und wie viel mehr Erfolg es versprach, wenn Leute wie Christian und ich versuchten, etwas daran zu ändern, machte es Lissa unglaublich wütend, die Selbstsüchtigkeit der elitären Vertreter der Moroi ertragen zu müssen. Sie war für jede Möglichkeit dankbar, diesen Verpflichtungen zu entkommen, er picht darauf, mit Avery loszuziehen. Avery gelang es einfach immer, Leute aufzutreiben, mit denen sie Zeit verbringen und Partys von ganz anderer Qualität feiern konnten. Die schrecklich erdrückende, höfische Politik kam bei diesen Partys nie zur Sprache. Aber sie konnten dennoch die vielen anderen Dinge, die auf Lissas Stimmung drückten, nicht wettmachen. Insbesondere spürte Lissa, wie sich ihre Schuldgefühle, ihre Wut und ihre Depression meinetwegen immer tiefer in ihre Seele bohrten. Sie hatte von den Nebenwirkungen des Geistelements auf ihre Stimmung wahrlich genug mitbekommen, um potenzielle Warnzeichen zu erkennen, obwohl sie ihr Element während dieser Reise gar nicht aktiv benutzt hatte. Doch ohne Rücksicht auf die Ursachen für ihre Stimmungen gab sie nach wie vor ihr Bestes, um sich abzulenken und ihre Depression zu ertränken. »Pass lieber auf!« warnte Avery sie auf der Party, am Abend vor dem Rückflug zur Akademie. Viele Leute, die bei Hofe lebten, hatten dauerhafte Wohnsitze, und diese Party fand im Stadthaus eines Selski statt, der in einem Lissa unbekannten Ausschuss als Berater tätig war. Im Grunde kannte Lissa nicht einmal ihren Gastgeber, aber das spielte auch keine Rolle, solange seine Eltern nicht in der Stadt waren. »Worauf soll ich aufpassen?« fragte Lissa, während sie ihre Umgebung betrachtete. Der Hinterhof des Hauses wurde nur von Tiki-Fackeln und blinkenden Lichterketten erhellt. Speisen und Getränke gab es in Hülle und Fülle, und irgendein Moroy-Typ hatte eine Gitarre hervorgeholt und versuchte, die Mädchen mit seinen musikalischen Fähigkeiten zu beeindrucken, besser gesagt Unfähigkeiten. Denn seine Musik klang dermaßen fürchterlich, dass er womöglich eine neue Methode entdeckt hatte, Strigoy zu töten. Doch er war immerhin so attraktiv, dass seine Bewunderinnen sich offenbar gar nicht dafür interessierten, wie er spielte. »Darauf«, erwiderte Avery und deutete auf Lissas Martini. »Behältst du eigentlich im Blick, wie viele von denen du in dich hineinkippst?« »Wohl eher nicht, wenn du mich fragst«, meinte Adrian. Er lömmelte sich auf einem gepolsterten Lounge-Sessel in der Nähe und hielt selbst einen Drink in der Hand. Neben den beiden kam Lissa sich ein wenig amateurhaft vor. Avery blieb stets sie selbst, wild und kokett, und wirkte nie so durchgeknallt oder idiotisch wie jemand, der vollkommen hinüber war. Lissa wusste zwar nicht genau, wie viel Avery getrunken hatte, aber es war vermutlich eine ganze Menge, da sie eigentlich immer ein Glas in der Hand hielt. Gleichermaßen schien auch Adrian niemals ohne alkoholisches Getränk zu sein, was ihn jedoch lediglich ruhiger werden ließ. Lissa vermutete, dass die beiden im Vergleich zu ihr erheblich mehr Erfahrung hatten, während sie im Laufe der Jahre ziemlich verweichlicht war. »Mir geht's gut«, blug Lissa und beobachtete, wie sich alles um sie herum ein klein wenig drehte. Sie zog ernsthaft in Erwägung, sich einigen Mädchen anzuschließen, die draußen im Hof auf den Tischen tanzten. Averys Lippen zuckten zu einem Lächeln, obwohl ihre Augen ein wenig Besorgnis verrieten. »Klar, sieh nur zu, dass dir nicht übel wird oder so. Solche Dinge sprechen sich herum, und niemand soll sagen können, dass Dragomir-Mädchen vertrage keinen Alkohol, nicht wahr? Deine Familie hat einen grimmigen Ruf zu wahren.« Lissa lehrte den Martini. »Irgendwie bezweifle ich, dass der Genuss von Alkohol etwas mit meiner illustren Familientradition zu tun hat.« Avery schob Adrian beiseite und legte sich neben ihn auf den Liegesessel. »Na, du wirst dich noch wundern. In zehn Jahren sitzen diese Leute gleichberechtigt neben dir im Rad, und wenn du versuchst, irgendeinen Erlass durchzusetzen, werden sie ungefähr so darauf reagieren. Erinnert ihr euch noch an den Abend, als sie es auf dieser Party total übertrieben hat und sich dann auch noch übergeben musste?« Lissa und Adrian mussten lauthals lachen. Lissa glaubte eigentlich nicht, dass sie übel werden würde, aber darum wollte sie sich später kümmern, wie um alles andere auch. Das Positive an der ganzen Trinkerei war doch, dass sie ihr half, die Erinnerung an das, was früher am Tag geschehen war, zu betäuben. Tatjana hatte Lissa mit ihren zukünftigen Wächtern bekannt gemacht, einem erfahrenen Durschen namens Grant und der jungen Dame, die Serena hieß. Die beiden waren durchaus nett gewesen, aber die Parallelen zu Dimitri und mir hatten Lissa einfach überwältigt. Deren Dienste anzunehmen, war ihr wie ein Verrat an uns vorgekommen, und doch hatte sie einfach genickt und sich bei Tatjana bedankt. Später hatte Lissa erfahren, dass Serena ursprünglich als Wächterin für ein Mädchen vorgesehen war, das sie schon ihr ganzes Leben lang gekannt hatte. Das Mädchen war keine Royal, aber manchmal wurden die Wächter, je nach Verfügbarkeit, auch Moroi ohne königliche Abstammung zugeteilt, dann aber niemals mehr als einem. Als es jedenfalls darum ging, für Lissas Schutz geeignete Wächter zu finden, hatte Tatjana kurzerhand Serena von dem Job bei ihrer Freundin abgezogen. Serena hatte gelächelt, und Lissa erklärte Spiele keine Rolle. Die Pflicht gehe vor, hatte sie gesagt, und sie sei glücklich, ihr zu dienen. Trotzdem hatte Lissa sich miserabel gefühlt, denn sie wusste, dass es für beide Mädchen bestimmt hart war und schrecklich unfair. Und da sah man es wieder einmal. Die Macht wurde ungerecht verteilt, ohne jemanden, der sie im Gleichgewicht halten konnte oder wollte. Nach dieser Begegnung hatte Lissa ihre eigene Duldsamkeit verflucht. Wenn sie schon nicht den Mut gehabt hatte, mir zu folgen, dachte sie, dann hätte sie zumindest darauf bestehen sollen, dass Tatjana ihr stattdessen meine Mutter zuwies. Dann hätte Serena zu ihrer Freundin zurückkehren können, und wenigstens eine Freundschaft in dieser Welt wäre intakt geblieben. Der Martini schien gleichzeitig den Schmerz zu betäuben und ihren Kummern auch zu vertiefen, was für Lissa jedoch absolut keinen Sinn ergab. Auch egal, dachte sie, und als sie einen Kellner vorbeikommen sah, winkte sie ihn heran, um einen neuen Drink zu bestellen. Hey, kann ich... Ambrose? Staunend starrte sie den Mann vor ihr an. Wenn es einen Badehosenkalender der heißesten Dampiermänner gegeben hätte, wäre dieser Typ garantiert auf dem Cover gelandet. Gleich nach Dimitri natürlich. Aber andererseits war ich da wohl etwas voreingenommen. Der Name des Mannes war Ambrose, und Lissa und ich waren ihm auf unserer gemeinsamen Reise zum Königshof begegnet. Er war braungebrannt, und unter seinem Button-Down-Hemd zeichneten sich seine wohlgeformten Muskeln ab. Er war bei Hofe ein besonderes Kuriosum, ein Dampier, der den Wächterdienst abgelehnt hatte und dafür alle möglichen Aufgaben übernahm. Er arbeitete zum Beispiel als Masseur und hatte, wenn man den Gerüchten glauben konnte, romantische Begegnungen mit der Königin. Bei dem Gedanken daran wurde mir immer ganz schlecht, und dabei hatte ich mich in meinem Leben schon mit einigen ziemlich widerwärtigen Dingen auseinandersetzen müssen. Prinzessin Dragomir, sagte er strahlend und ließ seine perfekt weißen Zähne blitzen. Welch freudige Überraschung? »Wie ist es Ihnen so ergangen?« fragte sie, ehrlich erfreut ihn zu sehen. »Gut, gut. Schließlich habe ich den besten Job der Welt. Und wie geht es Ihnen?« »Großartig«, antwortete sie. Ambrose hielt inne und beäugte sie. Das attraktive Grinsen erlosch keineswegs, aber Lissa konnte erkennen, dass er anderer Meinung war. Sie sah die Missbilligung in seinen Zügen. Wenn Avery sie bezichtigte, zu viel zu trinken, war das eine Sache. Aber ein hübscher Dampier-Dienstbote? Inakzeptabel. Lissas Ausdruck wurde eisig, und sie hielt ihm ihr Glas vor die Nase. »Ich brauche noch einen Martini«, sagte sie, und in ihrer Stimme lag der ganze Hochmut eines perfekten Royals. Er spürte die Veränderung, und sein freundliches Lächeln verwandelte sich in eins von höflicher Gleichgültigkeit. »Kommt sofort.« Er machte eine kleine Verbeugung vor ihr und ging in Richtung Theke. »Mann, oh Mann«, sagte Avery, die ihn bewundernd anschmachtete. »Warum hast du uns deinem Freund nicht vorgestellt?« »Er ist nicht mein Freund«, laffte Lissa. »Er ist niemand.« »Ganz meiner Meinung«, erwiderte Adrian und legte einen Arm um Avery. »Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?« »Hätte ich es nicht besser gewusst, hätte ich geschworen, dass ich in seinen leutseligen Tonfall ein Hauch berechtigter Eifersucht mischte.« »Habe ich mich nicht mächtig ins Zeug gelegt, um dich bei dem großen Frühstück mit meiner Tante einzuschleusen?« Avery schenkte ihm ein träges Lächeln. »Das war ein ganz guter Anfang, aber du wirst dich noch viel mehr ins Zeug legen müssen, um mich tatsächlich zu beeindrucken, Iverschkopf.« Ihr Blick wanderte über Lissas Kopf hinweg und plötzlich machte sie große Augen. »Hey, unser Küken ist hier!« Mia kam mit Jill im Schlepptau durch den Garten, ohne sich um die schockierten Blicke zu scheren, die ihr zuteil wurden. Die beiden Mädchen waren hier eindeutig fehl am Platz. »Hallo«, sagte Mia, als sie Lissas Gruppe erreichte. »Mein Dad ist gerade abberufen worden, und ich muss ihn begleiten. Ich muss dir Jill zurückgeben.« »Kein Problem«, antwortete Lissa automatisch, obwohl sie sich eindeutig nicht über Jills Anwesenheit freute. Lissa befürchtete immer noch, dass Christian möglicherweise ein besonderes Interesse an ihr hatte. »Alles okay?« »Ja, ist nur was Geschäftliches.« Mia verabschiedete sich von allen und verließ die Party so schnell, wie sie gekommen war. Angesichts des Spots der Royals, an denen sie vorbeikam, verdrehte sie nur die Augen. Lissa widmete ihrer Aufmerksamkeit nun Jill, die sich zaghaft auf einen Stuhl in der Nähe gesetzt hatte und sich voller Staunen umsah. »Wie ist es gelaufen? Hattest du Spaß mit Mia?« Jill drehte sich wieder zu Lissa um und ihre Augen leuchteten. »Oh ja, sie ist wirklich großartig. Sie hat so viel mit Wasser gearbeitet. Total verrückt. Und sie hat mir auch gleich ein paar Kampftechniken gezeigt. Ich kann jetzt einen rechten Haken, wenn auch keinen sehr harten.« In diesem Moment kehrte Ambrose mit Lissas Drink zurück. Er reichte ihn ihr Wort los und seine Miene wurde etwas milder, als er Jill bemerkte. »Möchten Sie irgendetwas?« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, danke.« Adrian beobachtete Jill genau. »Fühlst du dich hier wohl? oder soll ich dich zurück ins Gästequartier bringen?« Wie zuvor waren seine Absichten nicht im Mindesten romantisch. Er schien sie als kleine Schwester zu betrachten, was ich richtig süß fand. Dieser Art von Beschützerinstinkt hatte ich ihm gar nicht zugetraut. Sie schüttelte abermals den Kopf. »Ist schon gut. Ich möchte nicht, dass du hier weg musst. Es sei denn...« Sie sah ihn besorgt an. »Willst du, dass ich gehe?« »Nein«, antwortete Adrian. »Es ist schön, inmitten all dieses Wahnsinns, jemanden zu haben, der verantwortungsbewusst ist. Du solltest dir etwas zu essen holen, falls du Hunger hast.« »Du bist ja so mütterlich«, neckte Avery ihn und sprach damit meine Gedanken aus. Aus welchem Grund auch immer nahm Lissa Adrians Anspielung auf das fehlende Verantwortungsbewusstsein persönlich, so als hätte er sie direkt angegriffen. Ich glaubte zwar nicht, dass das seine Absicht gewesen war, aber sie konnte momentan nicht besonders klar denken. Sie beschloss sich selbst, etwas Essbares zu besorgen, stand auf und schlenderte zu dem Tisch im Hofgarten hinüber, auf dem die Tabletts mit Appetithäppchen standen. Nun, auf dem sie mal gestanden hatten. Jetzt wurde der Tisch von den tanzenden Mädchen genutzt, die Lissa zuvor schon aufgefallen waren. Irgendjemand hatte Platz geschaffen und einfach alle Tabletts auf den Boden gestellt. Lissa beugte sich hinunter, griff nach einem Mini-Sandwich, beobachtete die Mädchen und fragte sich, wie sie es bloß schafften, aus dem grauenvollen Klampfen dieses Royals irgendeine Art Takt herauszuhören. Eins der Mädchen bemerkte Lissa, grinste und streckte ihr eine Hand entgegen. Hey, komm doch auf! Lissa war ihr schon einmal begegnet, konnte sich aber nicht mehr an ihren Namen erinnern. Plötzlich schienen Tanzen eine großartige Idee zu sein. Lissa vertilgte das Sandwich und ließ sich mit ihrem Drink in der Hand auf den Tisch ziehen. Einige Umstehende applaudierten. Lissa fand schnell heraus, dass die schlechte Musik völlig unwichtig war und sie kam so richtig in Schwung. Ihre Bewegungen und die der anderen Mädchen variierten von eindeutig, zweideutig bis hin zu einer Art Parodie aller bekannten Diskotänze. Es machte einen Riesenspaß und Lissa fragte sich, ob Avery auch von dieser Situation behaupten würde, dass sie ihr noch in zehn Jahren anhängen könnte. Nach einer Weile versuchten sie und die anderen sogar, ihre Bewegungen zu synchronisieren. Zunächst wiegten sie die ausgestreckten Arme über ihren Köpfen, um dann wie Revue-Girls beim Konkon ihre Beine in die Luft zu werfen. Diese Kicks erwiesen sich jedoch als katastrophal. Ein falscher Schritt, Lissa trug hochhakige Schuhe, beförderte sie prompt über die Tischkante. Sie verlor zuerst ihren Drink und dann ihr Gleichgewicht, doch zwei starke Arme fingen sie auf und verhinderten ihren Absturz. Mein Held, murmelte sie. Dann sah sie in das Gesicht ihres Retters. Aaron? Lissas Ex-Freund und der erste Junge, mit dem sie je geschlafen hatte, schenkte ihr ein Lächeln und hielt sie so lange fest, bis er davon überzeugt war, dass sie allein stehen konnte. Blond und blauäugig, wie er war, sah Aaron aus wie einer von diesen coolen Surfertypen. Unwillkürlich fragte ich mich, was wohl geschehen wäre, wenn Mia ihn gesehen hätte. Sie, Aaron und Lissa waren einmal in eine Dreiecksgeschichte verstrickt gewesen, die locker mit jeder Seifenoper mithalten konnte. Was machst du denn hier? Wir dachten schon, du hättest dich in Luft aufgelöst, sagte Lissa. Adrian hatte die Akademie vor einigen Monaten verlassen. Ich gehe jetzt in New Hampshire zur Schule, antwortete er. Wir besuchen hier nur Verwandte. Na, ich freue mich jedenfalls sehr, dich zu sehen, sagte Lissa. Ihre Beziehung hatte zwar kein gutes Ende gefunden, aber in ihrem momentanen Zustand meinte sie ihre Worte ernst. Inzwischen hatte sie ohnehin genug Alkoholintus, um sich über die Anwesenheit jedes Einzelnen zu freuen. Ganz meinerseits, gab er zurück. Du siehst umwerfend aus. Seine Worte berührten sie mehr, als sie erwartet hätte, wahrscheinlich, weil alle anderen hier angedeutet hatten, dass sie betrunken und verantwortungslos aussah. Und Trennung hin oder her, sie konnte nicht umhin zu bemerken, wie attraktiv sie ihn einmal gefunden hatte. Ehrlich gesagt fand sie ihn noch immer attraktiv. Sie liebte ihn nur nicht mehr. Melde dich doch mal wieder, sagte sie. Lass uns wissen, wie es bei dir so läuft. Einen Moment lang fragte sie sich, ob sie das hätte sagen sollen. Immerhin hatte sie einen Freund. Doch dann schob sie ihre Sorgen beiseite. Es sprach schließlich nichts dagegen, mit anderen Jungen rumzuhängen. Vor allem, da Christian es nicht für nötig gehalten hatte, sie auf dieser Reise zu begleiten. Ja, gern, erwiderte Aaron. Es lag etwas in seinem Blick, das sie auf angenehme Weise beunruhigend fand. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich wohl eher keinen Abschiedskuss bekomme, weil ich dich gerettet habe, oder? Die Idee war absurd. Doch dann lachte Lissa. Was war denn schon dabei? Christian war derjenige, den sie liebte, und ein Kuss unter Freunden bedeutete doch nichts. Sie blickte auf und ließ geschehen, dass Aaron ihr Gesicht mit beiden Händen umfasste und sich zu ihr hinunterbeugte. Ihre Lippen berührten sich sanft, und dann gab es kein Leugnen mehr. Der Kuss dauerte eine Spur länger als ein freundschaftlicher Schmatzer. Und als er endete, lächelte Lissa wie ein benommenes Schulmädchen, was sie im Prinzip ja auch war. Man sieht sich, sagte sie und kehrte zu ihren Freunden zurück. Avery hatte eine tadelnde Mine aufgesetzt, aber es ging ihr nicht etwa um Aaron und den Kuss. Bist du total verrückt geworden? Du hättest dir beide Beine brechen können. Sowas solltest du echt nicht tun. Du bist doch angeblich diejenige, die immer jeden Spaß mitmacht, entgegnete Lissa. Es war doch keine große Sache. Spaß ist nicht dasselbe wie Dummheit, gab Avery ernst zurück. Du kannst nicht einfach losrennen und so einen Scheiß abziehen. Ich finde, wir sollten dich nach Hause bringen. Mir geht es gut, widersprach Lissa. Störrisch wandte sie den Blick von Avery ab und richtete ihre Aufmerksamkeit stattdessen auf einige Jungen, die Tequila tranken. Sie veranstalteten eine Art Wettstreit, und die Hälfte von ihnen machte den Eindruck, als würden sie jeden Moment ohnmächtig werden. Definiere gut, sagte Adrian trocken. Dennoch wirkte auch eher besorgt. Mir geht es gut, wiederholte Lissa. Sie wandte sich wieder an Avery. Außerdem habe ich mir überhaupt nicht wehgetan. Sie hatte einen Tadel wegen des Kusses erwartet und war überrascht, dass nichts derartiges kam. Umso überraschter war sie, als das Erwartete plötzlich von ganz anderer Seite kam. Du hast diesen Jungen geküsst, rief Jill und beugte sich vor. Fassungslosigkeit spiegelte sich in ihren Zügen wieder, und ihre gewohnte Zurückhaltung war wie weggeblasen. Es war nichts, sagte Lissa, die es ärgerte, dass ausgerechnet Jill sie zurecht wies. Und dich geht das gar nichts an. Aber du bist mit Christian zusammen. Wie konntest du ihm das antun? Entspann dich, Küken, warf Avery ein. Ein betrunkener Kuss ist nichts im Vergleich zu einem betrunkenen Sturz. Und Gott weiß, dass ich in betrunkenem Zustand schon jede Menge Typen geküsst habe. Und doch bleibe ich heute Abend ungeküsst, sinnierte Adrian und schüttelte den Kopf. Das spielt doch gar keine Rolle. Jill war wirklich erregt. Sie hatte Christian mögen und schätzen gelernt. Du hast ihn betrogen. Mit diesen Worten hätte Jill ebenso gut ihren rechten Haken an Lissa ausprobieren können. Das habe ich nicht, rief Lissa. Lass gefälligst eine Schwärmerei für ihn aus dem Spiel und bilde dir bloß nichts ein, das es nicht gibt. Diesen Kuss habe ich mir ja wohl kaum eingebildet, versetzte Jill errötend. Ach, der Kuss ist das Letzte, worüber wir uns Sorgen machen sollten, seufzte Avery. Ich meine es ernst. Lasst es gut sein, Leute. Wir reden morgen früh weiter. Aber, begann Jill. Du hast sie gehört, lass es gut sein, knurrte eine neue Stimme. Reed Lazar war aus dem Nichts aufgetaucht und ragte hinter Jill auf, seine Miene so hart und beängstigend wie eh und je. Jill zog die Augenbrauen hoch. Ich sage doch nur die Wahrheit. An dieser Stelle musste ich ihren Mut bewundern, wenn man an ihr sonst so scheues Wesen dachte. Du gehst allen tierisch auf die Nerven, sagte Reed, beugte sich tiefer zu ihr hinunter und ballte die Fäuste. Und du gehst mir tierisch auf die Nerven. Ich war mir ziemlich sicher, dass dies die längste Wortmeldung war, die ich je von ihm gehört hatte. Ich neigte bereits dazu, ihn als eine Art Höhlenmensch zu betrachten, der lediglich drei Wortsätze aneinanderreihen konnte. Hey, immer mit der Ruhe. Adrian sprang auf und stand Jill zur Seite. Du solltest es lieber gut sein lassen. Was ist mit dir los? Willst du dich etwa mit einem Mädchen prügeln? Reed drehte sich mit funkelnden Augen zu Adrian um. Halt dich da raus! Den Teufel werde ich tun! Du bist doch nicht ganz dicht! Wenn mich jemand gebeten hätte, eine Liste von Leuten anzufertigen, die höchstwahrscheinlich einen Kampf riskieren würden, um die Ehre einer Dame zu verteidigen, hätte Adrian Iverschkow auf dieser Liste ziemlich weit unten gestanden. Doch nun stand er mit entschlossener Miene da, eine Hand schützend auf Jills Schulter gelegt. Ich war voller Ehrfurcht und echt beeindruckt. Reed, rief Avery. Auch sie hatte sich erhoben und stand jetzt auf Jills anderer Seite. Sie wollte niemandem was. Bezieh dich! Die beiden Geschwister standen einfach nur da und starrten einander an. Ein stummer Showdown, um herauszufinden, wer der Stärkere war. Ich hatte bei Avery noch nie einen so stechenden Blick gesehen, und schließlich funkelte Reed sie an und trat zurück. Na gut, auch egal. Die Gruppe staunte nicht schlecht, als er sich abrupt davonmachte. Die Musik war so laut, dass nur einige wenige Gäste den Streit mitbekommen hatten. Diese stutzten jedoch und starrten sie an, und Avery wirkte verlegen, als sie sich in ihren Sessel zurücksinken ließ. Adrian stand noch immer neben Jill. Was zum Teufel war das denn? fragte er. Ich habe keine Ahnung, gab Avery zu. Manchmal wird er komisch und entwickelt dann einen übertriebenen Beschützerinstinkt. Sie schenkte Jill ein entschuldigendes Lächeln. Es tut mir wirklich leid. Adrian schüttelte den Kopf. Ich denke, es wird langsam Zeit für uns zu gehen. Selbst in ihrem betrunkenen Zustand musste Lissa ihm Recht geben. Nach dieser Auseinandersetzung mit Reed war sie schlagartig wieder nüchtern, und wenn sie jetzt über ihre Taten des heutigen Abends nachdachte, wurde ihr ziemlich unbehaglich zumute. Die glitzernden Lichter und ausgefallenen Cocktails der Party hatten ihren Zauber verloren. Die trunkenen Späßchen der anderen Royals wirkten unbeholfen und dumm. Sie hatte das ungute Gefühl, dass sie diese Party am nächsten Tag möglicherweise bereuen würde. Sobald ich wieder in meinem eigenen Kopf war, bekam ich es mit der Angst zu tun. Okay, mit Lissa stimmte irgendetwas nicht, ganz und gar nicht, und niemand sonst schien es zu bemerken. Nun jedenfalls nicht in dem Maße, wie sie es sollten. Adrian und Avery wirkten zwar durchaus besorgt, aber ich hatte das Gefühl, dass sie Lissas Verhalten lediglich dem Alkohol zuschrieben. Lissa erinnerte mich noch immer stark an das Mädchen, das sie bei unserer Rückkehr nach St. Vladimir gewesen war, als sie vom Geistelement ergriffen wurde und ihr Verstand völlig durcheinander geriet. Abgesehen davon, ich wusste inzwischen genug über mich, um zu begreifen, dass sowohl meine Wut als auch meine Fixierung darauf, Strigoi zu bestrafen, ebenfalls durch die dunkle Seite des Geistelements beeinflusst wurde. Das bedeutete, dass ich die negative Energie von ihr aufnahm. Sie hätte also von Lissa abfließen müssen, anstatt sich noch weiter aufzubauen. Was war nur los mit ihr? Woher kamen diese aufbrausenden, verrückten und eifersüchtigen Charakterzüge? Nahm die Dunkelheit des Geistes einfach an Intensität zu, sodass sie sich in uns beiden ausbreitete? Teilten wir sie uns? Rose? Hm? Ich hatte mit leerem Blick auf den Fernseher gestarrt, doch jetzt sah ich Dennis an. Er schaute auf mich herab, sein Handy in der Hand. Tamara musste Überstunden machen. Sie hat jetzt Feierabend, aber … Er deutete mit dem Kopf zum Fenster. Die Sonne war schon nicht mehr zu sehen, der Himmel purpuren mit einem Hauch von Orange am Horizont. Tamaras Arbeitsstelle war leicht zu Fuß zu erreichen, und obwohl wahrscheinlich keine echte Gefahr drohte, wollte ich sie nach Sonnenuntergang dennoch nicht allein dort draußen wissen. Ich stand auf. Dann komm, wir holen sie ab. An Lev und Arthur gewandt, fügte ich hinzu. Ihr zwei könnt hier bleiben. Dennis und ich gingen die halbe Meile zu dem kleinen Büro, in dem Tamara arbeitete. Sie erledigte dort den ganzen Bürokram wie Aktenablage und Kopieren, und an diesem Tag war sie offenbar mit einem Projekt beschäftigt, das sie bis in die Abendstunden dort festgehalten hatte. Wir trafen uns an der Tür und kehrten ohne Zwischenfall zurück, während wir lebhaft über unsere Jagdpläne für den Abend sprachen. Als wir Tamaras Wohnhaus erreichten, hörte ich von der anderen Straßenseite ein seltsames Heulen. Wir alle drehten uns um und Dennis kicherte. Und Gütiger, das ist wieder diese Verrückte, murmelte ich. Tamara lebte nicht etwa in einem heruntergekommenen Viertel, aber wie in jeder Stadt gab es auch hier Obdachlose und Bettler. Die Frau, die wir dort drüben beobachteten, war beinahe so alt wie Jever, und sie lief häufig die Straße rauf und runter, wobei sie ständig vor sich hin murmelte. Heute lag sie rücklings auf dem Gehweg und gab seltsame Laute von sich, während sie ihre Gliedmaßen bewegte wie eine hilflose Schildkröte. Ist sie verletzt? fragte ich. Nein, bloß verrückt, sagte Dennis. Er und Tamara drehten sich um, wollten hineingehen, aber irgendein weichherziger Teil von mir konnte sie nicht einfach da liegen lassen. Ich seufzte. Ich komme gleich rein. In der Straße war alles ruhig, abgesehen von der alten Dame, und ich überquerte die Fahrbahn ohne Furcht vor Verkehr. Als ich die Frau erreichte, streckte ich meine Hand aus, um ihr aufzuhelfen, und dachte lieber nicht daran, wie schmutzig sie war. Dennis hatte Recht gehabt. Sie schien einfach nur verrückt zu sein. Zumindest war sie nicht verletzt. Sie hatte anscheinend einfach beschlossen, sich hinzulegen. Ich schauderte. Wenn es um Lissa und mich ging, warf ich leichtfertig mit dem Wort verrückt um mich. Aber das hier war echte Verrücktheit. Ich hoffte wirklich sehr, dass der Geist uns niemals so weit treiben würde. Die obdachlose Dame wirkte überrascht über die Hilfe, nahm jedoch meine Hand und plapperte ganz aufgeregt auf Russisch drauf los. Als sie versuchte, mich aus Dankbarkeit zu umarmen, trat ich zurück und hob die Hände zum international bekannten »Bleib mir vom Leib«-Signal. Sie blieb mir tatsächlich vom Leib, quasselte aber weiter glücklich vor sich hin. Dann hielt sie plötzlich die Seiten ihres langen Mantels von sich weg, fast wie ein Ballkleid, und drehte sich singend im Kreis. Ich lachte, überrascht, dass mich so etwas in meiner grimmigen Welt noch aufheitern konnte. Als ich wieder zurück über die Straße zu Tamaras Haus gehen wollte, hörte die alte Frau aufzutanzen und begann von neuem Glückselig auf mich einzureden. »Tut mir leid, ich muss gehen«, erklärte ich ihr. Sie schien meine Worte jedoch gar nicht zu registrieren. Dann erstarrte sie mitten im Satz. Ihre Miene warnte mich nur eine Millisekunde bevor meine Übelkeit es tat. Mit einer einzigen fließenden Bewegung wirbelte ich herum, um mich dem zu stellen, was hinter mir war, und zog gleichzeitig meinen Pflock heraus. Ein Strigoi, hochgewachsen und imposant, hatte sich angeschlichen, als ich abgelenkt gewesen war. Wie konnte ich nur so dumm sein? Ich hatte mich geweigert, Tamara allein nach Hause gehen zu lassen, aber mir war überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass die Gefahr möglicherweise direkt vor meiner ... Nein! Ich war mir nicht sicher, ob ich das Wort laut ausgesprochen oder nur gedacht hatte. Aber das spielt auch keine Rolle. Das Einzige, was in diesem Moment zählte, war das, was meine Augen sahen. Oder vielmehr das, was meine Augen zu sehen glaubten. Denn dies bildete ich mir garantiert nur ein. Es konnte einfach nicht sein. Nicht nach all dieser Zeit. Dimitri ... Ich erkannte ihn sofort, obwohl er sich ... verändert hatte. Aber höchstwahrscheinlich hätte ich ihn selbst unter einer Million Männern erkannt. Die Verbindung zwischen uns hätte schon dafür gesorgt. Und nachdem ich nun schon so lange auf ihn verzichten musste, sog ich förmlich jedes Detail von ihm in mir auf. Das dunkle, kinnlange Haar, das er heute Abend offen trug, und das in Locken sein Gesicht umspielte. Der vertraute Schwung seiner Lippen, die sich jetzt zu einem belustigten und gleichzeitig beängstigenden Lächeln verzogen. Er trug sogar denselben robusten Staubmantel, den er immer getragen hatte. Diesen langen Ledermantel, der ohne weiteres direkt aus einem Cowboy-Film hätte kommen können. Und dann waren da noch die typischen Strigoi-Merkmale. Seine dunklen Augen, die Augen, die ich liebte, waren rot umrendert. Die unvorstellbare, fahle, totenbleiche Haut. Zu Lebzeiten war sein Teint genauso gebräunt gewesen wie meiner, da wir beide viel Zeit im Freien verbracht hatten. Ich wusste, wenn er seinen Mund öffnete, würde ich Reißzähne sehen. Die ganze Musterung fand binnen eines Wimpernschlags statt. Als ich ihn gespürt hatte, reagierte ich sehr schnell, schneller als er wahrscheinlich erwartete. Das Überraschungsmoment war noch immer auf meiner Seite und mein Pflock gezückt und bereit. Er bildete eine perfekte Linie zu seinem Herzen. Mir war auf der Stelle klar, dass ich schneller zustoßen konnte, als er sich würde verteidigen können. Doch die Augen, oh Gott, diese Augen. Selbst mit diesem ekelerregenden roten Ring um die Pupillen erinnerten sie mich an den Dimitri, den ich gekannt hatte. Der Ausdruck in seinen Augen, das seelenlose, bösartige Glitzern, hatte dagegen überhaupt nichts mit ihm zu tun. Aber die Ähnlichkeit war noch immer groß genug, um mein Herz zu berühren, um meine Sinne und meine Gefühle zu überwältigen. Mein Pflock war bereit. Ich musste für diese Tötung nur meine Bewegung zu Ende führen, einfach nur meinen Schwung aus der Drehung nutzen. Aber ich konnte es nicht. Ich brauchte einfach noch ein bisschen Zeit, nur ein paar Sekunden, um mir jedes Detail ins Herz zu brennen, bevor ich ihn tötete. Und dann sprach er mich an. Rosa! Seine Stimme klang noch immer so wunderbar tief und auch der Akzent war derselbe. Es war alles nur viel kälter. Du hast meine erste Lektion vergessen. Zögere niemals! Ich konnte gerade noch seine Faust sehen, als sie auf meinen Kopf zuschnellte. Dann sah ich überhaupt nichts mehr. Wie zu erwarten war, erwachte ich mit höllischen Kopfschmerzen. Einige verwirrte Sekunden lang hatte ich keine Ahnung, was eigentlich geschehen war oder wo ich mich befand. Als die Benommenheit abflaute, fielen mir die Ereignisse auf der Straße schlagartig wieder ein. Ich setzte mich aufrecht hin und meine auf Verteidigung ausgerichteten Sinne waren sofort geschärft, trotz der leichten Schummrigkeit in meinem Kopf. Es wurde Zeit herauszufinden, wo ich jetzt war. Ich saß auf einem riesigen Bett in einem verdunkelten Raum. Nein, nicht einfach nur ein Raum. Es war eher so etwas wie eine Suite oder ein Atelier. Ich hatte schon das Hotel in St. Petersburg für luxuriös gehalten, aber dieser Raum übertraf alles. In der einen Hälfte der Studiowohnung befanden sich das Bett, auf dem ich saß, sowie die üblichen Schlafzimmer- Accessoires, eine Kommode, Nachttische, Spiegel etc. Die andere Hälfte sah aus wie ein Wohnbereich, samt Sofa und Fernseher. In die Wände waren Regale eingebaut und alle waren voller Bücher. Zu meiner rechten lag ein kurzer Flur mit einer Tür am Ende, wahrscheinlich ein Badezimmer. Auf meiner anderen Seite erkannte ich ein großes Panoramafenster, getönt, wie bei den Moroi. Dieses war jedoch viel kräftiger getönt als jedes andere Fenster, das ich je gesehen hatte. Das Glas war nahezu pechschwarz und es war fast unmöglich hindurchzuschauen. Einzig die Tatsache, dass ich den Himmel vom Horizont unterscheiden konnte, nachdem ich einige Male angestrengt geblinzelt hatte, verriet mir, dass es inzwischen wieder Tag war. Meine Sehne in höchster Alarmbereitschaft glitt ich vom Bett und versuchte die Gefahr einzuschätzen, in der ich mich befand. Mein Magen fühlte sich gut an, es waren also keine Strigoi in der Nähe. Das schloss jedoch nicht zwangsläufig aus, dass irgendeine andere Person in der Nähe war. Ich durfte mir auf keinen Fall zu sicher sein. Genau das hatte mich auf der Straße in Schwierigkeiten gebracht. Aber mir blieb keine Zeit zum Grübeln. Noch nicht. Das würde nur meine Entschlossenheit ins Wanken bringen. Als ich aufrecht stand, tastete ich nach dem Pflock in meiner Manteltasche. Der war natürlich verschwunden. Ansonsten konnte ich in meiner näheren Umgebung nichts entdecken, das als Waffe durchgegangen wäre. Es bedeutete, dass ich mich allein auf meinen Körper verlassen musste, wenn ich kämpfen wollte. Aus den Augenwinkeln sah ich einen Lichtschalter an der Wand. Ich legte ihn um und erstarrte, gespannt darauf, was oder wen die Deckenbeleuchtung womöglich preisgeben würde. Nichts Ungewöhnliches. Niemand sonst. Sofort tat ich, was nahe lag, und überprüfte die Tür. Sie war, wie ich erwartet hatte, verschlossen, und das elektronische Türschloss war nur über die richtige Tastenkombination zu öffnen. Zudem war sie massiv und anscheinend aus Stahl. Sie erinnerte mich an eine Feuertür. Da sie also praktisch unüberwindbar war, wandte ich mich ab und setzte meine Wohnungserkundung fort. Tatsächlich entbehrte das Ganze nicht einer gewissen Ironie. In der Akademie ging es in vielen Kursen bis ins Detail, um die verschiedenen Möglichkeiten, einen Ort zu überprüfen. Diese Unterrichtsstunden waren mir stets total verhasst gewesen. Ich hätte kämpfen lernen wollen. Jetzt stellte sich jedoch heraus, dass die Lektionen, die mir seinerzeit nutzlos vorgekommen waren, tatsächlich ihren Sinn und Zweck hatten. Im Licht der Deckenlampen konnte ich die Einrichtung der Suite genauer in Augenschein nehmen. Auf dem Bett lag eine elfenbeinfarbene Satin-Decke, gefüllt mit flauschigen Daunen. Als ich in den Wohnbereich schlich, fiel mir der coole Fernseher auf. Richtig cool. Ein Plasmafernseher mit riesigem Bildschirm. Er sah brandneu aus. Auch die Sofas waren hübsch, mit Bezügen aus mattgrünem Leder. Das war zwar eine etwas ungewöhnliche Farbwahl für dieses Material, aber es funktionierte durchaus. Alle Möbel im Raum, Tische, Schreibtisch, Kommode, waren aus einem glatt polierten schwarzen Holz. In einer Ecke des Wohnzimmers entdeckte ich einen kleinen Kühlschrank. Ich hockte mich davor und öffnete ihn. Er enthielt Flaschen mit Wasser und Saft, verschiedene Früchte und Tüten mit perfekt geschnittenem Käse. Auf dem Kühlschrank lagen diverse Snacks, Nüsse, Kekse und so eine Art glasierte Blätterteigtörtchen. Bei diesem Anblick knurrte mein Magen, doch ich würde hier auf keinen Fall irgendetwas essen. Das Badezimmer war im gleichen Stil eingerichtet wie der Rest der Studiowohnung. Die Dusche und ein großer Whirlpool bestanden aus schwarz poliertem Marmor und kleine Seifenstücke und Shampoos säumten den Wannenrand. Über dem Waschbecken hing ein großer Spiegel, nur dass er nicht wirklich hing. Er war so fest in die Wand eingearbeitet, dass er sich auf keinen Fall entfernen ließ. Auch das Material war seltsam. Es sah eher aus wie spiegelndes Metall und nicht wie Glas. Zuerst fand ich das seltsam, bis ich in den Hauptraum zurücklief und mich umschaute. Hier war absolut nichts, das sich in eine Waffe verwandeln ließ. Der Fernseher war zu groß, um ihn zu bewegen oder zu zerbrechen, sofern man nicht den Bildschirm einschlug, der allerdings aus irgendeinem Hightech-Plastik gemacht zu sein schien. Auf keinem der Tische stand irgendetwas aus Glas. Die Regale waren in die Wände eingelassen, die Flaschen im Kühlschrank waren allesamt aus Plastik. Und das Fenster … Ich lief hin und tastete die Kanten ab. Wie der Spiegel war es perfekt in die Wand eingesetzt worden. Das Fenster hatte keine einzelnen Scheiben, es war eine einzige glatte Fläche. Ich kniff abermals die Augen zusammen, um draußen etwas erkennen zu können, und sah … nichts. Die Landschaft schien eine leicht hügelige Ebene zu sein, mit nur wenigen, vereinzelten Bäumen. Sie erinnerte mich an die Gegend, durch die ich auf dem Weg nach Bayer gefahren war. Ganz offensichtlich befand ich mich nicht länger in Novosibirsk. Und als ich nach unten spähte, musste ich feststellen, dass die Wohnung ziemlich weit oben lag. Im dritten Stock vielleicht. Jedenfalls war es zu hoch, um einfach hinausspringen zu können, ohne sich dabei sämtliche Knochen zu brechen. Trotzdem musste ich irgendetwas tun. Ich konnte hier nicht einfach nur herumsitzen. Ich griff nach dem Schreibtischstuhl und knallte ihn mit voller Wucht gegen das Fenster, was allerdings weder auf den Stuhl noch auf das Glas besonders großen Eindruck machte. Meine Güte, murmelte ich. Ich versuchte es noch dreimal, hatte aber trotzdem kein Glück. Als bestünde sowohl der Stuhl als auch das Fenster aus Stahl. Vielleicht handelte es sich bei dem Glas um … irgendein kugelsicheres, industrie-taugliches Zeug. Und der Stuhl … Nun, ich hatte nicht den blassesten Schimmer. Er war aus einem einzigen Stück Holz gefertigt und zeigte keinerlei Anzeichen zu splittern, nicht einmal nach allem, was ich mit ihm angestellt hatte. Aber da ich schon mein ganzes Leben lang Dinge tat, die nicht allzu vernünftig waren, versuchte ich weiter, das Glas klein zu kriegen. Bei meinem fünften Versuch angekommen, warnte mich mein Magen vor einem nahen Strigoi. Ich fuhr herum, hielt den Stuhl fest und stürmte zur Tür. Sie wurde geöffnet und ich krachte gegen den Eindringling, wobei die Stuhlbeine von mir wegzeigten. Es war Dimitri. Die gleichen widersprüchlichen Gefühle, die ich bereits auf der Straße empfunden hatte, kehrten zurück. Liebe, gemischt mit Entsetzen. Diesmal kämpfte ich mich durch die Liebe hindurch und zauderte nicht mit meinem Angriff. Nicht, dass es viel genutzt hätte. Ebenso gut hätte ich weiter auf das Fenster einschlagen können. Er stieß mich zurück und ich taumelte, den Stuhl immer noch fest im Griff. Ich hielt mein Gleichgewicht und attackierte ihn aufs Neue. Als wir diesmal zusammenstießen, packte er den Stuhl und entriss ihn mir. Dann schleuderte er ihn gegen die Wand, als wöge das Möbelstück gar nichts. Ohne diese magere Waffe musste ich mich also wieder auf die Kraft meines eigenen Körpers verlassen. Bei unseren Strigoi-Verhören während der letzten Woche hatte ich das schließlich auch getan. Hier hätte es also dasselbe sein sollen. Natürlich hatte ich bisher immer vier Person als Verstärkung gehabt. Und keiner dieser Strigoi war Dimitri gewesen. Selbst als Dampir hatte man ihn kaum besiegen können. Jetzt war er genauso erfahren, nur schneller und stärker. Außerdem kannte er all meine Taktiken, da er sie mir ja selbst beigebracht hatte. Es war beinahe unmöglich, ihn zu überraschen. Doch genau wie bei dem Fenster konnte ich nicht einfach untätig bleiben. Ich saß immerhin in einem Raum gefangen. Die Tatsache, dass es sich um einen großen, luxuriösen Raum handelte, machte es auch nicht besser. Und zwar mit einem Strigoi. Mit einem Strigoi. Das war es, was ich mir immer wieder sagen musste. Hier drin war ein Strigoi, nicht Dimitri. Ihr galt alles, was sich Dennis und den anderen eingeschärft hatte. Sei klug. Sei wachsam. Verteidige dich. Rose, sagte er, während er mühelos einen meiner Tritter abwehrte. Du verschwendest Zeit. Hör auf damit. Diese Stimme. Dimitris Stimme. Die Stimme, die ich hörte, wenn ich abends einschlief. Die Stimme, die mir einst erklärt hatte, dass er mich liebte. Nein, er ist es nicht. Dimitri ist fort. Dies ist ein Ungeheuer. Verzweifelt versuchte ich, darüber nachzudenken, wie ich hier gewinnen konnte. Ich dachte sogar an die Geister, die ich doch schon mal heraufbeschworen hatte. Mark sagte, ich sei dazu in der Lage, wenn meine Gefühle stark in Aufruhr waren und dass sie für mich kämpfen würden. In meiner momentanen Situation war meine Gefühlswelt so dermaßen in Aufruhr, wie sie nur sein konnte. Dennoch gelang es mir nicht, die Geister herbeizurufen. Ich hatte ehrlich gesagt auch keine Vorstellung davon, wie ich es beim letzten Mal angestellt hatte, und alles Wünschen dieser Welt reichte nicht, um es jetzt geschehen zu lassen. Verdammt! Welchen Nutzen hatten derart furchteinflößende Kräfte, wenn ich sie nicht zu meinem Vorteil nutzen konnte? Stattdessen zog ich den DVD-Player aus dem Regal und riss dabei die Kabel aus der Wand. Das war zwar keine richtige Waffe, aber inzwischen war ich richtiggehend verzweifelt. Plötzlich hörte ich ein seltsames, primitives Kriegsgeheul und ein ferner Teil meiner selbst begriff, dass ich selbst es ausstieß. Wieder rannte ich auf Dimitri zu und schleuderte mit aller Kraft den DVD-Player nach ihm. Es hätte wahrscheinlich sogar ein wenig wehgetan, falls er Dimitri getroffen hätte, was er jedoch nicht tat. Dimitri fing auch diese Waffe ab und warf sie zu Boden. Der DVD-Player zersprang in tausend Stücke. Mit der gleichen Bewegung packte er meine Arme, um mich daran zu hindern, ihn zu schlagen oder mir das nächste Objekt zu schnappen. Sein Griff war so fest, als könnten meine Knochen brechen, aber ich setzte mich weiterhin zur Wehr. Er versuchte es erneut mit Vernunft. Ich werde dir nicht wehtun. Rosa, bitte, hör auf. Rosa, mein alter Spitzname, der Name, bei dem er mich zum ersten Mal genannt hat, als wir Victors Lustzauber zum Opfer gefallen waren und einander nackt in den Armen gelegen hatten. Dies ist nicht der Dimitri, den du einst gekannt hast. Meine Hände waren kampfunfähig, also setzte ich so gut ich konnte meine Knie und Füße ein. Es bewirkte allerdings nicht viel. Ohne genügend Abstand waren meine Tritte viel zu kraftlos. Was Dimitri betraf, so wirkte er eher entnervt als ernstlich besorgt oder wütend. Mit einem lauten Seufzer packte er meine Schultern, riss mich herum, presste mich gegen die Wand und machte mich mit vollem Körpereinsatz bewegungsunfähig. Ich wandte mich hin und her, aber ich saß genauso fest, wie die Strigoi es getan hatten, wenn ich mit den anderen auf die Jagd gegangen war. Das Universum hatte wirklich einen kranken Sinn für Humor. Hör auf, gegen mich zu kämpfen! Ich spülte seinen warmen Atem in meinem Nacken, seinen Körper, direkt an meinem. Ich wusste, dass sein Mund nur wenige Zentimeter entfernt war. Ich werde dir nicht wehtun. Ich versuchte noch einmal, mich herauszuwinden, doch es war sinnlos. Mein Atem ging in rauen Stößen und mein verletzter Kopf pulsierte. Du wirst sicher verstehen, dass es mir schwerfällt, dir das zu glauben. Wenn ich dich töten wollte, wärst du schon längst tot. Solltest du also weiterkämpfen wollen, werde ich dich fesseln müssen. Sobald du aufhörst, darfst du dich wieder frei bewegen. Hast du keine Angst, dass ich fliehen könnte? Nein. Seine Stimme war vollkommen ruhig und mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. Habe ich nicht. Wir standen beinahe eine Minute lang reglos da. Meine Gedanken überschlugen sich. Es stimmte, dass er mich wahrscheinlich bereits getötet hätte, wäre das seine Absicht gewesen. Doch dies gab mir keinen Grund zu glauben, dass ich hier auch nur annähernd sicher war. Nichtsdestoweniger steckten wir in diesem Kampf in einer PAD-Situation. Okay, PAD traf es nicht ganz. Ich war wohl eher matt gesetzt. Er spielte mit mir. Mein Kopf dröhnte immer noch von seinem ersten Schlag und dieses vergebliche Kämpfen forderte ebenfalls seinen Tribut. Ich musste meine Kräfte schonen, um eine Möglichkeit zur Flucht zu finden, falls ich noch so lange lebte. Außerdem musste ich aufhören, darüber nachzudenken, wie nahe unsere Körper einander waren. Nachdem wir monatelang so sehr achtgegeben hatten, uns nicht zu berühren, war allein dieser Kontakt schon allzu berauschend. Ich entspannte mich in seinem Griff. In Ordnung. Er zögerte, bevor er mich losließ, wahrscheinlich, weil er sich fragte, ob er mir trauen konnte. Dieser ganze Augenblick erinnerte mich an den Tag, als wir in der kleinen Hütte am Rand des Akademiegeländes zusammen gewesen waren. Ich war zornig und aufgebracht gewesen, voller Dunkelheit des Geistes. Auch damals hatte Dimitri mich festgehalten und es geschafft, mich mit Worten aus diesem schrecklichen Zustand herauszuholen. Wir hatten uns geküsst. Dann hatte er meine Bluse angehoben und … Nein, nein, nicht hier. Ich durfte jetzt nicht daran denken. Schließlich löste Dimitri seinen Griff und ließ mich los. Ich drehte mich um und all meine Instinkte wollten zuschlagen und ihn abermals angreifen. Streng ermahnte ich, mich den richtigen Zeitpunkt abzuwarten, damit ich mehr Kraft und Information sammeln konnte. Obwohl er mich losgelassen hatte, war er nicht zurückgetreten. Nur 30 Zentimeter lagen zwischen uns. Weder besseres Wissen musterte ich ihn abermals, wie ich es auf der Straße getan hatte. Wie konnte er derselbe sein und doch so verändert? Ich tat mein Bestes, mich nicht auf die Ähnlichkeiten zu konzentrieren, sein Haar, der Größenunterschied zwischen uns, die Form seines Gesichtes. Stattdessen schenkte ich den Strigoi-Merkmalen größere Beachtung, dem Rot in den Augen und der Blässe seiner Haut. Ich war so fixiert auf meine Aufgabe, dass ich einen Moment brauchte, um zu begreifen, dass er ebenfalls nichts sagte. Er musterte mich eindringlich, als könnten seine Augen direkt durch mich hindurch blicken. Ich erschauerte. Es wirkte beinahe, beinahe, so als sei er von mir genauso gefesselt wie ich von ihm. Doch das war unmöglich. Strigoi besaßen derartige Gefühle nicht. Außerdem war die Vorstellung, er könne noch irgendeine Zuneigung für mich hegen, wahrscheinlich reines Wunschdenken. Es war schon immer schwer gewesen, seine Miene zu deuten, und jetzt lag über seinem Gesicht zudem eine Maske aus Raffinesse und Gefühlskälte, die es völlig unmöglich machte, zu erkennen, was in ihm vorging. Warum bist du hergekommen? fragte er schließlich. Weil du mir einen Schlag auf den Kopf verpasst und mich dann hierher geschleppt hast. Wenn ich sterben sollte, dann würde ich es wenigstens im echten Rose-Stil tun. Der alte Dimitri hätte gelächelt oder sogar einen entnervten Seufzer von sich gegeben. Dieser hier blieb teilnahmslos. Das meinte ich nicht, und das weißt du. Warum bist du hier? Er sprach mit leiser Stimme und klang gefährlich. Ich hatte Abe schon zum Fürchten gefunden, aber zwischen den beiden herrschte nicht die geringste Konkurrenz. Selbst Smee hätte sich zurückgezogen. In Sibirien? Ich bin hergekommen, um dich zu finden. Ich bin hier, um von dir wegzukommen. Ich war so schockiert, dass ich etwas absolut Lächerliches sagte. Warum? Weil ich dich vielleicht töten würde? Der Blick, mit dem er mich bedachte, zeigte, dass er meine Bemerkung in der Tat für lächerlich hielt. Nein, damit wir einander nicht in dieser Situation begegnen. Jetzt ist es allerdings so, und eine Entscheidung ist unausweichlich. Ich war mir nicht ganz sicher, was diese Situation eigentlich war. Nun, wenn du es vermeiden willst, kannst du mich erlaufen lassen? Er trat zurück und ging ins Wohnzimmer, ohne sich nach mir umzudrehen. Ich fühlte mich versucht, einen Überraschungsangriff zu wagen, aber irgendetwas sagte mir, dass ich wahrscheinlich gerade mal auf einen Meter an ihn herankommen würde, bevor er mich mit einem gezielten Rückhandschlag zu Boden warf. Er setzte sich in einen der luxuriösen Ledersessel und faltete seinen fast zwei Meter langen Körper so anmutig zusammen, wie er es schon immer getan hatte. Gott, warum musste er nur so widersprüchlich sein? Er hatte die Gewohnheiten des alten Dimitri durchmischt mit denen eines Ungeheuers. Ich blieb, wo ich war, an die Wand gelehnt. Das ist nicht mehr möglich. Nicht, nachdem ich dich jetzt gesehen habe. Wieder betrachtete er mich eingehend. Es fühlte sich seltsam an. Ein Teil von mir reagierte mit Erregung auf die Intensität seines Blickes, genoss die Art, wie er meinen Körper von Kopf bis Fuß musterte. Der andere Teil fühlte sich schmutzig, als liefe dort, wo er mich ansah, Schleim oder irgendeine Brühe über meine Haut. Du bist genauso schön, wie ich dich in Erinnerung habe, Rosa. Nicht, dass etwas anderes zu erwarten gewesen wäre. Ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte. Ich hatte niemals wirklich ein Gespräch mit einem Strigoi geführt, abgesehen vom Austausch diverser Beleidigungen und Drohungen während des Kampfes. Am ehesten noch hatte ich mit einem Strigoi gesprochen, als Isaiah mich gefangen gehalten hatte. Allerdings war ich bei dieser Gelegenheit gefesselt gewesen, und der größte Teil des Gesprächs hatte sich um meine Ermordung gedreht. Diesmal … Nun, es war nicht so wie damals, aber es fühlte sich trotzdem richtig unheimlich an. Mit dem Rücken an der Wand verschränkte ich die Arme vor der Brust. Mehr konnte ich nicht tun, um wenigstens den Anschein einer Verteidigung zum Ausdruck zu bringen. Er neigte den Kopf und beobachtete mich aufmerksam. Ein Schatten fiel über sein Gesicht, sodass man das Rot in seinen Augen kaum sehen konnte. Stattdessen wirkten sie einfach nur dunkel, so wie früher, unendlich und wunderbar, voller Liebe und Mut. Du kannst dich setzen, sagte er. Mir geht es hier drüben ganz gut. Gibt es sonst irgendetwas, das du willst? Dass du mich gehen lässt? Für einen Moment glaubte ich, etwas von der alten Ironie in seinen Zügen zu erkennen, jenen Gesichtsausdruck, den er aufgesetzt hatte, wenn ich scherzte. Doch bei genauerer Betrachtung gelangte ich zu dem Schluss, dass ich mir das nur eingebildet hatte. Nein, Rosa, ich meine, ob du hier noch irgendetwas brauchst. Anderes Essen, Bücher, Unterhaltung. Ich starrte ihn ungläubig an. Du lässt es so klingen, als sei dies eine Art Luxushotel. Das siehst es auch, gewissermaßen. Ich kann mit Galina sprechen und sie wird dir alles besorgen, was du wünschst. Galina? Dimitris Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. Naja, oder sowas in der Art. Ich glaubte, seine Gedanken waren irgendwie liebevoll, aber sein Lächeln verriet nichts davon. Es war dunkel, voller Geheimnisse und ließ mich frösteln. Einzig meine Weigerung, ihm gegenüber Schwäche zu zeigen, hinderte mich daran, zusammenzuzucken. Galina ist meine alte Lehrerin, aus der Zeit, als ich noch zur Schule ging. Sie ist eine Strigoi? Ja, sie wurde vor einigen Jahren erweckt, bei einem Kampf in Prag. Für einen Strigoi ist sie relativ jung, aber sie hat inzwischen einiges an Macht hinzugewonnen. Das alles hier gehört ihr. Dimitri deutete auf unsere Umgebung. Und du lebst mit ihr zusammen? Erkundigte ich mich, unwillkürlich neugierig geworden. Ich fragte mich, was für eine Art von Beziehung sie verbinden mochte, und zu meiner Überraschung war ich eifersüchtig. Nicht, dass ich Grund dazu gehabt hätte. Er war ein Strigoi und somit unerreichbar für mich. Und es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass ein Lehrer mit seinem Schüler zusammenkam. Ich arbeite für sie. Sie war auch ein Grund, warum ich hierher zurückgekehrt bin, nachdem ich erweckt worden war. Ich wusste, dass sie eines Strigoi war, und ich wollte ihre Leitung. Und du wolltest fort von mir. Das war der andere Grund, richtig? Seine einzige Antwort war ein Nicken, keine näheren Ausführungen. Wo sind wir? Von Novosibirsk sind wir weit entfernt, oder? Ja. Wir sind auf Galinas Landgut, draußen vor der Stadt. Wie weit entfernt? Das Lächeln verzerrte sich ein wenig. Ich weiß, was du vorhast, aber ich werde dir diese Art von Informationen nicht geben. Und was hast du vor? Verlangte ich zu erfahren, und all meine unterdrückte Furcht verwandelte sich in einen Wutausbruch. Warum hältst du mich hier fest? Töte mich, oder lass mich gehen. Und wenn du mich einfach einsperren und mich mit irgendwelchen Spielchen quälen willst, oder was auch immer, dann wäre es mir wirklich lieber, du würdest mich töten. Tapfere Worte. Er stand auf und begann auf- und abzugehen. Ich glaube dir sogar fast. Es ist die Wahrheit, antwortete ich trotzig. Ich bin hierher gekommen, um dich zu töten, und wenn ich das nicht tun kann, würde ich lieber selbst sterben. Du weißt, dass du versagt hast, auf der Straße. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, als ich hier aufgewacht bin. Dimitri drehte sich abrupt um und stand plötzlich vor mir. Er hatte sich mit der blitzschnellen Geschwindigkeit eines Trigoi bewegt. Meine Trigoi-Übelkeit war nie ganz verschwunden, doch je mehr Zeit ich mit ihm verbrachte, desto mehr verblasste sie zu einer Art Hintergrundrauschen, das ich weitestgehend ignorieren konnte. Ich bin ein wenig enttäuscht. Du bist so gut, Ros. Sehr, sehr gut sogar. Es hat einen ziemlichen Wirbel gegeben, weil du mit deinen Freunden durch die Stadt gezogen bist und Trigoi erledigt hast. Einige Trigoi bekamen es sogar mit der Angst zu tun. Du aber nicht? Als ich hörte, dass du diejenige warst ... Hm. Er wurde nachdenklich und kniff die Augen zusammen. Nein. Ich war neugierig, wachsam. Wenn irgendjemand mich hätte töten können, dann wärst du es gewesen. Aber wie ich schon sagte, du hast gezögert. Es war der ultimative Test meiner Lektionen und du bist durchgefallen. Ich zuckte mit keiner Wimper. Innerlich war ich noch immer wütend auf mich wegen dieses Moments der Schwäche auf der Straße. Das nächste Mal werde ich nicht zögern. Es wird kein nächstes Mal geben. Aber wie dem auch sei, so enttäuscht ich von dir auch sein mag, bin ich natürlich trotzdem froh, noch am Leben zu sein. Du bist nicht am Leben, presste ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Gott, der war mir wieder so nah, so nah. Trotz der Veränderungen in seinem Gesicht war der schlanke, muskulöse Körper derselbe geblieben. Du bist tot, unnatürlich. Du hast mir vor langer Zeit gesagt, dass du lieber sterben würdest, als ein Trigoi zu sein. Und das ist der Grund, warum ich dich töten werde. Das sagst du nur, weil du es nicht besser weißt. Ich wusste es damals ja auch nicht besser. Halt zu, es ist mein Ernst. Ich spiele dein Spiel nicht mit. Wenn ich hier nicht raus kann, dann töte mich einfach, okay? Auf einmal, ganz ohne Vorwarnung, strich er mir mit den Fingern über die Wange. Mir stockte der Atem. Seine Hand war eiskalt, aber die Art, wie er mich berührte, auch die war dieselbe geblieben, genauso wie ich es in Erinnerung hatte. Wie war das möglich? So ähnlich und doch so anders. Plötzlich kam mir eine seiner Lektionen in den Sinn. Es ging darum, dass die Ähnlichkeit eines Trigoi mit der Person, die er einmal gewesen war, papieren sein konnte. Das war auch der Grund, warum man so leicht zögerte. »Dich zu töten? Nun, so einfach ist das nicht,« erwiderte er. Seine Stimme wurde wieder zu einem leisen Flüstern, wie eine Schlange, die über meiner Haut glitt. »Es gibt noch eine dritte Option. Ich könnte dich erwecken.« Ich erstarrte und hörte auf zu atmen. »Nein!« Es war das Einzige, was ich sagen konnte. Meinem Gehirn fiel nichts Komplexeres ein, nichts Witziges oder Cleveres. Seine Worte waren zu beängstigend, um sie auch nur ansatzweise zu erwägen. Nein! Du weißt ja nicht, wie es ist. Es ist unglaublich transzendent. Alle deine Sinne sind lebendig. Die Welt ist viel lebendiger. Ja, aber du bist tot. Bin ich das? Er nahm meine Hand und legte sie auf seine Brust. Ich spürte ein gleichmäßiges pochen. Meine Augen wurden groß. Mein Herz schlägt. Ich atme. Ja, aber ... Ich versuchte verzweifelt, mich an alles zu erinnern, was man mich über Strigoi gelehrt hatte. Es ist kein echtes Leben. Es ist dunkle Magie, die dich wiederbelebt. Es ist nur eine Illusion von Leben. Es ist besser als Leben. Jetzt umfasste er mit beiden Händen mein Gesicht. Sein Herzschlag mochte stetig gewesen sein, aber meiner raste jetzt. Es ist, als sei man ein Gott, Rose. Stärke, Schnelligkeit, die Fähigkeit, die Welt auf eine Weise wahrzunehmen, wie du sie dir niemals vorstellen könntest. Und Unsterblichkeit. Wir könnten für alle Zeit zusammen sein. Früher einmal war das alles gewesen, was ich mir je gewünscht hatte. Und ein Teil von mir, tief in meinem Innersten, wünschte sich das auch jetzt noch, wünschte sich verzweifelt, für immer und ewig mit ihm zusammen zu sein. Und doch ... Es würde nicht so sein, wie ich es wollte. Es würde nicht so sein, wie es früher gewesen war. Es würde etwas völlig anderes sein. Etwas Falsches. Ich schluckte. Nein. Ich konnte meine eigene Stimme kaum hören, konnte kaum auch nur die Worte formen, wenn er mich so berührte. Seine Fingerspitzen waren so zart und sanft. Das ist unmöglich. Es ist sehr wohl möglich. Einer seiner Finger fuhr über meine Wange, bis zu der Arterie an meinem Hals. Ich konnte es sehr schnell tun, ganz ohne Schmerzen. Es wäre schon vorbei, bevor du recht wüsstest, wie dir geschieht. Er hatte wahrscheinlich recht. Wenn man gewaltsam zum Strigoi gemacht wurde, musste einem das gesamte Blut aus dem Körper gesaugt werden. Dann fügte ein Strigoi sich im Allgemeinen eine Schnittwunde zu und ließ Blut auf die Lippen des Opfers tropfen. Irgendwie stellte ich mir vor, dass ich ohnmächtig werden würde, noch bevor ich auch nur halb leer war. Für immer zusammen. Die Welt verschwamm ein wenig um mich herum. Ich weiß nicht, ob es an meiner Kopfverletzung lag oder an dem Entsetzen, das durch meinen Körper jagte. Als ich mich auf den Weg machte, um Dimitri zu suchen, hatte ich mir hundert mögliche Szenarien ausgemalt. Doch selbst zum Strigoi zu werden, war nicht dabei gewesen. Einzig der Gedanke an den Tod, seiner oder meiner, hatte mich beherrscht, was sich nun als eine Dummheit meinerseits herausstellte. Meine benommenen Gedanken wurden jäh unterbrochen, als ich die Tür plötzlich öffnete. Dimitri drehte sich um und stieß mich dabei so hart von sich, dass er im nächsten Moment schützend vor mir stand. Zwei Leute traten ein und schlossen die Tür hinter sich, noch bevor ich auch nur in Erwägung ziehen konnte, einen Fluchtversuch zu unternehmen. Einer der Neuankömmlinge war ein Strigoi, ein Mann. Der andere war eine menschliche Frau, die mit gesenktem Kopf ein Tablett in den Händen hielt. Den Strigoi erkannte ich sofort. Wie hätte ich ihn jemals vergessen können? Sein Gesicht verfolgte mich noch immer in meinen Träumen. Blondes Haar, etwa so lang wie das Dimitris, umrahmte ein Gesicht, das so aussah, als sei er bei seiner Verwandlung Anfang zwanzig gewesen. Als Lissa und ich noch jünger gewesen waren, hatte er uns angeblich schon öfter gesehen, aber ich selbst war ihm bisher nur zweimal begegnet. Das erste Mal, als ich auf dem Gelände der Akademie mit ihm gekämpft hatte, und das zweite Mal, als ich ihm in der Höhle begegnet war, die andere Strigoi als Unterschlupf benutzten. Und er war derjenige, der Dimitri gebissen und verwandelt hatte. Der Mann würdigte mich kaum eines Blickes und richtete stattdessen die volle Wucht seiner Wut gegen Dimitri. Was zum Teufel geht hier vor? Ich hatte keine Probleme, ihn zu verstehen. Er war Amerikaner. Du hältst hier oben ein Schoßtier? Das geht dich nichts an, Nathan. Dimitris Stimme war reinstes Eis. Zuvor hatte ich noch geglaubt, dass er mit seinen Worten keinerlei Gefühle vermitteln konnte. Jetzt wurde mir klar, dass sie lediglich schwieriger wahrzunehmen waren. In diesem Moment lag eine klare Herausforderung in seiner Stimme, eine Warnung für diesen anderen Mann, ihm nicht in die Quere zu kommen. Galina hat mir die Erlaubnis erteilt. Nathans Blick wanderte von Dimitri zu mir. Sein Zorn verwandelte sich in Schock. Sie? Dimitri veränderte ein wenig seine Position, sodass er nun direkt vor mir stand. Die Rebellin in mir wollte ihn anfauchen, dass ich den Schutz eines Trigor nicht brauchte, nur dass ... Nun ja, irgendwie brauchte ich ihn eben doch. Sie war in dieser Schule in Montana. Wir haben gekämpft. Er zog die Lippen zurück und zeigte mir seine Reißzähne. Ich hätte ihr Blut gekostet, wenn dieses feuerbenutzende Moroi bald nicht dabei gewesen wäre. Das hier hat nichts mit dir zu tun, erwiderte Dimitri. Nathans rote Augen waren groß und voller Eifer. Machst du Witze? Sie kann uns zu dem Dragomir-Mädchen führen. Wenn wir diese Linie auslöschen, werden unsere Namen zur Legende werden. Wie lange willst du sie bei dir behalten? Raus hier, knurrte Dimitri. Und das ist keine Bitte! Nathan deutete auf mich. Sie ist wertvoll. Und wenn du sie schon als ein Bluthuchenspielzeug behalten willst, dann teile wenigstens. Wir holen die Information aus ihr heraus und geben ihr dann den Rest. Dimitri trat einen Schritt vor. Verschwinde! Wenn du ihr auch nur ein Haar krümmst, werde ich dich vernichten. Ich werde dir mit bloßen Händen den Kopf abreißen und dabei zusehen, wie er in der Sonne verbrennt. Nathan wurde wieder wütend. Galina wird dir nicht erlauben, mit diesem Mädchen Vater-Mutter-Kind zu spielen. Selbst du stehst nicht so hoch in ihrer Gunst. Zwing mich nicht, dir noch einmal zu sagen, dass du gehen sollst. Ich bin heute nicht besonders geduldig. Nathan erwiderte nichts. Die beiden Strigoi standen nur da und starrten einander an. Ich wusste, dass Kraft und Macht eines Strigoi zum Teil mit seinem Alter zusammenhingen, und Nathan war offensichtlich als Erster verwandelt worden. Ich wusste zwar nicht, wie groß sein Vorsprung war, aber während ich die beiden beobachtete, gewann ich den Eindruck, dass Dimitri womöglich stärker war, oder dass ein Kampf zumindest eine sehr, sehr knappe Angelegenheit werden würde. Ich hätte schwören können, einen Hauch von Furcht in Nathans roten Augen zu erkennen, aber er wandte sich ab, bevor ich genauer hinsehen konnte. Diese Sache ist noch nicht erledigt, laffte er, während er langsam zur Tür ging. Ich werde mit Galina reden. Er verließ den Raum, und für einen Moment herrschte Stille. Niemand regte sich. Dann sah Dimitri die menschliche Frau an und sagte etwas auf Russisch. Sie hatte die ganze Zeit nur wie erstarrt dagestanden. Jetzt beugte sie sich vor und stellte das Tablett vorsichtig auf dem Beistelltisch neben der Couch ab. Sie hob einen silbernen Deckel hoch, und zum Vorschein kam eine dick mit Käse überbackene Peperoni-Pizza. Unter anderen Umständen wäre es lächerlich und lustig zugleich gewesen, wenn mir jemand im Haus eines Trigoi eine Pizza gebracht hätte. Jetzt, nach Dimitris Drohung, mich zu einer Trigoi zu machen, und angesichts Nathans Wunsch, mich zu benutzen, um an Lissa heranzukommen, war gar nichts mehr komisch. Selbst Rose Hathaway kannte ihre Grenzen, wenn es darum ging, Witze zu reißen. Neben der Pizza lag ein riesiger Brownie mit Zuckerguss, eins meiner Lieblingsgerichte, wie Dimitri sehr genau wusste. »Mittagessen«, erklärte er, »nicht vergiftet.« Die Speisen auf dem Tablett sahen umwerfend aus, aber ich schüttelte den Kopf. »Ich werde nicht essen.« Er zog eine Augenbraue hoch. »Möchtest du etwas anderes?« »Ich möchte nichts anderes, weil ich überhaupt nichts essen werde. Wenn du mich nicht umbringen willst, dann tue ich es eben selbst.« Mir kam der Gedanke, dass der Mangel an Waffen in dieser Suite wahrscheinlich nicht nur zu ihrem, sondern ebenso zu meinem eigenen Schutz diente. »Indem du dich zu Tode hungerst?« In seinen Augen lag dunkle Erheiterung. »Bevor es dazu kommt, werde ich dich längst erweckt haben.« »Warum tust du es nicht einfach jetzt gleich?« »Weil ich lieber warten möchte, bis du dazu bereit bist.« Man, er klang wirklich wie Abe, nur dass es vergleichsweise harmlos schien, jemanden die Kniescheibe zu brechen. »Da wirst du aber lange warten müssen,« antwortete ich. Dimitri lachte laut auf. Als Dampir hatte er nur selten gelacht, und es zu hören hatte mich jedes Mal bewegt. Jetzt besaß sein Lachen jedoch nicht mehr die volle Wärme, die sich immer um mein ganzes Wesen gelegt hatte. Es war kalt und bedrohlich. »Wir werden sehen.« Und bevor ich zu einer Gegenrede ansetzen konnte, trat er wieder vor mich hin. Er legte eine Hand in meinen Nacken, zog mich ganz nah heran, ließ meinen Kopf leicht nach hinten kippen und presste seine Lippen auf meine. Sie waren genauso kalt wie der Rest seiner Haut. Dennoch lag auch etwas Warmes darin. Irgendeine Stimme in mir schrie, das sei krank und abscheulich, aber gleichzeitig trat die Welt um mich herum in den Hintergrund, während wir uns küssten, und ich konnte beinahe so tun, als wären wir wieder in jener Hütte. Dimitri zog sich genauso schnell wieder zurück, wie er näher gekommen war, und ich blieb keuchend und mit weit aufgerissenen Augen auf der Stelle stehen. Lässig, als sei nichts weiter geschehen, deutete Dimitri auf die Frau. »Das ist Ina.« Beim Klang ihres Namens blickte sie auf, und ich sah, dass sie nicht älter war als ich. »Sie arbeitet auch für Galena und wird sich um dich kümmern. Wenn du irgendetwas brauchst, lass es sie wissen. Sie spricht nicht besonders gut Englisch, aber sie wird dich schon verstehen.« Er sagte noch etwas zu ihr, und sie folgte ihm unterwürfig zur Tür. »Wo gehst du hin?« fragte ich. »Ich habe ein paar Dinge zu erledigen. Aus dem brauchst du Zeit zum Nachdenken.« »Es gibt nichts, worüber ich nachdenken müsste.« Ich zwang so viel Gegenwehr wie möglich in meine Worte. Allerdings hatte meine Antwort wohl nicht allzu grimmig geklungen, denn ich erntete nur ein spöttisches Lächeln, bevor er mit Ina wegging und mich in meinem luxuriösen Gefängnis allein zurückließ. Für jemanden, der Dennis diverse Predigten über Impulskontrolle gehalten hatte, gab ich kein besonders gutes Vorbild ab. Denn sobald ich wieder allein in der Suite war, probierte ich weiter alles Mögliche aus, um hinauszukommen, mit der Betonung auf Probieren. Nathans Verhalten hatte darauf hingedeutet, dass hier nur selten Gefangene untergebracht wurden, aber soweit ich das beurteilen konnte, war diese Suite eigens zu dem Zweck eingerichtet worden, Leute festzuhalten. Die Tür und das Fenster erwiesen sich nach wie vor als unüberwindbar. Ganz gleich, wie hart ich dagegen schlug oder welche Gegenstände ich warf. Anstelle des Stuhls nahm ich diesmal einen der Beistelltische aus dem Wohnzimmer, in der Hoffnung, dass dessen Gewicht mehr ausrichten würde. Fehlanzeige. Als das nicht funktionierte, versuchte ich es sogar damit willkürlich, irgendwelche Codes in den Ziffernblock des Türschlosses einzutippen. Ebenfalls völlig sinnlos. Schließlich warf ich mich erschöpft auf das Ledersofa und versuchte, alle meine Möglichkeiten abzuwägen. Dieser Denkprozess dauerte jedoch nicht sehr lange. Schließlich wurde ich in einem Haus voller Strigoi gefangen gehalten. Okay, das konnte ich zwar nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich wusste immerhin von mindestens drei Strigoi, und das waren für meinen Geschmack schon viel zu viele. Dimitri hatte diesen Ort als ein Landgut bezeichnet, was mich nicht gerade aufmunterte. So ein Landgut war zumeist ziemlich riesig, und die Tatsache, dass ich mich vermutlich im dritten Stock befand, war der Beweis dafür. Ein großes Haus bedeutete, dass es jede Menge Platz für jede Menge Vampire bieten konnte. Der einzige Trost, den ich hatte, war das Wissen, dass Strigoi nicht sehr gut im Team zusammenarbeiteten. Große Gruppen, die gemeinsam vorgingen, waren selten anzutreffen. Das hatte ich bisher erst zweimal beobachtet. Wobei einer dieser Anlässe der Angriff auf die Akademie gewesen war. Damals hatten sich die Strigoi auch nur zusammengetan, weil die Schutzzauber der Schule ausgefallen waren. Selbst wenn sie tatsächlich einmal zusammenzuarbeiten versuchten, waren die Bündnisse normalerweise recht kurzlebig. Die Spannung, die ich zwischen Dimitri und Nathan wahrgenommen hatte, sprach Bände. Dimitri. Ich schloss die Augen. Dimitri war der Grund, warum ich hier war. Ich kam her, um ihn aus diesem Zustand lebendigen Todes zu befreien und war, genau wie er gesagt hatte, prompt gescheitert. Und jetzt sah es so aus, als stünde ich kurz davor, mich zu ihm zu gesellen. Na klasse. Gut gemacht, Rose. Ich schauderte bei dem Gedanken, selbst eine von ihnen zu sein. Rote Ringe um meine Pupillen. Gebräunte, bleich gewordene Haut. Ich konnte es mir einfach nicht bildlich vorstellen, aber vermutlich würde ich mich, sollte es tatsächlich dazu kommen, ohnehin niemals sehen müssen, denn Strigoi warfen kein Spiegelbild. Somit würde es zu einer ausgesprochen nervigen Angelegenheit werden, mir die Haare zu machen. Die schrecklichste Veränderung würde im Inneren stattfinden, der Verlust meiner Verbindung zu meiner Seele. Sowohl Dimitri als auch Nathan waren grausam und feindselig. Selbst wenn ich nicht dagewesen wäre und den Streit ausgelöst hätte, wäre wahrscheinlich nicht viel Zeit vergangen, bis sie einen anderen Grund gefunden hätten, gegeneinander anzutreten. Ich war zwar auch kampfbereit, aber diese Bereitschaft wurde immer von Leidenschaft für andere angetrieben. Strigoi kämpften hingegen, weil sie das Blutvergießen genossen. So wollte ich nicht sein, auf der Suche nach Blut und Gewalttätigkeit, weil es mir womöglich Spaß machte. Im Grunde wollte ich das auch von Dimitri nicht glauben, doch seine Taten hatten ihn bereits als einen Strigoi gebrannt magt. Ich wusste natürlich auch, wovon er sich die ganze Zeit ernährt haben musste, um zu überleben. Strigoi konnten zwar länger auf Blut verzichten als Moroi, aber seit seiner Verwandlung war inzwischen mehr als ein Monat ins Land gegangen. Es stand also außer Frage, dass er Nahrung zu sich genommen hatte, und Strigoi töteten ihre Opfer fast immer. Ich konnte mir das bei Dimitri eigentlich gar nicht vorstellen, nicht bei dem Mann, den ich einmal gekannt hatte. Ich öffnete die Augen. Beim Thema Nahrungsaufnahme musste ich an mein Mittagessen denken. Pizza und Brownies, zwei der perfektesten Speisen auf dem Planeten. Die Pizza war während meiner Fluchtversuche natürlich längst kalt geworden, aber als ich den Teller anstarrte, sahen sowohl sie als auch der Brownie einfach köstlich aus. Wenn das Tageslicht draußen als Hinweis gelten konnte, waren zwar noch nicht ganz 24 Stunden vergangen, seit Dimitri mich gefangen genommen hatte, aber es fehlte nicht mehr viel daran. Das war eine ziemlich lange Zeit ohne Nahrung, und ich wollte diese Pizza unbedingt essen, ob sie nun kalt war oder nicht. Ich wollte keinesfalls verhungern. Natürlich wollte ich auch keines Trigoi werden, doch die Angst davor trat schnell hinter dem zurück, was ich zunächst einmal wollte. Es dauerte lange, bis man verhungerte, und ich vermutete, dass Dimitri recht hatte. Er würde mich verwandeln, lange bevor ich eine Chance bekam, mein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Ich würde wohl eine andere Möglichkeit finden müssen, um zu sterben. Gott, nicht, dass ich das überhaupt wollte. Und in der Zwischenzeit konnte ich genauso gut einfach zusehen, dass ich bei Kräften blieb, für den unwahrscheinlichen Fall, dass mir eine Flucht vielleicht doch noch gelingen würde. Sobald die Entscheidung getroffen war, verschlang ich das ganze Essen in ungefähr drei Minuten. Ich hatte keine Ahnung, wo Strigoi ihre Mahlzeiten herbekam. Teufel noch eins, im Gegensatz zu den Moroi konnten sie nicht mal gewöhnliche Nahrung zu sich nehmen. Aber dies hier war fantastisch. Mit einem schiefen Grinsen stellte ich fest, dass sie mir eine Mahlzeit ausgesucht hatten, die kein Besteck erforderte. Sie hatten wirklich an jede Möglichkeit gedacht, wie ich an eine Waffe kommen könnte. Noch bevor ich den letzten riesigen Bissen von meinem Brownie hinunterschlucken konnte, ging plötzlich die Tür auf. Geschickt schlüpfte Inner hinein, und die Tür fiel fast unverzüglich hinter ihr ins Schloss. Verfluchter Mist! Naja, zumindest versuchte ich, das mit vollem Mund zu sagen. Während ich noch mit mir gerungen hatte, ob ich nun essen wollte oder nicht, hätte ich mich besser an der Tür postieren sollen. Dimitri hatte schließlich gesagt, dass Inner sich um mich kümmern würde, also hätte ich darauf warten sollen, sie zu überwältigen. Stattdessen kam sie herein, als ich gerade abgelenkt war. Wieder einmal hatte ich alles verpatzt. Genau wie zuvor, als sie mit Dimitri und Nathan hier gewesen war, vermied Inner möglichst jeden Blickkontakt. Sie hielt einen Stapel Kleider in den Armen, blieb vor mir stehen und hielt sie mir hin. Unsicher nahm ich ihr die Sachen ab und legte sie neben mich auf das Sofa. Äh, danke, sagte ich. Sie deutete auf das leere Tablett und blickte mich tatsächlich für einen Moment schüchtern an, in ihren braunen Augen stand eine Frage. Als ich sie jetzt genauer betrachtete, war ich überrascht, wie hübsch sie aussah. Sie konnte sogar noch jünger sein als ich, und ich fragte mich, wie es dazu gekommen war, dass man sie zwang, hier zu arbeiten. Ich verstand ihre Frage und nickte. Danke. Sie griff nach dem Tablett und wartete einen Augenblick. Zuerst wusste ich nicht, warum, doch dann kam mir der Gedanke, dass sie vermutlich abwartete, ob ich wohl noch etwas anderes wollte. Ich war mir ziemlich sicher, dass sich die Kombination für das Schluss nicht sonderlich gut übersetzen lassen würde, also zuckte ich die Achseln und winkte mit einer knappen Handbewegung ab. Meine Gedanken überschlugen sich förmlich, als ich beobachtete, wie sie sich der Tür näherte. Ich sollte abwarten, bis sie die Tür öffnet und sie dann anspringen, dachte ich. Sofort schwappte ein tief in mir verwurzelter Instinkt an die Oberfläche, das Zögern, einen Unschuldigen anzugreifen. Doch dieses Zögern wurde von einem anderen Gedanken verdrängt. Entweder sie oder ich. Ich spannte mich an. Inna stellte sich so dicht vor die Tür, dass sie mir geschickt die Sicht versperrte, als sie die Kombination eintippte. Angesichts der Tatsache, dass sie recht lange brauchte, um alle Zahlen einzugeben, musste der Code ziemlich lang sein. Die Tür öffnete sich mit einem Klicken und ich machte mich bereit zu handeln. Dann entschied ich mich im letzten Moment doch dagegen. Ich konnte mir gut vorstellen, dass dort draußen eine ganze Armee von Strigoi warten würde. Wenn ich Inna benutzte, um zu fliehen, hatte ich wahrscheinlich nur eine einzige Chance, und ich musste dafür sorgen, diese Chance auch zu nutzen. Also rutschte ich, anstatt aufzuspringen, nur ein wenig zur Seite, sodass ich an ihr vorbeischauen konnte. Sie war genauso schnell wie zuvor und schlüpfte ich hinaus, sobald sich die Tür öffnen ließ. Aber in diesem Moment erhaschte ich einen Blick auf einen kurzen Flur und auf etwas, das aussah wie eine weitere schwere Tür. Interessant. Doppeltüren in meinem Gefängnis. Wenn ich ihr also folgte, würde mich diese Tür an einer unmittelbaren Flucht hindern. Inna konnte einfach an der anderen verschlossenen Tür warten, bis Strigoi-Verstärkung auftauchte. Das erschwerte die Dinge zwar, aber dieses neue Verständnis der Szenerie bescherte mir zumindest einen Funken Hoffnung. Ich musste nur noch herausfinden, was ich mit dieser Information anfangen sollte, vorausgesetzt, ich hatte meine einzige Chance nicht bereits vertan, weil ich jetzt nicht gehandelt hatte. Nach allem, was ich wusste, konnte Dimitri jederzeit hereinspazieren und mich zu einem Strigoi machen. Ich seufzte. Dimitri, Dimitri, Dimitri. Mein Blick fiel auf den Stapel Kleidung, den Inna mir gebracht hatte, und ich nahm mir die Zeit, ihn genauer zu begutachten. Mein derzeitiger Aufzug störte mich zwar keineswegs, aber wenn ich noch sehr viel länger hier blieb, würden meine Jeans und das T-Shirt bald ziemlich ekelhaft sein. Wie Tamara wollte auch hier jemand, dass ich mich in Schale warf. Es waren fast ausschließlich Kleider, und alle waren in meiner Größe. Ein rotseidenes Etui-Kleid, ein langärmliches, figurbetontes Strickkleid mit Satin-Säumen, ein hochtailliertes, knöchellanges Chiffon-Gewand. Oh, klasse! Ich bin eine Puppe! Als ich mich tiefer in den Kleiderstapel hineinwühlte, stellte ich fest, dass er auch einige Nachthemden enthielt, ebenso wie Unterwäsche und BHs, allesamt aus Satin und Seide. Das zwangloseste Kleidungsstück in dem ganzen Haufen war ein waldgrünes Sweaterkleid, aber selbst das war aus weichstem Kaschmir. Ich hiebte es hoch und versuchte mir darin, eine waghalsige Flucht vorzustellen. Nein. Kopfschüttelnd warf ich alle Kleider achtlos auf den Boden. Wie es aussah, würde ich wohl für eine Weile schmuddelige Kleider tragen müssen. Danach ging ich ständig auf und ab und überdachte fruchtlose Fluchtpläne, die ich bereits eine Million Mal im Kopf durchgespielt hatte. Durch die Bewegung wurde mir klar, wie müde ich eigentlich war. Abgesehen von der Ohnmacht nach Dimitris Treffer hatte ich seit mehr als einem Tag nicht geschlafen. Die Entscheidung, wie ich mit diesem Thema umgehen sollte, ähnelte der Entscheidung mit dem Essen. Sollte ich meine Wachsamkeit aufgeben oder lieber nicht? Ich brauchte Kraft, aber jedes Zugeständnis, das ich machte, vergrößerte das Risiko. Schließlich gab ich nach und als ich mich auf das gewaltige Bett legte, kam mir plötzlich eine Idee. Ich war doch nicht ganz ohne Hilfe. Wenn Adrian mich im Schlaf besuchen kam, konnte ich ihm immerhin erzählen, was geschehen war. Klar, beim letzten Mal hatte ich ihm gesagt, er solle sich fernhalten, aber er hatte noch nie auf mich gehört. Warum sollte das jetzt auf einmal anders sein? Während ich auf den Schlaf wartete, konzentrierte ich mich so eindringlich wie möglich auf Adrian, fast als könnten meine Gedanken wie eine Art Batman-Signal wirken und ihn herbeirufen. Es funktionierte nicht. Ich bekam keinen Besuch in meinen Träumen und als ich aufwachte, war ich überrascht, wie sehr mich das verletzte. Trotz Adrians Schwärmerei für Avery konnte ich nicht umhin, mich daran zu erinnern, wie nett er zu Jill gewesen war, als ich sie das letzte Mal gesehen hatte. Außerdem machte er sich Sorgen um Lissa und er hatte nichts von seiner üblichen, unbekümmerten Großspurigkeit an den Tag gelegt. Er war ernsthaft, aufrichtig und, na ja, süß. In meiner Kehle bildete sich ein dicker Kloß. Ich hegte zwar kein romantisches Interesse an ihm, aber ich hatte ihn wirklich schlecht behandelt. Sowohl unsere Freundschaft war verloren, als auch jedwede Chance, über ihn Hilfe zu rufen. Das leise Rascheln von Papier riss mich aus meinen Überlegungen und ich fuhr hoch. Jemand war im Wohnzimmer. Ein Mann saß mit dem Rücken zu mir auf dem Sofa und ich brauchte nur einen kurzen Augenblick, um ihn zu erkennen. Dimitri. Was machst du hier? fragte ich und stieg aus dem Bett. In meinem angeschlagenen Zustand hatte ich nicht einmal die Übelkeit wahrgenommen. Darauf warten, dass du aufwachst, antwortete er, ohne sich umzudrehen. Er war überaus selbstbewusst, was meine Unfähigkeit betraf, großen Schaden anzurichten, und er hatte vollkommen recht damit. Klingt irgendwie langweilig. Ich ging ins Wohnzimmer, wobei ich so viel Abstand zu ihm wie möglich hielt und lehnte mich an die Wand. Dann verschränkte ich die Arme vor der Brust und fand abermals Trost in dieser bedeutungslosen Schutzhaltung. So langweilig nun auch wieder nicht. Ich hatte Gesellschaft. Er sah zu mir herüber und hielt ein Buch hoch. Ein Western-Roman. Ich denke, das schockierte mich beinahe so sehr wie sein verändertes Erscheinungsbild. Dieses Buch hatte etwas so... Normales. Schon als Dampir hatte er Western-Romane geliebt, und ich zog ihn oft damit auf, dass er wohl selbst gern ein Cowboy gewesen wäre. Irgendwie hatte ich mir vorgestellt, dass dieses Hobby nach seiner Verwandlung verschwinden würde. Von einer irrationalen Hoffnung erfüllt, musterte ich sein Gesicht, als könnte ich dort irgendeine radikale Veränderung feststellen, als hätte er sich vielleicht, während ich geschlafen hatte, wieder zurückverwandelt. Vielleicht waren die letzten anderthalb Monate ja nur ein böser Traum gewesen. Nein. Rote Augen und ein harter Gesichtsausdruck machten meine Hoffnung zunichte. Du hast lange geschlafen, fügte er hinzu. Ich wagte einen schnellen Blick in Richtung Fenster. Total schwarz. Es war Nacht. Verdammt. Ich hatte lediglich ein Nickerchen von zwei Stunden machen wollen, um Kraft zu tanken. Und du hast gegessen. Die Erheiterung in seiner Stimme ärgerte mich. Tja, ich bin eben süchtig nach Peperoni. Was willst du? Er schob ein Lesezeichen in sein Buch und legte es auf den Tisch. Dich sehen. Wirklich? Ich dachte, dein einziges Ziel besteht darin, mich zu einer lebenden Toten zu machen. Auf diese Bemerkung ging er nicht ein, was ein wenig frustrierend war. Ich hasste es, wenn das, was ich zu sagen hatte, einfach ignoriert wurde. Stattdessen wollte er mich dazu bewegen, mich hinzusetzen. Bist du es nicht leid, immer zu stehen? Ich bin gerade erst aufgewacht. Außerdem, wenn ich eine ganze Stunde damit verbringen kann, Möbel durch die Gegend zu schleudern, ist dieses einfache Herumstehen ja wohl keine große Sache. Ich wusste wirklich nicht, warum ich schon wieder mit meinen gewohnten Witzeleien um mich warf. Ganz ehrlich, in Anbetracht der Situation hätte ich ihn einfach mit Missachtung strafen sollen. Ich hätte schweigen sollen, statt dieses Spiel mitzuspielen. Wahrscheinlich hoffte ich irgendwie, dass ich mit diesen Scherzen, die ich ja auch früher gemacht hatte, eine Reaktion von dem alten Dimitri bekommen würde. Ich unterdrückte ein Seufzen. Es passierte schon wieder. Ich vergaß schon wieder Dimitris Lektionen. Strigoi waren nicht die Leute, die sie einmal gewesen waren. Es ist auch keine große Sache, sich hinzusetzen, erwiderte er. Ich habe es dir schon einmal gesagt. Ich werde dir nicht wehtun. Wehtun ist ein ziemlich subjektiver Begriff. Dann entschied ich mich plötzlich, furchtlos zu erscheinen, blüste mich von der Wand und nahm ihm gegenüber in dem Sessel Platz. Jetzt zufrieden? Er legte den Kopf schräg und einige braune Strähnen befreiten sich aus dem kleinen Pferdeschwanz, den er sich gebunden hatte. Du bist immer noch so schön, selbst nachdem du geschlafen und gekämpft hast. Sein Blick wanderte zu den Kleidern hinab, die ich auf den Boden geworfen hatte. Gefällt dir gar nichts davon? Ich bin nicht hier, um mich für dich an- und umzuziehen. Designer-Klamotten werden mich nicht dazu bringen, freiwillig dem Strigoi-Club beizutreten. Er starrte mich mit einem langen, durchdringenden Blick an. Warum vertraust du mir nicht? Ich starrte zurück, nur dass aus meinem Blick fassungslose Ungläubigkeit sprach. Was ist das denn für eine Frage? Du hast mich entführt. Du tötest unschuldige Leute, um zu überleben. Du bist nicht mehr derselbe. Wie gesagt, ich bin jetzt besser. Und was die unschuldigen Leute betrifft... Er zuckte die Achseln. Niemand ist wirklich unschuldig. Außerdem ist die Welt in Jäger und Gejagte eingeteilt. Jene, die stark sind, bezwingen jene, die schwach sind. Es ist einfach Teil der natürlichen Ordnung. Wenn ich mich recht erinnere, hast du dich doch immer recht intensiv damit beschäftigt. Ich wandte den Blick ab. In der Schule war von allen Fächern, die nicht mit der Arbeit eines Wächters zu tun hatten, Biologie mein Lieblingsfach gewesen. Mit Begeisterung hatte ich alles über Tierverhalten gelesen, über die natürliche Selektion durch das Überleben des Stärkeren. Und Dimitri war mein Alphamännchen gewesen, der stärkste von allen. Das ist etwas anderes, sagte ich. Aber nicht so, wie du denkst. Warum sollte das Trinken von Blut eigenartig für dich sein? Du hast es Moroy tun sehen. Du hast es Moroy tun lassen. Ich zuckte zusammen. Ich wollte wirklich nicht näher auf das Thema eingehen, das ich Lissa, während wir unter Menschen gelebt hatten, von mir hatte trinken lassen. Und ganz bestimmt wollte ich nicht an den damit verbundenen Rausch der Endorphine denken und die Tatsache, dass ich um ein Haar süchtig danach geworden wäre. Sie töten nicht. Sie verpassen etwas. Es ist einfach unglaublich, flüsterte er. Für einen Moment schloss er die Augen, dann öffnete er sie wieder. Das Blut eines anderen zu trinken, zu beobachten, wie das Leben aus ihm entweicht und zu spüren, wie es in einen hineinstürmt. Das ist die großartigste Erfahrung der Welt. Sein Gerede über das Töten anderer verschlimmerte meine Übelkeit noch. Das ist krank und Unrecht. Es ging alles so schnell, dass ich nicht die geringste Chance hatte, darauf zu reagieren. Dimitri sprang auf, packte meine Arme, zog mich einfach vom Sessel und legte sich mit mir auf das Sofa. Ohne mich loszulassen, positionierte er sich so, dass er halb neben mir und halb über mir lag. Ich war viel zu verblüfft, um mich zu bewegen. Nein, ist es nicht. Und das ist genau der Punkt, in dem du mir vertrauen musst. Du würdest es herrlich finden. Ich will mit dir zusammen sein, Rose. Wirklich mit dir zusammen sein. Wir sind frei von allen Regeln, die andere uns auferlegen wollen. Jetzt können wir endlich zusammen sein. Die Stärksten der Starken. Und wir nehmen uns alles, was wir wollen. Irgendwann sind wir genauso stark wie Galena. Wir könnten ein Haus wie dieses haben, ganz für uns allein. Obwohl seine nackte Haut immer noch kalt war, fühlte sich der Rest seines Körpers, der sich an meinen drückte, ziemlich warm an. Aus solcher Nähe glühte das Rot in seinen Augen geradezu, und als er sprach, sah ich die Reißzähne in seinem Mund. Ich war daran gewöhnt, Reißzähne bei den Moroi zu sehen. Ja, aber bei ihm, es war ekelerregend. Ich spielte kurz mit dem Gedanken, mich loszureißen, ließ diese Idee jedoch gleich wieder fallen. Wenn Dimitri mich festhalten wollte, konnte ich ohnehin nichts dagegen tun. Ich will nichts von alledem, sagte ich. Willst du mich denn auch nicht? fragte er mit einem boshaften Lächeln. Früher einmal hast du mich gewollt. Nein, erwiderte ich, wohl wissend, dass ich log. Was willst du dann? In die Akademie zurückkehren? Moroi denen, die dich jeder Gefahr aussetzen werden, ohne auch nur einen weiteren Gedanken daran zu verschwenden? Wenn du diese Art von Leben gewollt hast, warum bist du dann hierher gekommen? Ich bin gekommen, um dich zu befreien. Ich bin frei, antwortete er. Und wenn du wirklich vorgehabt hättest, mich zu töten, dann wäre ich jetzt auch tot. Er veränderte seine Position ein wenig und legte sein Gesicht an meinen Hals. Du konntest es nicht. Ich hab's vermasselt. Das kommt bestimmt nicht wieder vor. Einmal angenommen, das wäre die Wahrheit. Angenommen, du wirst jetzt in der Lage, mich zu töten. Angenommen, du wirst sogar in der Lage, zu fliehen. Was dann? Würdest du nach Hause zurückkehren? Würdest du zu Lisa zurückkehren und dir weiterhin gestatten, die Dunkelheit des Geistelements in dich hineinbluten zu lassen? Ich weiß es nicht, erwiderte ich schroff. Und das war die Wahrheit. Meine Pläne waren nie über den Punkt hinausgegangen, an dem ich ihn fand. Du weißt, dass es dich auffressen wird. Solange sie fortfährt, ihre Magie zu benutzen, wirst du immer die Nebenwirkungen spüren, ganz gleich, wie weit du dich von ihr entfernst. Zumindest, solange sie am Leben ist. Ich versteifte mich in seinen Armen und drehte so gut es ging den Kopf zur Seite. Was soll das heißen? Willst du dich etwa Nathan anschließen und Jagd auf sie machen? Was aus ihr wird, geht mich nichts an, sagte er. Bei dir liegt der Fall anders. Wenn du erweckt würdest, wäre Lisa keine Bedrohung mehr für dich. Du würdest frei sein. Das Band würde reißen. Und was würde dann aus ihr? Sie würde allein bleiben. Wie gesagt, das geht mich nichts an. Mich interessiert nur, dass wir zusammen sind. Ach ja? Tja, ich will aber nicht mit dir zusammen sein. Er drehte meinen Kopf so, dass wir einander wieder ansahen. Einmal mehr hatte ich das seltsame Gefühl, mit Dimitri zusammen zu sein und doch nicht mit ihm zusammen zu sein. Liebe und Furcht. Er knifft die Augen zusammen. Ich glaube dir nicht. Glaub doch, was du willst. Ich will dich nicht mehr. Seine Lippen zuckten und verzogen sich zu jenem unheimlichen Grinsen. Du lügst. Ich kann es sehen. Das konnte ich schon immer. Es ist die Wahrheit. Früher wollte ich dich. Jetzt nicht mehr. Wenn ich es nur oft genug wiederholte, würde es schon irgendwann wahr werden. Er rutschte noch etwas näher an mich heran und ich erstarrte. Wenn ich meine Position nur um wenige Zentimeter veränderte, würden sich unsere Lippen berühren. Mein Äußeres. Meine Kraft. Ja, das ist jetzt anders. Besser. Aber davon abgesehen bin ich derselbe, Rosa. Mein Wesen hat sich nicht verändert. Die Verbindung zwischen uns hat sich nicht verändert. Du kannst es nur noch nicht sehen. Alles hat sich verändert. Jetzt, da seine Lippen so nah waren, konnte ich an nichts anderes denken als an den kurzen, leidenschaftlichen Kuss, den er mir bei seinem letzten Besuch gegeben hatte. Nein, 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 denk nicht daran. Wenn ich mich tatsächlich so verändert habe, warum zwinge ich dich dann nicht zu einer Erweckung? Warum lasse ich dir die Wahl? Mir lag eine schnippische Antwort auf der Zunge, die jedoch darauf erstarb. Das war eine sehr gute Frage. Warum ließ er mir überhaupt die Wahl? Strigoi ließen ihren Opfern niemals eine Wahl. Sie töteten unbarmherzig und nahmen sich einfach, was sie wollten. Wenn Dimitri nur darauf aus war, dass ich mich ihm anschloss, dann hätte er mich doch eigentlich verwandeln sollen, sobald er mich in seiner Gewalt gehabt hatte. Inzwischen waren mehr als vierundzwanzig Stunden verstrichen, und er hatte mich bisher nur mit Luxus überhäuft. Warum? Wenn er mich verwandelte, würde ich zweifellos genauso verdreht werden wie er. Das würde alles erheblich einfacher machen. Als ich schwieg, fuhr er fort. Und wenn ich mich so verändert habe, warum hast du dann vorhin meinen Kuss erwidert? Ich wusste noch immer nicht, was ich sagen sollte, und sein Grinsen wurde breiter. Keine Antwort? Du weißt, dass ich recht habe. Plötzlich fanden seine Lippen abermals die meinen. Ich protestierte leise und versuchte seiner Umarmung zu entkommen. Vergebens. Er war einfach zu stark. Und im nächsten Moment wollte ich auch gar nicht mehr entkommen. Dasselbe Gefühl wie zuvor durchflutete mich. Seine Lippen waren kalt, aber der Kuss brannte zwischen uns. Feuer und Eis. Und er hatte recht. Ich erwiderte seinen Kuss tatsächlich. Verzweifelt schrie meine innere Stimme der Vernunft, dass dies falsch sei. Beim letzten Mal hatte er den Kuss beendet, bevor allzu viel geschehen konnte. Diesmal jedoch nicht. Und während wir uns leidenschaftlich küssten, wurde diese rationale Stimme immer leiser und leiser. Der Teil von mir, der Dimitri immer lieben würde, gewann die Oberhand und schwelgte in dem wunderbaren Gefühl, seinen Körper an meinem zu spüren, in der Art, wie er mit meinem Haar spielte, sodass seine Finger sich darin verfing. Mit der anderen Hand, kalt auf meiner warmen Haut, schob er mir am Rücken das T-Shirt hoch. Ich drückte mich enger an ihn und spürte, wie der Kuss drängender, sein eigenes Verlangen heftiger wurde. Mittendrin glitt meine Zunge plötzlich über die scharfe Spitze eines Reißzahns. Das wirkte, als hätte mir jemand einen Eimer kaltes Wasser über den Kopf gekippt. Mit so viel Kraft, wie ich aufbringen konnte, riss ich den Kopf weg und löste mich aus dem Kuss. Ich konnte nur vermuten, dass er für einen Moment unachtsam gewesen war, sodass mir diese kleine Flucht gelingen konnte. Mein Atem ging schwer. Mein ganzer Körper begehrte ihn noch immer. Mein Verstand jedoch war der Teil von mir, der die Kontrolle übernahm. Zumindest für den Augenblick. Gott, was tat ich hier? Das ist nicht der Dimitri, den du gekannt hast. Er ist es nicht. Ich hatte ein Ungeheuer geküsst. Doch mein Körper war sich da nicht so sicher. Nein, murmelte ich, überrascht davon, wie pathetisch und flehendlich ich mich anhörte. Nein, wir dürfen das nicht tun. Bist du dir sicher? fragte er. Seine Hand war noch immer in meinem Haar und er drehte mit Gewalt meinen Kopf zurück, sodass ich ihn wieder ansehen musste. Es schien dir nichts auszumachen. Alles kann genauso sein wie früher. Genauso wie in der Hütte. Damals wolltest du es definitiv. Die Hütte. Nein, wiederholte ich. Das will ich nicht. Er drückte die Lippen auf meine Wange. Dann zog er eine überraschend sanfte Spur von Küssen meinen Hals entlang. Wieder spürte ich das Verlangen meines Körpers nach ihm und ich hasste mich für diese Schwäche. Was ist damit? fragte er und seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Willst du das? Ich spürte es. Den scharfen Biss von Zähnen in meiner Haut, als er den Mund an meinem Hals schloss. Eine halbe Sekunde lang war es qualvoll, schmerzhaft und furchtbar. Und dann, einfach so, verschwand der Schmerz. Ein Rausch von Wonne und Glück durchströmte mich. Es war so herrlich. Ich hatte mich in meinem ganzen Leben noch nie so wunderbar gefühlt. Es erinnerte mich ein wenig an die Zeit, als Lissa von mir getrunken hatte. Das war schon umserfend gewesen. Aber dies hier, dies war zehnmal besser, hundertmal besser. Das Hochgefühl, das der Biss eines Trigoi einem bescherte, war viel größer als bei einem Moroi. Es war, als verliebe man sich zum ersten Mal, erfüllt von einer alles verzehrenden Glückseligkeit. Als er sich zurückzog, fühlte es sich an, als seien alles Glück und alles Staunen aus der Welt verschwunden. Er fuhr mit der Hand über den Mund und ich starrte ihn mit großen Augen an. Mein erster Impuls war, ihn zu fragen, warum er aufgehört hatte. Doch dann kam ich langsam wieder zu mir, drängte mich an der seligen Benommenheit vorbei, in die sein Biss mich gestürzt hatte. Warum? Weil... Meine Worte klangen ein wenig vernuschelt. Du hast gesagt, es sei meine Entscheidung. Das ist es auch, erwiderte er. Seine eigenen Augen waren groß und auch sein Atem ging schwer. Die letzten Minuten hatten auf ihn die gleiche Wirkung gehabt wie auf mich. Ich tue das nicht, um dich zu erwecken, Rosa. Ein solcher Biss wird dich nicht verwandeln. Das hier... Nun, das hier ist einfach nur Spaß. Dann kehrte sein Mund zu meinem Hals zurück, um abermals zu trinken, und ich verlor jegliches Gefühl für die Welt um mich herum. Die Tage danach kamen mir vor wie ein Traum. Ehrlich gesagt kann ich nicht einmal sagen, wie viele Tage eigentlich verstrichen waren. Vielleicht nur ein einziger. Vielleicht hunderte. Ich hatte auch das Gefühl für Tag und Nacht verloren. Meine Zeit teilte sich nur noch einen, die mit Dimitri und die ohne ihn. Er war meine Welt. Wenn er nicht da war, wurde jede Sekunde zur Qual. Ich verbrachte sie so gut ich konnte, aber sie schienen sich ewig hinzuziehen. Während dieser Zeiten war der Fernseher mein bester Freund. Ich lag stundenlang auf dem Sofa und verfolgte nur mit halber Aufmerksamkeit, was vor sich ging. Passend zu all dem Luxus der Suite hatte ich Zugang zum Satellitenfernsehen, was bedeutete, dass wir tatsächlich einige amerikanische Sendungen empfangen konnten. Doch im Grunde war ich mir gar nicht so sicher, ob es für mich überhaupt einen Unterschied machte, ob Russisch oder Englisch gesprochen wurde. Inna schaute weiterhin regelmäßig nach mir. Sie brachte mir meine Mahlzeiten und erledigte meine Wäsche – ich trug die Kleider jetzt doch – und wartete jedes Mal auf diese für sie so typische schweigende Art, ob ich sonst noch etwas benötigte. Ich brauchte jedoch nie etwas. Zumindest nicht von ihr. Ich wollte nur Dimitri. Wann immer sie die Wohnung verließ, erinnerte sich ein winziger Teil von mir daran, dass ich doch eigentlich noch etwas tun sollte. Genau. Ihr Folgen. Das war es. Ich hatte irgendeinen Plan gehabt. Den Ausgang genauer unter die Lupe nehmen und ihn als Fluchtweg zu benutzen, richtig? Mittlerweile hatte dieses Vorhaben jedoch seinen Reiz für mich verloren. Der Aufwand schien mir einfach zu groß. Und dann, endlich, besuchte Dimitri mich, und die Monotonie wurde durchbrochen. Eng umschlungen lagen wir auf meinem Bett. Wir schliefen zwar nicht miteinander, aber wir küßten uns und berührten uns und verloren uns in dem Wunder, das der Körper des Anderen für uns darstellte, manchmal nur sehr spärlich bekleidet. Nach einiger Zeit fiel es mir schwer zu glauben, dass ich einst vor seiner neuen Erscheinung Angst gehabt hatte. Sicher, die Augen waren ein wenig erschreckend, aber er war immer noch umwerfend, immer noch unglaublich sexy. Und nachdem wir eine Weile geredet und geknutscht hatten, manchmal stundenlang, ließ ich mich von ihm beißen. Dann durchströmte mich dieses Glücksgefühl, diese wundervolle, kostbare Chemikalienflut, die mich von all meinen Problemen befreite. Was ich je an Zweifel in Bezug auf die Existenz Gottes gehabt hatte, verschwand in diesen Augenblicken, denn ganz gewiss berührte ich Gott, wenn ich mich in seinem Biss verlor. Das war der Himmel auf Erden. Lass mich deinen Hals sehen, sagte er eines Tages. Wir lagen wie gewöhnlich auf dem Bett, ich auf der Seite und er an meinen Rücken gekuschelt, mit einem Arm um meine Taille. Ich rollte mich herum und strich mein Haar beiseite, das mir über den Hals und über das Dekolleté gefallen war. Das Kleid, das ich heute trug, war ein dunkelblaues, hautenges Sommerkleid mit Spaghetti-Trägern. Jetzt schon? fragte ich. Für gewöhnlich, bis er mich erst am Ende seiner Besuche. Während ein Teil von mir sich danach sehnte und diesem Höhepunkt voller freudiger Erwartung entgegenfieberte, genoss ich die Augenblicke zuvor jedoch auch irgendwie. Das war die Zeit, da die Endorphine und meinem Körper ihren Tiefstand erreicht hatten, sodass ich in der Lage war, mich einigermaßen zu unterhalten. Wir sprachen bei diesen Gelegenheiten über Kämpfe, an denen wir teilgenommen hatten, oder über das Leben, das er sich für uns vorstellte, sobald ich ein Strigoi war. Nichts allzu sentimentales, aber nichtsdestoweniger sehr hübsch. Ich bereitete mich auf den Biss vor und wölbte mich ihm erwartungsvoll entgegen. Zu meiner Überraschung beugte er sich jedoch nicht über mich, um seine Zähne in meinen Hals zu versenken. Stattdessen griff er in seine Tasche und holte eine Kette hervor. Sie war entweder aus Gold oder aus Platin. Ich hatte zu wenig Ahnung, um das eine vom anderen zu unterscheiden, und daran hingen drei dunkelblaue Saphire, so groß wie Viertel-Dollar-Münzen. Er hatte mir in dieser Woche schon eine Menge Schmuck geschenkt, und ich schwor, dass jedes Stück noch hübscher war als das vorherige. Staunend betrachtete ich die Schönheit der Kette, die Art, wie die blauen Steine im Licht funkelten. Er legte mir die Kette um und verschloss sie in meinem Nacken. Dann strich er mit den Fingern an der Kette entlang und nickte anerkennend. Wunderschön. Seine Finger wanderten zu einem der Träger des Kleides. Er schob die Hand darunter, und ein wohliges Prickeln breitete sich auf meiner Haut aus. Sie passt. Ich lächelte. Früher hatte Dimitri mir fast nie Geschenke gemacht. Dafür fehlten ihm die Mittel, und ich hätte ohnehin keine gewollt. Jetzt war ich fortwährend verwirrt von den Geschenken, die er mir bei jedem Besuch mitbrachte. Wo hast du die her? erkundigte ich mich. Das Metall fühlte sich auf meiner erhitzten Haut kühl an, aber nicht annähernd so kalt wie seine Finger. Er lächelte verschlagen. Ich habe so meine Quellen. Diese tadelnde Stimme in meinem Kopf, die es manchmal schaffte, den Nebel zu durchdringen, in dem ich jetzt lebte, bemerkte, dass ich mich auf eine Art Vampir-Gangster eingelassen hatte. Die Warnungen dieser Stimme wurden jedoch sogleich niedergerungen und sanken zurück in die träumerische Wolke meiner Existenz. Wieso sollte ich mich aufregen, da die Kette doch so wunderschön war? Plötzlich fiel mir etwas Komisches ein. Du bist genau wie Abe. Dieser Typ, dem ich begegnet bin, Abe Mazur, er ist so eine Art Mafia-Boss, und er hat mich andauernd verfolgt. Dimitri versteifte sich. Abe Mazur hat dich verfolgt? Der dunkle Schatten, der sich plötzlich über seine Züge gesenkt hatte, gefiel mir nicht. Ja, na und? Warum? Was hat er von dir gewollt? Keine Ahnung. Er wollte ständig wissen, warum ich in Russland bin, aber dann hat er es aufgegeben und wollte nur noch, dass ich verschwinde. Ich glaube, jemand von zu Hause hat ihn engagiert, um mich zu finden. Ich will nicht, dass du dich in der Nähe von Abe Mazur aufhältst. Er ist gefährlich. Dimitri war wütend, und ich hasste das. Ein Moment später veräppte sein Zorn, und er strich mit den Fingern meinen Arm entlang und schob den Spaghetti-Träger noch weiter hinunter. Natürlich werden solche Leute kein Problem mehr darstellen, wenn du erst mal erweckt bist. Irgendwo in meinem Hinterkopf fragte ich mich, ob Dimitri wohl meine Fragen in Bezug auf Abe beantworten konnte, was Apes Geschäfte betraf. Aber allein die Erwähnung seines Namens hatte Dimitri aufgeregt, und weil ich davor zurückschreckte, wollte ich lieber das Thema wechseln. Was hast du denn heute so gemacht? fragte ich, beeindruckt von meiner Fähigkeit, normalen Smalltalk zu betreiben. Die Endorphine und seine Berührungen erschwerten es doch sehr, einen zusammenhängenden Satz zu formulieren. Besorgungen für Galina. Abendessen. Abendessen. Ein Opfer. Ich runzelte die Stirn. Die Gefühle, die diese Bemerkung in mir wachrief, waren keine Gefühle des Abscheus, sondern eher der Eifersucht. Hast du zum Spaß von ihnen getrunken? Er fuhr mir mit den Lippen über den Hals. Seine Zähne verhöhnten meine Haut, aber er biss nicht zu. Ich stöhnte auf und drückte mich noch fester an ihn. Nein, Rosa. Sie sind nur Nahrung, mehr nicht. Es ist schnell vorbei. Nein, du bist die Einzige, die mir Vergnügen bereitet. Seine Antwort erfüllte mich mit selbstgefälliger Befriedigung, und meine lästige innere Stimme wies mich darauf hin, dass diese Betrachtungsweise unglaublich krank und abartig war. Gewissermaßen hoffte ich, dass er mich bald beißen würde. Das brachte die Stimme der Vernunft für gewöhnlich zum Schweigen. Ich hob die Hand und berührte sein Gesicht. Dann fuhr ich mit den Fingern durch dieses wunderbar seidige Haar, das ich schon immer geliebt hatte. Du willst mich weiterhin erwecken, aber dann werden wir das hier nicht mehr tun können. Strigoi trinken nicht voneinander, oder doch? Nein, pflichtete er mir bei. Aber es wird die Sache wert sein. Wir können so viel mehr tun. Er überließ das Meer meiner Fantasie, und ein wohliger Schauer durchströmte mich. Die Küsse und die Bisse waren stets berauschend, aber es gab Tage, an denen ich, nun ja, mehr wollte. Die Erinnerungen an diese eine Gelegenheit, bei der wir uns geliebt hatten, quälten mich, wenn wir einander so nah waren, und ich sehnte mich oft danach, es wiederzutun. Doch aus welchem Grund auch immer, er war niemals auf Sex aus, ganz gleich wie leidenschaftlich es zwischen uns zuging. Ich war mir nicht sicher, ob er das als Köder benutzte, damit ich mich verwandeln ließ, oder ob möglicherweise eine gewisse Inkompatibilität zwischen einem Strigoi und einem Dampier bestand. Konnten die Lebenden und die Toten miteinander schlafen? Früher einmal hätte ich den Gedanken an Sex mit einem von ihnen absolut abscheulich gefunden. Mittlerweile dachte ich einfach nicht mehr so viel über die Komplikationen nach. Doch obwohl er nicht versuchte, mit mir zu schlafen, irritierte er mich oft mit seinen Liebkosungen, berührte meine Schenkel, meinen Bauch und andere gefährliche Stellen. Außerdem erinnerte er mich oft daran, wie dieses eine Mal gewesen war, wie sagenhaft sich unsere Körper angefühlt hatten. Seine Bemerkungen darüber waren jedoch eher höhnisch als zärtlich. In meinen halbklaren Augenblicken fand ich es, ehrlich gesagt, ziemlich seltsam, dass ich mich noch nicht bereit erklärt hatte, zum Strigoi zu werden. Immerhin hatte ich in diesem Endorphin-Nebel beinahe all seinen Wünschen zugestimmt. Ich fühlte mich inzwischen recht wohl dabei, mich für ihn herauszuputzen, in meinem vergoldeten Käfig zu bleiben und zu akzeptieren, dass er alle paar Tage ein Opfer nahm. Doch selbst in meinen unklarsten Momenten konnte ich einer Verwandlung nicht zustimmen, auch wenn ich ihn noch so sehr wollte. Ein tief verwurzelter Teil meiner selbst weigerte sich nachzugeben. Meistens tat er meine Weigerung mit einem Achselzucken ab, als sei es nur ein Spaß. Aber ab und zu sah ich einen Funken Ärger in seinen Augen aufblitzen, wenn ich meine Verwandlung ablehnte, und diese Momente machten mir Angst. Jetzt geht's los, neckte ich ihn. Das Verkaufsgespräch, ewiges Leben, Unbesiegbarkeit, nichts, was uns im Weg stehen wird. Das ist kein Scherz, sagte er. Hoppla. Meine schnippische Art hatte die Härte in ihm wieder zum Vorschein gebracht. Das Begehren und die Zärtlichkeit, die ich gerade noch in seinen Augen gesehen hatte, zersplitterte jetzt in eine Million Stücke und wehten davon. Die Hände, die mich gerade noch gestreichelt hatten, packten mich plötzlich an den Handgelenken und hielten mich fest, als er sich über mich beugte. Wir können nicht ewig so weitermachen. Du kannst nicht für immer hierbleiben. Holla, sagte diese Stimme. Sei bloß vorsichtig, das klingt gar nicht gut. Sein Griff schmerzte, und ich hatte mich schon oft gefragt, ob das Absicht war oder ob er seine Heftigkeit einfach nicht so recht beherrschen konnte. Als er mich endlich losließ, schlang ich einen Arm um seinen Hals, um ihn zu küssen. Können wir nicht später darüber reden? Unsere Lippen trafen sich, das Feuer erblühte erneut, und heißes Verlangen jagte durch meinen Körper. Ich konnte spüren, dass sein Verlangen genauso stark war, doch nur wenige Sekunden später löste er sich von mir. Auf seinem Gesicht lag noch immer der kalte Ärger. Komm, sagte er und zog sich zurück. Lass uns gehen. Er stand auf, und ich lade ihn verdattert an. Wo gehen wir hin? Nach draußen. Völlig perplex setzte ich mich aufrecht hin. Nach draußen? Aber das ist nicht erlaubt, das können wir nicht. Wir können machen, was ich will, blaffte er. Er strickte eine Hand aus und half mir auf. Ich folgte ihm zur Tür. Er war genauso geschickt wie inner, wenn es darum ging, mir den Blick auf die Tastatur zu versperren. Nicht, dass das jetzt noch eine Rolle gespielt hätte. Mittlerweile wäre ich auf keinen Fall mehr in der Lage gewesen, mir so eine lange Ziffernfolge zu merken. Die Tür öffnete sich wie erwartet mit einem Klicken, und er ließ mich hinaus. Staunend sah ich mich um, und mein benommenes Gehirn versuchte immer noch, diese neu gewonnene Freiheit zu erfassen. Wie mir schon an jenem Tag vor einiger Zeit aufgefallen war, führte die Tür zu einem kurzen Flur, an dessen Ende sich eine weitere Tür befand. Auch sie war schwer und mit einem elektronischen Türschloss versehen. Dimitri öffnete sie, und ich hätte wetten mögen, dass die beiden Türen unterschiedliche Codes hatten. Er griff nach meinem Arm und führte mich durch diese Tür hindurch in einen weiteren Flur. Trotz seines festen Griffs konnte ich nicht umhin, wie angewurzelt stehen zu bleiben. Vermutlich hätte mich der Luxus, der mich plötzlich umgab, nicht überraschen sollen. Immerhin lebte ich in der Penthouse-Suite dieses Herrenhauses. Aber der Flur, der von meinem Zimmer wegführte, war streng und nüchtern gewesen, und irgendwie hatte ich mir vorgestellt, dass der Rest des Hauses genauso gefängnisartig aussehen würde. Das war jedoch keineswegs der Fall. Stattdessen kam ich mir vor wie in einem alten Kinofilm, in dem die Leute ihren Tee im Salon zu sich nahmen. Auf dem vornehmen Teppich lag ein golden gemusterter Läufer, der sich in beide Richtungen des Korridors erstreckte. An den Wänden hingen antik anmutende Gemälde, die Leute aus längst vergangenen Zeiten in kostbarer Kleidung zeigten, neben der meine Kleider richtig billig und gewöhnlich wirkten. Beleuchtet wurde das Ganze von zierlichen Kronleuchtern, die in einem Abstand von etwa zwei Metern an der Decke hingen. Die tropfenförmigen Kristalle fingen das Licht in ihren Facetten auf und verteilten kleine Regenbogenfleckchen an die Wände. Ich konnte meinen Blick nicht davon losreißen. Ich war wie verzaubert von dem Glanz und der Farbenpracht, weshalb mir wahrscheinlich auch völlig entgangen war, was ich sonst noch in dem Flur befand. Was machst du da? Der schroffe Klang von Nathans Stimme riss mich aus meiner Trance. Er hatte an der Wand gegenüber meiner Tür gelehnt und sich sofort aufgerichtet, als wir in den Flur traten. Seine Miene zeigte diesen grausamen Ausdruck, der so charakteristisch für Strigoi war und den ich gelegentlich auch bei Dimitri zu sehen bekam, ganz gleich, wie charmant und freundlich er bisweilen wirkte. Sofort nahm Dimitri eine straffe Verteidigungshaltung ein. Ich gehe mit ihr Spazierin. Er klang fast so, als spreche er von einem Hund, aber meine Furcht vor Nathan übertrumpfte bei weitem jegliches Gefühl einer Kränkung, das vielleicht in mir hätte aufsteigen können. Das verstößt gegen die Regeln, meinte Nathan. Schlimm genug, dass du sie überhaupt noch hier behältst. Galina hat Befehl gegeben, dass sie ihr Zimmer nicht verlassen darf. Wir brauchen keinen herrenlosen Dampier, der frei hier herumläuft. Dimitri deutete mit dem Kopf auf mich. Sieht sie etwa so aus, als stelle sie eine Bedrohung dar. Nathans Blick glitt einmal kurz über mich hinweg. Obwohl ich mir nicht ganz sicher war, was er möglicherweise entdecken würde, glaubte ich nicht, dass ich mich sonderlich verändert hatte. Doch ein kleines Feixen umspielte seine Lippen, das prompt verschwand, als er sich wieder Dimitri zuwandte. Nein, aber ich habe Befehl, auf diese Tür aufzupassen und ich werde mir keine Schwierigkeiten einhandeln, nur weil du einen kleinen Ausflug machen möchtest. Ich werde das schon mit Galina regeln. Ich sage ihr einfach, ich hätte dich überwältigt. Dimitri bleckte seine Reißzähne zu einem Grinsen. Es dürfte ihr nicht allzu schwer fallen, mir zu glauben. Der Blick, den Nathan Dimitri zuwarf, ließ mich unbewusst zurücktreten, bis ich gegen die Wand stieß. Du bist so verdammt selbstherrlich. Ich habe dich nicht erweckt, damit du dich aufführen kannst, als hättest du ihr das Kommando. Ich habe es getan, damit wir deine Stärke und dein Insiderwissen nutzen können. Du solltest mir unterstellt sein. Dimitri zuckte mit den Schultern. Dann nahm er meine Hand und wandte sich zum Gehen. Nicht meine Schuld, wenn du nicht stark genug bist, mich dazu zu zwingen. Das war der Moment, als Nathan sich auf Dimitri stürzte. Dimitri reagierte so schnell auf den Angriff, dass ich glaubte, er hatte damit gerechnet. Sofort ließ er meine Hand los, drehte sich um, packte Nathan und schleuderte ihn gegen die Wand. Nathan stand sofort wieder auf. Es gehörte schon etwas mehr dazu als ein einfacher Hieb, um jemanden wie ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen, aber Dimitri war bereit. Er versetzte Nathan einen Schlag auf die Nase, einmal, zweimal und noch ein drittes Mal, in schneller Abfolge. Nathan ging mit blutverschmiertem Gesicht zu Boden. Dimitri versetzte ihm noch einen harten Tritt in den Magen und baute sich dann vor ihm auf. Versuche es erst gar nicht, sagte Dimitri. Du wirst verlieren. Er wischte sich Nathans Blut von der Hand und fredelte dann seine Finger durch meine. Wie gesagt, ich regle das mit Galina, aber danke für deine Anteilnahme. Dimitri drehte sich wieder um. Anscheinend hatte er das Gefühl, dass es keine weiteren Angriffe geben würde. Und so war es auch. Aber ehe ich Anstalten machte ihm zu folgen, warf ich noch schnell einen Blick über meine Schulter zu Nathan, der dort am Boden saß. Er starrte Dimitri mordgierig hinterher, und ich war mir ziemlich sicher, dass ich noch nie einen derart hasserfüllten Blick gesehen hatte. Zumindest bis er sich mir zuwandte. Mir wurde schlagartig eiskalt, und ich stolperte, um mit Dimitri Schritt halten zu können. Nathans Stimme hallte hinter uns her. Ihr seid nicht sicher! Keiner von euch! Sie isst nur Mittagessen, Bellikow! Ein Snack! Dimitri umfasste meine Hand fester und beschleunigte seinen Schritt. Ich konnte den Zorn spüren, der von ihm abstrahlte, und plötzlich war ich mir nicht mehr sicher, vor wem ich größere Angst haben sollte. Vor Nathan oder vor Dimitri? Dimitri war ein knallharter Bursche, lebendig oder untot. In der Vergangenheit hatte ich oft gesehen, wie er seine Feinde ohne jegliches Anzeichen von Furcht oder Zögern angriff. Er war großartig gewesen, genauso mutig, wie ich es seiner Familie erzählt hatte. Aber in all jenen Situationen hatte er immer einen guten Grund gehabt zu kämpfen, normalerweise Selbstverteidigung. Bei seiner Konfrontation mit Nathan gerade eben war es jedoch um mehr gegangen. Offenbar war es eine Demonstration von Macht gewesen und eine Gelegenheit, gewalttätig zu werden. Dimitri schien es genossen zu haben. Was, wenn er beschloss, sich gleichermaßen gegen mich zu wenden? Was, wenn meine ständige Weigerung ihn dazu trieb, mich zu foltern, bis ich mich endlich fügte? Nathan macht mir Angst, sagte ich, damit Dimitri nicht merkte, dass ich auch ihn fürchtete. Ich fühlte mich schwach und absolut schutzlos, und das war etwas, das mir nicht allzu oft geschah. Im Allgemeinen nahm ich jede Herausforderung bereitwillig an, ganz gleich, wie verzweifelt die Lage auch sein mochte. Er wird dir kein Haar krümmen, antwortete Dimitri rau. Du hast nichts zu befürchten. Wir erreichten eine Treppe. Nach einigen Stufen wurde klar, dass ich mit vier Treppenläufen dieser Art nicht fertig werden würde. Abgesehen von der durch seine Bisse und die Endorphine verursachten Benommenheit, in der ich ständig lebte, schwächte mich außerdem der regelmäßige Blutverlust und forderte seinen Tribut. Ohne ein Wort zu sagen, nahm Dimitri mich auf die Arme und trug mich mühelos nach unten, wo er mich sanft wieder absetzte. Das Erdgeschoss des Anwesens wirkte genauso prachtvoll wie der Flur in meinem Stockwerk. Die Eingangshalle hatte eine riesige, gewölbte Decke mit einem kunstvollen Kronleuchter, neben dem die anderen, die ich angestarrt hatte, geradezu winzig wirkten. Vor uns befand sich eine verschnörkelte Doppeltür mit Buntglasfenstern. Und auf einem Stuhl saß ein weiteres Trigoi, der Mann hatte anscheinend Wachdienst. Neben ihm war ein Paneel mit Knöpfen und blinkenden Lichtern in die Wand eingelassen, ein modernes Sicherheitssystem inmitten all dieses altmodischen Flares. Der Mann versteifte sich, als wir näher kam, und zuerst dachte ich, es sei der natürliche Instinkt eines Leibwächters, bis ich sein Gesicht erkannte. Es war der Strigoi, den ich in jener ersten Nacht in Novosibirs gefoltert hatte, derjenige, den ich weggeschickt hatte, damit der Dimitri meine Nachricht überbrachte. Er blickte leicht die Zähne, als er mir in die Augen sah. Rose Hathaway, sagte der Strigoi. Ich erinnere mich an deinen Namen, genau wie du es mir aufgetragen hast. Mehr sagte er nicht, aber als wir an ihm vorbeigingen, schloss ich meine Finger fester um Dimitris Hand. Der Strigoi ließ mich keinen Moment aus den Augen, bis wir nach draußen traten und sich die Tür hinter uns schloss. Er will mich töten, sagte ich zu Dimitri. Alles Strigoi wollen dich töten, erwiderte er. Er will es wirklich. Ich habe ihn gefoltert. Ich weiß, er hat es in Ungnade gefallen, und seither hat er hier einiges von seinem Ansehen eingebüßt. Das beruhigt mich nicht gerade. Dimitri wirkte ungerührt. Marlen ist niemand, um den du dir Sorgen machen musst. Dein Kampf gegen ihn hat Galina lediglich bewiesen, dass du eine gute Ergänzung für uns bist. Er steht unter dir. Auch das fand ich nicht sonderlich beruhigend. Ich machte mir hier einfach zu viele persönliche Feinde unter den Strigoi. Aber andererseits konnte ich wohl kaum erwarten, mir unter den Strigoi irgendwelche Freunde zu machen. Es war natürlich Nacht. Dimitri hätte mich ja sonst nicht nach draußen gebracht. Im Foyer hatte ich den Eindruck, wir befänden uns im vorderen Teil des Hauses, aber der weitläufige Garten um uns herum warf die Frage auf, ob wir nicht doch eher hinterm Haus standen. Oder vielleicht lag das ganze Anwesen inmitten von diesem Grün. Wir waren von einem Heckenlabyrinth umgeben, das in wunderschöner Präzision zurechtgeschnitten war. In dem Labyrinth gab es kleine Plätze, geschmückt mit Springbrunnen oder Statuen. Und überall waren Blumen und nochmals Blumen. Ihr Duft hing schwer in der Luft. Und mir wurde klar, dass irgendjemand sich wirklich große Mühe gegeben hatte, nachtblühende Pflanzen aufzutreiben. Die einzige Sorte, die ich sofort erkannte, war Jasmin, dessen lange, mit weißen Blüten besetzte Ranken an Spalieren und Statuen überall im Labyrinth empor kletterten. Eine Weile gingen wir schweigend nebeneinander her, und ich verlor mich in der Romantik des Augenblicks. Während der ganzen Zeit, der Dimitri und ich in der Schule zusammen gewesen waren, hatte die Angst an mir genagt, wie wir unsere Beziehung wohl mit unseren Pflichten in Anklang bringen würden. Ein Moment wie dieser, ein Spaziergang in einem Garten in einer sternenklaren Frühlingsnacht, war mir wie eine Fantasie vorgekommen, die zu verrückt war, um sie auch nur in Erwägung zu ziehen. Sogar ohne die Erschwernis durch Treppenstufen wurde das lange Gehen in meinem Zustand schnell anstrengend. Ich blieb stehen und seufzte. Ich bin müde, sagte ich. Dimitri hielt ebenfalls inne und half mir, mich hinzusetzen. Das Gras war trocken und kitzelte auf meiner Haut. Ich ließ mich zurücksinken, und einen Moment später gesellte er sich zu mir. Ich hatte ein unheimliches Déjà-vu-Erlebnis, und mir fiel der Nachmittag mit den Schneeengeln wieder ein. Das ist unglaublich, sagte ich, während ich in den Himmel hinaufschaute. Er war glasklar und wolkenlos. Wie ist es für dich? Es ist so hell, dass ich alles ziemlich deutlich erkennen kann, aber verglichen mit Tageslicht ist es immer noch recht dunkel. Deine Augen sind viel besser als meine. Was siehst du? Für mich ist es taghell. Als ich nicht reagierte, fügte er hinzu. Für dich könnte es auch so sein. Ich versuchte mir das vorzustellen. Würden mir die Schatten dann auch noch so rätselhaft erscheinen? Würden der Mond und die Sterne dann noch so hell leuchten? Ich weiß nicht. Irgendwie mag ich die Dunkelheit. Nur weil du es nicht besser weißt. Ich seufzte. Das erzählst du mir ständig. Er drehte sich zu mir um und strich mir das Haar aus dem Gesicht. Rose, diese Sache treibt mich in den Wahnsinn. Ich bin des Wartens müde. Ich will, dass wir zusammen sind. Gefällt dir das alles denn nicht, was wir haben? Es könnte sogar noch besser sein. Seine Worte klangen romantisch, sein Tonfall jedoch nicht. Dabei gefiel es mir tatsächlich. Ich liebte den Nebel, in dem ich lebte. Diesen Nebel, in dem alle Sorgen verschwanden. Ich liebte es, ihm nahe zu sein. Liebte die Art, wie er mich küsste und mir sagte, dass er mich wollte. Warum? fragte ich. Warum was? Er klang verwirrt, etwas, das ich bei einem Stregor noch nie erlebt hatte. Warum willst du mich? Ich hatte keine Ahnung, wieso ich diese Frage überhaupt stellte. Er wusste es anscheinend auch nicht. Warum sollte ich dich nicht wollen? In seiner Stimme lag eine solche Selbstverständlichkeit, als sei es die dümmste Frage der Welt. Wie mir langsam klar wurde, war es das wahrscheinlich auch. Und doch, irgendwie hatte ich eine andere Antwort erwartet. Genau in diesem Moment krampfte sich mein Magen zusammen. In all der Zeit, die ich mit Dimitri verbracht hatte, war es mir tatsächlich gelungen, die Strigoi-Übelkeit von meinem Radar zu entfernen. Die Anwesenheit anderer Strigoi verstärkte diese Übelkeit jedoch. Ich hatte sie in Nathans Nähe gespürt, und ich spürte sie jetzt. Ich richtete mich auf, und Dimitri ebenfalls, fast gleichzeitig. Wahrscheinlich hatte ihn sein überragendes Gehör alarmiert. Eine dunkle Gestalt ragte über uns auf und löschte das Licht der Sterne. Es war eine Frau, und Dimitri sprang auf die Füße. Ich blieb, wo ich war, auf dem Boden. Sie war atemberaubend schön, auf eine harte und schreckliche Weise. Ihr Körper war ähnlich gebaut wie meiner und ließ darauf schließen, dass sie bei ihrer Verwandlung keine Moroi gewesen war. Isaiah, der Strigoi, der mich in Amerika gefangen genommen hatte, war sehr alt gewesen und hatte Macht förmlich verströmt. Diese Frau war noch nicht annähernd so lange ein Strigoi, aber ich konnte spüren, dass sie älter war als Dimitri und viel stärker. Sie sagte etwas auf Russisch zu ihm, und ihre Stimme war ebenso kalt wie ihre Schönheit. Dimitri antwortete in einem selbstbewussten, aber dennoch höflichen Tonfall. Als die beiden miteinander redeten, hörte ich mehrmals Nathans Namen. Dimitri reichte mir seine Hand und half mir auf, und es war mir peinlich, wie häufig ich seine Hilfe in Anspruch nehmen musste, während wir einander früher beinahe ebenbürtig gewesen waren. Rose, sagte er, das ist Galina. Sie ist diejenige, die so freundlich war, dich hier wohnen zu lassen. Galinas Gesicht sah allerdings nicht sonderlich freundlich aus. Es war vollkommen emotionslos, und ich hatte das Gefühl, als entblößte ich meine ganze Seele vor ihr. Obwohl ich mir in Bezug auf viele Dinge hier unsicher war, hatte ich dennoch genug mitbekommen, um zu wissen, dass mein fortgesetzter Aufenthalt hier etwas sehr Seltenes und Zerbrechliches war. Ich schluckte. Spasiva, sagte ich. Ich wusste nicht, wie ich auf Russisch ausdrücken sollte, dass es mich freute, sie kennenzulernen, und ganz ehrlich, ich war mir in diesem Punkt nicht mal sicher, aber ich vermutete, dass ein simples Dankeschön schon ausreichen würde. Wenn sie eine Lehrerin gewesen und an einer normalen Akademie ausgebildet worden war, sprach sie wahrscheinlich Englisch und verstellte sich nur, genau wie Jeva. Ich hatte keinen Schimmer, warum sie das tat, aber wenn man einem Dampier-Teenager ohne weiteres den Hals brechen konnte, hatte man das Recht zu tun, was immer man wollte. Galinas Gesichtsausdruck, oder dessen Nicht-Vorhandensein, veränderte sich nicht, als ich mich bedankte, und sie richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf Dimitri. Die beiden unterhielten sich über meinen Kopf hinweg, und Dimitri deutete einige Male auf mich. Ich verstand das Wort für stark. Zu guter Letzt sagte Galina etwas, das endgültig klang, und sie verschwand ohne irgendein Wort des Abschieds. Sowohl Dimitri als auch ich bewegten uns nicht, bis ich spürte, wie sich die Übelkeit zerstreute. Komm, sagte er, wir gehen jetzt besser zurück. Wir verließen das Labyrinth, doch ich hatte keine Ahnung, woher Dimitri wusste, welchen Weg wir nehmen mussten. Es war schon komisch. Als ich hier ankam, hatte ich davon geträumt, nach draußen zu gelangen und zu fliehen. Jetzt, da ich hier war... Nun, es schien nicht mehr allzu wichtig zu sein. Galinas Ärger hingegen war sehr wichtig. Was hat sie gesagt? fragte ich. Es gefällt dir nicht, dass du noch hier bist. Sie will, dass ich dich entweder erwecke oder töte. Oh, äh, und was wirst du tun? Er schwieg einige Sekunden lang. Ich werde noch ein bisschen länger warten und dann... dann werde ich die Entscheidung für dich treffen. Er ging nicht näher darauf ein, welche Entscheidung er treffen würde, und ich hätte um ein Haar meine frühere Forderung wiederholt, lieber zu sterben, als ein Strieger zu werden. Doch dann sagte ich stattdessen... Wie lange? Nicht lange, Rosa. Du musst dich entscheiden. Und triff die richtige Wahl. Die da wäre? Er hob die Hände. All das! Ein gemeinsames Leben! Wir traten aus dem Labyrinth. Ich betrachtete das Haus, das von außen irrsinnig riesig wirkte, und die wunderschönen Gärten um uns herum. Alles war wie aus einem Traum. Dahinter breitete sich eine endlose Landschaft aus, die sich schließlich in der Dunkelheit verlor und mit dem schwarzen Himmel verschmolz, bis auf einen winzigen Bereich am Horizont, der einen sanften, purpurnen Schimmer aufwies. Ich runzelte die Stirn, während ich dieses Licht fixierte, dann konzentrierte ich mich wieder auf Dimitri. Und was dann? Arbeite ich dann auch für Galina? Für eine Weile. Wie lang ist eine Weile? Vor dem Haus blieben wir stehen. Dimitri schaute mir in die Augen, und auf seinem Gesicht leuchtete ein Ausdruck, der mich einen Schritt zurücktreten ließ. Bis wir sie töten, Rose. Bis wir sie töten und dies alles uns gehört. Dimitri gab keine näheren Erklärungen ab. Seine Worte und die anderen Ereignisse der Nacht hatten mich so sehr aufgerüttelt, dass ich nicht einmal ansatzweise wusste, was ich dazu sagen sollte. Er brachte mich wieder ins Haus, vorbei an dem diensthabenden Strigoi und hinauf in meine Suite. Nathan stand jetzt nicht mehr davor. Für einige kurze Augenblicke sprach diese nörgelnde Stimme in meinem Kopf laut genug, um meine verworrenen Gedanken zu durchdringen. Wenn keine Wache im Flur stand und Innaval zurückkam, hatte ich eine sehr gute Chance, sie derart einzuschüchtern, dass ich hier herauskam. Zugegeben, das würde bedeuten, dass ich es mit einem Haus mit Gott weiß wie vielen Strigoi aufnehmen musste, aber meine Fluchtchancen waren im Haus definitiv besser als in diesem Zimmer. Dann, annähernd so schnell, wie sie gekommen waren, verschwanden diese Gedanken wieder. Dimitri legte einen Arm um meine Taille und zog mich an sich. Draußen war es kühl gewesen, und obwohl sein Körper kalt war, boten das Hemd und die Jacke ein wenig Wärme. Ich kuschelte mich enger an ihn, während seine Hände über meinen ganzen Körper glitten. Ich dachte, er würde mich beißen, aber es waren nur unsere Münder, die sich trafen, fordernd und wild. Ich grub die Finger in sein Haar und versuchte ihn an mich zu ziehen. Mit seiner anderen Hand streichelte er mein nacktes Bein und schob mir den Rock fast bis zur Hüfte hoch. Erregung und freudige Erwartung brannten in jeder Faser meines Körpers. Ich hatte so lange von dieser Hütte geträumt und mich mit solcher Sehnsucht daran erinnert. Ich hätte nie erwartet, dass ich etwas derartiges jemals wieder erleben würde, doch jetzt konnte es tatsächlich geschehen, und ich war überrascht, wie sehr ich es wollte. Meine Hände glitten zu seinem Hemd hinunter und öffneten alle Knöpfe, strichen über seine starke Brust. Dimitris Haut fühlte sich an wie Eis, ein erstaunlicher Kontrast zu dem Brennen in mir. Seine Lippen wanderten von meinem Mund über den Hals bis zu meiner Schulter. Dann schob er den Träger des Kleides beiseite, bedeckte meine Haut mit hungrigen Küssen. Seine Hand lag noch immer auf meiner nackten Hüfte, und ich mühte mich verzweifelt ihm das Hemd ganz auszuziehen. Plötzlich riss er sich mit überraschender Schroffheit los und stieß mich von sich. Zuerst dachte ich, es gehöre zu unserem Vorspiel, bis ich begriff, dass er mich mit Absicht weggeschubst hatte. Nein, sagte er mit unerbetlicher Stimme, noch nicht, nicht bevor du erweckt bist. Warum? fragte ich verzweifelt. Ich konnte an nichts anderes denken als an seine Berührungen und, nun ja, einen weiteren bist. Warum ist das so wichtig? Gibt es, gibt es einen bestimmten Grund, warum wir uns nicht lieben können? Vor meiner Ankunft hier wäre mir Sex mit einem Strigoi niemals in den Sinn gekommen. Vielleicht war es ja einfach unmöglich. Er beugte sich über mich und legte die Lippen an mein Ohr. Nein, aber es wird umso viel besser sein, wenn du erweckt bist. Lass es mich tun, lass es mich tun, dann können wir alles machen, was wir wollen. Vage begriff ich, dass er seine Trumpfkarte ausspielte. Er wollte mich, das stand ihm offen ins Gesicht geschrieben. Aber er benutzte Sex auch als Lockmittel, um mich zum Nachgeben zu bewegen. Und ganz ehrlich? Ich stand so kurz davor, einzuwilligen. Mein Körper setzte meinen Verstand außer Kraft. Beinahe. Nein, wimmerte ich. Ich, ich hab Angst. Sein gefährlicher Blick wurde weicher, und obwohl er nicht direkt so aussah wie der Dimitri von früher, wirkte er dennoch etwas weniger Strigoi-artig. Rose, glaubst du denn, ich würde irgendetwas tun, das dir wehtun könnte? Hatten wir nicht irgendwann einmal ein Gespräch darüber geführt, dass ich zwischen einer Verwandlung und meinem baldigen Ableben wählen müsste? Letzteres klang, als könne es sehr wohl mit Schmerzen verbunden sein. Aber das wollte ich nicht gerade jetzt erwähnen. Der Biss, die Verwandlung würde wehtun. Ich habe es dir gesagt. Es wäre genau wie das, was wir bereits getan haben. Du wirst es genießen, und du wirst keine Schmerzen haben. Das schwöre ich. Ich wandte den Blick ab. Verdammt! Warum konnte er nicht noch immer finster und beängstigend aussehen? Es wäre dann so viel einfacher gewesen, stur zu sein und zu widerstehen. Selbst im Überschwang der Leidenschaft war es mir gelungen, nicht ganz nachzugeben. Aber irgendwie, ihn so zu sehen, so ruhig und vernünftig. Nun, es kam dem Dimitri, den ich geliebt hatte, einfach viel zu nah. Und mich davon abzuwenden, war brutal. Zum ersten Mal erschien mir eine Verwandlung in einen Strigoi. Gar nicht mehr so schlimm. Ich weiß nicht, erwiderte ich lahm. Er ließ mich los und richtete sich auf. Missmut sprach aus seinen Zügen. Es war nahezu eine Erleichterung. Galena verliebt langsam die Geduld. Und ich auch. Du hast gesagt, wir hätten noch Zeit. Ich muss einfach darüber nachdenken. Wie lange konnte ich diesen Einwand wohl noch vorschützen? Er kniff die Augen zusammen, was mir sagte, dass es nicht mehr sehr lange dauern würde. Ich muss gehen, erklärte er schroff. Heute würde es keine Berührungen oder Küsse mehr geben, so viel stand fest. Ich muss mich um einige Dinge kümmern. Es tut mir leid, murmelte ich verwirrt und gleichzeitig voller Angst. Ich wusste nicht, welchen Dimitri ich wollte. Den furchterregenden, den sinnlichen oder den geradezu, aber dennoch nicht durch und durch, sanften Dimitri. Er sagte nichts. Ohne jede Vorwarnung beugte er sich vor und bis in die zarte Haut meines Halses. Was für schwächliche Fluchtstrategien ich zuvor auch gehabt haben mochte, sie gehörten ab jetzt der Vergangenheit an. Ich schloss die Augen und wäre einfach nach hinten umgekippt, wenn er mich nicht mit seinem Arm, den er fest um mich schlang, aufrecht gehalten hätte. Genau wie beim Küssen fühlte sich sein Mund warm an und die Berührungen seiner Zunge und seiner Zähne sandten elektrisierende Schauer durch meinen Körper. Und dann war es vorbei, einfach so. Er zog sich zurück und leckte sich die Lippen, hielt mich aber weiterhin fest. Der Nebel kam zurück. Die Welt war wunderbar und unbeschwert und ich war vollkommen sorglos. Was auch immer er an Sorgen in Bezug auf Nathan und Galina hatte, interessierte mich nicht mehr. Die Furcht, die ich noch Sekunden zuvor empfunden hatte, meine Enttäuschung, ob seiner Weigerung mit mir zu schlafen, meine Verwirrung, ich hatte keine Zeit mir über diese Dinge Sorgen zu machen, nicht wenn das Leben so schön war und ich Dimitri so sehr liebte. Ich lächelte zu ihm empor und wollte ihn umarmen, doch er führte mich bereits zum Sofa. Wir sehen uns später. Und im nächsten Augenblick war er schon an der Tür, was mich richtig traurig stimmte. Ich wollte, dass er blieb, für immer. Vergiss nicht, ich will dich und ich würde niemals zulassen, dass dir etwas Schlimmes widerfährt. Ich werde dich beschützen, aber ich kann nicht mehr sehr lange warten. Mit diesen Worten verließ er den Raum und mein Lächeln wurde breiter. Dimitri wollte mich. Vage erinnerte ich mich daran, ihn draußen nach dem Warum gefragt zu haben. Aber weshalb um alles in der Welt hatte ich das gefragt? Welche Antwort hatte ich mir gewünscht? Warum spielt das denn eine Rolle? Er wollte mich. Das war alles, was zählte. Dieser Gedanke und der wunderbare Endorphinrausch hüllten mich ein, während ich auf dem Sofa lag und spürte, wie mich Schläfrigkeit übermannte. Es schien mir zu viel Aufwand zum Bett hinüberzugehen, daher blieb ich, wo ich war und ließ den Schlaf einfach kommen. Und unverhofft fand ich mich in einem von Adrians Träumen wieder. Ich hatte ihn schon so gut wie aufgegeben. Nach meinen ersten verzweifelten Fluchtversuchen aus der Suite hatte ich mir schließlich eingeredet, dass Adrian nicht zurückkommen würde, dass ich ihn für immer weggeschickt hatte. Und doch war er jetzt hier, stand direkt vor mir. Oder, nun ja, zumindest seine Traumversion stand vor mir. Häufig trafen wir uns im Wald oder in einem Garten, aber heute standen wir dort, wo wir einander zum ersten Mal begegnet waren, auf der Veranda eines Skiorts in Idaho. Die Sonne schien auf uns herab, und die Berge erhoben sich um uns herum gern Himmel. Ich grinste breit. Adrian! Ich konnte mich nicht erinnern, ihn je so überrascht gesehen zu haben wie in diesem Moment. Wenn man bedachte, wie schäbig ich mich ihm gegenüber sonst verhielt, konnte ich seine Gefühle gut verstehen. Hallo, Rose, sagte er. Seine Stimme klang unsicher, als mache er sich Sorgen, dass ich ihm womöglich einen Streis spielte. Du siehst gut aus heute, sagte ich zu ihm, und das war die Wahrheit. Er trug dunkle Jeans und ein bedrucktes Button-Down-Hemd in verschiedenen Blau- und Türkistönen, die fantastisch zu seinen dunkelgrünen Augen passten. Diese wirkten jedoch ziemlich müde, erschöpft. Das war ein wenig seltsam, denn in diesen Träumen konnte er die Welt und sogar unser Äußeres beliebig nach seinem Willen formen, das kostete ihn nur wenig Mühe. Er hätte perfekt aussehen können. Stattdessen machte er auf mich den Eindruck, als spiegelte er seine Abgespanntheit aus dem richtigen Leben wieder. Dasselbe gilt auch für dich. Seine Stimme war noch immer argwöhnisch, während er mich von Kopf bis Fuß musterte. Ich hatte nach wie vor das hautenge Sommerkleid an, das Haar trug ich offen, und an meinem Hals hing die Saphirkette. Das sieht wie etwas aus, das ich dir normalerweise anziehe. Schläfst du etwa darin? Ja. Ich strich den Rock des Kleides glatt und fand, dass es wirklich hübsch war. Ich fragte mich, ob Dimitri das Kleid auch so gut gefiel. Er hatte es zwar nicht eigens erwähnt, mir aber immer wieder gesagt, wie hübsch ich sei. Ich hätte nicht gedacht, dass du zurückkommen würdest. Ich auch nicht. Ich sah ihn wieder an. Er war ganz und gar nicht so wie sonst. Versuchst du wieder herauszufinden, wo ich bin? Nein, das interessiert mich nicht mehr. Er seufzte. Das Einzige, was mich interessiert, ist der Umstand, dass du nicht hier bist. Du musst zurückkommen, Rose. Ich verschränkte die Arme vor der Brust und hüpfte rücklings auf das Geländer der Veranda. Adrian, ich bin nicht bereit für irgendetwas Romantisches. Nicht meinetwegen, rief er. Ihretwegen. Du musst wegen Lissa zurückkommen. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Lissa. Mein träumendes Ich war vollgepumpt mit Endorphin und das machte sich auch hier bemerkbar. Krampfhaft versuchte ich, mich daran zu erinnern, warum ich mir solche Sorgen um Lissa machen sollte. Adrian trat einen Schritt vor und musterte mich eingehend. Ja, genau. Lissa, deine beste Freundin. Die, mit der du verbunden bist und die zu beschützen, du geschworen hast. Ich schwang meine Beine vor und zurück. Ich habe noch nie irgendeinen Eid abgelegt. Was zum Teufel ist los mit dir? Sein aufgebrachter Tonfall gefiel mir gar nicht. Er verdarb mir meine gute Laune. Was ist los mit dir? Du bist nicht du selbst. Deine Aura. Er runzelte die Stirn, außerstande noch ein Wort zu sagen. Ich lachte. Oh ja, jetzt kommt's. Die magische, mystische Aura. Lass mich raten. Sie ist schwarz, richtig? Nein. Sie. Er musterte mich noch einige Sekunden lang. Ich kann sie kaum wahrnehmen. Sie ist überall und nirgends. Was geht da vor, Rose? Was ist da los in der wachen Welt? Nichts ist los, antwortete ich. Nichts, außer dass ich zum ersten Mal im Leben glücklich bin. Warum benimmst du dich plötzlich so merkwürdig? Früher war es mit dir immer lustig. Aber das ist mal wieder typisch. Wenn ich mich endlich zum ersten Mal richtig amüsiere, wirst du total langweilig und komisch. Er ließ sich vor mir auf die Knie nieder, ohne eine Spur von Humor. Irgendetwas stimmt nicht mit dir. Ich kann nicht erkennen, was. Ich hab dir doch gesagt, es geht mir gut. Warum kommst du immer wieder her und versuchst, mir alles zu verderben? Ja, sicher. Noch vor nicht allzu langer Zeit hatte ich mir verzweifelt gewünscht, dass er käme. Aber jetzt? Nun, das war nicht so wichtig. Ich hatte hier ein gutes Leben mit Dimitri. Wenn ich doch nur dahinter kommen könnte, wie ich all die nicht so guten Bestandteile regeln sollte. Ich habe es dir schon gesagt. Ich bin nicht meinetwegen hier. Ich bin wegen Lissa hier. Er blickte ernsthaft und mit großen Augen zu mir auf. Rose, ich flehe dich an, komm nach Hause. Lissa braucht dich. Ich weiß nicht, was los ist und ich weiß einfach nicht, wie ich ihr helfen könnte. Auch sonst kann ihr niemand helfen. Ich glaube, ich glaube, nur du kannst es. Vielleicht ist eure Trennung das, woran sie leidet. Vielleicht stimmt deswegen auch mit dir etwas nicht und deshalb verhältst du dich so merkwürdig. Komm nach Hause, bitte. Wir werden euch beide heilen. Wir werden der Sache gemeinsam auf den Grund gehen. Sie benimmt sich so seltsam. Sie ist leichtsinnig und schert sich um rein gar nichts mehr. Ich schüttelte den Kopf. Unsere Trennung hat nichts damit zu tun, wie es mir geht. Wahrscheinlich hat sie auch nichts mit Lissas Zustand zu tun. Wenn sie sich ernstlich Sorgen wegen der Geistbenutzung macht, sollte sie ihre Medikamente wieder nehmen. Sie macht sich eben keine Sorgen. Das ist ja das Problem, verdammt! Er stand auf und begann auf und ab zu gehen. Was ist los mit euch beiden? Warum kann ich wenigstens eine von euch erkennen, dass etwas nicht stimmt? Vielleicht liegt es nicht an uns, meinte ich. Vielleicht bildest du dir das alles nur ein. Adrian drehte sich zu mir um und musterte mich abermals von Kopf bis Fuß. Nein, das bilde ich mir nicht ein. Nichts von alledem gefiel mir, weder sein Tonfall noch seine Miene oder seine Worte. Ich hatte mich gefreut, ihn zu sehen, aber jetzt nahm ich es ihm übel, dass er mir die Laune verdarb. Ich wollte über all das überhaupt nicht nachdenken. Es war einfach zu anstrengend. Hör mal, sagte ich, ich habe mich gefreut, dich heute Nacht zu sehen, aber jetzt nicht mehr. Nicht, wenn du nur da sitzt und mir Vorwürfe machen und Forderungen stellen willst. Das versuche ich gar nicht. Seine Stimme war sanft, der Ärger verflogen. Ich will dich nicht unglücklich machen. Das wäre das Letzte, was ich wollte. Du bedeutest mir viel. Auch Lissa bedeutet mir viel. Ich möchte, dass ihr beide glücklich seid und euer Leben so lebt, wie ihr es wollt. Aber nicht, wenn ihr beide auf dem Selbstzerstörungstrip seid. Seine Worte ergaben gewissermaßen sogar einen Sinn, schienen annähernd vernünftig und aufrichtig zu sein. Ich schüttelte den Kopf. Halt dich da raus! Ich bin da, wo ich sein will, und ich komme nicht zurück. Lissa ist von nun an auf sich allein gestellt. Ich sprang vom Geländer. Die Welt drehte sich ein wenig und ich stolperte. Adrian griff nach meiner Hand und ich entriss sie ihm. Es geht mir gut. Tut es nicht, Herr im Himmel. Ich würde schwören, dass du betrunken bist, nur dass ... Ach, das würde deine Aura nicht erklären. Was ist los? Er fuß sich mit beiden Händen durch das dunkle Haar, ein typisches Anzeichen seiner Unruhe. Ich bin hier fertig, sagte ich in dem Bemühen, so höflich wie möglich zu sein. Warum um alles in der Welt hatte ich den Wunsch gehabt, ihn wiederzusehen? Bei meiner Ankunft hier war es mir so wichtig erschienen. Schick mich zurück, bitte. Er öffnete den Mund, um etwas zu erwidern. Dann erstarrte er für einige Augenblicke. Was hast du da am Hals? Er streckte die Hand aus und ... Benommenheit, hin oder her. Es gelang mir, ihm ziemlich geschickt auszuweichen. Ich hatte keine Ahnung, was er an meinem Hals zu sehen glaubte, und ich hatte auch kein Interesse daran, es herauszufinden. Fass mich nicht an! Rose, das sieht aus wie ... Schick mich zurück, Adrian! So viel zum Thema Höflichkeit. Rose, lass mich dir helfen. Schick mich zurück! Ich schrie die Worte, und dann gelang es mir zum ersten Mal, mich aus Adrians Traum zu befreien. Ich ließ auch gleich den Schlaf hinter mir und erwachte auf dem Sofa. In der Suite war alles still. Das einzige Geräusch war mein schneller Atem. Ich war völlig durcheinander. Normalerweise schwebte ich so kurz nach einem Biss noch auf Wolken und war selig. Doch die Begegnung mit Adrian hatte einen Teil von mir besorgt und traurig gestimmt. Schließlich stand ich auf und schaffte es ins Badezimmer. Ich knipste das Licht an und zuckte zusammen. Im Wohnzimmer war es nicht so hell gewesen. Sobald meine Augen sich an das Licht gewöhnt hatten, trat ich vor den Spiegel und schob mein Haar beiseite. Was ich sah, ließ mich aufstöhnen. Mein Hals war mit blauen Flecken übersät, ebenso mit den Spuren frischerer Wunden. An der Stelle, an der Dimitri mich gerade erst gebissen hatte, klebte noch getrocknetes Blut. Ich sah aus wie eine Bluthure. Wie konnte es möglich sein, dass mir das bisher noch nicht aufgefallen war? Ich befeuchtete einen Waschlappen und schrubbte mir den Hals, um das Blut abzubekommen. Ich rieb und rubbelte, bis die Haut rosa wurde. War das alles? Oder gab es womöglich noch mehr solcher Bisswunden? Es sah aus, als sei diese Stelle die schlimmste. Ich fragte mich, wie viel Adrian gesehen haben mochte. Ich hatte das Haar offen getragen und war mir ziemlich sicher, dass es meinen Hals größtenteils bedeckt hatte. Mir kam ein rebellischer Gedanke. Was spielt es eigentlich für eine Rolle, ob Adrian etwas gesehen hatte oder nicht? Er würde es sowieso nicht verstehen. Nicht einmal ansatzweise. Ich war jetzt mit Dimitri zusammen. Ja, er war anders, aber so anders nun auch wieder nicht. Und ich war davon überzeugt, dass ich eine Möglichkeit finden würde, wie unsere Beziehung funktionieren konnte, auch ohne dass ich selbst zum Strigoi wurde. Ich wusste nur noch nicht genau wie. Immer wieder versuchte ich, mich selbst davon zu überzeugen, doch diese blauen Flecken hörten einfach nicht auf, mich aus dem Spiegel anzustarren. Ich verließ das Badezimmer und kehrte zum Sofa zurück. Dann stellte ich den Fernseher ein, sah aber nicht richtig hin und nach einer Weile umhüllte mich wieder diese beglückende Nebel. Schon bald schaltete ich den Fernseher aus und schlief erneut ein. Diesmal träumte ich meine eigenen Träume. Es dauerte eine Weile, bis Dimitri wiederkam. Und mit einer Weile meine ich fast einen ganzen Tag. An diesem Punkt wurde ich langsam fahrig, denn ich vermisste sowohl ihn als auch den Biss. Normalerweise kam er mich zweimal am Tag besuchen, also hatte ich es noch nie so lange ohne die Endorphine aushalten müssen. Da ich etwas brauchte, womit ich mich beschäftigen konnte, machte ich mich so schön wie möglich zurecht. Ich stöberte durch die Kleider in meinem Kleiderschrank und entschied mich für ein langes Gewand aus elfenbeinfarbener Seide, dessen Stoff mit zierlichen, purpurfarbenen Blüten bemalt war. Es passte wie angegossen. Eigentlich wollte ich mein Haar hochstecken, aber nachdem ich mir noch einmal die blauen Flecken angesehen hatte, beschloss ich, es lieber offen zu tragen. Vor kurzem hatte ich einen Lockenstab und Make-up bekommen, also frisierte ich meine Haare sehr sorgfältig und wickelte deren Spitzen zu perfekten kleinen Locken. Sobald ich mich herausgeputzt hatte, betrachtete ich begeistert mein Spiegelbild, felsenfest davon überzeugt, dass Dimitri ebenfalls begeistert sein würde. Jetzt musste ich nur noch etwas von dem exquisiten Schmuck anlegen, den er mir geschenkt hatte. Doch als ich mich zum Gehen wandte, konnte ich im Spiegel meinen Rücken kurz von der Seite sehen und bemerkte, dass ich ein Verschlusshäkchen vergessen hatte. Ich griff hinter mich, um es zuzuhaken, bekam es jedoch nicht zu fassen. Es war genau diese perfekte kleine Stelle am Rücken, die ich mit den Händen einfach nicht erreichen konnte. Verdammt, murmelte ich, während ich immer noch mit dem Häkchen rang. Der Makel in meiner Perfektion. In diesem Moment hörte ich, wie die Tür geöffnet wurde, gefolgt von dem Geräusch eines Tabletts, das auf den Couchtisch gestellt wurde. Ein wahrer Glücksfall. »Ina?« rief ich und trat aus dem Badezimmer. »Ich brauche deine...« Eine Woge der Übelkeit rollte über mich hinweg, und als ich ins Wohnzimmer trat, sah ich, dass nicht Dimitri der Auslöser war, sondern Nathan. Mir klappte der Unterkiefer herunter. Inna stand in seiner Nähe und wartete geduldig neben dem Tablett, den Blick wie immer zu Boden gerichtet. Sofort wandte ich mich wieder von ihr ab und blickte zu Nathan. Vermutlich hatte er noch immer Wachdienst, aber bisher war er in diesen Stunden nie hereingekommen. Zum ersten Mal seit einer ganzen Weile erwachten meine Kampfinstinkte, und ich erwog Fluchtmöglichkeiten. Meine Furcht drängte mich, zurückzuweichen, doch wenn ich das tat, würde ich im Badezimmer in der Falle sitzen. Es war das Beste, einfach zu bleiben, wo ich war. Selbst wenn ich die Suite nicht verlassen konnte, bescherte mir diese Position immerhin die größtmögliche Bewegungsfreiheit. Was machst du hier? fragte ich mit überraschend ruhiger Stimme. Mich um ein Problem kümmern. Worum es dabei ging, war nicht besonders schwer zu erraten. Ich war das Problem. Wieder kämpfte ich gegen den Drang, zurückzuweichen. Ich habe dir nie etwas getan. Das war einem Strigor gegenüber eine mangelhafte Logik. Keins ihrer Opfer hatte ihnen je etwas getan. Du existierst, sagte er. Du nimmst hier Raum ein und verschwendest unsere aller Zeit. Du weißt, wie wir sie finden können, das Dragomimädchen. Aber du gibst nichts auch nur ansatzweise nützliches Preis, solange Bellikow nicht endlich seinen Arsch bewegt und dich erweckt. Und bis dahin zwingt Galina mich, meine Zeit damit zu verschwenden, dich zu bewachen. Und sie befördert ihn, weil er sie davon überzeugt hat, dass du einen großen Gewinn für uns darstellst. Das war wirklich eine interessante Reihe von Beschwerden. Also, äh, was wirst du tun? Blitzartig stand er vor mir. Ihn aus nächster Nähe zu sehen, löste vor meinem inneren Auge eine schreckliche Erinnerung aus. Nathan, wie er Dimitri biss und all das seinen Anfang nahm. Ein Funke des Ärgers zündelte in mir, entwickelte sich allerdings nicht viel weiter. Ich werde die Information schon bekommen, so oder so, zischte er. Sag mir, wo sie ist. Du weißt, wo sie ist. Sie ist in der Schule. Diese Neuigkeit konnte ich gefahrlos preisgeben. Er wusste, dass sie dort war. Und er wusste, wo die Schule war. Der Blick, den er mir zuwarf, zeigte deutlich, dass er nicht gerade glücklich darüber war, eine Information von mir zu erhalten, die er bereits besaß. Er streckte die Hand aus, packte mein Haar und riss mir schmerzhaft den Kopf zurück. Es war vielleicht doch keine so gute Idee gewesen, das Haar offen zu tragen. Wohin geht sie? Sie wird nicht für immer dort bleiben. Geht sie aufs College? An den königlichen Hof? Es wurden garantiert Pläne für sie gemacht. Ich kenne diese Pläne nicht. Ich bin schon seit einer ganzen Weile fort. Ich glaube dir nicht, knurrte er. Sie ist viel zu wertvoll. Ihre Zukunft muss schon vor einer ganzen Weile geplant worden sein. Wenn das der Fall war, hat mich niemand eingeweiht. Da bin ich wohl zu früh aufgebrochen. Ich zuckte die Achseln. Zorn trat in seine Augen, und ich schwöre, sie wurden noch röter. Ihr zwei teilt ein Band. Du weißt darüber Bescheid. Sag es mir jetzt, und ich werde dich schnell töten. Wenn du es nicht tust, werde ich dich erwecken, um an die Informationen heranzukommen und dich dann töten. Du wirst brennen wie ein Osterfeuer. Du, du würdest mich töten, nachdem ich eine von euch geworden bin? Blöde Frage. Strigoi kannten keine Loyalität untereinander. Ja, es wird ihn vernichten, und sobald Galina sieht, wie leicht er aus der Bahn zu werfen ist, werde ich meinen ursprünglichen Platz an ihrer Seite wieder einnehmen, vor allem, wenn ich die Dragomir-Linie erst mal ausgelöscht habe. Den Teufel wirst du tun. Er lächelte und berührte mein Gesicht. Dann strich er mit den Fingern über meinen Hals und all die blauen Flecken. Oh, ich werde es bestimmt tun. Aber es würde die Dinge um einiges erleichtern, wenn du es mir jetzt einfach sagst. Du könntest in Ekstase sterben, statt bei lebendigem Leibe zu verbrennen. Wir würden es beide genießen. Behutsam legte er seine Hand um meine Kehle. Du stellst eindeutig ein Problem dar. Aber du bist durchaus schön und kannst besonders deine Kehle. Ich kann verstehen, warum er dich will. Widerstreitende Gefühle spukten in mir. Logischerweise wusste ich, dass ich es hier mit Nathan zu tun hatte, dem Nathan, den ich dafür hasste, dass er Dimitri überhaupt erst verwandelt hatte. Dennoch machte sich das Verlangen meines Körpers nach Strigoi-Endorphin ebenfalls deutlich bemerkbar. Und es wurde nicht im Geringsten davon beeinträchtigt, dass es Nathan war, der gerade vor mir stand. Es zählte nur, dass seine Zähne nur einen Atemzug von meinem Hals entfernt waren und dieses unendlich süße Delirium versprachen. Und während er mich mit einer Hand an der Kehle hielt, glitt die andere Hand zu meiner Talie hinunter und weiter zur Wölbung meiner Hüften. In Nathans Stimme hatte ein sinnlicher Unterton gelegen, so als wolle er mehr tun, als mich nur zu beißen. Und nach so vielen sexuell aufgeladenen Begegnungen mit Dimitri, Begegnungen, die allesamt zu nichts geführt hatten, war es meinem Körper nahezu gleichgültig, wer ihn berührte. Ich konnte einfach die Augen schließen, und es würde keine Rolle mehr spielen, wessen Zähne sich in mein Fleisch bohrten oder wessen Hände meine Kleider abstreiften. Nur der nächste Endorphinstoß war von Bedeutung. Verloren in meinem Rausch, konnte ich mir mit geschlossenen Augen einfach einreden, es sei Dimitri, während Nathans Lippen über meine Haut strichen. Nur dass ich ein kleiner, verantwortungsbewusster Teil meiner selbst daran erinnerte, dass Nathan nicht nur Sex und Blut wollte. Im Grunde wollte er mich töten. Was irgendwie ironisch war. Denn als ich hierher kam, war ich wild entschlossen gewesen, mich umzubringen, damit ich zum Strigoi wurde. Und genau das bot Nathan mir jetzt an. Selbst wenn er mich zuerst verwandelte, hatte er letztendlich die Absicht, mich gleich danach zu töten. So oder so, ich würde die Ewigkeit nicht als Strigoi verbringen müssen. Ich hätte für diese Chance dankbar sein sollen. Doch genau in diesem Moment, während die Sucht meines Körpers nach seinem Biss und dieser Wonne schrie, wurde mir mit verblüffender Klarheit bewusst, ich wollte nicht sterben. Vielleicht lag es daran, dass ich fast einen ganzen Tag auf einen Biss hatte verzichten müssen, aber in mir erwachte langsam etwas Rebellisches. Ich würde nicht zulassen, dass er mir das antat. Ich würde nicht zulassen, dass er Dimitri Schaden zufügte. Und ich würde verdammt nochmal nicht zulassen, dass er Lissa zur Strecke brachte. Ich kämpfte mich durch diese Endorphinwolke, die mich noch immer einhüllte, und beschwor so viel Willenskraft wie nur möglich herauf. Dann rief ich mir meine Ausbildung ins Gedächtnis und all die Lektionen, die Dimitri mir erteilt hatte. Es war schwer, einen Zugang zu diesen Erinnerungen zu finden, und ich kam nur an einige wenige davon heran. Aber sie reichten aus, um mich aktiv werden zu lassen. Ich holte aus und versetzte Nathan einen Fausthieb. Und er reichte nichts. Er wich kein Stück zurück. Teufel noch eins, ich weiß nicht einmal, ob er den Schlag überhaupt gespürt hatte. Die Überraschung auf seinem Gesicht verwandelte sich prompt in Heiterkeit, und er lachte auf die schreckliche Weise, wie Strigoi lachten, grausam und ohne echte Freude. Dann schlug er mir lässig ins Gesicht und schleuderte mich quer durch den Raum. Dimitri hatte es so ähnlich gemacht, als ich angekommen war und ihn angegriffen hatte, nur, dass ich nicht ganz so weit geflogen war und meine Attacke zumindest ein klein wenig mehr bewirkt hatte. Ich krachte gegen die Rückenlehne des Sofas, und grundgütiger, das tat weh. Eine Welle des Schwindels schwappte über mich hinweg, und ich begriff, die Idiotie gegen jemanden kämpften zu wollen, der unendlich viel stärker war als ich, während ich auch noch die ganze Woche über Blut verloren hatte. Es gelang mir, mich aufzurichten, und ich dachte verzweifelt über meinen nächsten Schritt nach. Nathan seinerseits schien es nicht eilig zu haben, auf meinen Angriff zu reagieren. Genau genommen lachte er noch immer. Als ich mich umschaute, kam ich auf eine wahrhaft erbärmliche Idee. Inner stand in meiner Nähe. Mit quälend langsamer Geschwindigkeit, aber schnell als ich mir zugetraut hatte, packte ich sie und legte ihr einen Arm um den Hals. Sie kreischte vor Überraschung auf, und ich riss sie noch fester an mich. Verschwinde, sagte ich zu Nathan. Verschwinde, oder ich werde sie töten. Er hörte auf zu lachen, starrte mich einen Moment lang an und lachte dann umso heftiger. Ist das dein Ernst? Glaubst du etwa, ich könnte dich nicht daran hindern, wenn ich wollte? Und glaubst du tatsächlich, dass es mich auch nur im Mindesten interessiert? Nur zu, töte sie. Es gibt Dutzende, die genauso sind wie sie. Ja, auch das hätte keine Überraschung sein sollen, aber sogar ich war ein wenig bestürzt darüber, wie leichtfertig er das Leben meiner treuen Dienerin wegwerfen würde. Okay, Zeit für Plan B. Oder war es vielleicht schon Plan J? Offen gesagt, ich verlor den Überblick, und ohnehin schien mir keiner dieser Pläne besonders viel zu taugen. Au! Inner hatte mir unvermittelt einen Ellbogen in den Magen gerammt. In meiner Überraschung ließ ich sie los. Sie fuhr mit einem erstickten Aufschrei herum und schlug mir ins Gesicht. Der Treffer war nicht so hart wie der von Nathan, katapultierte mich aber dennoch von den Füßen. Während ich fiel, versuchte ich, mich an etwas festzuhalten, irgendetwas, doch es gelang mir nicht. Ich prallte mit dem Rücken gegen die Tür und landete unsanft auf dem Boden. Eigentlich hatte ich erwartet, dass sie ihren Angriff auf mich fortsetzen würde. Stattdessen eilte sie durch den Raum und, Gott steh uns bei, stellte sich schützend vor Nathan. Bevor ich die Merkwürdigkeit ihres Versuchs, jemanden zu beschützen, der sie bereitwillig hätte sterben lassen, gänzlich verdauen konnte, wurde plötzlich die Tür aufgestoßen. Au, sagte ich abermals, als sie mich anstieß und beiseite schob. Schnellen Schrittes kam Dimitri herein. Er blickte von einem zum anderen, und ich hatte keinen Zweifel daran, dass mein Gesicht Spuren sowohl von Nathans als auch von Inners Treffer aufwies. Dimitri ballte die Fäuste und wandte sich Nathan zu. Die Atmosphäre erinnerte mich an ihre Schlägerei im Flur, voller Zorn, Bösartigkeit und Blutgier. Ich erschauerte und machte mich auf eine weitere, schreckliche Konfrontation gefasst. Lasse es lieber, warnte Nathan ihn mit selbstgefälliger Miene. Du weißt, was Galina gesagt hat. Krümmst du mir auch nur ein Haar, bist du weg vom Fenster. Dimitri stolzierte durch den Raum, baute sich vor Nathan auf und stieß inner wie eine Stoffpuppe beiseite. Es wäre mir ihren Zorn wert, vor allem wenn ich ihr erzähle, dass du als Erster angegriffen hast. Rose' Blessuren sind der schlagende Beweis dafür. Das würdest du nicht tun. Er deutete auf Inna, die dort, wo Dimitri sie umgestoßen hatte, benommen auf dem Boden saß. Trotz meiner eigenen Verletzungen kroch ich zu ihr hinüber. Ich musste wissen, ob mit ihr alles in Ordnung war. Sie wird ihr die Wahrheit sagen. Jetzt sah Dimitri selbstgefällig aus. Denkst du wirklich, Galina würde einem Menschen glauben? Nein. Wenn ich ihr sage, dass du mich und Rose aus Eifersucht angegriffen hast, wird sie mich damit durchkommen lassen. Die Tatsache, dass du so leicht zu besiegen warst, wird der Beweis für deine Schwäche sein. Ich werde dir den Kopf abschneiden und Roses Pflock aus dem Tresorraum holen. Dann kannst du mit deinem letzten Atemzug zusehen, wie sie in dir ins Herz rammt. Heilige Scheiße, das war sogar noch ein wenig schlimmer als Nathans Drohung, mich zu verbrennen. Moment, mein Pflock? Nathans Miene präsentierte noch immer seine überhebliche Arroganz, zumindest in meinen Augen. Aber ich vermute, Dimitri hatte etwas gesehen, das ihn befriedigte. Etwas, das ihn glauben ließ, er habe die Oberhand gewonnen. Denn er entspannte sich sichtlich und sein Feixen wurde breiter. Zweimal, sagte Dimitri leise. Zweimal habe ich dich verschont. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal bist du dran. Ich erreichte Inner und streckte sanft die Hand aus. Bist du okay? Murmelte ich. Mit hasserfülltem Blick zuckte sie zurück und rutschte von mir weg. Nathans Blick fiel auf mich und er ging langsam rückwärts zur Tür. Nein, erwiderte er. Zweimal habe ich sie am Leben gelassen. Beim nächsten Mal ist sie dran. Ich bin derjenige, der hier das Sagen hat und nicht du. Nathan öffnete die Tür und Inner stand auf, stolperte ihm hinterher. Mit offenem Mund starrte ich ins Leere, fassungslos ob der jüngsten Ereignisse. Ich wusste nicht, welches davon ich beunruhigender finden sollte. Als ich zu Dimitri aufblickte, wusste ich gar nicht, welche Frage ich ihm zuerst stellen sollte. Was würden wir jetzt unternehmen? Warum hatte Inner Nathan verteidigt? Warum hatte Dimitri ihn gehen lassen? Doch nicht eine einzige dieser herausfordernden Fragen kam mir über die Lippen. Stattdessen brach ich in Tränen aus. Ich weinte nicht sehr oft, und wenn ich es tat, hasste ich es. Als ich das letzte Mal in Dimitris Gegenwart geweint hatte, war ich sofort von ihm in den Arm genommen worden. Diesmal bekam mich lediglich einen eiskalten Blick voller Wut. Das ist deine Schuld, brüllte er mit geballten Fäusten. Ich wich mit großen Augen zurück. Aber er, er hat mich angegriffen. Ja, und Ina, ein Mensch, und du hast dich von einem Menschen angreifen lassen. Er konnte den Hohn nicht aus seiner Stimme heraushalten. Du bist schwach, du bist aus der Stande, dich selbst zu verteidigen, und das alles nur, weil du deine Erweckung verweigerst. Seine Stimme war beängstigend, und der Blick, mit dem er mich bedachte, nun, er flößte mir beinahe mehr Angst ein als Nathan. Dann beugte er sich vor, packte mich und riss mich hoch. Wenn du gerade getötet worden wärst, wäre es deine eigene Schuld gewesen, erklärte er. Seine Finger gruben sich in mein Handgelenk, während er mich schüttelte. Du hast die Chance auf Unsterblichkeit, auf unglaubliche Stärke, und du bist zu blind und zu stur, um es zu erkennen. Ich schluckte meine Tränen hinunter und wischte mir mit dem Rücken der freien Hand über die Augen. Zweifellos ruinierte ich das Make-up, das ich so sorgfältig aufgetragen hatte. Mein Herz stand kurz davor, mir in der Brust zu explodieren, so groß war meine Angst. Von Nathan hatte ich Zorn und Drohungen erwartet, aber nicht von Dimitri. Du hast wohl vergessen, dass er ein Strigoi ist, flüsterte eine Stimme in mir. Ich hatte lange genug auf einen Biss verzichtet, und in meinen Adern floss genug Adrenalin, um mich wachsam zu machen, sodass meine nörgelnde Stimme lauter sprach, als sie es seit sehr langer Zeit getan hatte. Dimitri sagte, ich sei schwach, weil ich kein Strigoi war, aber es steckte noch mehr dahinter. Ich war schwach und von Nathan und Inna überwältigt worden, weil ich eine Süchtige war, weil ich ein Leben glückseliger Ignoranz lebte, das seinen Tribut sowohl von meinem Körper als auch von meinem Geist forderte. Der Gedanke war erschreckend, und ich konnte ihn kaum ertragen. Dann loderte mein Verlangen nach Vampir-Endorphinen auf, und in meinem Kopf führten beide Lager einen Kleinkrieg. Ich war jedoch klug genug, keinen dieser Gedanken laut auszusprechen. Stattdessen suchte ich nach etwas, das Dimitri beschwichtigen würde. Ich glaube nicht, dass ich stärker als Nathan wäre, selbst wenn ich verwandelt ... erweckt werden würde. Er strich mir mit einer Hand übers Haar, und seine kalte Stimme klang nachdenklich. Er schien sich zu beruhigen, aber seine Augen waren immer noch wütend und ungeduldig. Vielleicht nicht von Anfang an, aber deine körperliche Stärke und deine Willenskraft werden die Verwandlung überdauern. Er ist nicht viel älter als wir beide, jedenfalls nicht so viel älter, dass es darauf ankäme, was auch der Grund ist, warum er immer wieder einen Rückzieher macht, wenn wir aneinander geraten. Warum machst du immer wieder einen Rückzieher? Ich spürte, wie er sich anschwannte, und mir wurde klar, dass meine Frage als Seitenhieb gegen seine kämpferischen Fähigkeiten aufgefasst werden konnte. Ich schluckte, und meine Furcht kehrte zurück. Er hatte mein Handgelenk noch nicht losgelassen, und so langsam tat es richtig weh. Weil er in einem Punkt recht hat. Erklärte Dimitri steif. Wenn ich ihn umbringe, dann ziehe ich Galinas Zorn auf uns, und das ist etwas, das ich mir nicht leisten kann. Noch nicht. Du hattest doch gesagt, dass du, dass wir sie töten müssten. Ja. Und wenn wir das erst mal getan haben, wird es leicht sein, die Kontrolle über ihr Vermögen und ihre Organisation zu übernehmen. Was verbirgt sich hinter ihrer Organisation denn eigentlich? Wenn ich ihn weiter ablenkte, würde die Wut sich vielleicht zerstreuen, das Ungeheuer würde vielleicht verschwinden. Er zuckte die Achseln. Alle möglichen Dinge. Solchen Wohlstand er wird man nicht ohne gewisse Anstrengungen. Anstrengungen, die illegal sind und bei denen Menschen zu Schaden kommen? Spielt das eine Rolle? Ich verzichtete auf eine Antwort. Aber Galina war einmal deine Lehrerin. Kannst du sie wirklich töten? Ich meine nicht physisch. Ich meine, macht es dir denn gar nichts aus? Er dachte nach. Ich habe es dir schon einmal gesagt. Es geht ausschließlich um Stärke und Schwäche. Jäger und Gejagte. Wenn wir sie zur Strecke bringen können, und daran habe ich keinen Zweifel, dann ist sie die Beute. Das ist alles. Ich schauderte. Diese nüchterne und erschreckende Betrachtung der Welt war so grausam. Dann ließ Dimitri mein Handgelenk los und eine Welle der Erleichterung durchlief mich. Mit zittrigen Beinen wich ich zurück und setzte mich auf das Sofa. Einen Moment lang befürchtete ich, dass er mich abermals packen würde. Stattdessen setzte er sich neben mich. Warum hat Inna mich angegriffen? Wieso hat sie Nathan verteidigt? Weil sie ihn liebt. Dimitri machte sich nicht die Mühe, seinen Abscheu zu verbergen. Aber wie? Wer weiß. Einer der Gründe ist der, dass Nathan versprochen hat, sie zu erwecken, sobald sie ihre Zeit hier abgeleistet hat. Ich musste an Sidneys Warnungen denken, weshalb die Alchemisten nicht wollten, dass Menschen von Vampiren erfuhren, weil sie den Wunsch verspüren könnten sich ebenfalls zu verwandeln. Das ist es, was den meisten menschlichen Dienern erzählt wurde. Erzählt wurde? Die meisten sind unwürdig oder, was häufiger vorkommt, irgendjemand bekommt Hunger und gibt den Menschen den Rest. Mir war speiübel und das hing nicht mit Dimitris Nähe zusammen. Das ist alles so ein furchtbares Chaos. Das braucht es nicht zu sein. Ich glaubte nicht, dass er mich abermals schütteln wollte, aber in seinen Augen leuchtete ein gefährlicher Glanz. Das Ungeheuer lauerte nur knapp unter der Oberfläche. Die Zeit läuft ab. Ich war nachsichtig rosa, viel nachsichtiger, als ich es mit irgendjemandem sonst gewesen wäre. Warum? Warum warst du geduldiger? Ich wollte ihn sagen hören, ich musste ihn sagen hören, dass er es war, weil er mich liebte und dass er mich wegen dieser Liebe niemals zu etwas zwingen konnte, das ich nicht wollte. Ich musste es hören, damit ich diese erschreckende, zornige Kreatur ausblenden konnte, die ich noch vor wenigen Minuten gesehen hatte. Weil ich weiß, wie du denkst. Und ich weiß, wenn ich dich mit deiner Zustimmung erwecke, wärst du eine bedeutsamere Verbündete. Du bist unabhängig und willensstark. Das ist es, was dich so wertvoll macht. Eine Verbündete, hm? Nicht die Frau, die er liebte? Er drehte sich ein wenig, sodass sein Gesicht über meinem war. Habe ich dir nicht einmal gesagt, dass ich immer für dich da sein würde? Ich bin hier, ich werde dich beschützen. Wir werden zusammen sein. Wir sind dafür bestimmt, zusammen zu sein. Das weißt du. In seiner Stimme lag mehr Wildheit als Zuneigung. Er küsste mich und zog mich an sich. Die vertraute Hitze durchflutete mich und mein Körper reagierte sofort auf seinen. Doch während mein Körper das tat, schossen mir ganz andere Gedanken durch den Kopf. Ich hatte schon immer geglaubt, dass wir dafür bestimmt waren, zusammen zu sein. Und er hatte mir einmal erklärt, dass er alle Zeit für mich da sein werde. Auch das hatte ich mir gewünscht. Aber ich wollte meinerseits auch gleichermaßen für ihn da sein. Ich wollte, dass wir einander ebenbürtig waren, dass wir dem Anderen stets den Rücken deckten. Heute war es jedoch ganz anders abgelaufen. Ich war schutzlos gewesen. Schwach. Noch nie, niemals in meinem Leben war ich so schwach gewesen. Selbst in schrecklichen Situationen, in denen ich unterlegen war, hatte ich meinem Gegner einen anständigen Kampf geliefert. Zumindest hatte ich stets den Willen gehabt, zu kämpfen. Heute nicht. Ich hatte Todesangst gehabt. Ich war unfähig gewesen. Ich hatte nichts anderes tun können, als jämmerlich dazusitzen und auf jemanden zu warten, der mich rettete. Ich hatte mich von einem Menschen überwältigen lassen. Dimitri meinte, die Lösung sei ein Strigoi zu werden. Während der letzten Wochen hatte er das wieder und wieder gesagt, und obwohl ich ihm nicht zugestimmt hatte, fand ich den Gedanken nicht mehr ganz so abstoßend, wie ich es früher einmal getan hatte. In letzter Zeit war dieser Gedanke irgendwie immer da gewesen, eine entlegende Möglichkeit, wie wir zusammen sein konnten. Und ich wollte mit ihm zusammen sein, vor allem in Augenblicken wie diesem, wenn wir uns küssten und das Verlangen zwischen uns knisterte. Aber dieses Mal war das Verlangen nicht ganz so intensiv wie sonst. Es war immer noch da, aber ich konnte einfach das Bild nicht abschütteln, wie Dimitri sich gerade verhalten hatte. Mit erschreckender Klarheit wurde mir bewusst, dass ich mit einem Strigoi herummachte. Und das war unheimlich. Schwer atmend löste Dimitri sich für einen Moment von meinen Lippen und schaute mich an. Trotz seiner beherrschten Strigoi-Mine konnte ich sehen, dass er mich wollte, in mehr als einer Hinsicht. Es war verwirrend. Er war Dimitri und nicht Dimitri. Er beugte sich wieder vor, küßte meine Wange, dann mein Kinn und dann meinen Hals. Schließlich öffnete er den Mund und ich spürte die Spitzen seiner Reißzähne. Nein, stieß ich hervor. Er erstarrte. Was hast du gesagt? Mein Herz hämmerte wie wild, als ich mich auf weiteren Zorn gefasst machte. Ähm, nein, diesmal nicht. Er zog sich zurück und starrte mich an, wobei er gleichzeitig schockiert und verärgert wirkte. Als er nicht weiter reagierte, begann ich zu schwafeln. Ich fühle mich nicht wohl. Ich bin verletzt. Ich habe Angst, das Blut zu verlieren, auch wenn ich es eigentlich will. Dimitri sagte immer, ich könne ihn nicht belügen, aber ich musste es immerhin versuchen. Ich setzte meine leidenschaftlichste und unschuldigste Miene auf. Ich will es. Ich will den Biss fühlen, aber ich will zuerst ausruhen, stärker werden. Lass dich von mir erwecken und du wirst wieder stark sein. Ich weiß, antwortete ich in bewusst jammervollem Tonfall. Dann wandte ich den Blick ab, in der Hoffnung damit, die Fassade der Verwirrung noch zu unterstreichen. Okay, angesichts meines Lebens in letzter Zeit war es nicht besonders schwer, Verwirrung zu heucheln. Und ich denke allmählich … Ich hörte, wie er scharf den Atem einzog. Du denkst allmählich … Was? Ich drehte mich wieder zu ihm um und hoffte, ihn davon überzeugen zu können, dass ich eine Verwandlung ernsthaft erwog. Ich denke, dass ich nie wieder schwach sein will. Ich konnte es in seinem Gesicht sehen. Er glaubte mir. Aber andererseits war der letzte Teil ja auch keine Lüge gewesen. Natürlich wollte ich nicht schwach sein. Bitte, ich möchte mich nur ausruhen. Ich muss noch ein kleines bisschen darüber nachdenken. Da war er. Der entscheidende Augenblick, auf dem alles basierte. Die Wahrheit war, dass ich nicht nur ihn belog, sondern ich belog auch mich selbst. Denn im Ernst? Ich wollte diesen Biss unbedingt. Ich hatte wirklich lange auf einen verzichten müssen, und mein Körper schrie förmlich danach. Ich brauchte die Endorphine, brauchte sie mehr als Luft oder Nahrung, und doch hatte ich, nach nur einem Tag ohne sie, einen winzigen Funken Klarheit zurückgewonnen. Der Teil von mir, der einzig und allein nach diesem Glück einfältiger Ekstase verlangte, scherte sich nicht darum, dass mein Verstand klarer wurde. Doch tief im Innern wusste ich, dass ich noch ein klein wenig mehr von dieser Klarheit brauchte, selbst wenn es bedeutete, dass ich mir vorenthalten musste, wonach ich mich am meisten sehnte. Nach längerem Nachdenken nickte Dimitri schließlich und stand auf. Er interpretierte meine Worte offenbar dahingehend, dass ich einen Wendepunkt erreicht hatte, und drauf und dran war, Ja zu sagen. Dann ruhe dich aus, meinte er. Und wir reden später. Aber, Rose, wir haben nur noch zwei Tage. Zwei Tage? Bis Galinas Ultimatum abläuft. So lange hat sie uns gegeben. Dann werde ich die Entscheidung für dich treffen. Du wirst mich erwecken? Ich war mir nicht ganz sicher, ob der Tod noch länger zur Debatte stand. Ja. Es wäre allerdings besser für uns alle, wenn wir diesen Punkt nicht erreichen. Dann hielt er einen Moment inne und griff in seine Tasche. Oh, ich habe dir etwas mitgebracht. Er reichte mir ein Armband, das dicht an dicht mit Opalen und winzigen Diamanten besetzt war, ganz so, als sei es keine große Sache. Das Armband war betörend und jeder Opal leuchtete in tausend Farben. Wow, es ist, es ist zauberhaft. Ich streifte es übers Handgelenk, doch Geschenke dieser Art bedeuteten mir irgendwie nicht mehr so viel. Mit einem zufriedenen Blick beugte er sich vor und küßte mich auf die Stirn. Dann ging er zur Tür. Ich legte mich wieder aufs Sofa und versuchte verzweifelt an irgendetwas anderes zu denken, als daran, wie sehr ich mir wünschte, dass er sich umdrehte und mich biss. Der Rest des Tages war qualvoll. Ich hatte viel über Süchtige gelesen und darüber, wie schwer es ihnen fiel, von Alkohol oder illegalen Drogen loszukommen. Einmal hatte ich sogar beobachtet, wie ein Spender fast völlig durchdrehte, als er aus dem Dienst entlassen wurde. Er war alt geworden und man befand, dass es ein zu großes Risiko für seine Gesundheit darstellte, wenn der Moroi weiterhin Blut spendete. Voller Staunen hatte ich zugesehen, wie er bettelte und flehte, bleiben zu dürfen, wie er geschworen hatte, dass ihm das Risiko gleichgültig sei. Obwohl ich schon damals wusste, dass er süchtig war, hatte ich einfach nicht verstehen können, warum es sich für ihn lohnen sollte, sein Leben dafür aufs Spiel zu setzen. Jetzt verstand ich es. In den folgenden Stunden hätte ich ebenfalls mein Leben aufs Spiel gesetzt, um wieder gebissen zu werden. Das war gewissermaßen sogar komisch, denn wenn ich tatsächlich einen weiteren Biss zuließ, würde ich gerade dadurch mein Leben aufs Spiel setzen. Ich zweifelte nicht daran, dass weitere Stunden in diesem umnebelten Zustand zwangsläufig dazu führten, dass ich Dimitris Angebot annahm. Aber mit jeder weiteren elenden Sekunde ohne Biss wurden meine Gedanken zunehmend schärfer. Oh, ich war allerdings noch immer weit davon entfernt, frei von diesem träumerischen Nebel der Vampirendorphine zu leben. Als wir in Spokane gefangen genommen worden waren, wurde Eddie als Blutquelle für einen Strigoi benutzt, und er hatte Tage gebraucht, um sich davon zu erholen. Jedes Quäntchen Klarheit ließ mich jetzt begreifen, wie wichtig es für mich war, bissfrei zu bleiben. Nicht, dass dieses Wissen meinen Körper in irgendeiner Form erleichtert hätte. Ich hatte hier einige ernsthafte Probleme. Anscheinend war es mir so oder so bestimmt, ein Strigoi zu werden. Dimitri wollte mich verwandeln, damit wir als das vampirische Äquivalent von Bonnie und Clyde gemeinsam herrschen konnten. Nathan wollte mich verwandeln, weil er hoffte, auf diese Weise Lissa zur Strecke bringen zu können und mich dann töten. Offensichtlich war Dimitris Option reizvoller, aber auch nicht viel. Nicht mehr. Gestern hätte ich noch behauptet, eine Verwandlung in einen Strigoi sei etwas, über das ich mir keine allzu großen Sorgen machen würde. Jetzt traf mich die harte Realität dessen, was das wahrhaft bedeutete, und meine alten Gefühle kehrten zurück. Selbstmord oder eine Existenz als geschöpftes Bösen. Natürlich würde eine solche Existenz bedeuten, dass ich mit Dimitri zusammen sein könnte. Nur, dass es nicht Dimitri war. Oder doch? Es war alles so verwirrend. Einmal mehr versuchte ich mir ins Gedächtnis zu rufen, was er vor so langer Zeit gesagt hatte. Dass ein Strigoi noch so große Ähnlichkeit mit der Person aufweisen könne, die ich einmal gekannt hatte, dass er es jedoch niemals sei. Doch dieser Dimitri sagte, in dem Punkt habe er sich geirrt. Es sind die Endorphine, Rose. Sie sind wie Drogen. Ich stöhnte und begrub das Gesicht in den Händen, während ich auf dem Sofa saß und im Hintergrund der Fernseher dudelte. Entzückend. Jetzt führte ich schon Selbstgespräche. Angenommen, ich konnte Dimitris Bann brechen und diesem Zustand der Verwirrung entrinnen, indem ich mir immer wieder vorgaukelte, ich hätte die Strigoi missverstanden. Was dann? Ich stünde wieder vor dem ursprünglichen Dilemma. Keine Waffen, mit denen ich gegen die Strigoi kämpfen konnte. Keine Waffen, mit denen ich mir das Leben nehmen konnte. Ich war ihnen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Doch jetzt hatte ich zumindest eine größere Chance, ihnen einen guten Kampf zu liefern. Sicher, es würde ein Kampf sein, der zum Scheitern verurteilt war. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich, wenn ich noch ein Weilchen länger auf die Endorphine verzichtete, zumindest innerwürde überwältigen können. Das musste doch auch etwas wert sein. Und da war es wieder. Auf die Endorphine verzichten. Wann immer ich im Geiste meine Möglichkeiten durchging und gegen eine Wand prallte, holte mich zwangsläufig die körperliche Realität wieder ein. Ich wollte dieses Hochgefühl wiederhaben. Ich wollte diesen Nebel der Glückseligkeit zurück. Ich musste ihn zurückbekommen, oder ich würde gewiss sterben. Das würde es sein, was mich tötete und mich davor bewahrte, ins Trigoi zu werden. Verdammt! Ich stand auf und lief im Zimmer auf und ab, in der Hoffnung, mich irgendwie abzulenken. Der Fernseher tat das jedenfalls nicht, so viel stand fest. Wenn ich es nur noch ein kleines bisschen länger aushalten konnte, würde ich die Droge aus meinem Körper bekommen. Und dann konnte ich einen Weg finden, mich selbst und Lissa zu retten und … Lissa! Ohne das geringste Zögern glitt ich in sich hinein. Wenn ich in ihrem Körper und ihrem Geist war, würde ich mich vielleicht für ein Weilchen nicht mit meinem eigenen Körper und meinem eigenen Geist beschäftigen müssen, und die Zeit des Entzugs würde schneller vergehen. Lissa und ihre Gruppe waren bei ihrer Abreise vom königlichen Hof ein wenig grimmiger gewesen als bei ihrer Ankunft. Im kalten Licht des Morgens kam Lissa sich wegen der Ereignisse auf der Party unglaublich idiotisch vor. Auf einem Tisch zu tanzen, war nicht das Schlimmste von der Welt. Aber auch wenn sie an die anderen Partys zurückdachte, die sie an diesem Wochenende gefeiert hatte, und an ihr gesellschaftliches Leben mit Avery, musste sie sich die Frage stellen, was eigentlich in sie gefahren war. Manchmal fühlte sie sich gar nicht wie sie selbst. Und der Kuss mit Aaron … Nun, das war noch eine ganz andere Angelegenheit, die ihr ein furchtbar schlechtes Gewissen bereitete. Zerbricht dir darüber nicht den Kopf, sagte Avery im Flugzeug zu ihr. Wir machen doch alle Dummheiten, wenn wir betrunken sind. Ich nicht, stöhnte Lissa. Das ist eigentlich nicht meine Art. Trotz dieser Behauptung hatte Lissa sich auf dem Rückflug bereit erklärt, Mimosas zu trinken, Champagner mit Orangensaft. Avery lächelte. Auf mich machst du einen ganz normalen Eindruck. Aber du versuchst ja auch nicht, mit einem Menschen oder irgendjemandem durchzubrennen, der nicht von Königlichem geblüht ist. Lissa erwiderte Averys Lächeln und ihr Blick wanderte zu Jill hinüber, die ein wenig weiter vorn im Flugzeug saß. Adrian hatte sich vor einiger Zeit mit dem jüngeren Mädchen unterhalten, aber jetzt war sie mit einem Buch beschäftigt. Und ihre größte Sorge schien darin zu bestehen, sich von Reed fernzuhalten. Er saß wieder mit Simon zusammen und Lissa war ein wenig überrascht, als sie sah, dass der Wächter Jill argwöhnisch musterte. Vielleicht hatte Reed Simon erzählt, dass dieses jüngere Mädchen eine Art Bedrohung darstellte. »Du machst dir Sorgen um sie?« fragte Avery, die Lissas Blick gefolgt war. »Das ist es nicht. Ich kann nur diesen Blick nicht abschütteln, den sie mir gestern Abend zugeworfen hat. Sie ist jung. Ich denke, man kann sie einfach noch zu leicht schockieren.« Lissa vermutete, dass das die Wahrheit war. Doch ob jung oder nicht, die Art, wie Jill sie zur Rechenschaft gezogen hatte, warg etwas erfrischend Klares und Aufrichtiges. Das Ganze erinnerte Lissa an etwas, das auch ich hätte tun können. Und Lissa hielt es kaum aus, zu wissen, dass so jemand schlecht von ihr dachte. Sie stand auf. »Ich bin gleich wieder da,« sagte sie zu Avery. »Ich will mit ihr reden.« Jill war offenkundig erstaunt, als Lissa sich neben sie setzte. Das jüngere Mädchen legte ein Lesezeichen in ihr Buch, und was immer sie empfinden mochte, das Lächeln, das sie Lissa schenkte, war aufrichtig. »Hey«, »hey«, sagte Lissa. Sie hatte noch nicht allzu viel Mimosa getrunken und besaß immer noch hinreichend Zugriff auf das Geistelement, um Jills Aura sehen zu können. Sie war von einem kräftigen Blaugrün, durchsetzt mit Purpur und Dunkelblau. Gute, starke Farben. »Hör mal, ich wollte mich wegen der Sache von gestern Abend entschuldigen. Was ich gesagt habe...« »Oh«, erwiderte Jill errötend, »das ist schon okay, wirklich. Ich meine, die Dinge waren irgendwie verrückt, und ich weiß, dass du nicht klar denken konntest. Zumindest glaube ich das. Aber eigentlich habe ich überhaupt keine Ahnung, denn genau genommen habe ich noch nie Alkohol getrunken, daher kann ich das im Grunde gar nicht beurteilen.« Wenn Jill nervös war, schwankte sie scheinbar immer zwischen Geschwafel und Schweigen. »Naja, ich hätte eben klar denken sollen, bevor ich mich in diese Situation gebracht habe. Und was mit Reed geschehen ist, tut mir wirklich leid.« Lissa senkte die Stimme. »Ich habe keinen Schimmer, was da los ist, aber es war nicht richtig, was er getan und zu dir gesagt hat.« Beide Mädchen sahen zu ihm hinüber. Er war tief in sein Buch versunken, aber plötzlich, so als könne er ihre Blicke spüren, hob er den Kopf und schaute zu ihnen herüber. Er funkelte sie an, und sie wandten sofort ihre Blicke ab. »Das war definitiv nicht deine Schuld«, meinte Jill. »Und du weißt schon, Adrian war ja da und alles, also ist die Sache nochmal gut gegangen.« Lissa bemühte sich um einen neutralen Gesichtsausdruck. Adrian war von ihrem jetzigen Platz aus zwar nicht zu sehen, aber Lissa hatte das Gefühl, dass Jill ihn, wenn er zu sehen gewesen wäre, mit verträumter Miene beobachtet hätte. Adrian betrachtete dafür in letzter Zeit Avery ziemlich häufig mit verträumter Miene, und Lissa konnte erkennen, dass Jill für ihn wohl immer nur die Rolle einer kleinen Schwester spielen würde. Dennoch schien auf der Hand zu liegen, dass Jill eine gewisse Schwärmerei für ihn entwickelte. Das war irgendwie süß, und außerdem, obwohl Lissa wusste, dass es albern von ihr war, konnte sie nicht umhin ein wenig erleichtert, darüber zu sein, dass Adrian Gegenstand von Jills Zuneigung war und nicht Christian. »Na dann, hoffen wir auf bessere Entscheidungen in der Zukunft«, sagte Lissa und prostete Jill zu, »und hoffen wir, dass niemand allzu schlecht von mir denkt.« »Ich jedenfalls nicht«, versprach Jill, »und ich bin davon überzeugt, dass auch Christian das nicht tun wird.« Lissa runzelte für einen Moment verwirrt die Stirn. »Nun, es hat keinen Sinn, ihn damit zu belasten. Es war ein dummer Fehler von mir. Ich werde schon damit klarkommen.« Jetzt runzelte Jill die Stirn. Sie zögerte, bevor sie etwas sagte, und ihre altbekannte Nervosität kehrte zurück. »Aber du musst es ihm erzählen. Du musst ihm die Wahrheit sagen, nicht wahr?« »Es war keine große Sache«, antwortete Lissa, überrascht, dass sie plötzlich in die Defensive geraten war. Unberechenbarer Ärger hob langsam sein Haupt. »Aber ihr zwei habt eine feste Beziehung. Du musst immer ehrlich sein, nicht wahr? Ich meine, du darfst ihn doch nicht anlügen.« Lissa verdrehte die Augen. »Jill, du hattest noch nie eine feste Beziehung, oder? Hattest du überhaupt schon mal ein Date? Ich lüge ihn nicht an, ich erzähle ihm nur Dinge nicht, die ihn grundlos aufregen würden. Das ist nicht dasselbe.« »Ist es doch«, widersprach Jill. Ich konnte erkennen, dass es sie schier umbrachte, Lissa zu widersprechen, aber ich bewunderte ihre Kühnheit. »Er hat ein Recht darauf, es zu erfahren.« Lissa seufzte verärgert und stand auf. »Vergiss es. Ich dachte, wir könnten miteinander reden wie zwei Erwachsene, aber das ist anscheinend nicht möglich.« Bei dem vernichtenden Blick, den sie Jill zuwarf, zuckte das Mädchen sichtlich zusammen. Trotzdem wurde Lissa, als sie wieder in der Akademie war, von Schuldgefühlen geplagt. Christian begrüßte sie freudestrahlend und überhäufte sie mit Küssen und Umarmungen. Sie war der festen Ansicht, dass Jill überreagiert hatte. Doch wann immer Lissa Christian ansah, musste sie an den Kuss mit Aaron denken. War das wirklich so schlimm gewesen, wie Jill angedeutet hatte? Es war doch nur ein beiläufiger Kuss unter Alkoholeinfluss. Lissa wusste allerdings, dass es Christian aufregen würde, wenn sie ihm davon erzählte, und es widerstrebte ihr zutiefst, das Thema zur Sprache zu bringen. Avery, die Lissas Ausführungen lauschte, stimmte ihr zu, dass es unnötig sei, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Doch während ich Avery durch Lissas Augen beobachtete, gewann ich den Eindruck, dass sie sich größere Sorgen um Lissas emotionale Reaktion machte, wenn es zwischen ihr und Christian zu einem heftigen Streit kommen sollte. Die moralischen Aspekte waren dabei völlig nebensächlich. Avery wollte Lissa schützen. Es sah so aus, als würde sich die ganze Aufregung in Luft auflösen. Bis später am Tag, als Lissa sich mit Christian traf, um gemeinsam zum Abendessen zu gehen. Sein Gesicht war eine Sturmwolke, als er sich Lissa in der Lobby ihres Wohnheims näherte, und seine hellblauen Augen sahen aus, als könnten sie jeden Moment Blitze abfeuern. »Wann gedachtest du es mir zu erzählen?«, fragte er scharf. Seine Stimme war laut, und einige Leute, die vorbeikamen, drehten sich überrascht um. Lissa schob ihn hastig in eine Ecke und senkte die Stimme. »Wovon redest du?« »Du weißt genau, wovon ich rede. Davon, dass du deinen Wochenendausflug als günstige Gelegenheit genutzt hast, um mit irgendwelchen Typen anzubändeln.« Sie starrte ihn einige erdrückende Sekunden lang an. Dann traf sie die Wahrheit wie ein Schlag. »Jill hat es dir erzählt.« »Ja. Ich musste es förmlich aus ihr herausquetschen. Sie ist zu unserer Übungsstunde aufgetaucht und war den Tränen nahe.« Untypischer Ärger wallte in Lissa auf. »Dazu hatte sie kein Recht.« »Du hattest kein Recht dazu.« »Glaubst du ernsthaft, du könntest etwas derartiges tun, ohne mir jemals davon zu erzählen?« »Christian, es war ja nur ein dummer, trunkener Kuss um Himmels Willen. Ein Witz, weil er mich davor bewahrt hatte, von einem Tisch zu fallen. Es hat doch überhaupt nichts bedeutet.« Christians Miene wurde nachdenklich, und Lissa war davon überzeugt, dass er kurz davor stand, ihr Recht zu geben. »Es wäre bedeutungslos gewesen,« sagte er schließlich, »wenn du mir selbst davon erzählt hättest. Ich hätte es nicht von jemand anderem hören dürfen.« »Jill ist nicht das Problem. Du bist es.« Für einen Moment war Lissa vor Schreck wie gelähmt. »Worauf willst du hinaus?« »Ich...« Christian wirkte plötzlich erschöpft. Er rieb sich die Augen. »Ich weiß es nicht. Es ist nur... Die Dinge waren in letzter Zeit ziemlich schwierig. Ich kann einfach... Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich mit all dem umgehen kann. Schon bevor du weggegangen bist, hast du ständig Streit mit mir gesucht. Und jetzt das?« »Warum willst du mir nicht zuhören? Es war nichts. Sogar Avery hat mir Recht gegeben.« »Oh«, sagte Christian sarkastisch, »wenn Avery dir Recht gegeben hat, muss es ja wohl okay gewesen sein.« Lissas Gereiztheit reckte ihr hässliches Haupt. »Was soll das jetzt wieder heißen? Ich dachte, du magst sie.« »Tue ich auch. Aber es gefällt mir nicht, dass du dich in letzter Zeit eher ihr anvertraust als mir.« »Du hattest kein Problem damit, dass ich mich Rose anvertraut habe.« »Avery ist nicht Rose.« »Christian«, er schüttelte den Kopf. »Hör zu. Ich will eigentlich nicht mehr zum Abendessen gehen. Ich muss einfach nachdenken.« »Wann sehe ich dich wieder?«, fragte sie verzweifelt. Ihre Wut war durch Furcht verdrängt worden. »Keine Ahnung. Später.« Er ging ohne ein weiteres Wort. Lissas starrte ihm entsetzt nach, als er die Lobby verließ. Sie wollte sich an seine Brust werfen, ihn anflehen, zurückzukommen und ihr zu verzeihen. Es waren jedoch zu viele Leute in der Nähe, und sie weigerte sich, eine Szene zu machen oder ihm seinen Freiraum zu nehmen. Stattdessen wandte sie sich an die einzige Hilfsquelle, die ihr verblieben war. Avery. »Ich habe nicht damit gerechnet, dich heute noch wiederzusehen,« sagte Avery, als sie ihr die Tür öffnete. »Was hast du?« »Himmelherrgott, was ist passiert?« Sie führte Lissa in ihr Zimmer und verlangte, die ganze Geschichte zu hören. Unter reichlich Tränen und in einem beinahe hysterischen Durcheinander von Worten berichtete Lissa, was mit Christian vorgefallen war. »Und ich weiß nicht, was er gemeint hat. Will er sich von mir trennen? Will er später zu mir kommen, um zu reden? Soll ich zu ihm gehen?« Lissa vergrub das Gesicht in den Händen. »Oh Gott, du glaubst doch nicht, dass da etwas zwischen ihm und Jill läuft, oder?« »Dem Küken?« »Nein«, rief Avery aus. »Natürlich nicht. Hör mal, du musst dich beruhigen. Du machst mir Angst. Es wird schon alles wieder gut werden.« In Averys Gesicht zeigten sich Sorgenfalten und sie gingen los, um Lissa ein Glas Wasser zu holen. Dann überlegte sie es sich anders und schenkte ihr stattdessen ein Glas Wein ein. Während Lissa allein dasaß, wurde sie von einem Gefühlschaos heimgesucht. Sie verabscheute sich für das, was sie getan hatte. Sie hatte das Gefühl, als stimme etwas nicht mit ihr. Zuerst entfremdete sie sich von mir und jetzt auch noch von Christian. Warum konnte sie ihre Freunde nicht halten? Was war dazu notwendig? Wurde sie wirklich verrückt? Sie war verzweifelt und hatte den Eindruck, sich selbst nicht mehr unter Kontrolle zu haben, und sie … Peng! Plötzlich und ohne Vorwarnung wurde ich aus Lissas Wahrnehmung hinausgestoßen. Ihr ganzes Denken und Fühlen war plötzlich restlos verschwunden. Ich hatte mich weder aus freien Stücken daraus zurückgezogen, noch hatte mich etwas in meinen eigenen Körper zurückgerissen. Ich stand einfach ganz allein im Raum. Noch nie, niemals war mir etwas derartiges widerfahren. Dies war wie, nun, wie rohe Gewalt gewesen, als sei eine Glaswand oder ein Kraftfeld vor mir heruntergekracht und hätte mich zurückgedrängt. Diese Macht war von außerhalb gekommen. Von mir selbst kam sie jedenfalls nicht. Aber was konnte es gewesen sein? War es Lissa selbst gewesen? Meines Wissens hatte sie mich noch nie in ihrem Kopf spüren können. Hatte sich das womöglich verändert? Hatte sie mich hinausgeworfen? Waren ihre aufgewühlten Gefühle so stark geworden, dass für mich kein Platz mehr blieb? Ich hatte keine Ahnung, und das Ganze gefiel mir nicht. Als es geschah, hatte ich nicht nur den Eindruck gehabt, weggestoßen zu werden. Da war auch noch ein anderes seltsames Gefühl gewesen. So etwas wie ein Flattern, als hätte jemand in mich hineingegriffen und meinen Geist gekitzelt. Dann wurde mir abwechselnd heiß und kalt. Und sobald ich aus ihrem Kopf vertrieben war, hatte alles aufgehört. Es fühlte sich an, als wäre jemand einfach in meinen Geist eingebrochen. Und das kam mir irgendwie bekannt vor. Bedauerlicherweise konnte ich mich nicht daran erinnern, woher ich dieses Gefühl kannte. Ein Gedenk all der anderen Dinge, die mit mir geschahen, war schon die Tatsache bemerkenswert, dass ich mich daran erinnert hatte. Meine Erinnerungen waren ein wenig versprengt, aber ich tat mein Bestes, sie durchzugehen und zu überlegen, wo ich dieses Kitzeln in meinem Gehirn schon einmal erlebt hatte. Ich fand keine Antwort, und all das Grübeln wurde bald ebenso frustrierend wie die Suche nach einem Fluchtplan. Und je mehr Zeit verstrich, desto klarer wurde mir, dass ich wirklich einen Fluchtplan brauchte. Der Endorphinentzug brachte mich fast um, aber ich dachte immer klarer, während die Wirkung der Glücksstoffe in meinem Körper langsam immer weiter nachließ. Ich war erstaunt, dass ich so tief hatte sinken können. Sobald ich Dimitri erlaubt hatte, mich zu beißen, war ich innerlich zerbrochen. Ich hatte mein Urteilsvermögen verloren. Ich hatte meine Stärke und meine Fähigkeiten verloren. Ich war weich und albern und dumm geworden. Naja, nicht ganz. Hätte ich vollkommen den Verstand verloren, wäre ich jetzt ein Strigoi. Es lag zumindest ein gewisser Trost darin, zu wissen, dass ich selbst in der Zeit, da ich von Dimitris Bissen high gewesen war, irgendein Teil von mir durch den Nebel gekämpft und sich geweigert hatte, klein beizugeben. Zu wissen, dass ich nicht ganz so schwach war, wie ich geglaubt hatte, hielt mich aufrecht. Es wurde dadurch leichter, die Sehnsucht in meinem Körper zu ignorieren, mich mit schlechtem Fernsehen abzulenken und alles Essbare aus dem kleinen Kühlschrank zu verzehren. Ich blieb sogar länger wach, weil ich hoffte, mich dadurch zu erschöpfen. Es funktionierte, und sobald mein Kopf das Kissen berührte, schlief ich ein, driftete in einen traumlosen Schlaf ohne Entzugserscheinungen. Als ich jemand neben mir ins Bett gleiten ließ, wurde ich wieder wach. Ich öffnete die Lider und starrte direkt in Dimitris' rote Augen. Zum ersten Mal seit Tagen sah ich ihn mit Furcht an, nicht mit Liebe. Ich ließ mir jedoch nichts anmerken und lächelte. Dann streckte ich die Hand aus und berührte sein Gesicht. Du bist wieder da. Ich habe dich vermisst. Er hielt meine Hand fest und küsste die Innenseite. Ich hatte noch etwas zu erledigen. Die Schatten spielten über sein Gesicht, und ich bemerkte einen winzigen, getrockneten Blutfleck an seinem Kinn. Grimassen schneidend rieb ich ihn mit dem Finger weg. Das sehe ich. Es ist die natürliche Ordnung der Dinge, Rose. Wie fühlst du dich? Besser. Nur das... was? Ich wandte den Blick ab, abermals Opfer widerstreitender Gefühle. Der Ausdruck in seinen Augen verriet in diesem Moment mehr als simple Neugier. Es lag auch Sorge darin. Nur ein wenig, aber sie war da. Sorge um mich. Und dabei hatte ich ihm doch erst vor einer Sekunde Blut vom Gesicht gewischt. Das Blut von irgendeiner armen Person, deren Leben höchstwahrscheinlich innerhalb der letzten paar Stunden ausgelöscht worden war. Ich war in Lissas Kopf, sagte ich schließlich. Es konnte nicht schaden, ihm das zu erzählen. Wie Nathan wusste auch er, dass sie sich in der Akademie aufhielt. Und ich bin hinausgestoßen worden. Hinausgestoßen? Ja. Ich sah durch ihre Augen, wie ich das für gewöhnlich tue. Und dann hat irgendeine Macht, ich weiß nicht, eine unsichtbare Hand hat mich einfach weggestoßen. Ich habe noch nie etwas derartiges erlebt. Vielleicht ist es eine neue Fähigkeit, die mit dem Element Geist zusammenhängt. Vielleicht. Nur, dass ich sie regelmäßig beobachtet habe und ich habe sie nie etwas derartiges üben oder auch nur in Erwägung ziehen sehen. Er zog dir mit den Schultern und legte einen Arm um mich. Wenn du erweckt bist, werden deine Sinne schärfer und du gewinnst einen neuen Zugang zur Welt. Aber es macht dich nicht allwissend. Ich habe keine Ahnung, warum dir das passiert ist. Ganz offensichtlich nicht allwissend. Sonst würde Nathan ja nicht so dringend Informationen über sie wollen. Wieso eigentlich? Wieso sind die Strigoi so darauf fixiert, die königlichen Linien auszulöschen? Wir wissen, dass sie, dass ihr es getan habt. Aber warum? Welche Rolle spielt das denn? Ist ein Opfer nicht einfach ein Opfer? Zumal jede Menge Strigoi früher königliche Moroi waren. Das bedarf einer komplizierten Antwort. Ein wichtiger Grund für die Jagd auf königliche Moroi ist Furcht. In deiner alten Welt stehen die Royals über allen anderen. Sie bekommen die besten Wächter, den besten Schutz. Ja, das entsprach zweifellos der Wahrheit. Diese Entdeckung hatte Lissabai-Hufe auch schon gemacht. Wenn wir sie trotz allem dennoch erwischen können, was bedeutet das dann? Es bedeutet, dass absolut niemand sicher ist. Es schafft Furcht, und Furcht bringt die Leute dazu, törichte Dinge zu tun. So werden sie zu einer leichteren Beute. Das ist abscheulich. Heulich. Jäger oder ... Ja, ja, ich weiß. Jäger oder Gejagter. Er knifft die Augen ein wenig zusammen. Die Unterbrechung gefiel ihm anscheinend nicht. Er ließ es jedoch auf sich beruhen. Außer dem ist es von Nutzen, die Führung der Moroi zu untergraben. Auch das schafft Instabilität. Aber vielleicht wären die Moroi mit einem Führungswechsel sogar besser dran, meinte ich. Er warf mir abermals einen merkwürdigen Blick zu, und ich war selbst ein wenig erschrocken. Es fing schon wieder an. Ich dachte wie Viktor Daschkopf. Mir wurde klar, dass ich besser den Mund halten sollte. Ich benahm mich nicht wie sonst, wenn ich umnebelt und high war. Was ist mit dem Rest? Der Rest? Ein Lächeln umspielte seine Lippen. Der Rest ist Prestige. Wir tun es und es Ruhm es willen. Es verbessert unseren Ruf, und es ist äußerst befriedigend zu wissen, für die Vernichtung von etwas verantwortlich zu sein, das andere im Lauf von Jahrhunderten nicht haben zerstören können. Simples Trigoi-Denkweise. Busheit, Jagd und Tod. Andere Gründe brauchten sie nicht. Dimitris Blick wanderte an mir vorbei zu meinem Nachttisch. Dort legte ich abends meinen Schmuck ab. All seine Geschenke waren dort ausgebreitet und glitzerten wie ein Piratenschatz. Er griff über mich hinweg und hob das Nazar an seiner Kette hoch. Du hast das immer noch. Yep, obwohl er nicht so hübsch ist wie deine Sachen. Der Anblick des blauen Auges erinnerte mich an meine Mutter. Ich hatte seit sehr langer Zeit nicht mehr an sie gedacht. In Bayard hatte ich Orlena zunehmend als eine zweite Mutter angesehen. Aber jetzt, jetzt sehnte ich mich irgendwie nach meiner eigenen. Janine Hathaway mochte weder kochen noch putzen, doch sie war klug und kompetent. Und in mancher Hinsicht, so wurde mir schlagartig bewusst, dachten wir ganz ähnlich. Ich hatte meine Charakterzüge von ihr geerbt und ich war mir absolut sicher, dass sie in dieser Situation nicht aufgehört hätte, Fluchtpläne zu schmieden. Das hier habe ich noch nie gesehen, bemerkte Dimitri. Er legte das Nazar beiseite und griff nach dem schlichten Silberring, den Mark mir geschenkt hatte. Seit ich das letzte Mal im Haus der Bellikows gewesen war, hatte ich ihn nicht mehr getragen und einfach neben das Nazar auf den Tisch gelegt. Ich habe ihn bekommen, als ich... Ich brach ab, denn mir wurde klar, dass ich ihm von meinen Reisen vor Novosibirsk noch nie erzählt hatte. Während du... was? Während ich in deiner Heimatstadt war, in Bayar. Dimitri spielte mit dem Ringen, pflanzte ihn von einer Fingerspitze auf die nächste, aber als ich den Namen aussprach, hielt er inne und sah mich an. Du warst dort? Seltsamerweise hatten wir nicht viel über meine Zeit in Russland geredet. Ich hatte Novosibirsk einige Male erwähnt, aber das war auch schon alles gewesen. Ich dachte, dass du dort sein würdest, erklärte ich. Ich wusste nicht, dass die Strigoi in Städten hier auf die Jagd gehen. Ich habe bei deiner Familie gewohnt. Sein Blick kehrte zu dem Ring zurück. Er spielte weiter damit herum, ließ ihn kreiseln und rollte ihn umher. Und? Und sie waren nett. Ich mochte sie. Ich habe viel mit Viktoria unternommen. Warum war sie nicht in der Schule? Es war Ostern. Ach, richtig. Wie ging es ihr? Gut, antwortete ich schnell. Ich konnte mich nicht dazu überwinden, ihm von jenem letzten Abend mit ihr und Roland zu erzählen. Carolina geht es ebenfalls gut. Sie erinnert mich an dich. Einmal hat sie ein paar Dampiertypen, die Ärger machen wollten, ziemlich hart angefahren. Er lächelte abermals. Und es war nett. Ich meine, die Heißzähne machten sein Lächeln nach wie vor unheimlich, aber diesmal hatte es nicht den finsteren Unterton, den ich zu erwarten gelernt hatte. Ein Ausdruck der Zärtlichkeit trat in seine Züge, eine echte Zuneigung, die mich verblüffte. Ich kann mir gut vorstellen, wie Carolina so etwas handhabt. Hat sie ihre Baby schon bekommen? Ja. Ich war immer noch ein wenig verwirrt wegen dieses Lächelns. Ein Mädchen. So ja. So ja, wiederholte er, immer noch ohne mich anzusehen. Kein schlechter Name. Wie ging es Sonja? Ganz gut. Ich habe nicht viel von ihr zu sehen bekommen. Sie ist ein wenig reizbar. Viktoria sagt, es liegt an der Schwangerschaft. Sonja ist ebenfalls schwanger? Oh, ja. Im sechsten Monat, glaube ich. Sein Lächeln wurde ein wenig schwächer und er wirkte beinahe besorgt. Ich nehme an, dass es früher oder später dazu kommen musste. Ihre Entscheidungen waren nicht immer so vernünftig wie die von Carolina. Carolina hat ihre Kinder bekommen, weil sie es so wollte. Ich schätze bei Sonja war es eher eine Überraschung. Ja, das Gefühl hatte ich auch irgendwie. Er zählte die restlichen Mitglieder seiner Familie auf. Meine Mutter und meine Großmutter? Ah, gut, es geht ihnen beiden gut. Dieses Gespräch wurde zusehends merkwürdiger. Es war nicht nur das erste normale Gespräch, das wir seit meiner Ankunft führten. Es war auch das erste Mal, dass er sich für irgendetwas wirklich zu interessieren schien, das nichts mit dem Strigold zu tun hatte und bei dem es auch nicht darum ging, mich zu küssen oder zu beißen. Die einzige Ausnahme bildeten vielleicht die Gespräche über unsere früheren gemeinsamen Kämpfe und die Erinnerungen an den Sex in der Hütte. Deine Großmutter hat mir ein wenig Angst eingejagt. Er lachte und ich zuckte zusammen. Es kam seinem alten Lachen so unglaublich nah, näher, als ich es für möglich gehalten hätte. Ja, sie hat diese Wirkung auf andere. Und sie hat so getan, als könnte sie kein Englisch. Das war zwar nur ein ziemlich kleines Detail, wenn man das große Ganze betrachtete, aber es hatte mich trotzdem geärgert. Ja, das macht sie gern. Er lächelte immer noch und in seiner Stimme schwang Zuneigung mit. Bleiben sie alle immer noch zusammen, in demselben Haus? Ja, ich habe die Bücher gesehen, von denen du mir erzählt hast. Die hübschen, aber ich konnte sie nicht lesen. Dort habe ich meine Leidenschaft für amerikanische Western entwickelt. Mann, wie gerne habe ich dich damit aufgezogen. Er kicherte. Ja, mit den Western-Romanen, deinen Stereotypen-Vorstellungen über osteuropäische Musik und der Genossennummer hattest du aber auch jede Menge Material. Auch ich lachte jetzt. Der Genosse und die Sache mit der Musik waren schon irgendwie daneben. Meinen alten Spitznamen für ihn hatte ich beinahe vergessen. Jetzt passte er auch nicht mehr. Aber das Cowboy-Thema hast du selbst geschürt, mit diesem Ledermantel und... Ich brach ab. Ich hatte von seinem Pflichtgefühl reden wollen, allen Leuten in Not zu helfen, doch das war ja wohl kaum noch der Fall. Er bemerkte meinen Lapsus nicht. Und dann hast du sie verlassen und bist nach Novo Sibirst gegangen? Ja. Ich bin mit diesen Dampiren gekommen, mit denen ich auf der Jagd war, diesen anderen Unversprochenen. Aber um ein Haar hätte ich es nicht getan. Deine Familie wollte, dass ich bleibe. Ich habe es sogar ernsthaft in Erwägung gezogen. Dimitri hielt den Ring ins Licht und er sah nachdenklich aus. Dann seufzte er. Wahrscheinlich hättest du es tun sollen. Es sind gute Leute. Das sind sie, sagte er leise. Du hättest dort glücklich sein können. Er beugte sich vor, legte den Ring zurück auf den Nachttisch und drehte sich dann zu mir um, um mich zu küssen. Es war der sanfteste, süßeste Kuss, den er mir als Trigoi gegeben hatte, und mein ohnehin beträchtlicher Schock wurde noch größer. Die Sanftheit war jedoch nur von kurzer Dauer, und einige Sekunden später küssten wir uns wieder so wie sonst, fordernd und hungrig. Er machte auf mich den Eindruck, als verlangte auch ihn nach mehr als nur nach einem Kuss, obwohl er erst vor kurzem getrunken hatte. Ich schob meine Verwirrung darüber beiseite, wie, nun ja, normal und freundlich er gewirkt hatte, als er von seiner Familie sprach. Gleichzeitig überlegte ich, wie ich einem weiteren Biss ausweichen konnte, ohne Verdacht zu erregen. Mein Körper war noch immer schwach und sehnte sich nach einem Biss. Doch in meinem Kopf war ich so sehr Rose Hathaway wie schon seit einer Ewigkeit nicht mehr. Dimitri löste sich von dem Kuss, und ich platzte mit dem Erstbesten heraus, das mir einfiel, bevor er irgendetwas anderes anfangen konnte. Wie ist das so? Wie ist was? Das Küssen. Er runzelte die Stirn. Der erste Punkt ging an mich. Für einen Moment hatte ich ein untodes Geschöpf der Nacht aus der Fassung gebracht. Sidney wäre stolz auf mich gewesen. Wie meinst du das? Du hast gesagt, wenn man erweckt ist, schärfen sich alle Sinne. Ist das Küssen jetzt also anders als früher? Ah. Verstehen machte sich auf seinen Zügen breit. Irgendwie ist es das, ja. Mein Geruchssinn ist stärker als früher, daher setzt sich dein Duft intensiver durch. Dein Schweiß, dein Haarschampoo, es übersteigt alles, was du dir vorstellen kannst. Es ist berauschend. Und natürlich wird das hier durch einen schärferen Tastsinn noch viel besser. Er beugte sich vor und küsste mich abermals, und irgendetwas an seiner Beschreibung verursachte bei mir ein flaues Gefühl im Magen, allerdings auf angenehme Art. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich hatte ihn ablenken wollen, nicht mich selbst. Als wir neulich nachts zusammen draußen waren, haben die Blumen auffallend intensiv geduftet. Wenn sie schon für mich so stark riechen, sind sie für dich dann nicht überwältigend? Ich meine, werden dir die Düfte nicht manchmal zu viel? Und so fing es an. Ich bombardierte ihn mit so vielen Fragen wie möglich und erkundigte mich nach allen Aspekten des Trigoy-Lebens. Ich wollte wissen, wie es war, wie er sich fühlte. Ich stellte jede Frage voller Neugier und Enthusiasmus, bis mir auf die Unterlippe und wurde genau an den richtigen Stellen nachdenklich. Ich konnte spüren, wie sein Interesse wuchs, während ich ihn ausfragte, obwohl seine Haltung schroff und sachgemäß blieb, ganz im Gegensatz zu unserem bis dahin recht herzlichen Gespräch. Er hoffte, dass ich endlich kurz davor stand, meiner Verwandlung zuzustimmen. Während ich kontinuierlich Fragen stellte, betonte ich mit äußeren Anzeichen auch gleichzeitig meine Müdigkeit. Ich gähnte viel und verlor oft den Faden. Schließlich rieb ich mir die Augen und gähnte ausgiebig. Ach, es gibt so viel, das ich nicht wusste, immer noch nicht weiß. Ich hab dir ja gesagt, dass es unglaublich ist. Und ganz ehrlich, einiges davon war tatsächlich unglaublich. Das meiste war natürlich richtig unheimlich, aber wenn man erst mal diese Sache mit dem Untotsein und dem Bösesein überwunden hatte, bot eine Existenz als Trigoi definitiv gewisse Vorteile. Ich habe noch mehr Fragen, murmelte ich. Dann schloss ich die Augen, seufzte und öffnete sie wieder, als müsste ich mich dazu zwingen, wach zu bleiben. Aber ich bin so müde. Ich fühle mich immer noch nicht gut. Glaubst du, dass ich eine Gehirnerschütterung habe? Nein. Und sobald du erweckt bist, wird das ohnehin keine Rolle mehr spielen. Aber nicht bevor du meine restlichen Fragen beantwortet hast. Die Worte gingen in einem Gähnen unter, aber er verstand. Es dauerte eine Weile, bis er antwortete. Also schön, erst danach. Aber die Zeit läuft, ich sagte es bereits. In dem Moment ließ ich meine Lieder zufallen. Aber heute ist noch nicht der zweite Tag. Nein, sagte er leise. Noch nicht. Ich lag da und atmete so ruhig ich konnte. Würde ich mit meiner Schauspielerei durchkommen? Es war überaus wahrscheinlich, dass er trotzdem von mir trinken würde, auch wenn er glaubte, dass ich schlief. Ich setzte alles auf eine Karte. Ein einziger Biss und der ganze Kampf um den Entzug wäre umsonst gewesen. Ich würde wieder am Anfang stehen. Und so wie es aussah, hatte ich keine Idee, wie ich einem Biss das nächste Mal entgehen sollte. Andererseits glaubte ich ohnehin nicht an ein nächstes Mal. Bis dahin würde ich eines Trigoi sein. Dimitri blieb noch einige Minuten neben mir liegen. Dann spürte ich, wie er sich bewegte. Innerlich wappnete ich mich. Verdammt! Jetzt passierte es! Der Biss! Eigentlich war ich davon überzeugt gewesen, dass der Reiz von mir zu trinken viel mit unseren leidenschaftlichen Küssen zu tun hatte und dass dieser Reiz, wenn ich schliefe, einfach erlosch. Aber anscheinend hatte ich mich geirrt. Meine Verstellung war für die Katz alles aus und vorbei. Aber so war es nicht. Er stand auf und ging. Als ich die Tür zufallen hörte, glaubte ich, zunächst es sei nur ein Trick. Ich war mir ganz sicher, dass er versuchte, mich reinzulegen und noch immer im Raum stand. Doch als dies Trigoi Übelkeit verebte, erlangte ich Gewissheit. In der Annahme, dass ich Schlaf brauchte, hatte er mich tatsächlich allein gelassen. Meine Darbietung war also doch überzeugend gewesen. Ich setzte mich sofort aufrecht hin und grübelte über einige andere Dinge nach. Während des letzten Teils seines Besuches schien er so... Nun, er hatte mich mehr denn je an den alten Dimitri erinnert. Gewiss, er war nach wie vor durch und durch ein Strigoi, aber da war auch noch etwas anderes gewesen. Ein Anflug von Wärme in seinem Lachen, aufrichtiges Interesse und Zuneigung, als er von seiner Familie hörte. War das der Grund? Hatten die Neuigkeiten über seine Familie einen Teil seiner Seele berührt, die noch irgendwo in diesem Ungeheuer begraben lag? Ich musste gestehen, ich war ein wenig eifersüchtig bei dem Gedanken, dass sie möglicherweise die Veränderungen ihm bewirkt hatten, die ich nicht bewirken konnte. Doch dieselbe Wärme lag auch noch in seiner Stimme, als wir über uns gesprochen hatten. Zumindest ein bisschen davon. Nein, 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 ich musste damit aufhören. Es gab keine Veränderung, keine Umkehrung seines Zustands. Das war reines Wunschdenken. Und je mehr ich wieder zu meinem alten Ich fand, desto klarer wurde mir auch die unumstößliche Wahrheit meiner Lage. Dimitris Neugier hatte mich an etwas erinnert. Ich hatte Oxanas Ring vollkommen vergessen. Jetzt nahm ich ihn vom Nachttisch und streifte ihn mir über den Finger. Ich spürte keine wahrnehmbare Veränderung, aber wenn die heilende Magie noch immer in ihm steckte, würde sie mir vielleicht helfen. Möglicherweise beschleunigte sie die Heilung meines Körpers und Geistes von den Strapazen des Entzugs, und wenn etwas von Lissas Dunkelheit in mich hineinblutete, so konnte der Ring die Auswirkungen ebenfalls abdämpfen. Ich seufzte. Ganz gleich, wie oft ich mir sagen mochte, dass ich frei von ihr war, würde dem jedoch niemals so sein. Sie war meine beste Freundin. Wir waren auf eine Weise miteinander verbunden, die nur wenige verstehen konnten. Ich konnte es einfach nicht länger verleugnen. Inzwischen bedauerte ich mein Verhalten gegenüber Adrian. Er war gekommen, um mich um Hilfe zu bitten, und ich hatte seine Freundlichkeit mit Füßen getreten. Jetzt war ich von jeglicher Kommunikation mit der Außenwelt abgeschnitten. Der Gedanke an Lissa erinnerte mich abermals an das, was vorhin geschehen war, als ich mich in ihrem Kopf auffielte. Was hatte mich hinausgestoßen? Ich zögerte und dachte über mein weiteres Vorgehen nach. Lissa war weit fort und möglicherweise in Schwierigkeiten. Dimitri und die anderen Strigoi jedoch waren hier. Aber ich konnte noch nicht einfach so gehen. Ich musste noch einen einzigen Blick auf sie werfen. Nur ganz kurz. Ich fand sie an einem ungewöhnlichen Ort. Sie war bei Deirdre, die auf dem Campus als Therapeutin arbeitete. Lissa war zwar in Behandlung, seit sich der Geist als ihr Element offenbart hatte, aber früher bei einer anderen Therapeutin. Als ich nun meine Sinne in Lissas Gedanken streckte, las ich die Geschichte. Ihre Therapeutin hatte die Schule kurz nach dem Angriff verlassen. Daraufhin war Lissa Deirdre zugewiesen worden, die auch mich einmal behandelt hatte, als alle dachten, ich hätte nach Masons Tod den Verstand verloren. Deirdre sah auch für eine Moroi sehr gepflegt aus, war stets tadellos gekleidet und hatte das blonde Haar perfekt frisiert. Sie wirkte nicht viel älter als wir, aber bei mir hatten ihre Behandlungsmethoden vielmehr einem Polizeiverhör geähnelt. Bei Lissa war sie sanfter. Das passte. Lissa... 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 Deirdre schüttelte den Kopf. Das ist nicht meine Entscheidung. Mir geht es hier um das Warum. Ich weiß, dass sie früher wegen ihrer Magie und der Depression und anderen Problemen gelitten haben. Aber das jetzt scheint mir eher eine Art Rebellion zu sein. Rebellion? Es war viel mehr als das. Seit ihrem Streit mit Christian hatte sie ihn nirgendwo finden können, und das brachte sie fast um. Irgendwelche Leerlaufzeiten, in denen sie allein war, konnte sie einfach nicht ertragen. Sie dachte an nichts anderes mehr als an ihn oder an mich. Und das Einzige, was sie von uns ablenken konnte, war das Feiern von Partys und das Eingehen von Risiken. Lissa... Studenten machen andauernd solche Sachen, wandte Lissa ein. Warum ist das ausgerechnet bei mir so eine große Sache? Nun, weil sie sich in Gefahr gebracht haben. Nach der Bibliothek waren sie drauf und dran, ins Schwimmbad einzubrechen. Schwimmen in berauschtem Zustand ist in jedem Fall ein Grund zur Sorge. Niemand ist ertrunken, und selbst wenn jemand in Gefahr geraten wäre, bin ich davon überzeugt, dass wir ihn mit vereinten Kräften aus dem Wasser gezogen hätten. Das Ganze ist angesichts einiger selbstzerstörerischer Verhaltensmuster in der Vergangenheit einfach besorgniserregend. Ich denke da zum Beispiel an das Ritzen. So ging es während der nächsten Stunde weiter, und Lissa verstand sich genauso gut wie ich darauf, Deirdries Fragen auszuweichen. Als die Sitzung endete, sagte Deirdrie, dass sie keine Disziplinarmaßnahme empfehlen würde. Sie wollte Lissa allerdings zur weiteren Behandlung wiedersehen. Lissa wäre es absolut lieber gewesen, man hätte sie nachsitzen oder Tafeln schrubben lassen. Als sie wütend über den Campus marschierte, entdeckte sie Christian, der in der anderen Richtung unterwegs war. Hoffnung hältte die Schmerze ihres Geistes auf wie Sonnenschein. »Christian!« schrie sie und rannte auf ihn zu. Er blieb stehen und sah sie misstrauisch an. »Was willst du?« »Wie meinst du das, was will ich?« Sie wollte sich in seine Arme werfen und von ihm hören, dass alles wieder gut sei. Sie war aufgebracht und überwältigt und von Dunkelheit erfüllt, aber es gab auch eine Verletzlichkeit in ihr, die ihn verzweifelt brauchte. »Ich konnte dich nirgendwo finden.« Ich war einfach ... Ein dunkler Schatten fiel über sein Gesicht. »Ich weiß nicht. Ich habe nachgedacht. Außerdem hast du dich ja nach allem, was ich höre, nicht allzu sehr gelangweilt.« Es war keine Überraschung, dass alle über das Fiasko der vergangenen Nacht Bescheid wussten. Dank der brodelnden Gerüchteküche der Akademie verbreiteten sich solche Dinge wie ein Lauffeuer. »Das war nichts«, sagte sie. Die Art, wie er sie ansah, schnitt ihr ins Herz. »Genau das ist es ja«, erwiderte er, »in letzter Zeit ist alles nichts. All deine wilden Partys, das ja rummachen mit anderen Typen, die lügen.« »Ich habe nicht gelogen«, rief sie, »und wann wirst du endlich über die Sache mit Aaron hinwegkommen?« »Du sagst mir nicht die Wahrheit. Das ist das Gleiche.« Es klang ganz nach einem Echo von Gilles Einstellung. Lisa kannte sie kaum und fing bereits an, sie zu hassen. »Ich komme einfach nicht damit klar. Ich kann und will nicht damit umgehen, dass du dich wieder wie ein Mädchen von königlichem Geblüt aufführst, das mit seinen anderen königlichen Freunden irgendwelche Scheiße baut.« »Und hier lag das Problem.« »Wenn Lissa nur deutlicher beschrieben hätte, wie sie sich fühlte, wie sehr ihre Schuldgefühle und Depressionen sie innerlich auffraßen und sie aus dem Gleichgewicht warfen. Nun, ich denke, dann wäre Christian ohne Umstände für sie da gewesen. Denn trotz seines zynischen Auftretens hatte er ein gutes Herz, und das meiste davon gehörte Lissa. Früher jedenfalls. Jetzt sah er nur noch, dass sie töricht und oberflächlich war und zu einem Lebensstil zurückkehrte, den er verachtete. »Das mache ich nicht«, rief sie aus. »Ich bin nur ... Ich weiß nicht. Es fühlt sich einfach gut an, irgendwie loszulassen.« »Ich kann das nicht«, sagte er. »Ich kann nicht mit dir zusammen sein, wenn das jetzt dein Leben ist.« Ihre Augen weiteten sich. »Machst du Schluss mit mir?« »Ich ... Ich weiß nicht. Ja, ich schätze schon.« Lissa war so geschockt, dass sie Christian nicht wirklich so sehen konnte wie ich, so entsetzt, dass sie die Qual in seinen Augen nicht erkannte. Es zerriss ihm das Herz, das tun zu müssen. Auch er litt, und alles, was er sah, war das Mädchen, das er liebte, und das sich veränderte und zu jemandem wurde, mit dem er unmöglich zusammenbleiben konnte. Die Dinge sind nicht mehr so, wie sie einmal waren. »Das kannst du nicht machen«, rief sie. Sie konnte seinen Schmerz nicht erkennen. Für sie war er einfach nur grausam und unfair. »Wir müssen darüber reden, das Problem lösen.« »Die Zeit zum Reden ist vorbei«, wandte er ein. »Dazu hättest du früher bereit sein sollen. Nicht erst jetzt, nicht erst, wenn die Dinge plötzlich nicht mehr nach deinen Wünschen laufen.« Lissa wusste nicht, ob sie schreien oder weinen sollte. Sie wusste nur, dass sie Christian nicht verlieren durfte. Nicht, nachdem sie mich bereits verloren hatte. Wenn sie nun uns beide verlor, sah sie in diesem Leben keinen Sinn mehr. »Bitt, tu das nicht«, flehte sie. »Ich kann mich ändern.« »Tut mir leid«, laffte er. »Dafür sehe ich keinerlei Anzeichen.« Abrupt drehte er sich um und ging davon. Für sie war sein Verhalten hart und kalt, doch auch jetzt hatte ich den Schmerz in seinen Augen gesehen. Christian war vermutlich einfach weggegangen, weil er wusste, dass er ansonsten nicht bei seiner Entscheidung hätte bleiben können. Eine Entscheidung, die schmerzlich war, die sich für ihn jedoch richtig anfühlte. Lissa machte Anstalten ihm zu folgen, als eine Hand sie plötzlich zurückhielt. Sie drehte sich um und stand vor Avery und Adrian. Ihren Minen zufolge hatten sie alles mit angehört. »Lass ihn gehen«, sagte Adrian ernst. Er war derjenige gewesen, der sie festgehalten hatte. Jetzt ließ er die Hand sinken und fädelte seine Finger durch Averys. »Wenn du ihm jetzt folgst, machst du es nur schlimmer. Lass ihm ein wenig Abstand.« »Das kann er nicht machen«, sagte Lissa. »Das kann er mir doch nicht antun.« »Er ist völlig aufgebracht«, meinte Avery, deren Sorge ein Spiegelbild von Adrians war. »Er kann nicht klar denken. Warte, bis er sich abgekühlt hat. Dann wird er schon wieder zu sich kommen.« »Lissa sah Christian nach und ihr brach das Herz.« »Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob er das tun wird.« »Oh Gott, ich darf ihn nicht verlieren.« Es brach mir mein eigenes Herz. Ich wünschte mir so sehr, zu ihr gehen zu können, sie zu trösten und für sie da zu sein. Sie fühlte sich so allein, und ich fühlte mich scheußlich, weil ich sie verlassen hatte. Irgendetwas hatte sie in diese Abwärtsspirale gezogen, und ich hätte da sein müssen, um ihr wieder herauszuhelfen. Dafür waren beste Freundinnen doch da. Ich musste zu ihr.« Lissa drehte sich wieder um und sah Avery an. »Ich bin so verwirrt. Ich weiß nicht, was ich tun soll.« Avery schaute ihr in die Augen, aber als sie das tat, geschah etwas Unglaubliches. Avery sah nicht sie an. Sie sah mich an. Oh nein, nicht du schon wieder. Die Stimme tönte in meinem Kopf, und zack, flog ich aus Lissa heraus. Da war er wieder, dieser mentale Stoß, die Berührung meines Geistes und die heißen und kalten Wellen, die durch meinen Körper liefen. Erstaunt sah ich mich in meinem Zimmer um, schockiert darüber, wie abrupt der Übergang gewesen war. Dennoch hatte ich etwas gelernt. Ich wusste jetzt, dass nicht Lissa diejenige war, die mich beim ersten Mal hinausgestoßen hatte. Lissa war viel zu abgelenkt gewesen und zu bekümmert. Die Stimme? Auch die hatte nicht Lissa gehört. Und dann fiel mir endlich wieder ein, wo ich diese leichte Berührung in meinem Kopf schon einmal gespürt hatte. Oksana! Es war das gleiche Gefühl gewesen, als sie in meinen Geist gegriffen und versucht hatte, einen Einblick in meine Stimmungen und Absichten zu bekommen. Eine Tat, von der sowohl sie als auch Mark zugaben, dass sie aufdringlich und unrecht war, wenn man kein Band mit jemandem teilte. Sorgfältig ging ich noch einmal durch, was gerade mit Lissa geschehen war. Im Geiste sah ich noch einmal die letzten Sekunden vor mir. Blaugraue Augen, die mich anstarrten. Mich, nicht Lissa. Lissa hatte mich nicht aus ihrem Kopf gestoßen. Avery hatte das getan. Avery war eine Geistbenutzerin. Oh, Scheiße! Ich setzte mich wieder aufs Bett. Mir schwirrte der Kopf. Ich hatte es nicht kommen sehen. Verdammt, niemand hatte es kommen sehen. Avery hatte ihre Sache gut gemacht, als sie allen vorspielte, eine Luftbenutzerin zu sein. Jeder Moroi konnte in jedem Element ein sehr geringes Maß an Kontrolle ausüben. Sie hatte gerade genug mit Luft hantiert, um es so aussehen zu lassen, als sei das ihr Spezialgebiet. Niemand hatte ihr weitere Fragen gestellt. Denn, mal ehrlich, wer hätte denn je damit gerechnet, dass es in nächster Nähe noch einen weiteren Geistbenutzer gab? Und da sie die Schule bereits verlassen hatte, gab es auch keinen Grund, warum man sie weiter prüfen oder dazu zwingen sollte, ihre Fähigkeiten zu demonstrieren. Und es war auch niemand da, der sie dazu herausfordern würde. Je länger ich darüber nachdachte, umso deutlicher erschienen mir all die kleinen Anzeichen dafür. Die charmante Persönlichkeit. Die Tatsache, dass sie einfach jeden zu allem überreden konnte. Wie viele ihrer Begegnungen mit anderen wurden von Geist kontrolliert. Und war es möglich? War es möglich, dass Adrians Vernahrtheit in sie auf Zwang zurückzuführen war? Ich hatte eigentlich keinen Grund, darüber glücklich zu sein, aber... Nun ja, ich war es trotzdem. Viel wichtiger war jedoch... Was wollte Avery von Lyssa? Es war nicht sonderlich weit hergeholt, dass Avery Adrien unter Zwang setzte, damit er sie mochte. Er sah gut aus und kam aus einer wichtigen Familie. Er war der Großneffe der Königin. Und obwohl Familienmitglieder des gegenwärtigen Monarchen den Thron nicht sofort nach dessen Hinscheiden erben konnten, hatte er eine gute Zukunft vor sich. Eine, die stets dafür sorgen würde, dass er sich in den höchsten Gesellschaftskreisen bewegte. Aber Lyssa? Was für ein Spiel spielte Avery mit ihr? Was hatte sie zu gewinnen? Jetzt ergab Lissas Verhalten auch einen Sinn. Der untypische Hang zu wilden Partys, verrückte Launen, Eifersucht, Streitereien mit Christian. Avery trieb Lissa in den Wahnsinn und nötigte sie, falsche Entscheidungen zu treffen. Avery benutzte irgendeine Art von Zwang, um Lissa aus dem Gleichgewicht zu werfen, um sie von allen und sich selbst zu entfremden und ihr Leben in Gefahr zu bringen. Warum? Was wollte Avery? Doch das spielte eigentlich keine Rolle. Das Warum war nicht wichtig, sondern das Wie. Und zwar die Frage, wie ich von hier wegkam und wieder zurück zu meiner besten Freundin. Ich blickte an mir hinunter, auf das feine Seidenkleid, das ich trug. Plötzlich verabscheute ich es zutiefst. Es war ein Zeichen für das, was ich gewesen war, schwach und nutzlos. Ich zog es hastig aus und stöberte in meinem Kleiderschrank. Man hatte mir meine Jeans und das T-Shirt weggenommen, aber zumindest war mein Kapuzen-Shirt noch da. Ich zog das grüne Sweaterkleid an, weil es das Praktischste war, was ich besaß, und fühlte mich zumindest eine Spur leistungsfähiger. Dann zog ich das Kapuzen-Shirt darüber. Zwar kam ich mir damit noch lange nicht wie eine knallharte Kriegerin vor, aber ich fühlte mich dem Ganzen schon eher gewachsen. Hinreichend bekleidet für den Kampf kehrte ich ins Wohnzimmer zurück und begann auf- und abzutigern, was mir stets dabei half, klarer zu denken. Nicht, dass ich einen Grund gehabt hätte, zu glauben, dass mir jetzt auf einmal neue Ideen kommen würden. Das hatte ich tagelang erfolglos versucht. Nichts würde sich ändern. Ach, verdammt! schrie ich und fühlte mich nach diesem Ausbruch etwas besser. Wütend ließ ich mich auf den Schreibtischstuhl fallen, erstaunt darüber, dass ich ihn in meiner Frustration nicht einfach gegen die Wand geschleudert hatte. Der Stuhl wackelte ein ganz klein wenig. Stirnrunzeln stand ich auf und musterte ihn. Alles in diesen Räumen war hoch, modern und von bester Qualität. Seltsam, dass ich einen mangelhaften Stuhl abbekommen hatte. Ich kniete mich hin und untersuchte ihn genauer. Und siehe da, an einem der Stuhlbeine war ziemlich weit oben ein Riss. Ich starrte ihn an. Alle Möbel hier waren schier unzerstörbar, ohne augenfällige Fugen oder dergleichen. Ich sollte es wissen, wenn man bedachte, wie lange ich nach meiner Ankunft mit diesem Stuhl gegen die Wand geschlagen hatte. Meine Anstrengungen hatten nicht einmal eine Delle hinterlassen. Woher war dann dieser Riss gekommen? Ihn immer und immer wieder zerschmettern zu wollen, hatte schließlich nichts gebracht. Doch ich war nicht die Einzige gewesen, die den Stuhl missbraucht hatte. An jenem ersten Tag, als ich mit Dimitri gekämpft hatte, war ich mit eben diesem Stuhl auf ihn losgegangen. Er hatte ihn mir abgenommen und gegen die Wand geschleudert. Danach hatte ich den Stuhl nie wieder beachtet, da ich die Hoffnung aufgegeben hatte, ihn zerbrechen zu können. Als ich später noch einmal versuchte, das Fenster klein zu kriegen, hatte ich, weil er schwerer war, einen Beistelltisch benutzt. Meine Kraft hatte also nicht ausgereicht, den Stuhl zu beschädigen, aber Dimitris schon. Ich hob den Stuhl hoch und ließ ihn ohne zu zögern gegen das diamantharte Fenster krachen, wobei ich halb hoffte, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Fehlanzeige. Beide blieben unversehrt. Also versuchte ich es noch einmal und noch einmal. Ich verlor rasch den Überblick, wie viele Male ich den Stuhl gegen das Glas schleuderte, aber meine Hände schmerzten und ich wusste, dass ich trotz meiner Genesung noch nicht wieder voll und ganz bei Kräften war. Es trieb mich schier in den Wahnsinn. Irgendwann, es fühlte sich an wie mein phantastillionster Versuch, betrachtete ich den Stuhl und sah, dass der Riss tatsächlich größer geworden war. Dieser Fortschritt gab mir neue Willenskraft und Stärke. Ich schlug wieder und wieder zu, ohne auf den Schmerz zu achten, während sich das Holz in meine Hände drückte. Endlich hörte ich ein Knacken und das Bein brach ab. Ich hob es auf und starrte es staunend an. Der Bruch war unsauber. Das Stück Holz war gesplittert und scharf. Scharf genug für einen Pflock? Ich war mir nicht sicher. Aber ich wusste ganz gewiss, dass dieses Holz hart war und wenn ich genug Kraft aufbrachte, war ich vielleicht in der Lage, das Herz eines Trigoi damit zu treffen. Es würde ihn nicht umbringen, aber der Schlag würde ihn immerhin betäuben. Ich wusste zwar nicht, ob das ausreichen würde, um mich hier herauszubringen, aber es war alles, was mir im Moment zur Verfügung stand. Und das war erheblich mehr, als ich noch vor einer Stunde hatte vorweisen können. Ich setzte mich wieder aufs Bett, erholte mich von meinem Kampf mit dem Stuhl und ließ den improvisierten Pflock von einer Hand in die andere fallen. Okay, ich hatte jetzt eine Waffe, aber was konnte ich damit anstellen? Dimitris Gesicht blitzte vor meinem inneren Auge auf. Verdammt! Daran bestand kein Zweifel, er war das nächste Ziel, derjenige, mit dem ich zuerst fertig werden musste. Plötzlich ging die Tür auf und ich hob erschrocken den Kopf. Schnell schob ich den Stuhl in eine dunkle Ecke, während mich Panik überfiel. Nein, nein, nein! Ich war noch nicht so weit. Ich hatte mich noch nicht gänzlich davon überzeugen können, ihn zu pfählen. Es war inner. Sie trug ein Tablett herein, stellte aber diesmal nicht ihren gewohnt unterwürfigen Ausdruck zur Schau. Der kurze Blick, den sie mir zuwarf, war voller Hass. Ich wusste wirklich nicht, was sie für einen Grund hatte, so sauer zu sein. Es war ja schließlich nicht so, als hätte ich ihr irgendetwas getan. Noch nicht. Ich schlenderte durch den Raum, als wolle ich mir das Tablett genauer anschauen. Ich hob den Deckel an und darunter lagen ein Schinkensandwich und Pommes frites. Es sah lecker aus und ich hatte auch schon seit einiger Zeit nichts mehr gegessen. Doch das Adrenalin, das durch meine Adern strömte, schob jedweden Appetit, den ich vielleicht hätte haben können, in den Hintergrund. Mit einem honigsüßen Lächeln blickte ich sie an. Sie funkelte mordlustig zurück. Zögere nicht, hatte Dimitri immer gesagt. Ich zögerte nicht. Ich sprang Ina an und warf sie so fest auf den Boden, dass ihr Kopf abprallte. Sie wirkte benommen, erholte sich jedoch schnell und versuchte sich zu wehren. Diesmal stand ich nicht unter Drogen, jedenfalls nicht sehr, und mein jahrelanges Training und meine natürliche Stärke gewannen endlich wieder die Oberhand. Ich drückte sie mit vollem Körpereinsatz fest zu Boden. Dann holte ich den Flock hervor, den ich verborgen gehalten hatte, und presste die scharfen Spitzen an ihren Hals. Es war, als sei ich in die Zeit zurückgekehrt, als ich Nostrigoi in dunklen Gassen überwältigt hatte. Sie konnte nicht sehen, dass meine Waffe ein Stuhlbein war, aber die scharfen Spitzen erregten ihre Aufmerksamkeit, als ich sie gegen ihre Kehle drückte. Der Kot, sagte ich. Wie lautet der Kot? Ihre einzige Antwort war eine Reihe von russischen Schimpfwörtern. Okay, keine Überraschung, angesichts der Tatsache, dass sie mich wahrscheinlich nicht verstand. Ich durchsuchte das magere Russisch-Englisch-Wörterbuch in meinem Kopf. Immerhin war ich lange genug im Land gewesen, um ein paar Vokabeln aufzuschnappen. Zugegeben, mein Wortschatz entsprach in etwa dem einer Zweijährigen, aber selbst die konnten kommunizieren. Zahlen, sagte ich auf Russisch. Tür! Zumindest hoffte ich, dass es das war, was ich gesagt hatte. Mit trotziger Miene überschüttete sie mich mit weiteren unhöflichen Ausdrücken. Es war wirklich wie eine Neuauflage meiner Verhöre des Trigoi. Mein Pflock bohrte sich fest an ihrer Haut, bis sie blutete. Ich musste mich richtiggehend zurückhalten. Ich mochte mich zu Recht fragen, ob ich die Kraft hatte, mit diesem Ding tatsächlich das Herz eines Trigoi zu durchbohren, aber damit eine menschliche Ader zu durchtrennen? Ein Kinderspiel. Sie geriet ein wenig ins Stocken. Anscheinend war ihr diese Erkenntnis auch gerade gekommen. Wieder versuchte ich es mit meinem gebrochenen Russisch. Dich töten! Kein Nathan! Niemals! Wie lautete das Wort? Der Gottesdienst fiel mir wieder ein und ich hoffte, dass ich es richtig verstanden hatte. Niemals ewiges Leben! Jetzt war ich mir ihrer Aufmerksamkeit sicher. Nathan und ewiges Leben, die beiden Dinge, die ihr am wichtigsten waren. Immer noch wütend, bis sie sich auf die Unterlippe, aber ihre Tirade hatte aufgehört. Zahlen! Tür! Wiederholte ich. Ich drückte den Pflock fester in ihr Fleisch und sie schrie vor Schmerz auf. Endlich fing sie an zu reden und rattete eine Abfolge von Ziffern herunter. Immerhin gehörten die russischen Zahlen zu den Sachen, die ich mir fest eingeprägt hatte. Sie waren von entscheidender Bedeutung für Adressen und Telefonnummern. Inna sagte sieben Zahlen auf. Nochmal! verlangte ich. Ich ließ es sie dreimal wiederholen und hoffte, dass ich sie richtig verstanden hatte. Aber da war noch mehr. Ich war mir ziemlich sicher, dass die äußere Tür einen anderen Code hatte. Zahlen! Tür zwei! Ich kam mir vor wie ein Höhlenmensch. Inna starrte mich an. Offenbar kapierte sie nicht. Tür zwei! Dann begriff sie es doch und sah richtig wütend aus. Vermutlich hatte sie gehofft, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass die andere Tür ihren eigenen Code haben könnte. Nachdem ich den Pflok abermals fest an ihren Hals gebohrt hatte, schrie sie sieben weitere Zahlen heraus. Abermals ließ ich sie die Zahlen wiederholen, wobei mir klar wurde, dass ich nicht wissen konnte, ob sie mir die Wahrheit sagte, zumindest nicht, bevor ich die Zahlen ausprobierte. Aus diesem Grund beschloss ich sie bei mir zu behalten. Was ich als nächstes tat, bescherte mir Gewissensbisse, doch wir lebten in verzweifelten und gefährlichen Zeiten. Bei der Wächterausbildung hatte man mich gelehrt, sowohl zu töten als auch kampfunfähig zu machen. Diesmal entschied ich mich für Letzteres und ließ ihren Kopf auf den Boden krachen. Sie verlor das Bewusstsein und ihre Züge erschlafften, die Augen fielen zu. Verdammt! So tief war ich gesunken, dass ich jetzt schon menschliche Teenager vermöbelte. Schließlich stand ich auf, ging zur Tür und tippte in der Hoffnung, dass ich sie richtig verstanden hatte, die erste Zahlenreihe ein. Zu meinem grenzenlosen Erstaunen war das sogar der Fall. Das elektronische Schloss klickte, aber bevor ich die Tür aufziehen konnte, hörte ich gerade noch rechtzeitig ein weiteres Klicken. Jemand hatte die äußere Tür geöffnet. Scheiße, murmelte ich. Ich wich sofort von der Tür zurück, hob die bewusstlose Inna hoch und eilte ins Badezimmer. Dort legte ich sie so sanft wie möglich in die Wanne und hatte gerade die Badezimmertür geschlossen, als ich hörte, wie die Haupttür geöffnet wurde. Ich spürte die verräterische Übelkeit, die ankündigte, dass einst Trigoi in der Nähe war. Ich wusste, dass Trigoi Menschen riechen konnten und ich hoffte, dass Inas Geruch, da ich sie weggesperrt hatte, hinreichend gedämpft wurde. Ich trat aus dem Flur ins Wohnzimmer, wo Dimitri stand. Ich grinste ihn an und lief in seine Arme. Du bist wieder da, rief ich glücklich. Er hielt mich kurz fest, dann trat er einen Schritt zurück. Ja. Meine Begrüßung schien ihn sogar ein wenig zu freuen, aber schon bald war seine Miene wieder durch und durch geschäftsmäßig. Hast du eine Entscheidung getroffen? Keinen. Hallo, keinen. Wie geht es dir? Mutlosigkeit machte sich breit. Dies war nicht Dimitri. Ich habe noch mehr Fragen. Ich ging zum Bett und legte mich lässig darauf, so wie wir es immer getan hatten. Er folgte mir einige Sekunden später, setzte sich auf die Bettkante und blickte auf mich herab. Wie lange wird es dauern? fragte ich. Wenn du mich erweckst, geschieht die Verwandlung sofort? Einmal mehr begann ich mit meinem Verhör. Ehrlich gesagt gingen mir langsam die Fragen aus und an diesem Punkt wollte ich im Grunde auch gar nichts über die Feinheiten hören, wie man zum Strigoi wurde. Mit jedem Augenblick der Verstrich wuchs meine Aufregung ins Unermessliche. Ich musste handeln. Ich musste meine unter Umständen kurzlebige Chance nutzen. Und doch, bevor ich handeln konnte, musste ich mich davon überzeugen, dass er wirklich nicht Dimitri war. Das war dumm. Ich hätte mir inzwischen sicher sein sollen. Ich konnte die körperlichen Veränderungen doch sehen. Ich hatte auch seine Kälte erlebt, seine Brutalität. Sogar direkt nach einem Mord hatte ich ihn gesehen. Dies war nicht der Mann, den ich geliebt hatte. Und doch, während dieses einen flüchtigen Augenblicks vorhin, mit einem Seufzen streckte Dimitri sich neben mir aus. Ros, unterbrach er mich. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du schindest Zeit. Ja, sogar als Strigoi wusste Dimitri, wie ich dachte und plante. Mir wurde klar, dass ich aufhören musste, mich dumm zu stellen, wenn ich überzeugend sein wollte. Ich würde mich wieder daran erinnern müssen, Rose Hathaway zu sein. Ich setzte einen Ausdruck der Empörung auf. Natürlich tue ich das. Das ist schließlich eine große Sache. Ich bin hierher gekommen, um dich zu töten, und jetzt bietest du mir an, mich dir anzuschließen. Glaubst du etwa, das fällt mir leicht? Glaubst du denn, es ist mir leicht gefallen, so lange zu warten? versetzte er. Die Einzigen, die eine Wahl bekommen, sind Moroi, die freiwillig töten, wie die Oserras. Niemand sonst bekommt eine Wahl. Ich habe auch keine Wahl gehabt. Und bitte hörst du das nicht? Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt, da ich bin, der zu sein mir bestimmt war. Er runzelte die Stirn. Lediglich mein Stolz ist verletzt, weil Nathan mich gewaltsam erweckt hat und sich jetzt so benehmt, als stünde ich in seiner Schuld. Was auch der Grund dafür ist, warum ich so freundlich bin, dir jetzt die Wahl zu lassen, nämlich um deine stolzes Willen. Freundlich, hm? Ich sah ihn an, und es zerriss mir wieder das Herz. Es war fast, als erhielte ich abermals die Nachricht von seinem Tod. Auf einmal hatte ich Angst, dass ich vielleicht weinen würde. Nein, keine Tränen. Dimitri sprach immer von Jägern und Gejagten. Ich musste der Jäger sein. Du schwitzt, sagte er plötzlich. Warum? Verdammt, verdammt, verdammt. Natürlich schwitzte ich. Immerhin dachte ich darüber nach, den Mann zu befählen, den ich liebte oder den ich zu lieben geglaubt hatte. Und zusätzlich zu dem Schweiß, davon war ich überzeugt, verströmte ich vor Aufregung bestimmt haufenweise Pheromone. Auch das konnten Strigoi riechen. Weil ich Angst habe, flüsterte ich. Ich stemmte mich hoch, streichelte ihm übers Gesicht und versuchte mir, seine Züge genau einzuprägen. Die Augen, das Haar, die Form seiner Wangenknochen. In meiner Vorstellung überlagerte ich sie mit den Dingen, die ich in Erinnerung hatte. Dunkle Augen, gebräunte Haut, ein süßes Lächeln. Ich, ich denke, ich bin so weit, aber es ist, ich weiß nicht, es ist so eine große Sache. Es wird die beste Entscheidung deines Lebens sein, Rosa. Meine Atmung beschleunigte sich und ich betete, er möge denken, das liege an meiner Angst vor der Verwandlung. Erzähl es mir noch einmal, ein letztes Mal noch. Warum willst du mich unbedingt erwecken? Ein leicht überdrüssiger Ausdruck legte sich auf seine Züge. Weil ich dich will. Ich habe dich immer gewollt. Das war der Moment, in dem ich es wusste. Endlich begriff ich das Problem. Er hatte mir wieder und wieder dieselbe Antwort gegeben und jedes Mal hatte mich irgendetwas daran gestört. Ich war jedoch nie in der Lage gewesen, es in Worte zu fassen. Jetzt konnte ich es. Er wollte mich. Er wollte mich besitzen, so wie Leute Reichtümer oder Sammelobjekte wollten. Der Dimitri, den ich gekannt hatte, der, in den ich mich verliebt und mit dem ich geschlafen hatte. Dieser Dimitri hätte gesagt, er wolle mit mir zusammen sein, weil er mich liebte. Hier jedoch gab es keine Liebe. Ich lächelte ihn an. Dann beugte ich mich vor und küsste ihn sanft. Er dachte wahrscheinlich, ich täte es aus den Gründen, aus denen ich es immer getan hatte, weil ich mich zu ihm hingezogen fühlte und ihn begehrte. In Wahrheit war es jedoch ein Abschiedskuss. Er erwiderte meinen Kuss mit warmen, begierigen Lippen. Ich zog diesen letzten Kuss noch ein wenig in die Länge, sowohl um gegen die Tränen anzukämpfen, die mir bereits in den Augen standen, als auch um ihn einzulullen, damit er keinen Verdacht schöpfte. Meine Hand schloss sich fest um das Stuhlbein, das ich in der Tasche meines Kapuzenshirts versteckt hatte. Ich würde Dimitri niemals vergessen, mein ganzes Leben lang nicht, und dieses Mal würde ich auch seine Lektion nicht vergessen. Mit einer Schnelligkeit, auf die er nicht gefasst gewesen war, holte ich aus und rammte ihm den Flock durch die Brust. Ich legte meine ganze Kraft in den Angriff und stieß den Flock an den Rippen vorbei, direkt in sein Herz, und durchbohrte damit zugleich mein eigenes Herz. Vor Schreck riss er die Augen auf und seine Lippen öffneten sich. Obgleich ich wusste, dass dies kein silberner Pflock war, hätte es ebenso gut einer sein können. Und um sein Herz zu durchbohren, musste ich genauso entschieden vorgehen, wie ich es bei einem tödlichen Stoß getan hätte. Ich musste den Tod meines Dimitris endlich akzeptieren. Dieser hier war ein Strigoi. Mit ihm gab es keine Zukunft. Ich würde mich ihm nicht anschließen. Das änderte jedoch nichts daran, dass ein Teil von mir aufhören und sich neben ihn legen wollte oder zumindest abwarten, was als nächstes geschah. Nach der anfänglichen Überraschung waren seine Züge nun erstarrt und er hatte aufgehört zu atmen, sodass die Illusion entstand, er sei tot. Doch mehr war es nicht, nur eine Illusion. Das kannte ich noch von früher. Wahrscheinlich hatte ich höchstens fünf Minuten, bis alles wieder verheilt war und er die Verletzung abschüttelte wie nichts. Ich hatte also keine Zeit, dem nachzutrauern, was war und was hätte sein können. Ich musste jetzt handeln, ohne zu zögern. Ich tastete ihn ab und durchsuchte seine Taschen nach allem, was mir von Nutzen sein konnte. Schließlich fand ich einen Schlüsselring und etwas Bargeld. Die Schlüssel steckte ich ein, das Bargeld wollte ich zuerst zurücklassen, doch dann wurde mir klar, dass ich es vielleicht brauchen konnte, sollte mir wieder erwarten, die Flucht gelingen. Mein eigenes Geld hatte man mir bei meiner Ankunft abgenommen. Außerdem schnappte ich mir noch ein paar Schmuckstücke vom Tisch. Es war nicht allzu schwierig, in den größeren russischen Städten Käufer für dergleichen Dinge zu finden, falls ich es überhaupt in einer dieser Städte schaffen würde. Ich stand vom Bett auf und warf einen letzten gequälten Blick auf Dimitri. Einige Tränen, die ich zuvor vor ihm verborgen hatte, liefen mir jetzt übers Gesicht. Das war alles, was ich mir zubilligen konnte. Sollte es für mich noch ein Später geben, würde ich dann trauern. Bevor ich aufbrach, fiel mein Blick auf den Pflock. Ich wollte ihn mitnehmen, er war meine einzige Waffe. Doch wenn ich ihn herauszog, würde Dimitri binnen einer Minute aufwachen. Ich brauchte die zusätzliche Zeit. Mit einem Seufzer kehrte ich ihm den Rücken und hoffte, anderswo eine Waffe zu finden. Ich lief zur Tür der Suite und tippte abermals den Code ein. Das elektronische Schloss öffnete sich und ich trat in den Flur. Bevor ich zur nächsten Tür ging, untersuchte ich noch jene, durch die ich gerade gekommen war und entdeckte einen weiteren Ziffernblock. Wer in die Suite hinein wollte, musste also ebenfalls einen Code eingeben. Ich wich ein Stück zurück und trat dann mit aller Kraft gegen das Tastenfeld. Das wiederholte ich noch zweimal, bis das winzige rote Licht an dem Apparat erlosch. Ich wusste zwar nicht, ob sich das auch auf das Schloss im Innern der Suite auswirken würde, aber in Film und Fernsehen schien es immer zu funktionieren, wenn jemand elektronische Türschlösser demolierte. Ich wandte meiner Aufmerksamkeit dem nächsten Schloss zu und versuchte, mich an die Zahlen zu erinnern, die Inna mir genannt hatte. Sie waren nicht so tief in mein Gedächtnis eingebrannt wie die erste Zahlenreihe. Ich tippte sieben Ziffern ein. Das kleine Licht blieb rot. Verdammt! Es war durchaus möglich, dass Inna mich bei diesem Code angelogen hatte, aber irgendwie hatte ich den Verdacht, dass meine Erinnerung das Problem war. Ich versuchte es noch einmal, wohl wissend, dass die Uhr tickte und mir nicht mehr viel Zeit blieb, bis Dimitri die Verfolgung aufnehmen würde. Das rote Licht blinkte abermals auf. Was waren das bloß für Zahlen gewesen? Ich versuchte, sie zu visualisieren und gelangte zu dem Schluss, dass ich mir in Bezug auf die beiden letzten Zahlen nicht ganz sicher war. Als ich den Code das nächste Mal eintippte, gab ich sie in umgekehrter Reihenfolge ein. Das Licht blinkte grün und die Tür öffnete sich. Natürlich gab es draußen ein Sicherheitssystem ganz anderer Art, einen Strigoi und nicht irgendeinen Strigoi, sondern Marlin, den ich in der Gasse gefoltert hatte, der mich hasste, weil ich ihn vor Galina gedemütigt hatte. Offensichtlich war er zum Wachdienst eingeteilt worden und er schien sich auf eine langweilige Nacht eingestellt zu haben. Mein Auftauchen war ein regelrechter Schock für ihn. Seine Verwirrung verschaffte mir ungefähr eine Millisekunde Zeit. Mein erster Gedanke war, ihn einfach mit so viel brutaler Gewalt, wie ich aufbringen konnte, zu rammen. Ich wusste, dass er das Gleiche mit mir machen würde. Faktisch war es exakt das, was er tun würde. Ich blieb also, wo ich war und stellte mich so hin, dass ich die Tür offen halten konnte. Er kam auf mich zu, um meine Flucht zu vereiteln, und ich trat zurück und zog die Tür noch weiter auf. Allerdings war ich weder geschickt genug, noch war er unfähig genug, um mir nichts, dir nichts in die Falle zu laufen. Er blieb einfach im Türrahmen stehen und versuchte, mich zu packen. Somit stand ich vor der schwierigen Aufgabe, ihn einerseits abzuwehren und gleichzeitig in den kurzen Zwischenflur zerren zu müssen. Ich trat noch einen Schritt zurück und hoffte, dass er mir folgen würde. Und die ganze Zeit über musste ich dafür sorgen, dass die Tür offen blieb. Das war zwar alles ziemlich kompliziert, aber mir würde keine Zeit bleiben, den Chor ein zweites Mal einzugeben. Wir kämpften also auf begrenztem Raum. Was allerdings zu meinen Gunsten sprach, war der Umstand, dass es sich bei Marlen um einen jungen Strigoi zu handeln schien, was durchaus einen Sinn ergab. Denn Galina wollte garantiert nur Handlanger um sich haben, die sie problemlos kontrollieren konnte. Sicherlich machten die Stärke und Schnelligkeit eines Strigoi seinen Mangel an Erfahrung wett. Doch die Tatsache, dass Marlen früher einmal ein Moroi gewesen war, bedeutete außerdem, dass er wahrscheinlich nur sehr wenig Kampftraining gehabt hatte. Auch das war ein Bonus für mich. Dimitri war ein so knallharter Strigoi, weil er vor seiner Verwandlung zum Kämpfer ausgebildet worden war. Für diesen Burschen galt das jedoch nicht. Also landete Marlen nur zwei richtige Treffer. Der eine kam meinem Auge gefährlich nahe und der andere traf mich im Magen, sodass mir für eine halbe Sekunde die Luft wegblieb. Aber meistens konnte ich ihm ziemlich gut ausweichen. Das schien ihn richtig zur Weißglut zu treiben. Von einem Mädchen verprügelt zu werden, brachte einem Strigoi sicher nicht sonderlich viele Coolness-Punkte ein. Schließlich gelang es mir sogar, eine Richtung anzutäuschen, um ihn dann von der anderen Seite überraschend einen ordentlichen Tritt zu verpassen, was leichter war, als ich es in diesem verdammten Kleid erwartet hätte, der ihn einige Schritte rückwärts taumeln ließ. Dabei brachte ich es nur mit knapper Not fertig, meine Hand in der Tür zu behalten, doch mehr war auch nicht nötig. Sein Stolpern gab mir ein paar Sekunden, um durch den Spalt in den Hauptflur zu schlüpfen. Als ich die Tür hinter mir schließen wollte, war er dummerweise bereits dabei, sich hindurch zu quetschen. Mit beiden Händen zog ich an der Tür und versuchte gleichzeitig, ihn mit Fußtritten zurück in den Zwischenflut zu befördern. Auf diese Weise kämpften wir eine Weile, und mit meinem letzten bisschen Glück gelang es mir, die Tür so weit zu schließen, das nur noch sein Arm herausragte. Mit einer einzigen, kraftvollen Bewegung riss ich an der Tür. Sie krachte gegen Marlins Handgelenk. Ich erwartete schon halb, dass seine Hand einfach in den Flur fallen würde, doch er hatte sie mit einem Ruck zurückgezogen. Selbst Strigoi besaßen gewisse Instinkte, um Schmerzen zu vermeiden. Keuchend, meine körperlichen Kräfte waren noch nicht wieder ganz hergestellt, wich ich zurück. Wenn er den Code kannte, war alles umsonst gewesen. Einen Moment später wackelte der Griff, doch die Tür öffnete sich nicht. Ich hörte einen Zorneschrei und dann das Trommeln seiner Fäuste gegen die Tür. Punkt eins für mich. Nein, Punkt eins für mein Glück. Wenn er den Code gekannt hätte, wäre ich... Bam, bam! Marlin hörte einfach nicht auf, gegen die Tür zu hämmern, und inzwischen konnte ich sogar eine winzige Beule in der metallischen Oberfläche erkennen. Oh Mist, sagte ich. Ich blieb jedoch nicht lange genug, um herauszufinden, wie viele Treffer nötig waren, um die Tür einzutreten. Außerdem wurde mir noch etwas klar. Selbst wenn ich das erste Schloss funktionsunfähig gemacht hatte, würde Dimitri zweifellos in der Lage sein, auch die andere Tür zu durchbrechen. Dimitri! Nein, an ihn durfte ich jetzt auf keinen Fall denken. Als ich den Flur entlang auf die Treppe zulief, über die Dimitri und ich vor kurzem gegangen waren, tauchte in meinem Kopf plötzlich und unverhofft eine Erinnerung auf. Bei Dimitris letzter Auseinandersetzung mit Nathan hatte er ihm damit gedroht, meinen Pflock aus einem Tresorraum zu holen. Von was für einem Tresorraum hatte er gesprochen? Befand er sich hier im Gebäude? Sollte dem so sein, hatte ich jedenfalls keine Zeit, danach zu suchen. Wenn man die Wahl hatte, entweder ein dreistöckiges Haus voller Vampire zu durchsuchen oder ins Freie zu laufen, bevor sie einen entdeckten, nun, dann lag die Entscheidung ja wohl auf der Hand. Während ich noch daran dachte, stieß ich oben an der Treppe mit einem Menschen zusammen. Er war älter als einer und trug einen Stapel Wäsche, den er bei unserem Zusammenprall fallen ließ. Fast ohne zu zögern, packte ich den Mann und stieß ihn gegen die Wand. Ich hatte keine Waffe, mit der ich ihn hätte bedrohen können, und ich fragte mich, wie ich ihm meinen Willen aufzwingen sollte. Doch sobald ich ihn fest im Griff hatte, riss er defensiv die Hände hoch und begann sofort auf Russisch zu wimmern. Von dieser Seite hatte ich jedenfalls keine Angriffe zu erwarten. Jetzt stand ich natürlich vor dem Problem, ihm zu vermitteln, was ich wollte. Marlen hämmerte immer noch gegen die Tür, und Dimitri würde demnächst auch wieder auf den Beinen sein. Ich funkelte den Mann an und hoffte, beängstigend genug zu wirken. Seinem Gesichtsausdruck nachzuurteilen, war mir das gelungen. Also versuchte ich, mich mit ihm wie mit einem Höhlenmenschen zu verständigen, was ja auch schon bei Inner funktioniert hatte. Nur, dass die Botschaft diesmal ein wenig schwieriger war. Stock, sagte ich auf Russisch. Ich hatte keinen Schimmer, was das russische Wort für Pflock war. Ich deutete jedoch auf den Silberring an meinem Finger und machte eine pfählende Handbewegung. Stock, wo? Er starrte mich in maßloser Verwirrung an, dann fragte er in perfektem Englisch, warum reden sie so? Ach du Schreck, rief ich aus. Wo ist der Tresorraum? Tresorraum? Ein Ort, an dem Waffen aufbewahrt werden. Er starrte mich nur mit großen Augen an. Ich suche nach einem silbernen Pflock. Oh, sagte er, das. Ängstlich blickte er in die Richtung, aus der das Gehämmer kam. Ich drückte ihn härter gegen die Wand. Mein Herz raste, als wollte es gleich explodieren, aber ich versuchte mir nichts anmerken zu lassen. Dieser Bursche sollte mich für unbesiegbar halten. Ignorieren Sie ihn, bringen Sie mich zu dem Tresorraum, sofort! Mit einem verängstigten Aufheulen nickte er eifrig und deutete auf die Treppe. Wir gingen in den ersten Stock hinunter und kamen gleich um eine Ecke. Die Flore hier, allesamt prunkvoll mit viel Gold und Kronleuchtern ausstaffiert, waren so verschlungen und verwinkelt wie das Heckenlabyrinth, das Dimitri mir gezeigt hatte, und ich fragte mich, ob ich jemals in der Lage sein würde, das Haus überhaupt zu verlassen. Dieser Umweg war zwar ein Risiko, aber ich war mir nicht sicher, ob ich nach draußen gelangen konnte, ohne verfolgt zu werden. Und wenn ich verfolgt wurde, würde es zu einem Kampf kommen. Ich musste mich also verteidigen können. Der Mensch führte mich durch einen weiteren Flur und dann durch noch einen. Endlich erreichten wir eine Tür, die aussah wie alle anderen. Der Mann blieb stehen und musterte mich erwartungsvoll. Öffnen Sie sie, sagte ich. Er schüttelte den Kopf. Ich habe keinen Schlüssel. Nun, ich habe bestimmt keinen... Moment mal. Ich griff in meine Tasche und zog die Schlüssel heraus, die ich Dimitri abgenommen hatte. An dem Ring befanden sich fünf Schlüssel. Ich versuchte einen nach dem anderen und beim dritten Versuch hatte ich Glück. Die Tür öffnete sich. Inzwischen warf mein Gefangener hastige Blicke hinter sich und schien drauf und dran die Flucht zu ergreifen. Denken Sie nicht einmal daran, warnte ich ihn. Er wurde bleich und blieb, wo er war. Der Raum vor uns war nicht sehr groß und obwohl er durch den dicken weißen Teppich und die in Silber gerahmten Gemälde elegant wirkte, war der Raum... Nun, im Wesentlichen sah er aus wie eine Rumpelkammer. Kartons und andere seltsame Sachen, insbesondere eine Menge persönlicher Gegenstände wie Armbanduhren und Ringe, lagen ungeordnet herum. Was ist das? Magie, sagte er, offensichtlich immer noch vor Angst wie von Sinn. Magische Dinge, die hier aufbewahrt werden, damit sie verblassen oder vernichtet werden können. Magie? Aha. Diese Gegenstände waren also mit Moroi-Magie belegt worden. Solche Zauber hatten immer irgendeine Wirkung aufs Trigoi, normalerweise eine unangenehme, wobei Pflöcke am schlimmsten waren, da für sie alle vier Grundelemente benutzt wurden. Es war durchaus nachvollziehbar, dass Trigoi den Wunsch verspürten, diese schädlichen Objekte zu isolieren und sich ihrer zu entledigen. Mein Pflok! Ich stürzte los und hob ihn auf. Allerdings ließ ich ihn um ein Haar gleich wieder fallen, weil meine Hände so verschwitzt waren. Der Pflok hatte auf einem Karton zusammen mit einem Stück Stoff und einigen sonderbaren Steinen gelegen. Doch als ich ihn aus der Nähe betrachtete, stellte ich fest, dass es gar nicht mein Pflok war. Nicht, dass es einen Unterschied gemacht hätte, was das Töten von Strigoi betraf. Dieser Pflok war fast identisch mit meinem, bis auf ein kleines, geometrisches Muster, das sich um den Griff schlängelte. So etwas taten Wächter von Zeit zu Zeit, wenn ihr Pflok ihnen besonders am Herzen lag. Sie ließen Muster oder Initialen hineinritzen. Als ich diesen Pflok in der Hand hielt, empfand ich für einen Moment ein Gefühl von tiefer Traurigkeit. Er hatte jemandem gehört, der ihn voller Stolz benutzt hatte, jemandem, der jetzt höchst wahrscheinlich tot war. Gott allein wusste, wie viele Dutzende von Pflöcken hier außerdem lagerten, die anderen unglückseligen Gefangenen abgenommen worden waren, aber ich hatte weder die Zeit danach zu suchen, noch konnte ich um ihre verstorbenen Besitzer trauern. Okay, jetzt will ich, dass sie mich noch woanders hinbringen. Ich zögerte. Selbst mit einem Pflok würde es für mich erheblich gesünder sein, wenn ich keinem Strigoi mehr begegnete. Ich musste davon ausgehen, dass am Haupteingang noch immer ein Wachposten stand. Bringen Sie mich in einen Raum in diesem Stockwerk mit einem Fenster, das sich öffnen lässt, und es muss ein Raum sein, der weit von der Treppe entfernt ist. Der Mann dachte kurz nach, dann nickte er schnell. Hier entlang. Ich folgte ihm durch ein weiteres Labyrinth von Fluren. Wie heißen Sie? Oleg. Wissen Sie, sagte ich, ich verschwinde von hier. Wenn Sie wollen, wenn Sie wollen, könnte ich Sie mitnehmen. Die Begleitung eines anderen, insbesondere eines Menschen, würde mich definitiv behindern. Doch mein Gewissen erlaubte mir einfach nicht, jemanden an diesem Ort zurückzulassen. Er warf mir einen ungläubigen Blick zu. Warum sollte ich das wollen? Sidney hatte absolut recht gehabt mit ihrer Behauptung, für die Unsterblichkeit seien die Menschen durchaus bereit, große Opfer zu bringen. Oleg und Inna waren der lebende Beweis dafür. Wir bogen um eine Ecke und standen plötzlich vor einer kunstvoll verzierten Glasdoppeltür. Durch das satinierte Glas konnte ich mit Büchern gefüllte Regale erkennen, die bis hoch zur Decke reichten. Eine Bibliothek, eine riesige, deren Ende von hier aus nicht zu sehen war. Besser noch, mir gegenüber lag ein großes Erkerfenster, das von schweren, blutroten Satinvorhängen umrahmt wurde. Perfekt, sagte ich und drückte die Türen auf. Das war der Moment, in dem ich die Übelkeit traf. Wir waren nicht allein im Raum. Galina sprang von einem Sessel in der Nähe des Kamins an der gegenüberliegenden Seite auf. Ein Buch fiel ihr vom Schoß. Ich hatte allerdings keine Zeit, über die Eigentümlichkeit nachzusinnen, dass ein Strigoi es sich mit einem Buch am Kamin gemütlich machte, weil sie direkt auf mich zukam. Ich glaubte schon, dass Oleg mich hereingelegt hatte, doch er duckte sich in eine Ecke und sein Gesicht spiegelte das gleiche Entsetzen wieder, das ich selbst empfand. Trotz der gewaltigen Größe der Bibliothek erreichte Galina mich innerhalb von Sekunden. Ihrer ersten Attacke wich ich aus, oder versuchte es zumindest. Sie war verdammt schnell. Abgesehen von Dimitri gehörten die anderen Strigoi in diesem Haus offensichtlich zum B-Team und ich hatte fast vergessen, wie knallhart ein wahrhaft fähiger Strigoi war. Sie packte mich am Arm und riss mich an sich. Ihr Mund war bereits geöffnet und die Reißzähne zielten direkt auf meinen Hals. Ziemlich unbeholfen versuchte ich, ihr mit dem Flock in der Hand zumindest einen Kratzer beizubringen, doch sie hielt mich einfach zu fest und klammert. Schließlich gelang es mir dennoch, mich ein wenig zu ducken und meine Kehle aus ihrer Reichweite zu bringen, doch das gab ihr wiederum nur die Gelegenheit, mich an den Haaren zu packen. Sie zerrte mich hoch und ich schrie vor Schmerz. Wie sie es schaffte, mich an den Haaren festzuhalten, ohne mich dabei zu skalpieren, war bemerkenswert. Ohne meine Haare loszulassen, stieß sie mich gegen eine Wand. Als ich nach meiner Ankunft das erste Mal mit Dimitri gekämpft hatte, war er grob gewesen, aber er hatte mich nicht töten wollen. Galina hingegen wollte es. Sie hatte Dimitris Wort vertraut, dass ich ein Gewinn für ihre Gruppe sein würde, doch jetzt stand für sie zweifelsfrei fest, dass ich stattdessen nur ein Ärgernis darstellte. Die Schonzeit war vorbei und sie war fest entschlossen, mich zu töten. Wenigstens blieb mir der Trost, dass sie mich wahrscheinlich nicht in einen Strigal verwandeln würde. Ich war nur ein Imbiss. Plötzlich lenkte ein lauter Ausruf meiner Aufmerksamkeit in Richtung Tür. Dimitri stand da, Zornes Röte im Gesicht. Alle Illusionen, die ich mir gemacht haben mochte, dass er noch der alte Dimitri von früher war, lösten sich schlagartig in Luft auf. Sein Zorn strömte förmlich aus ihm heraus, seine Augen waren schmal und er fletschte die Reißzähne. Die bleiche Haut und die roten Augen bildeten einen scharfen Kontrast. Er war wie ein Dämon, der direkt aus der Hölle geschickt worden war, um mich zu vernichten. Er marschierte auf uns zu und mein erster Gedanke war, nun, zumindest wird das dem Ganzen ein viel schnelleres Ende bereiten. Nur, dass nicht ich diejenige war, die er angriff, sondern Galina. Ich bin mir nicht sicher, wer von uns überraschter war, aber im nächsten Moment hatten sie mich total vergessen. Die Strigoi stürmten aufeinander los und ich erstarrte, gefangen von der schrecklichen Schönheit ihres Kampfes. Ihre Bewegungen hatten beinahe etwas Anmutiges. Die Art, wie sie zuschlugen und einander geschickt auswichen. Ich beobachtete die beiden noch einen Moment fasziniert und verpasste mir dann im Geist eine Ohrfeige, um endlich wieder aktiv zu werden. Dies war meine Chance, von hier wegzukommen. Ich durfte mich nicht länger ablenken lassen. Ich wandte mich dem Erkerfenster zu und suchte hektisch nach einer Möglichkeit, es zu öffnen. Es gab keine. Verdammte Scheiße! Vielleicht hatte Oleg mich doch eingelegt. Oder es gab einen Mechanismus, den ich nur nicht erkannte. Nichtsdestotrotz war ich ziemlich sicher, dass es bestimmt irgendeine Methode gab, dieses Fenster zu öffnen. Ich lief auf die Seite des Raumes, wo Galina gesessen hatte, und packte einen verschnörkelten Holzstuhl. Es war offensichtlich, dass dieses Fenster nicht aus demselben ultraharten Material bestand, wie das in meinem Zimmer. Dieses Glas glich dem der Doppeltür zur Bibliothek. Es war eher zart und mit fantasievollen Mustern graviert, wenn auch dunkel eingefärbt. Es konnte nicht mit allzu viel Kraftaufwand verbunden sein, die Scheibe einzuschlagen. Nach all den vergeblichen Versuchen in meinem Zimmer erfüllte es mich mit einer gewissen selbstgefälligen Befriedigung, den Stuhl mit voller Wucht gegen das Fenster krachen zu lassen. Durch den Aufprall war ein großes Loch entstanden und Glassplitter flogen in alle Richtungen. Einige Scherben trafen mich auch im Gesicht, aber darüber konnte ich mir später noch Gedanken machen. Hinter mir tobte die Schlacht. Die beiden Strigoi kämpften ächzend und unter gedämpften Ausrufen unerbittlich weiter, und gelegentlich hörte ich, wie ein Möbelstück zerbrach. Ich hätte mich so gern umgedreht und nachgesehen, was da genau vor sich ging, aber das konnte ich nicht. Stattdessen schnappte ich mir abermals den Stuhl und zerschmetterte den Rest des Fensters. Jetzt war das riesige Loch wie geschaffen für mich, um hindurchzuklettern. Ros! Dimitris Stimme löste eine instinktive Reaktion in mir aus. Ich drehte mich um und sah, dass er immer noch mit Galina rang. Sie waren beide erschöpft, doch ihre Überlegenheit war unverkennbar. Trotzdem versuchte er, sie so festzuhalten, dass sie mir die Brust zukehrte. Unsere Blicke trafen sich. Damals, als er noch ein Dampier gewesen war, hatten wir kaum Worte gebraucht, um einander zu verstehen. Das war jetzt auch der Fall. Ich wusste, was er von mir wollte. Er wollte, dass ich sie pfälte. Ich wusste auch, dass ich es nicht tun sollte. Ich sollte sofort aus diesem Fenster springen. Ich musste sie weiterkämpfen lassen, obwohl es offensichtlich schien, dass Galina den Sieg davon tragen würde. Und doch, trotz meiner Befürchtungen, zog mich irgendeine Kraft mit erhobenem Flock quer durch den Raum. Womöglich lag das daran, dass ich mich wohl immer irgendwie zu Dimitri hingezogen fühlen würde, ganz gleich zu welchem Ungeheuer er geworden war. Vielleicht war es aber auch ein unbewusstes Pflichtgefühl, da mir klar war, dass er mir gerade das Leben gerettet hatte. Oder vielleicht lag es einfach an dem Wissen, dass heute Nacht mindestens einst Regoy sterben würde, und sie war der Gefährlichere von beiden. Aber es war nicht leicht, sie zu fassen zu bekommen. Sie war schnell und stark, und er hatte alle Hände voll mit ihr zu tun. Sie wandte sich in seinen Armen und versuchte immer wieder von Neuem anzugreifen. Sie musste ihn lediglich kampfunfähig machen, genau wie ich es getan hatte, und dann brauchte sie ihn nur noch zu enthaupten oder zu verbrennen, um ihm den Rest zu geben. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass sie beides ohne weiteres veranlassen konnte. Es gelang ihm, sie leicht zu drehen, sodass ich einen freien Blick auf ihre Brust hatte. Ich rückte vor, aber dann prallte Dimitri gegen mich. Ich war für einen Moment verwirrt und fragte mich, warum er mich attackierte, nachdem er mich doch gerade erst gerettet hatte, bis mir klar wurde, dass er gestoßen worden war. Von Nathan! Nathan hatte, zusammen mit Marlin, die Bibliothek betreten. Ihr Erscheinen lenkte Dimitri ab, mich aber nicht. Galinas Brust war immer noch ungeschützt, und ich rammte ihr meinen Pflock ins Herz. Er ging nicht so tief hinein, wie ich es gern gehabt hätte, und heftig buckelnd gelang es ihr, mich abzuwehren. Ich verzog das Gesicht und drängte vorwärts, wohl wissend, dass das Silber seine Wirkung auf sie nicht verfehlen konnte. Einen Moment später sah ich dann auch ihre schmerzverzerrte Miene. Sie stockte, und ich nutzte die Gelegenheit, um ihr den Pflock tief ins Herz zu stoßen. Es dauerte einige Sekunden, aber schließlich hörte sie auf, sich zu winden und sackte zu Boden. Falls die anderen Strigoi ihren Tod bemerkt hatten, achteten sie jedenfalls nicht weiter darauf. Nathan und Marlin waren ganz und gar auf Dimitri fixiert. Ein weiterer Strigoi, eine Frau, die ich nicht kannte, schloss sich der Kraftprobe bald an. Ich riss meinen Pflock aus Galina heraus und wich in der Hoffnung, möglichst wenig Aufmerksamkeit zu erregen, langsam in Richtung Fenster zurück. Es tat mir so leid für Dimitri, er war doch in der Minderheit. Möglicherweise konnte ich ihm meine Kraft leihen und ihm helfen. Natürlich schwanden auch meine Kräfte. Der Blutverlust nach Tagen voller Vampirbisse machte mir zu schaffen, und heute Nacht hatte ich bereits gegen zwei Strigoi gekämpft und einen mächtigen Strigoi getötet. Die Welt von Galina zu befreien war meine gute Tat gewesen. Das nächstbeste, was ich tun konnte, bestand darin, zu fliehen und dieses Strigoi Dimitri erledigen zu lassen. Die überlebenden Strigoi würden keinen Anführer mehr haben und daher eine geringere Gefahr darstellen. Dimitri würde von diesem charakterlosen Zustand erlöst sein, und seine Seele würde endlich an einen besseren Ort ziehen können, und ich würde, hoffentlich, weiterleben und der Welt geholfen haben, indem ich noch ein paar Strigoi getötet hatte. Ich stieß gegen die Fensterbank und blickte hinaus. Es war Nacht. Nicht gut. Auch die blanke Außenmauer der Villa war nicht gerade ideal zum Klettern. Es ließ sich machen, aber das kostete Zeit, und Zeit hatte ich keine mehr. Direkt unter dem Fenster stand irgendein dicht belaubter Busch. Ich konnte ihn nicht klar erkennen und hoffte nur, dass es kein Rosenbusch oder etwas ähnlich Spitzes war. Doch ein Sprung aus dem ersten Stock würde mich nicht umbringen. Wahrscheinlich würde es nicht einmal wehtun, jedenfalls nicht sehr. Ich kletterte über den Sims und begegnete kurz Dimitris Blick, während sich die anderen Strigoi ihm näherten. Wieder kamen mir die Worte in den Sinn, zögere nicht. Dimitris so wichtige Lektion. Aber es war nicht seine erste Lektion gewesen. In seiner ersten Lektion ging es darum, was ich tun sollte, wenn ich zahlenmäßig unterlegen war und keine anderen Möglichkeiten mehr hatte. Lauf weg! Zeit für mich, endlich wegzulaufen. Ich sprang aus dem Fenster. Ich vermute, die Flüche, die aus meinem Mund kamen, als ich auf dem Boden landete, wären in jeder Sprache verständlich gewesen. Denn es tat weh. Der Busch war zwar nicht besonders spitz oder dornig, aber so sehr ich meine Fantasie auch anstrengte, weich war er bestimmt auch nicht. Er dämpfte meinen Sturz zwar ein wenig, doch er verhinderte nicht, dass ich mir den Knöchel verrenkte. Scheiße! stieß ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor, während ich mich aufrappelte. Russland brachte mich offenbar dazu, immer wieder zu fluchen. Versuchsweise belastete ich meinen Knöchel und verspürte einen scharfen Schmerz, konnte aber dennoch auf beiden Füßen stehen, also nur eine Verstauchung. Gott sei Dank. Der Knöchel war nicht gebrochen und ich hatte schon Schlimmeres erlebt. Trotzdem würde er meine Flucht verlangsamen. Ich humpelte von dem Busch weg und versuchte, meine Schritte zu beschleunigen und den Schmerz zu ignorieren. Vor mir lag dieses blöde Heckenlabyrinth, das ich neulich Nacht noch so toll gefunden hatte. Der Himmel war bewölkt, aber ich glaubte ohnehin nicht, dass es mir im Mondlicht leichter gefallen wäre, meinen Weg zu finden. Auf keinen Fall würde ich mich durch dieses belaubte Chaos kämpfen. Ich würde einfach die Stelle finden, an der das Labyrinth endete, und dorthin durchgehen. Als ich das Haus umrundete, musste ich bedauerlicherweise eine unschöne Entdeckung machen. Die Hecke war einfach überall. Sie umringte das Gut wie eine Art mittelalterlicher Burggraben, und das Ärgerliche daran war, dass Galina diese Hecke höchstwahrscheinlich noch nicht einmal zu Verteidigungszwecken hatte anpflanzen lassen. Ihre Gründe waren vermutlich dieselben wie bei den Kristallkronleuchten und antiken Gemälden in den Fluren. Sie fand sowas cool. Nun, es ließ sich nicht ändern. Willkürlich wählte ich irgendeine Öffnung in der Hecke und schlängelte mich durch den Irrgarten. Ich hatte weder eine Ahnung, wo ich hin, noch irgendwelche Strategien, wie ich wieder hinauskommen sollte. Überall lauerten Schatten, und ich bemerkte Sackgassen häufig erst dann, wenn ich direkt vor einem Bus stand. Die Hecke war so hoch, dass ich, nachdem ich ein kleines Stück weit in das Labyrinth eingedrungen war, den oberen Teil des Hauses nicht mehr sehen konnte. Wenn ich das Haus als Navigationspunkt gehabt hätte, wäre ich vielleicht in der Lage gewesen, mich einfach in einer geraden oder annähernd geraden Linie davon wegzubewegen. Stattdessen wusste ich nicht einmal, ob ich rückwärts oder im Kreis ging oder sonst irgendwas. Einmal war ich mir allerdings ziemlich sicher, dass ich bereits zum dritten Mal an demselben Jasmin-Spellier vorbeikam. Ich versuchte, mich an die Geschichten zu erinnern, die ich gelesen hatte, in denen Leute aus einem Irrgarten wieder herausfanden. Was hatten sie benutzt? Brotkrümel? Gaun? Ich wusste es nicht, und je mehr Zeit verging und je stärker mein Knöchel schmerzte, desto mutloser wurde ich. Ich hatte es geschafft, in meinem geschwächten Zustand einen Strigoi zu töten, konnte aber einer Handvoll Büsche nicht entkommen. Ziemlich peinlich eigentlich. Rosa! Der Wind trug die Worte zu mir herüber und ich versteifte mich. Nein, das konnte nicht sein. Dimitri, er hatte überlebt. Rosa, ich weiß, dass du da draußen bist, rief er. Ich kann dich riechen! Ich hatte das Gefühl, dass er blöffte. Er war nicht nah genug, als dass mir übel geworden wäre, und wegen des klebrigen Duftes der Blumen bezweifelte ich, dass er mich schon wittern konnte, auch wenn ich stark schwitzte. Er wollte mich nur dazu verleiten, meinen Standort zu verraten. Mit neuer Entschlossenheit nahm ich die nächste Biegung in den Büschen und betete um einen Ausgang. Okay, Gott, dachte ich. Bring mich hier raus und ich werde in Zukunft nicht mehr nur halbherzig in die Kirche gehen. Du hast mich heute Nacht an einem Rodel Strigoi vorbeigebracht. Ich meine, dass ich diesen Strigoi in dem Zwischenflur festgesetzt habe. Hätte eigentlich gar nicht funktionieren dürfen, also bist du offensichtlich mit an Bord. Lass mich hier raus und ich werde, ich weiß nicht, Adrians Geld in Armen spenden, mich taufen lassen, einem Kloster beitreten. Ähm, nein, letzteres lieber doch nicht. Dimitri ließ nicht locker. Ich werde dich nicht töten. Nicht, wenn du freiwillig aufgibst. Ich schulde dir was. Du hast Galina für mich erledigt und jetzt habe ich hier das Sagen. Der Machtwechsel kam ein wenig früher als geplant, aber das ist kein Problem. Momentan sind natürlich nicht mehr allzu viele Leute da, über die ich meine Macht ausüben könnte, jetzt, da Nathan und die anderen tot sind. Doch dieses Manko lässt sich leicht korrigieren. Unglaublich. Allen Widrigkeiten zum Trotz hatte er überlebt. Aber ich wusste es ja auch schon vorher. Lebendig oder untot. Die Liebe meines Lebens war ein knallharter Typ. Auf keinen Fall hätte er diese drei besiegen können. Und doch, nun, ich hatte schon früher erlebt, wie er die verrücktesten Herausforderungen angenommen und bestanden hatte. Und sein Auftauchen hier war eindeutig ein Beweis an herausragenden Fähigkeiten. Der Weg vor mir teilte sich und ich wählte aufs Grade wohl die rechte Abzweigung. Sie führte in die Dunkelheit hinein und ich stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Treffer! Trotz seiner unbekümmerten Kommentare wusste ich, dass auch er durch das Labyrinth lief und immer näher kam. Aber im Gegensatz zu mir kannte er den Irrgarten und insbesondere die Wege, die nach draußen führten. Ich bin auch nicht verärgert, weil du mich angegriffen hast. Ich hätte es an deiner Stelle genauso gemacht. Das ist einfach nur noch ein Grund mehr, warum wir zusammen sein sollten. Meine nächste Abzweigung führte mich in eine Sackgasse voll rankender Mondblumen. Ich behielt meine Schimpftierade für mich und kehrte auf demselben Weg zurück. Du bist jedoch immer noch gefährlich. Wenn ich dich finde, werde ich dich wahrscheinlich töten müssen. Ich will es nicht tun, aber ich glaube langsam, dass wir unmöglich beide in dieser Welt leben können. Komm freiwillig zu mir und ich werde dich erwecken. Wir werden gemeinsam über Galines Imperium herrschen. Ich musste beinahe laut lachen. Selbst wenn ich es gewollt hätte, würde ich ihn in diesem Chaos gar nicht finden können. Wenn ich diese Art und Fähigkeiten besäße, hätte ich... Mir wurde ein wenig schummrig. Oh nein, er kam näher. Wusste er es schon? Ich hatte noch nicht so ganz verstanden, wie sich die Übelkeit zur Entfernung eines Trigolfs verhielt, aber das spielte jetzt doch keine Rolle. Er kam mir zu nah. Punkt. Wie weit musste er an mich herankommen, um mich wirklich riechen zu können? Um meine Schritte auf dem Gras hören zu können. Jede Sekunde brachte ihn dem Triumph näher. Sobald er meine Spur aufnahm, wäre ich erledigt. Mein Herz begann noch heftiger zu rasen, falls das an dieser Stelle überhaupt möglich war, und das Adrenalin in meinen Adern betäugte den Schmerz in meinem Knöchel, obwohl er mich nach wie vor behinderte. Die nächste Sackgasse ließ mich verzweifelt herumwirbeln, und ich versuchte, mich zu beruhigen, wohl wissend, dass Panik mich nachlässig machen würde, und meine Übelkeit nahm die ganze Zeit unaufhaltsam zu. Selbst wenn du hier herauskommen solltest, wohin willst du dann gehen? Wie viel? Wir sind hier am Arsch der Welt. Seine Worte wirkten wie Gift und durchdrangen meine Haut. Wenn ich mich auf sie konzentrierte, würde meine Furcht die Oberhand gewinnen und ich würde aufgeben. Ich würde mich einfach nur irgendwo hinkauern und zusammenrollen und darauf warten, dass er mich fand, und ich hatte keinen Grund zu glauben, dass er mich verschonen würde. Mein Leben konnte innerhalb der nächsten paar Minuten zu Ende sein. Eine Biegung nach links führte zu einer weiteren Wand aus glänzenden grünen Blättern, also ging ich hastig in die andere Richtung und sah Felder und Wiesen. Riesige, weite Grasflächen lagen vor mir, die in der Ferne vereinzelten Baumgruppen wichen. Trotz der verschwindend geringen Chancen hatte ich den Ausgang tatsächlich gefunden. Unglücklicherweise war die Übelkeit jetzt sehr stark. Aus dieser Entfernung wusste er bestimmt schon, wo ich mich aufhielt. Ich schaute mich um und musste erkennen, wie recht er gehabt hatte. Wir befanden uns tatsächlich am Arsch der Welt. Wohin sollte ich gehen? Ich hatte keine Ahnung, wo wir waren. Da. Zu meiner Linken sah ich den schwachen, purpurnen Schimmer am Horizont, der mir schon neulich Nacht aufgefallen war. Beim ersten Mal hatte ich nicht begriffen, worum es sich handelte, aber jetzt wusste ich es. Es waren die Lichter einer Stadt, höchstwahrscheinlich Nowosibirsk, falls das der Ort war, an dem Galinas Bande den größten Teil ihrer Taten beging. Selbst wenn es nicht Nowosibirsk sein sollte, war es zumindest die Zivilisation. Dort wurden Leute sein. Sicherheit. Ich konnte Hilfe finden. Ich rannte so schnell ich konnte und meine Füße trommelten förmlich auf den Boden. Nicht einmal das Adrenalin konnte diese andauernden Erschütterungen dämpfen und bei jedem Schritt durchzuckte der stechende Schmerz mein Bein. Doch der Knöchel hielt. Ich stürzte nicht und ich musste auch nicht richtig rumpeln. Mein Atem ging in harten Stößen und meine Muskeln waren nach allem, was ich durchgemacht hatte, noch immer recht schwach. Selbst mit meinem Ziel vor Augen wusste ich, dass die Stadt noch meilenweit entfernt war. Und die ganze Zeit wuchs die Übelkeit unaufhörlich weiter. Dimitri war nicht mehr weit weg. Er musste das Labyrinth inzwischen ebenfalls verlassen haben, aber ich konnte es nicht riskieren, mich umzudrehen. Ich lief einfach immer weiter auf diesen purpuren Schein am Horizont zu. Gleich würde ich eine Baumgruppe erreichen. Vielleicht, vielleicht würden sie mir etwas Schutz bieten. Du bist eine Nerrin, flüsterte eine innere Stimme. Du kannst dich nirgendwo vor ihm verstecken. Ich erreichte die Bäume und wurde etwas langsamer, lehnte mich kurz an einen kräftigen Stamm und schnappte nach Luft. Endlich wagte ich es, hinter mich zu blicken, aber ich konnte nichts erkennen. Nur das Haus leuchtete in der Ferne, umringt von der Dunkelheit des Heckenlabyrinths. Meine Übelkeit hatte sich nicht verschlimmert, also war es durchaus möglich, dass ich einen kleinen Vorsprung hatte. Der Irrgarten besaß mehrere Ausgänge und Dimitri konnte nicht wissen, an welcher Stelle ich herausgekommen war. Als ich meine Verschnaufpause beendet hatte, lief ich weiter, ohne dabei den weichen Glanz der erleuchteten Stadt aus den Augen zu verlieren. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Dimitri mich fand. Und mein Knöchel würde mir nicht erlauben, noch ewig so weiterzumachen. Die Hoffnung, vor Dimitri davonrennen zu können, kam langsam einem Hirngespinst gleich. Die vom letzten Herbst liegen gebliebenen Blätter raschelten bei jedem Schritt, aber ich konnte mir nicht erlauben, sie zu umgehen. Es stand also zu bezweifeln, dass ich mir noch länger Sorgen darüber machen musste, ob Dimitri meine Witterung aufnehmen konnte. Der Lärm würde mich sicher längst verraten. Rose, ich schwöre, die RS ist noch nicht zu spät. Mist, seine Stimme klang gefährlich nah. Hektisch haute ich mich um. Ich konnte ihn nicht sehen, aber da er noch immer nach mir rief, konnte er mich wahrscheinlich auch nicht sehen. Der purpurne Schimmer war nach wie vor mein Leitstern, doch zwischen mir und der Stadt lagen Bäume und Unkleid. Plötzlich musste ich an jemanden denken. Tasha O'Zara. Sie war Christians Tante, eine sehr beeindruckende Dame und eine der Ersten, die die Moroi lehrten, selbst gegen Strigoi zu kämpfen. Wir können zurückweichen und weiter zurückweichen und ewig zulassen, dass sie uns in die Enge drängen, hatte sie einmal gesagt. Oder wir können hinausgehen und dem Feind an einem Ort und zu einer Zeit begegnen, die wir wählen, nicht sie. Okay, Tasha, dachte ich. Mal sehen, ob dein Rad mich umbringt. Ich sah mich um und entdeckte einen Baum, dessen Äste ich erreichen konnte. Nachdem ich meinen Pflock in die Tasche gesteckt hatte, griff ich nach dem untersten Ast und schwang mich hoch. Mein Knöchel beklagte sich zwar, aber davon abgesehen bot der Baum genügend Äste, um Halt für Hände und Füße zu finden. Ich kletterte weiter, bis ich einen dicken Ast erreichte, von dem ich glaubte, dass er mein Gewicht zu tragen vermochte. Ich setzte mich darauf, hielt mich in der Nähe des Baumstamms und prüfte vorsichtig die Stabilität des Astes. Er hielt. Dann nahm ich den Pflock aus meiner Tasche und wartete. Etwa eine Minute später hörte ich das sanfte Rascheln von Blättern. Dimitri kam näher und er bewegte sich viel leiser, als ich es getan hatte. Dann sah ich seine hohe dunkle Gestalt, ein finsterer Schatten in der Nacht. Er ging sehr langsam und sehr vorsichtig. Seine Augen suchten die Umgebung genau ab und der Rest seiner Sinne war zweifellos ebenso im Einsatz. Rosa, er sprach leise, ich weiß, dass du hier bist. Du hast keine Chance, wegzulaufen, keine Chance, dich zu verstecken. Er hielt den Blick auf den Boden gerichtet. Vermutlich dachte er, ich hätte mich hinter einem Baum versteckt oder irgendwo hingehockt. Nur noch ein paar Schritte. Das war alles, was ich von ihm brauchte. Die Hand, in der ich den Flock hielt, begann zu schwitzen, doch ich konnte sie nicht abwischen. Ich war erstarrt, hielt so still, dass ich nicht einmal zu atmen wagte. Rosa. Dimitris Stimme streichelte kalt und tödlich in meiner Haut. Während er weiterhin die Umgebung absuchte, machte er einen Schritt vorwärts. Dann noch einen und noch einen. Ich denke, es kam ihm genau in der Sekunde in den Sinn aufzublicken, in der ich sprang. Mein Körper krachte gegen seinen und warf ihn auf den Rücken. Er versuchte sofort, mich abzuschütteln, während ich versuchte, ihm den Flock ins Herz zu rammen. Die Spuren seiner Erschöpfung und der Kämpfe waren nicht zu übersehen. Der Sieg über die anderen Strigoi hatte zweifellos seinen Tribut gefordert. Allerdings war ich kaum besser in Form als er. Wir rangen miteinander und einmal erwischte ich mit dem Flock seine Wange. Er knurrte vor Schmerz, hielt jedoch seine Brust gut geschützt. Dennoch konnte ich die aufgerissene Stelle an seinem Händ sehen, wo ich ihn das erste Mal gepfählt hatte. Die Wunde war bereits verheilt. Du bist umwerfend, sagte er und aus seinen Worten sprachen sowohl Stolz als auch der Zorn des Kämpfers. Ich hatte nicht genug Energie für eine Erwiderung. Mein einziges Ziel war sein Herz. Ich kämpfte darum, oben zu bleiben und endlich durchstach mein Pflock seine Brust. Doch er war zu schnell. Er schlug meine Hand weg, bevor ich ihm den Pflock richtig ins Herz rahmen konnte. Und dann schleuderte er mich von sich. Ich flog einige Meter weit, prallte barmherzigerweise jedoch nicht gegen irgendwelche Bäume. Benommen rappelte ich mich hoch und sah ihn auf mich zukommen. Er war schnell, aber nicht mehr so schnell, wie er es bei früheren Kämpfen gewesen war. Bei dem Versuch, einander zu töten, würden wir uns noch selbst umbringen. Ich hatte meinen Vorteil verloren, daher rannte ich tief an das Wäldchen hinein, wohl wissend, dass er direkt hinter mir war. Ich war davon überzeugt, dass er schneller laufen konnte als ich, aber wenn ich mir auch nur einen winzigen Vorsprung erobern konnte, erreichte ich vielleicht einen anderen guten Angriffsplatz und konnte versuchen... Ah! Mein Schrei zerriss die stille Dunkelheit der Nacht. Mein Fuß war unter mir weggerutscht und ich schlitterte in hohem Tempo einen steilen Abhang hinunter, außerstande, mich irgendwo festzuhalten. Es wuchsen zwar einige Bäume an diesem Hang, aber die Steine und meine ungelenke Haltung machten den Sturz äußerst schmerzhaft, vor allem, da ich dieses Sweaterkleid trug. Wie es mir gelang, dabei den Block festzuhalten, war mir schleierhaft. Und sanft kam ich unten an, schaffte es, kurz aufzustehen, stolperte jedoch prompt wieder und fiel ins Wasser. Ich schaute mich um. Wie aufs Stichwort spähte der Mond hinter den Wolken hervor und spendete immerhin so viel Licht, dass ich vor mir eine riesige Fläche schwarzen, schnell fließenden Wassers erkennen konnte. Ich starrte restlos verwirrt auf die Wassermassen, dann wandte ich mich der Stadt zu. Dieser Fluss war der Ob und er floss durch Nouveau-Sibirsk. Er führte auf direktem Weg mitten in die Stadt. Als ich hinter mich blickte, sah ich Dimitri oben am Hang stehen. Im Gegensatz zu mir hatte er anscheinend aufgepasst, wo er hintrat. Entweder das oder mein Schrei hatte ihm verraten, dass irgendetwas nicht stimmte. Doch er würde keine Minute brauchen, um den Hang hinunter und hinter mir herzulaufen. Ich sah nach links und rechts und dann geradeaus. Okay, schnell fließendes Wasser, möglicherweise tief, sehr breit. Es würde meinen Knöchel entlasten, aber die Aussicht bei dem Versuch zu ertrinken erfüllte mich nicht gerade mit Begeisterung. In den alten Legenden konnten Vampire fließendes Wasser nicht überqueren. Mann, wenn dem doch nur so wäre. Doch das gab es leider nur in den Legenden. Ich wandte mich nach links und konnte gerade eben noch einen dunklen Umriss über dem Wasser erkennen. Eine Brücke? Ich musste es versuchen. Bevor ich darauf zuging, zögerte ich jedoch. Zuerst musste Dimitri anstalten machen, den Abhang herunterzukommen. Ich würde nicht einfach losrennen und zulassen, dass er oben am Hang neben mir herlief. Ich brauchte die Zeit, die sein Abstieg mir verschaffen würde. Da! Er machte einen Schritt auf mich zu und ich rannte los, am Ufer entlang, ohne zurückzublicken. Die Brücke kam schnell näher und während sie das tat, wurde mir klar, wie hoch sie eigentlich war. Von der Stelle aus, an der ich gelandet war, hatte ich sie falsch eingeschätzt. Je länger ich flussabwärts lief, desto höher reichte der Abhang hinauf. Mir stand also ein höllischer Aufstieg bevor. Kein Problem. Darüber würde ich mir später den Kopf zerbrechen, womit ich meinte, in etwa dreißig Sekunden, denn so lange würde Dimitri wahrscheinlich brauchen, um mich einzuholen. Und wie die Dinge lagen, hörte ich ihn bereits durch das seichte Wasser am Ufer laufen und das Platschen kam schnell näher. Wenn ich doch nur die Brücke erreichen konnte, wenn ich doch nur den Abhang erklimmen und es auf die andere Seite schaffen konnte. Die Übelkeit schlug über mir zusammen. Eine Hand griff von hinten in meine Jacke und riss mich zurück. Ich prallte gegen Dimitri und versuchte sofort gegen ihn anzukämpfen und mich loszureißen. Aber Gott, ich war so schrecklich müde. Jeder Teil meines Körpers schmerzte und ganz gleich wie erschöpft er auch sein mochte, ich war schlimmer dran. Hör auf damit! brüllte er und packte mich an den Armen. Kapierst du es denn nicht? Du kannst nicht gewinnen! Dann töte mich! Ich zappelte, aber sein Griff um meine Oberarme war zu stark und obwohl ich den Pflock in der Hand hielt, konnte ich nichts damit anfangen. Du sagtest, du würdest es tun, wenn ich mich nicht ergebe. Tja, stell dir vor, ich habe mich nicht ergeben und ich werde mich auch nicht ergeben, also bring es einfach hinter dich. Das trügerische Mondlicht beleuchtete sein Gesicht, löschte die normalen Schatten aus und ließ seine Haut in der dunklen Nacht grellweiß hervorstechen. Es war, als seien alle Farben der Welt ausgelöscht worden. Seine Augen sahen zwar lediglich dunkel aus, aber in meiner Vorstellung glühten sie feuerrot. Seine Miene war kalt und berechnend. Nicht mein, Dimitri. Es würde mir wirklich sehr viel abverlangen, dich zu töten, Rose, sagte er. Das reicht mir einfach nicht. Ich war nicht überzeugt. Er hielt mich in diesem eisernen Griff fest und beugte sich zu mir. Er würde mich beißen, seine Zähne würden meine Haut durchstoßen und Dimitri würde mich in ein Ungeheuer verwandeln, wie er selbst eines war, oder einfach trinken, bis ich starb. So oder so, ich würde ohnehin mit Drogen vollgepumpt und zudumsein, überhaupt etwas davon zu merken. Die Person, Rose Hathaway, würde diese Welt endgültig verlassen und es nicht einmal mitbekommen. Wilde Panik ergriff mich, selbst als der Teil von mir, der noch an Entzugserscheinungen litt, nach mehr von diesen herrlichen Endorphinen schrie. Nein, nein, nein! Ich konnte das nicht zulassen. Meine Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Jede Faser meines Körpers wollte sich verteidigen, angreifen, irgendetwas, irgendetwas, um dem hier ein Ende zu bereiten. Ich würde mich nicht verwandeln lassen. Ich konnte mich nicht verwandeln lassen. Ich wünschte mir so sehr, etwas tun zu können, um mich zu retten. Mein ganzes Wesen wurde von diesem Verlangen verzehrt. Ich konnte spüren, dass es bereit war, einfach herauszuplatzen, bereit war. Meine Hände konnten einander berühren, bekamen Dimitri aber nicht zu packen. Mit ein wenig Geruckel gelang es mir, Oksanas Ring abzustreifen. Er glitt von meinem Finger und fiel in den Schlamm, gerade als Dimitris Reißzähne meiner Haut berührten. Es war wie wie eine Atomexplosion. Die Geister und Gespenster, die ich bereits auf dem Weg nach Bayer heraufbeschworen hatte, schossen zwischen uns hoch. Sie waren überall, durchscheinend und leuchtend, hellgrün, blau, gelb und silber. Ich gab meine Verteidigung vollkommen auf und überließ mich meinen Gefühlen auf eine Art, wie ich es nicht vermocht hatte, als Dimitri mich das erste Mal eingeholt hatte. Die heilende Kraft des Rings hatte mich bisher unter Kontrolle gehalten, doch nun war sie fort und nun gab es für meine besonderen Fähigkeiten kein Halten mehr. Dimitri zuckte mit weit aufgerissenen Augen zurück. Wie der Strigoi auf der Straße fuchtelte er mit den Händen und schlug nach den Geistern, wie man nach Mücken schlagen würde. Deine Hände glitten einfach durch sie hindurch, ohne irgendetwas zu bewirken. Ihr Angriff war auch mehr oder weniger wirkungslos. Sie konnten ihm keinen körperlichen Schaden zufügen, aber sie wirkten auf seinen Geist ein und konnten einen in den Wahnsinn treiben. Was hatte Mark gesagt? Die Toten hassen die Untoten und nach der Art zu urteilen, wie diese Geister Dimitri umschwärmten, war klar, dass Mark recht gehabt hatte. Ich trat zurück und suchte den Boden ab. Da, etwas Silbernes glänzte aus einer Pfütze zu mir auf. Ich bückte mich, schnappte mir den Ring, rannte los und überließ Dimitri seinem Schicksal. Er schrie nicht direkt, aber er gab grauenvolle Laute von sich. Es zerriss mir das Herz, doch ich lief weiter auf die Brücke zu. Etwa eine Minute später kam ich dort an. Sie war genauso hoch, wie ich befürchtet hatte, aber sie war stabil und gut gebaut, wenn auch recht schmal. Es war die Art von ländlicher Brücke, die immer nur ein Wagen auf einmal überqueren konnte. Ich bin so weit gekommen, murmelte ich und schaute den Uferhang hinauf. Er war nicht höher als der, den ich hinuntergepurzelt war, sondern auch noch viel steiler. Ich steckte den Ring und den Flock in meine Tasche und grub dann die Hände in den Boden. Diese Böschung würde ich wohl halb kriechend und halb kletternd bezwingen müssen. Mein Knöchel konnte sich eine kleine Ruhepause gönnen, hier war nur die Kraft meines Oberkörpers gefragt. Während ich kletterte, fiel mir etwas auf. Schwache Blitze am Rand meines Blickfeldes, Bilder von Gesichtern und Schädeln, ein pulsierender Schmerz in meinem Hinterkopf. Oh nein, auch das war früher schon geschehen. In diesem panischen Zustand konnte ich die Verteidigung nicht aufrechterhalten, mit der ich die Toten normalerweise von mir fernhielt. Nun näherten sie sich mir ebenfalls, wenn auch eher neugierig, denn aggressiv. Doch während ihre Anzahl stetig zunahm, empfand ich das gleiche Gefühl der Orientierungslosigkeit, das Dimitri momentan erlebte. Sie konnten mir nicht wehtun, aber sie machten mir wahnsinnige Angst, und durch die typischen Kopfschmerzen, die mit dem Erscheinen der Geister einhergingen, wurde mir langsam schwindelig. Als ich mich zu Dimitri umdrehte, sah ich etwas Erstaunliches. Dimitri kam trotz allem näher. Er war wirklich ein Gott, ein Gott, der mir mit jedem Schritt den Tod näher brachte. Die Geister umschwärmten ihn noch immer wie eine Wolke, aber er kam voran, einen qualvollen Schritt nach dem anderen. Ich wandte mich ab und setzte meine Kletterpartie fort, wobei ich meine eigenen leuchtenden Gefährten nach besten Kräften ignorierte. Endlich kam ich oben an und stolperte auf die Brücke. Ich konnte kaum stehen, so schwach waren meine Muskeln. Ein paar Schritte schaffte ich noch, dann brach ich zusammen, fiel auf meine Hände und Knie. Immer mehr Geister wirbelten um mich her und mein Kopf drohte zu explodieren. Dimitri kam langsam, aber unaufhaltsam vorwärts, war jedoch noch ein gutes Stück entfernt. Ich versuchte wieder aufzustehen, wobei ich mich am Gelände der Brücke festhielt. Vergeblich! Das raue Eisengitter der Brücke zerkratzte meine nackten Beine. Verdammt! Ich wusste, was ich zu tun hatte, um mich zu retten, obwohl es durchaus auch sehr gut meinen Tod bedeuten konnte. Mit bebenden Händen griff ich in meine Tasche und zog den Ring heraus. Ich zitterte so heftig, dass ich davon überzeugt war, ihn fallen zu lassen. Irgendwie hielt ich ihn jedoch fest und schaffte es, mir den Ring über meinen Finger zu streifen. Eine kleine, warme Woge durchströmte mich, und ich spürte, wie mein Körper ein bisschen kräftiger wurde. Bedauerlicherweise waren die Geister immer noch da. Die Spuren jener Angst, zu sterben oder zum Strigoi zu werden, saßen mir noch in den Knochen, doch jetzt, da mir keine unmittelbare Gefahr mehr drohte, wurden sie schwächer. In dem Gefühl, weniger hilflos zu sein, suchte ich verzweifelt nach den Barrieren und der Kontrolle, die ich normalerweise aufrechterhielt, um sie wieder einzusetzen und meine Besucher zu vertreiben. Geht, haut ab, verschwindet, flüsterte ich und presste die Augen fest zu. Die Anstrengung war so gewaltig, als wollte ich einen Berg beiseite schieben, ein unüberwindbares Hindernis, für das niemand stark genug sein konnte. Dies war es, wovor Mark mich gewarnt hatte, warum ich das hier nicht tun sollte. Die Toten waren eine mächtige Hilfe, aber einmal gerufen wurde man sie nur schwer wieder los. Was hatte er gesagt? Jene, die sowieso schon am Rande von Dunkelheit und Wahnsinn tanzten, sollten dieses Risiko nicht eingehen. Geht, rief ich und opferte den letzten Rest meiner Kraft für diese Anstrengung. Nach und nach verschwanden die Phantome und meine Welt kehrte wieder zu ihrer rechtmäßigen Ordnung zurück. Nur als ich zum Ufer hinabblickte, sah ich, dass die Geister, wie ich es befürchtet hatte, nun auch von Dimitri abließen. Und im nächsten Moment setzte er sich auch schon wieder in Bewegung. Verdammt! Mein Wort der Nacht. Während er den Hang hinauf sprintete, gelang es mir endlich, auf die Beine zu kommen. Wieder kam er langsamer voran als normalerweise, aber immer noch schneller, als mir lieb war. Ich wich zurück, ohne ihn auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen. Die Vertreibung der Geister hatte mir neue Kraft verliehen, aber es reichte nicht aus, um zu fliehen. Dimitri hatte gewonnen. Kannst du das, weil du schattengeküsst bist? fragte er, als er auf die Brücke trat. Ja, ich schluckte. Wie sich herausstellt, haben Geister nicht besonders viel übrig für's Trigoi. Du scheinst auch nicht allzu viel für sie übrig zu haben. Langsam trat ich einen Schritt zurück. Wohin konnte ich gehen? Sobald ich mich umdrehte, um wegzulaufen, würde er sich auf mich stürzen. Also, reicht das jetzt, damit du mich nicht mehr verwandeln willst? fragte ich so gut gelaunt, wie es mir möglich war. Er bedachte mich mit einem schiefen, irgendwie verzerrten Lächeln. Nein, deine schattengeküssten Fähigkeiten haben ihren Nutzen. Ein Jamme, dass sie verschwinden, sobald du erweckt sein wirst. Aha, das war also immer noch sein Plan. Obwohl ich ihn so sehr erzürnt hatte, wollte er mich immer noch bis in alle Ewigkeit bei sich haben. Du wirst mich nicht erwecken, sagte ich. Rose, du hast mich die geringste Chance. Nein! Ich kletterte auf das Gelände der Brücke und schwang ein Bein hinüber. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Er erstarrte. Was tust du da? Ich habe es dir gesagt. Lieber sterbe ich, als ein Strigoi zu werden. Ich will nicht so sein wie du oder die anderen. Auf keinen Fall. Früher einmal wolltest du es auch nicht. Die nächtliche Brise wehte mir wegen der stillen Tränen auf meinen Wangen kühl ins Gesicht. Ich schwang auch das andere Bein über das Geländer und blickte in die drängenden Fluten hinunter. Zwischen mir und dem Fluss lagen erheblich mehr als zwei Stockwerke. Ich würde hart auf dem Wasser aufschlagen und selbst wenn ich den Sturz überlebte, hatte ich nicht mehr die Kraft, gegen die Strömung anzuschwimmen und ans Ufer zu gelangen. Während ich auf das Wasser starrte und über meinen Tod nachdachte, erinnerte ich mich an einen Tag, an dem Dimitri und ich auf der Rückbank eines SUV über eben dieses Thema gesprochen hatten. Es war das erste Mal gewesen, dass wir nebeneinander gesessen hatten und überall, wo unsere Körper sich berührten, hatte es sich warm und wunderbar angefühlt. Er roch so gut. Dieser Duft wurde mir bewusst. Dieser Duft des Lebendigseins war jetzt fort. Und er war entspannter gewesen als gewöhnlich, sogar bereit zu lächeln. Wir hatten darüber gesprochen, was es bedeutete, am Leben zu sein und die volle Kontrolle über die eigene Seele zu haben. Und was es bedeutete, ein Untoter zu werden, die Liebe und das Licht des Lebens und all jene zu verlieren, mit denen man vertraut war. Wir hatten einander angesehen und waren uns einig gewesen, dass der Tod besser sei als dieses Schicksal. Als ich Dimitri jetzt betrachtete, musste ich diesem Standpunkt erneut zustimmen. Los! Nicht! Ich hörte echte Panik in seiner Stimme. Wenn ich sprang, war ich tot. Kein Strigoi. Keine Erweckung. Damit er mich verwandeln konnte, musste er mich töten, indem er mein Blut trank und mir dann seinerseits Blut einflößen. Wenn ich mich in die Fluten stürzte, würde das Wasser mich töten, nicht der Blutverlust. Ich würde längst tot sein, bevor er mich im Fluss finden konnte. Bitte! flehte er. Der traurige Unterton in seiner Stimme erschreckte mich und mein Herz verkrampfte sich. Er erinnerte mich zu sehr an den lebenden Dimitri, den, der kein Ungeheuer gewesen war, an den, der mich geliebt hatte, der mich etwas bedeutete, der an mich geglaubt und mit mir geschlafen hatte. Dieser Dimitri hier, der nichts von alledem war, machte zwei vorsichtige Schritte auf mich zu und blieb dann wieder stehen. Wir müssen zusammen sein! Warum? fragte ich leise. Der Wind trug dieses Wort davon, aber er hörte es. Weil ich dich will! Ich schenkte ihm ein trauriges Lächeln und fragte mich, ob wir uns wohl im Land der Toten wiedersehen würden. Falsche Antwort, erwiderte ich. Ich ließ los. Und er war blitzschnell da, rannte mit irrsinniger Striegergeschwindigkeit zu mir herüber. Er griff nach mir, bekam einen meiner Arme zu fassen und zerrte mich zurück auf das Geländer. Nun, er zerrte mich nur halb zurück. Die andere Hälfte von mir hing noch immer über dem Fluss. Hör auf, gegen mich anzukämpfen, sagte er und versuchte, an dem Arm zu ziehen, den er zu fassen gekriegt hatte. Er steckte selbst in einer ziemlich prekären Lage, während er rittlings auf dem Geländer saß und sich so weit vorbeugte, dass er mich so gerade noch festhalten konnte. Lass mich los, brüllte ich zurück. Doch er war zu stark und hiefte meinen Oberkörper über das Geländer, sodass ich die Gefahr eines erneuten Sturzes verringerte. Die Lage stellte sich jetzt folgendermaßen dar. In jenem Moment, kurz bevor ich losließ, hatte ich ernsthaft mit meinem Tod gerechnet. Ich hatte mich damit abgefunden und ihn akzeptiert. Gleichzeitig war mir jedoch bewusst gewesen, dass Dimitri vielleicht versuchen würde, mich davon abzuhalten. Schnell und gut genug dazu war er allemal. Und aus eben diesem Grund hielt ich in der Hand, die noch frei herunterbaumelte, meinen Flock bereit. Ich sah ihm in die Augen. Ich werde dich immer lieben. Dann rammte ich ihm den Flock in die Brust. Der Stoß fiel nicht so präzise aus, wie ich es gern gehabt hätte, denn er wich mir geschickt aus. Doch ich gab nicht auf und versuchte ihm den Flock tief genug ins Herz zu bohren, unsicher, ob ich das aus diesem Winkel überhaupt schaffen konnte. Schließlich hörte er auf, sich zur Wehr zu setzen. Seine Augen starrten mich fassungslos an und seine Lippen verzogen sich beinahe zu einem Lächeln, wenn auch zu einem grausigen, gequälten Lächeln. Das war eigentlich mein Text, hauchte er. Und das waren seine letzten Worte. Sein missglückte Versuch, dem Flock auszuweichen, hatte ihn aus dem Gleichgewicht gebracht. Die Magie des Flocks erledigte den Rest, betäubte ihn und seine Reflexe. Dimitri fiel. Um ein Haar hätte er mich mit in die Tiefe gezogen und es gelang mir nur mit knapper Not, mich von ihm loszureißen und am Geländer festzuklammern. Er stürzte hinunter in die Dunkelheit, hinunter in die Schwärze des Ob. Einen Moment später war er verschwunden. Ich starrte ihm nach und fragte mich, ob ich ihn im Wasser sehen würde, wenn ich mich nur genug anstrengte. Doch ich sah ihn nicht. Der Fluss war zu dunkel und lag zu tief unter mir. Wolken zogen vor den Mond und abermals senkte sich Dunkelheit über alles. Während ich ihn unterschaute und begriff, was ich gerade getan hatte, verspürte ich einen Moment lang den dringenden Wunsch, ihm nachzuspringen, denn ich wusste einfach nicht, wie ich jetzt noch weiterleben sollte. Du musst. Meine innere Stimme war viel ruhiger und zuversichtlicher, als sie es hätte sein sollen. Der alte Dimitri hätte gewollt, dass du lebst, wenn du ihn wirklich geliebt hast, dann musst du weitermachen. Mit einem zittrigen Atemzug kletterte ich über das Geländer und stand schließlich wieder auf der Brücke, überraschend dankbar für ihre Sicherheit. Ich wusste zwar nicht, wie ich weiterleben sollte, aber ich wusste ganz genau, dass ich leben wollte. Und ich würde mich erst wieder sicher fühlen, wenn ich festen Boden unter den Füßen hatte. Obwohl mein Körper zusammenzubrechen drohte, machte ich mich langsam daran, die Brücke zu überqueren, immer einen Schritt nach dem anderen. Als ich auf der anderen Seite ankam, stand ich vor der Wahl, dem Fluss oder der Straße zu folgen. Sie verliefen nicht genau parallel zueinander, führten jedoch in etwa in die Richtung, in der die Stadt lag. Ich entschied mich für die Straße. Ich mochte nicht in der Nähe des Flusses bleiben. Ich wollte nicht daran denken, was gerade geschehen war. Ich konnte nicht daran denken. Mein Gehirn weigerte sich. Kümmere dich zuerst darum, am Leben zu bleiben. Dann kannst du dir immer noch Sorgen darüber machen, wie du weiterleben wirst. Obwohl es sich eher um einen Feldweg handelte, war er eben und gleichmäßig und somit leicht begehbar. Zumindest wäre er das für jeden anderen gewesen. Dann fing es plötzlich an zu nieseln, was alles nur noch schlimmer machte. Ich wollte mich einfach nur hinsetzen und ausruhen, wollte mich zu einem Ball zusammenrollen und an nichts mehr denken. Nein, 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 das Licht! Ich musste auf das Licht zugehen. Fast hätte ich laut gelacht. Das klang doch zu lustig, so als machte ich gerade eine Nahtoderfahrung. Da musste ich allerdings tatsächlich lachen. Die ganze Nacht war voller Nahtoderfahrungen gewesen, von denen die hier nun wirklich die ungefährlichste war. Es war aber auch die letzte. Und obwohl ich mich so sehr nach der Stadt sehnte, war sie einfach zu weit entfernt. Ich weiß nicht, wie lange ich gegangen war, als ich schließlich doch Halt machen und mich hinsetzen musste. Nur eine Minute, sagte ich mir. Ich würde mich eine Minute ausruhen und dann weitergehen. Ich musste weitergehen. Falls ich durch irgendeinen dummen Zufall sein Herz verfehlt hatte, konnte Dimitri jeden Augenblick aus dem Fluss geklettert kommen. Oder vielleicht wurde ich bereits von anderen Überlebenden Strigoi aus der Villa verfolgt. Doch ich stand nicht nach einer Minute wieder auf. Vermutlich war ich eingeschlafen, aber ich konnte ehrlich nicht sagen, wie lange ich dort gesessen hatte, als ich plötzlich von zwei Scheinwerfern geweckt wurde. Ich war sofort hellwach. Ein Wagen drosselte das Tempo und blieb stehen. Etwas wackelig kam ich auf die Füße, riss mich dann aber zusammen. Kein Strigoi stieg aus, sondern ein alter männlicher Mensch. Er musterte mich und sagte etwas auf Russisch. Ich schüttelte den Kopf und trat einen Schritt zurück. Er beugte sich in den Wagen, sprach mit jemandem und einen Moment später stieg auf der anderen Seite eine ältere Frau aus. Sie sah mich an und ihre Augen weiteten sich, waren voller Mitgefühl. Sie sagte etwas mit einem sanften Klang und hielt mir eine Hand hin, sehr vorsichtig, als würde sie sich einem wilden Tier nähern. Ich starrte die Frau ein paar Sekunden lang an, dann deutete ich auf den purpuren Horizont. »Novosibirsk«, sagte ich. Sie folgte meiner Geste und nickte. »Novosibirsk«. Sie zeigte auf mich und dann auf den Wagen. »Novosibirsk«. Ich zögerte noch einen Moment, dann ließ ich mich von ihr zur Rückbank des Wagens führen. Sie zog ihren Mantel aus und breitete ihn über mich, und da bemerkte ich erst, dass ich vom Regen nass bis auf die Haut war. Nach allem, was ich heute Nacht durchgemacht hatte, musste ich furchtbar aussehen. Ein Wunder, dass sie überhaupt angehalten hatten. Der alte Mann fuhr los, und mir kam der Gedanke, dass ich soeben durchaus zu Serienmördern in den Wagen gestiegen sein konnte. Aber andererseits hätte das doch ganz gut zu dieser Nacht gepasst, oder? Die mentalen und körperlichen Schmerzen gewannen langsam die Oberhand, und mit letzter Kraft befeuchtete ich meine Lippen und stieß ein weiteres Juwel meines russischen Wortschatzes hervor. »Was war nicht?« Die Frau sah mich überrascht an. Ich war mir nicht sicher, ob ich das Wort richtig ausgesprochen hatte. Möglicherweise hatte ich gerade nach einem Münzfernprecher gefragt, statt nach einem Handy, oder vielleicht auch nach einer Giraffe, aber ich hoffte, dass sie meine Bitte trotzdem verstand. Einen Moment später griff sie in ihre Handtasche und reichte mir ein Handy. Selbst in Sibirien waren alle vernetzt. Mit zitternden Händen wählte ich die Nummer, die ich inzwischen auswendig kannte. Eine weibliche Stimme antwortete. »Allo?« »Sidney?« »Hier ist Rose.« Den Mann, den Sidney nach Novosibirsk schickte, kannte ich nicht, aber er hatte die gleiche goldene Tätowierung wie sie. Sein Haar war Sandfarben und er vermutlich in den Dreißigern, und natürlich ein Mensch. Er machte einen fähigen und verantwortungswürdigen Eindruck, und während ich mich an den Wagen lehnte, lachte und sprach er mit dem alten Ehepaar, als seien sie schon seit ewigen Zeiten die besten Freunde. Der Mann verströmte etwas Professionelles und Beruhigendes, und schon bald lächelten auch die beiden Alten. Ich bin mir nicht sicher, was er ihnen erzählt hatte, vielleicht, dass ich seine launische Tochter sei oder so, aber anscheinend vertrauten sie ihm genug, um mich in seine Obhut zu geben. Ich nahm an, das gehörte zu seinem Job. Er verzauberte sie mit seinem Alchemistenscharm. Als die beiden alten Leute davon fuhren, veränderte sich sein Verhalten jedoch ein wenig. Er wirkte zwar nicht so kalt, wie Sidney es am Anfang getan hatte, aber er zeigte auch keinerlei Neigung, mit mir zu lachen oder zu scherzen. Er legte jetzt ein eindeutig geschäftsmäßiges Gebaren an den Tag, und ich konnte nicht umhin an die Geschichten von den Men in Black, den Männern in Schwarz zu denken, diesen Typen, die nach extraterrestrischen Begegnungen alles wieder aufräumten, damit die Welt nicht die Wahrheit erfuhr. Können Sie gehen? fragte er und musterte mich von Kopf bis Fuß. Das ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar, antwortete ich. Es stellte sich heraus, dass ich es konnte, wenn auch nicht sehr gut. Mit seiner Hilfe landete ich schließlich in einem Stadthaus in einem Wohnviertel. An diesem Punkt hatte ich bereits einen völlig verschleierten Blick und konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Es waren auch andere Leute dort, aber die nahm ich gar nicht mehr wahr. Das Einzige, was zählte, war das Schlafzimmern, das man mich führte. Ich brachte genug Kraft auf, um den Arm, der mich stützte, abzuschütteln und mich vornüber mitten aufs Bett fallen zu lassen. Ich schlief sofort ein. Als ich aufwachte, war mein Zimmer von hellem Sonnenschein durchflutet, und ich hörte gedämpfte Stimmen. Ein Gedenk all dessen, was ich erlebt hatte. Hätte es mich nicht überrascht, Dimitri, Tatjana oder sogar Dr. Olenski von der Akademie dort zu sehen. Stattdessen war es Apes bärtiges Gesicht, das auf mich herabblickte. Sein Schmuck funkelte im Licht. Einen Moment lang verschwamm sein Gesicht, und alles, was ich sah, war dunkles, tiefdunkles Wasser. Wasser, das mich wegzureißen drohte. Dimitris letzte Worte heilten durch meinen Kopf. Das war eigentlich mein Text. Er hatte verstanden, dass ich hören wollte, wie sehr er mich liebte. Was wäre geschehen, wenn wir noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten? Hätte er diese Worte ausgesprochen? Hätte er sie ernst gemeint? Und hätte es eine Rolle gespielt? Mit der gleichen Entschlossenheit, die ich zuvor aufgebracht hatte, teilte ich das Wasser, das in meinem Kopf umherwirbelte, und befahl mir, die letzte Nacht so lange wie möglich beiseite zu schieben. Ich würde ertrinken, wenn ich weiter darüber nachdachte. Jetzt musste ich schwimmen. Apes Gesicht wurde wieder scharf. Seien Sie gegrüßt, Smee, sagte ich schwach. Irgendwie überraschte mich seine Anwesenheit hier nicht. Sidney hatte ihren Vorgesetzten gewiss von mir erzählen müssen, die ihrerseits vermutlich Abe informierten. Wie nett, dass Sie vorbeischauen. Er schüttelte den Kopf und trug ein klägliches Lächeln zur Schau. Ich denke, wenn es darum geht, um dunkle Ecken zu schleichen, haben Sie mich übertroffen. Ich dachte, Sie sind längst auf dem Rückweg nach Montana. Beim nächsten Mal sollten Sie darauf achten, ein paar wichtige Details in Ihre geschäftlichen Abmachungen zu schreiben, oder Sie packen mich gleich richtig ein und schicken mich einfach in die Staaten zurück. Oh, sagte er, genau das beabsichtige ich zu tun. Er lächelte, während er das sagte, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es ihm ernst damit war. Und plötzlich fürchtete ich dieses Schicksal nicht länger. Der Gedanke, nach Hause zurückzukehren, gefiel mir langsam immer besser. Mark und Oksana kamen herein und traten neben Abe. Mit den beiden hatte ich nun wirklich nicht gerechnet, aber ich freute mich aufrichtig, sie zu sehen. Sie lächelten ebenfalls. Ihre Gesichter wirkten zwar melancholisch, aber zugleich erleichtert. Ich setzte mich aufrecht hin und war überrascht, dass ich mich überhaupt bewegen konnte. Sie haben mich geheilt, sagte ich zu Oksana. Ich habe immer noch Schmerzen, aber ich fühle mich nicht mehr so, als würde ich gleich sterben, was ich wohl für eine Verbesserung halten muss. Sie nickte. Ich habe zunächst nur sichergestellt, dass Ihnen keine unmissalbare Gefahr mehr droht. Ich dachte, den Rest könnte ich tun, wenn Sie wach sind. Ich schüttelte den Kopf. Nein, nein, ich werde mich von ganz alleine erholen. Ich hasste es, wenn Lissa mich heilte. Ich wollte nicht, dass sie ihre Kraft an mich verschwendete. Außerdem wollte ich nicht, dass sie die Nebenwirkungen des Geistelements heraufbeschwor. Lissa! Ich riss die Decken beiseite. Oh mein Gott, ich muss nach Hause! Sofort! Auf der Stelle versperrten mir drei Armpare den Weg. Moment mal, sagte Mark. Sie gehen nirgendwo hin. Oksana hat sie nur ein klein wenig geheilt. Sie sind noch weit davon entfernt, wiederhergestellt zu sein. Außerdem haben sie uns noch nicht erzählt, was geschehen ist, warf Abe ein, dessen Blick so scharfsinnig war wie eh und je. Er war so jemand, der immer alles wissen musste, und die Rätsel, die mich umgaben, trieben ihn wahrscheinlich in den Wahnsinn. Dafür ist jetzt keine Zeit. Lissa ist in Schwierigkeiten. Ich muss zurück in die Schule. Jetzt fiel mir alles wieder ein. Lissas sprunghaftes Verhalten und ihre verrückten Aktionen, angetrieben von einer Art Zwang oder vielmehr Superzwang, wie ich vermutete, da Avery imstande gewesen war, mich aus Lissas Kopf hinauszustoßen. Ah, jetzt wollen Sie auf einmal nach Montana zurück? rief Abe aus. Rose, selbst wenn nebenan ein Flugzeug auf Sie warten würde, wäre das eine Reise von 20 Stunden mindestens, und Sie sind nicht in der Verfassung überhaupt irgendwo hinzugehen. Ich schüttelte den Kopf und versuchte immer noch auf die Beine zu kommen. Nach allem, was ich in der vergangenen Nacht erlebt hatte, stellte diese Gruppe keine besonders große Bedrohung dar. Vielleicht mit Ausnahme von Mark. Aber ich konnte ja wohl kaum anfangen, Boxheber auszuteilen. Und ich war mir auch immer noch nicht sicher, wozu Abe imstande war. Sie kapieren es nicht. Irgendjemand versucht, Lissa zu töten oder sie zu verletzen, oder? Nun, ich wusste auch nicht genau, was Avery vorhatte. Ich wusste nur, dass Avery Lissa irgendwie dazu zwang, alle möglichen Dummheiten zu begehen. Sie musste eine erstaunlich starke Geistbenutzerin sein, dass ihr nicht nur diese Dinge gelungen waren, sondern dass sie es zudem vor Lissa und Adrian verbergen konnte. Sie hatte sogar eine falsche Aura geschaffen, um ihre Goldene zu verstecken. Ich hatte keine Ahnung, wie ein solches Übermaß an Macht möglich war. Insbesondere, weil man Averys lebenslustige Persönlichkeit wohl kaum als wahnsinnig bezeichnen konnte. Doch was immer sie vorhatte, Lissa war in Gefahr. Ich musste etwas unternehmen. Ich ließ Aeblings liegen und sah Mark und Oksana flehend an. Es geht um meine Bundgefährtin, erklärte ich. Sie steckt in Schwierigkeiten. Jemand versucht, ihr wehzutun. Ich muss zu ihr. Sie verstehen, warum ich das tun muss. Ich sah in ihren Gesichtern, dass sie tatsächlich verstanden hatten. Und ich wusste auch, dass sie in meiner Situation genau das Gleiche tun würden. Mark seufzte. Rose, wir werden Ihnen helfen, zu ihr zu kommen, aber nicht jetzt sofort. Wir setzen uns mit der Schule in Verbindung, erklärte Ape nüchtern. Dort wird man sich darum kümmern. Genau. Und wie sollten wir das bitte anstellen? Direktor Lazar anrufen und ihm erzählen, dass seine partygeile Tochter andere mit mentalen Kräften korrumpierte und kontrollierte und dass sie zu Lissas Wohl und zum Wohl aller eingesperrt gehörte? Das Ausbleiben meiner Antwort schienen sie auf den Gedanken zu bringen, sie hätten mich überzeugt, was insbesondere für Ape galt. Mit Oksanas Hilfe werden sie wahrscheinlich morgen früh schon wieder hinreichend hergestellt sein, um aufzubrechen, fügte er hinzu. Ich kann für den nächsten Tag einen Morgenflug buchen. Wird sie bis dahin zurechtkommen? fragte Oksana mich sanft. Ich weiß es nicht. Was konnte Avery in zwei Tagen schon anrichten? Liss er noch mehr Freunde abspenstig machen und sie in Verlegenheit bringen? Schreckliche Dinge, ja, aber nichts Dauerhaftes oder Lebensbedrohliches. Doch, doch, so lange würde sie bestimmt ohne mich zurechtkommen, oder? Lassen Sie mich mal sehen. Ich sah, wie Marks Augen sich weiteten, als ihm klar wurde, was ich vorhatte. Und dann sah ich nichts mehr in dem Raum, weil ich nicht länger dort war. Ich war in Lissas Kopf. Eine neue Szenerie tauchte vor mir auf und eine halbe Sekunde lang glaubte ich, wieder auf der Brücke zu stehen und in schwarze Fluten und einen kalten Tod hinabzublicken. Dann konnte ich endlich genau erkennen, was ich da sah. Oder vielmehr, was Lissa sah. Sie stand auf einer Fensterbank in irgendeinem Campusgebäude. Es war Nacht. Ich konnte nicht auf Anhieb ausmachen, welches Gebäude es war, aber das spielte auch keine Rolle. Lissa befand sich schätzungsweise im fünften Stock und stand dort in hochhackigen Schuhen, lachte über irgendetwas, während ihr jederzeit der Absturz drohte. Hinter ihr hörte ich Averys Stimme. »Lissa, sei vorsichtig! Komm da lieber wieder runter!« Doch ihre Worte hatten dieselbe Zweideutigkeit, die allem anhaftete, was Avery tat. Selbst als sie diese mahnenden Worte sagte, konnte ich in Lissa einen verantwortungslosen Trieb wahrnehmen, etwas, das ihr sagte, es sei schon in Ordnung, dort zu sein, wo sie war, und sie solle sich nicht immer solche Sorgen machen. Es war Averys Zwang. Dann spürte ich eine Berührung in meinem Geist und hörte diese verärgerte Stimme. »Du schon wieder?« Ich wurde hinausgedrängt. Zurück in das Zimmer in Novosibirsk. Abe drehte schier durch. Er dachte anscheinend, ich hätte eine Art katatonischen Anfall gehabt, und Mark und Oksana versuchten, ihm zu erklären, was geschehen war. Ich blinzelte und rieb mir die Schläfen, während ich meine Gedanken sortierte und Mark seufzte vor Erleichterung. »Es ist viel merkwürdiger, jemanden dabei zu beobachten, als es selbst zu tun.« »Sie ist in Schwierigkeiten«, sagte ich und versuchte abermals aufzustehen. »Sie ist in Schwierigkeiten, und ich weiß nicht, was ich tun soll.« Sie hatten Recht damit, dass es keine Möglichkeit auf Erden gab, wie ich schnell zu Lissa gelangen konnte. Und selbst wenn ich auf Apes Vorschlag einging und mich mit der Schule in Verbindung setzte, ich wusste nicht genau, wo Lissa war oder ob mir dort überhaupt jemand glauben würde. Ich dachte daran, wieder in Lissa hineinzuspringen, um ihren Aufenthaltsort möglichst aus ihren Gedanken zu lesen, doch Avery würde mich wahrscheinlich wieder abdrängen. Nachdem zu urteilen, was ich für einen Moment wahrgenommen hatte, trug Lissa ihr Handy nicht bei sich. Das überraschte mich eigentlich auch nicht. Denn es gab strenge Regeln über die Benutzung von Handys im Unterricht, sodass sie ihres normalerweise einfach in ihrem Zimmer im Wohnheim ließ. Aber ich kannte jemanden, der sein Handy immer dabei hatte und der mir vor allem glauben würde. »Hat irgendjemand ein Telefon?«, fragte ich. Abe gab mir seins, und ich wählte Adrians Nummer, überrascht, dass ich sie auswendig kannte. Adrian war böse auf mich, aber Lissa lag ihm am Herzen. Er würde ihr helfen, ungeachtet seines Krolls gegen mich, und er würde mir glauben, wenn ich versuchte, ihm einen verrückten Plan zu erklären, der mit Hilfe des Geistes ausgeführt werden sollte. Doch als der Anruf angenommen wurde, meldete sich nur seine Mailbox, nicht der Mann selbst. »Ich weiß, wie niedergeschmettert du sein musst, mich verpasst zu haben,« sagte seine gut gelaunte Stimme, »aber hinterlass mir eine Nachricht, und ich werde versuchen, dich so bald wie möglich von deinen Qualen zu befreien.« Ich unterbrach die Verbindung und fühlte mich hilflos und verloren. Plötzlich blickte ich zu Oksana auf, als mir eine meiner verrückteren Ideen in den Sinn kam. »Sie... Sie können diese Sache machen, wo Sie aktiv in den Geist eines anderen hineingehen und seine Gedanken berühren, richtig? So wie Sie es bei mir gemacht haben.« Oksana verzog leicht das Gesicht. »Ja, aber das ist nichts, was ich gerne tue. Ich denke, es ist nicht richtig.« »Können Sie den Betreffenden mit Zwang belegen, sobald Sie in seinem Kopf sind?« Sie wirkte noch angewidrter als zuvor. »Ja, natürlich. Die beiden Dinge sind sich sehr ähnlich. Aber es ist eine Sache, in den Geist eines anderen einzudringen, aber eine völlig andere, ihn dazu zu zwingen, etwas gegen seinen Willen zu tun.« »Meine Freundin ist im Begriff etwas sehr Gefährliches zu tun,« erklärte ich. »Es könnte sie umbringen. Sie steht unter Zwang, und ich kann nichts dagegen machen. Das Band erlaubt mir nicht, sie aktiv zu erreichen. Ich kann nur zusehen. Wenn Sie in den Kopf meiner Freundin hineingreifen und sie zwingen könnten, sich in Sicherheit zu bringen.« Oksana schüttelte den Kopf. »Angenommen, Moral wäre kein Thema. So kann ich trotzdem nicht in jemanden hineinreichen, der nicht wirklich anwesend ist, geschweige denn in jemanden, dem ich noch nie begegnet bin.« Ich fuhr mir mit der Hand durchs Haar. Panik machte sich breit. Ich wünschte, Ollina wüsste, wie man Traum wandelt. Das würde sie zumindest befähigen, weite Entfernungen zu überwinden. All diese Geistkräfte schienen sich voneinander zu unterscheiden, und jeder hatte irgendeine zusätzliche Nuance. Jemand, der in Träumen wandeln konnte, wäre vielleicht auch in der Lage, den nächsten Schritt zu machen und jemanden zu besuchen, der wach war. Dann kam mir eine noch verrücktere Idee. Was für ein bahnbrechender Tag. »Oksana, Sie können in meinen Geist einbringen, richtig?« »Ja«, bestätigte sie. »Falls ich, falls ich zu der Zeit im Kopf meiner Bundgefährtin wäre, könnten Sie zuerst in mich hineingreifen und dann in sie? Könnte ich, ähm, die Verbindung zwischen ihnen beiden sein?« »Won etwas derartigem habe ich noch nie gehört«, mummelte Mark. »Das liegt nur daran, dass wir's noch nie zuvor mit so vielen Geistbenutzen und Schattengeküsten zu tun hatten«, bemerkte ich schlau. Ape wirkte verständlicherweise vollends verwirrt. Ein Schatten fiel über Oksanas Gesicht. »Ich weiß nicht.« »Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht«, sagte ich. »Wenn nicht, ist schließlich auch kein Schaden entstanden. Aber sollten Sie Lissa durch mich erreichen, können Sie sie mit Zwang belegen.« Sie begann zu sprechen, und ich unterbrach sie. »Ich weiß, ich weiß, Sie halten es für falsch. Aber was ist mit dieser anderen Geistbenutzerin? Sie ist diejenige, die Unrecht tut. Sie brauchen Lissa nur zu zwingen, sich in Sicherheit zu bringen. Sie steht kurz davor, aus einem Fenster zu springen. Halten Sie sie jetzt auf, dann kann ich morgen oder so zu ihr fliegen und die Dinge in Ordnung bringen.« Mit »in Ordnung bringen«, meinte ich, dass ich Averys hübsches Gesicht mit einem dicken blauen Auge verzieren würde. Im Laufe meines bizarren Lebens hatte ich mich mittlerweile so ziemlich daran gewöhnt, dass Leute, vor allem Erwachsene, meine ausgefallenen Ideen und Erklärungen erst mal zurückwiesen. Ich hatte es unglaublich schwer gehabt, die Leute davon zu überzeugen, dass Victor Lissa entführt hatte, und genauso schwer war es gewesen, den Wächtern glaubhaft zu versichern, dass die Schule angegriffen wurde. In solchen Situationen rechnete ein Teil von mir schon fast von vornherein mit Widerstand. Doch die Sache war die, so stabil Oksana und Mark auch sein mochten, sie hatten den größten Teil ihres Lebens mit dem Element Geist gekämpft. Daher war Verrücktheit gewissermaßen völlig normal für sie, und nach einer kurzen Bedenkzeit erhob Oksana keine Einwände mehr. »Also gut«, sagte sie, »geben Sie mir Ihre Hände.« »Was geht hier vor?«, fragte Abe, der immer noch absolut keinen Schimmer hatte. Es bescherte mir eine gewisse Genugtuung, ihn ausnahmsweise einmal ratlos zu sehen. Mark murmelte Oksana auf Russisch etwas zu und küsste sie auf die Wange. Er verurteilte ihre Entscheidung nicht, sondern warnte sie nur, vorsichtig zu sein. Ich wusste, dass er das Gleiche wollen würde, wenn sie an Lissas Stelle gewesen wäre. Die Liebe zwischen ihnen war so groß und so stark, dass sie mich beinahe meine Entschlossenheit kostete. Denn diese Art von Liebe erinnerte mich an Dimitri, und wenn ich mir gestattete, auch nur einen Augenblick länger an ihn zu denken, würde ich die letzte Nacht noch einmal durchleben müssen. Ich nahm Oksanas Hände, und mein Magen verkrampfte sich vor Furcht. Mir gefiel der Gedanke nicht, dass jemand in meinen Kopf eindrang, auch wenn das im Grunde ein ziemlich scheinheiliges Gefühl für jemanden war, der ständig Ausflüge in den Geist seiner besten Freundin unternahm. Oksana lächelte mir schwach zu, obwohl sie offensichtlich genauso nervös war wie ich. Es tut mir leid, sagte sie. Ich hasse es, dass jemandem anzutun. Und dann spürte ich genau das, was geschehen war, als Avery mich aus Lissas Kopf gestoßen hatte. Es fühlte sich an wie eine körperliche Berührung meines Gehirns. Ich sog scharf die Luft ein und schaute in Oksanas Augen, während heiße und kalte Wellen mich durchpulsten. Oksana war in meinem Kopf. Jetzt gehen sie zu ihrer Freundin, sagte sie. Und das tat ich dann auch. Ich konzentrierte meine Gedanken auf Lissa und fand sie noch immer auf dem Fenstersims. Zum Glück stand sie noch dort oben und lag nicht bereits auf der Erde, aber ich wollte sie von dort weg und zurück im Zimmer haben, bevor noch etwas Schlimmes geschah. Das zu bewirken lag jedoch nicht in meiner Macht. Ich war gewissermaßen nur das Taxi. Oksana war diejenige, die Lissa sozusagen vom Sims herunterreden musste. Allerdings wies nichts darauf hin, dass ich sie tatsächlich mitgenommen hatte. Als ich in Lissas Kopf gesprungen war, hatte ich jegliches Gefühl für Oksana verloren. Kein Kitzeln im Gehirn mehr. Oksana? Dachte ich. Sind sie da? Es kam keine Antwort. Zumindest nicht von Oksana. Die Reaktion kam von unerwarteter Seite. Rose? Es war Lissas Stimme, die in meinen Gedanken sprach. Sie erstarrte in ihrer Position im Fensterrahmen und unterbrach sich abrupt in dem, was sie eben noch lachend zu Avery hatte sagen wollen. Ich spürte Lissas Entsetzen und Verwirrung. Sie wusste nicht, ob sie sich meine Stimme bloß einbildete. Sie sah sich suchend in dem Raum um, ihr Blick glitt dabei auch über Avery hinweg. Avery begriff, dass etwas im Gange war, und ihre Züge verhärteten sich. Ich nahm das vertraute Gefühl ihrer Anwesenheit in Lissas Geist wahr, und es überraschte mich nicht, als Avery abermals versuchte mich hinauszustoßen, nur dass es nicht funktionierte. Wenn Avery mich in der Vergangenheit hinausgeworfen hatte, fühlte es sich immer fast wie ein körperlicher Stoß an. Jetzt hatte ich den Eindruck, dass es sich für sie so anfühlen musste, als prallte sie gegen eine Steinmauer. Es war nicht mehr so leicht, mich herumzuschubsen. Irgendwie war Oksana bei mir und lieh mir ihre Stärke. Avery befand sich immer noch in Lissas Blickfeld, und ich sah, wie diese anbetungswürdigen, blaugrauen Augen sich vor Schreck weiteten, als ihr klar wurde, dass sie mich nicht kontrollieren konnte. So, dachte ich, jetzt bist du dran, Miststück. Rose? Da war wieder Lissas Stimme. Verliere ich den Verstand? Noch nicht, aber du musst da runterkommen sofort. Ich glaube, Avery versucht, dich umzubringen. Mich umzubringen? Ich konnte Lissas Ungläubigkeit spüren und hören. Das würde sie niemals tun. Hör zu. Lass uns jetzt nicht darüber streiten. Steig einfach von der Fensterbank und lass es gut sein. Ich spürte den Impuls in Lissa, spürte, wie sie ihr Gewicht verlagerte und langsam einen Fuß vom Fensterbrett nahm. Dann war es, als hielte sie irgendetwas in ihrem tiefsten Inneren auf. Ihr Fuß blieb, wo er war, und sie verlor langsam das Gleichgewicht. Das war Averys Werk. Ich fragte mich, ob Oksana, die im Hintergrund dieses Bandes lauerte, diesen Zwang wohl überwinden konnte. Nein, Oksana war hier nicht am Werk. Ihre Geistkräfte hatten irgendwie dazu gefühlt, dass ich aktiv mit Lissa in Verbindung treten konnte, aber sie selbst blieb passiv. Ich hatte erwartet, die Brücke zu sein und gedacht, Oksana würde in Lissas Kopf springen und sie mit Zwang belegen. Nun verhielt es sich jedoch genau umgekehrt und ich besaß nicht die Fähigkeit, Zwang auszuüben. Alles, was ich hatte, waren ein legendärer Scharfsinn und meine Überredungskünste. Lissa, du musst gegen Avery ankämpfen, sagte ich. Sie ist eine Geistbenutzerin und sie belegt dich mit Zwang. Du bist eine der stärksten Zwangbenutzerinnen, die ich kenne. Du solltest imstande sein, sie zu bekämpfen. Furcht antwortete mir. Ich kann nicht. Ich kann jetzt gerade keinen Zwang ausüben. Warum nicht? Weil ich was getrunken habe. Ich stöhnte im Geiste. Natürlich. Das war der Grund, warum Avery immer so schnell reagierte, wenn es darum ging, Lissa mit Alkohol abzufüllen. Er betäubte den Geist, wie Adriens regelmäßige Gelage bewiesen. Sie hatte Lissa zum Trinken ermutigt, damit ihre Fähigkeiten schwächer wurden und Avery auf geringeren Widerstand traf. Es hatte etliche Gelegenheiten gegeben, bei denen Lissa nicht genau sagen konnte, wie viel Avery eigentlich selbst getrunken hatte. Rückblickend musste Avery sich wohl ziemlich gut verstellt haben. Dann halte dich an gewöhnliche Willenskraft, sagte ich ihr. Du kannst dem Zwang widerstehen. Und das stimmte auch. Zwang bedeutete nicht automatisch ein Ticket zur Weltherrschaft. Manche Leute konnten ihm besser widerstehen als andere, wobei ein Strigoi oder Geistbenutzer die Dinge höchstwahrscheinlich komplizierte. Ich spürte, wie Lissa an ihrer Entschlossenheit arbeitete, spürte, wie sie meine Worte ständig wiederholte, dass sie stark sein und vom Fensterbrett hinuntersteigen müsse. Sie bemühte sich sehr gegen den Impuls anzukämpfen, den Avery ihr eingepflanzt hatte. Und ohne zu wissen wie, kämpfte ich plötzlich ebenfalls dagegen an. Lissa und ich taten uns zusammen und machten uns daran, Avery hinauszudrängen. In der körperlichen Welt starrten Avery und Lissa einander an, während der geistige Kampf andauerte. Averys Gesicht zeigte starke Konzentration, die plötzlich von Schock überlagert wurde. Sie hatte offensichtlich bemerkt, dass auch ich gegen sie kämpfte. Ihre Augen wurden schmal, und als sie zu reden begann, sprach sie mit mir und nicht mit Lissa. Oh, zischte Avery. Du solltest dich lieber nicht mit mir anlegen. Ach nein? Hitze stieg in mir auf, und ich hatte wieder das Gefühl, dass jemand in meinen Geist eindrang. Nur war es diesmal nicht Oksana. Es war Avery, und sie unterzog meine Gedanken und Erinnerungen einer eingehenden Prüfung. Jetzt verstand ich, was Oksana damit gemeint hatte, es sei aufdringlich und verletzend. Es ging nicht einfach nur darum, durch die Augen eines anderen zu blicken, es bedeutete dessen intimste Gedanken auszuspionieren. Und dann löste sich die Welt um mich herum auf. Ich stand in einem Raum, den ich nicht kannte. Einen Moment lang dachte ich, wieder auf Galinas Anwesen zu sein. Zumindest wirkte diese Umgebung genauso luxuriös und teuer. Aber nein. Nachdem ich mich etwas genauer umgesehen hatte, wurde mir klar, dass dies ganz und gar nicht dasselbe war. Die Möbel waren anders. Selbst die Schwingungen waren andere. Galinas Villa war hübsch gewesen, hatte aber etwas Kaltes, Unpersönliches an sich gehabt. Dieser Ort hingegen war einladend und wurde offensichtlich geliebt. Auf dem feudalen Sofa lag eine achtlos an die Seite geschobene Decke, als hätte sich jemand, oder vielleicht zwei Leute, vor nicht allzu langer Zeit darunter eingekuschelt. Und obwohl der Raum im Grunde nicht unordentlich war, standen überall persönliche Gegenstände wie Bücher oder gerahmte Fotos herum, die darauf schließen ließen, dass dieser Raum auch benutzt wurde und nicht nur als Vorzeigezimmer diente. Ich ging zu einem kleinen Bücherregal und griff nach einem Bilderrahmen. Dann ließ ich ihn beinahe gleich wieder fallen, als ich sah, wer auf dem Foto abgebildet war. Es war ein Bild von Dimitri und mir, jedoch hatte ich keinerlei Erinnerung daran. Wir standen dort Arm in Arm, miteinander zugeneigten Köpfen, damit wir ja beide aufs Bild kamen. Ich grinste breit und auch auf seinem Gesicht lag ein glückliches Lächeln, eins, das ich kaum je bei ihm gesehen hatte. Es milderte den erbitterten Beschützerinstinkt ein wenig, der sich für gewöhnlich in seinen Zügen gezeigt hatte, und ließ ihn erotischer wirken, als ich es mir je hätte vorstellen können. Eine Strähne von seinem weichen, braunen Haar hatte sich aus seinem Pferdeschwanz gelöst und lag auf seiner Wange. Hinter uns war eine Stadt zu sehen, die ich sofort erkannte, St. Petersburg. Ich runzelte die Stirn. Nein, dieses Foto konnte auf gar keinen Fall existieren. Ich betrachtete es noch immer, als ich hörte, dass jemand den Raum betrat. Als ich dann sah, wer es war, hörte mein Herz aufzuschlagen. Mit zitternden Händen stellte ich das Foto zurück auf das Regal und wich einige Schritte zurück. Dimitri! Er trug Jeans und ein zwangloses rotes T-Shirt, das perfekt zu seinem drahtigen Körper passte. Sein Haar war offen und etwas feucht, so als sei er gerade aus der Dusche gekommen. Er hielt zwei Becher in den Händen und kicherte, als er mich sah. Im Erno nicht angezogen? fragte er kopfschüttelnd. Sie werden jeden Augenblick hier sein. Ich schaute an mir hinab und stellte fest, dass ich eine karierte Flanellschlafanzuguse und ein Tanktop trug. Er reichte mir den Becher, aber ich war zu verblüfft, um irgendetwas anderes zu tun, als ihn einfach entgegenzunehmen. Ich spähte hinein, heiße Schokolade. Dann sah ich zu ihm auf. Kein Rot in seinen Augen, keine Bosheit in seinen Zügen, nur wunderbare Wärme und Zuneigung. Er war mein Dimitri, der, der mich geliebt und beschützt hatte, der mit einem reinen Herzen und einer hellen Seele. Wer, wer kommt denn? fragte ich. Lisa und Christian, sie kommen zum Brunch. Er warf mir einen verwirrten Blick zu. Ist alles in Ordnung mit dir? Ich schaute mich um und ließ den behaglichen Raum noch einmal auf mich wirken. Durch ein Fenster sah ich einen Garten voller Bäume und Blumen. Sonnenlicht schien auf den Teppich. Ich drehte mich zu Dimitri um und schüttelte den Kopf. Was ist das? Wo sind wir? Seine verwirrte Miene wich jetzt einem Stirnrunzeln. Er trat vor, nahm mir meinen Kakao ab und stellte beide Becher auf das Regal. Er legte seine Hände auf meine Hüften und ich zuckte zusammen, löste mich jedoch nicht von ihm. Wie hätte ich das auch tun sollen, wo er doch solche Ähnlichkeit mit meinem Dimitri hatte? Dies ist unser Haus, sagte er und zog mich an sich. In Pennsylvania. Pennsylvania? Sind wir etwa am königlichen Hof? Er zuckte die Achseln, ein paar Meilen davon entfernt. Ich schüttelte langsam den Kopf. Nein, das ist unmöglich. Wir können nicht zusammenwohnen und ganz sicher nicht so nah bei den anderen. Sie würden es uns niemals erlauben. Sollten Dimitri und ich in irgendeiner verrückten Welt tatsächlich zusammenleben, würden wir es heimlich tun müssen, an einem entlegenen Ort wie Sibirien. Du hast darauf bestanden, sagte er mit einem kleinen Lächeln, und die anderen kümmert es nicht. Sie akzeptieren es. Außerdem hast du gesagt, wir müssten in Lisas Nähe leben. Mir schwirrte der Kopf. Was war hier los? Wie war das möglich? Wie konnte ich mit Dimitri zusammenleben, vor allem in der Nähe von Moroi? Das war nicht richtig. Und doch fühlte es sich richtig an. Als ich mich umschaute, konnte ich erkennen, dass dies mein Zuhause war. Ich konnte die Liebe darin spüren, konnte die Bindung spüren, die Dimitri und ich zu diesem Haus hatten. Aber wieso war ich überhaupt mit Dimitri zusammen? Sollte ich nicht etwas anderes tun? Sollte ich nicht an einem ganz anderen Ort sein? Du bist ein Strigoi, sagte ich schließlich. Nein, du bist tot. Ich habe dich getötet. Er strich mir mit einem Finger über die Wange und schaute mich immer noch mit diesem kläglichen Lächeln an. Sehe ich denn so aus, als sei ich tot? Sehe ich aus wie ein Strigoi? Nein, er sah wunderbar und sexy und stark aus. Er war genau so, wie ich ihn in Erinnerung hatte. All das, was ich liebte. Aber du warst ... Ich brach ab, immer noch verwirrt. Das hier war nicht richtig. Es gab etwas, das ich unbedingt tun musste, aber ich konnte mich beim besten Willen nicht daran erinnern. Was ist passiert? Seine Hand kehrte zu meiner Hüfte zurück und er zog mich fest an sich. Du hast mich gerettet, flüsterte er mir ins Ohr. Deine Liebe hat mich gerettet, Rosa. Du hast mich zurückgeholt, damit wir zusammen sein konnten. Hatte ich das? Auch daran hatte ich keinerlei Erinnerungen. Aber es wirkte alles so real und fühlte sich so wunderbar an. Ich hatte seine Umarmung vermisst. Als Strigoi hatte er mich zwar auch im Arm gehalten, aber es hatte sich niemals so angefühlt. Und als er sich herabbeugte und mich küsste, wusste ich mit absoluter Sicherheit, dass er kein Strigoi war. Es war mir unerklärlich, wie ich mich in Galinas Haus so dermaßen hatte irren können. Dieser Kuss war lebendig. Er brannte in meiner Seele. Und als meine Lippen sich noch eifriger an seine drückten, spürte ich die Verbindung, die mir sagte, dass es für mich auf der ganzen Welt niemals jemand anderen geben würde als ihn. Nur, dass ich dieses Gefühl einfach nicht abschütteln konnte, dass ich eigentlich nicht hier sein sollte. Aber wo sollte ich denn sonst sein? Lissa. Irgendetwas mit Lissa. Ich löste mich aus dem Kuss, aber nicht aus der Umarmung. Mein Kopf ruhte an seiner Brust. Ich habe dich wirklich gerettet? Deine Liebe war zu stark. Unsere Liebe war zu stark. Nicht einmal die Untoten konnten uns voneinander fernhalten. Ich wollte es glauben, unbedingt. Doch diese Stimme nagte noch immer an mir. Lissa. Was war mit Lissa? Plötzlich fiel es mir ein. Lissa und Avery. Ich musste Lissa vor Avery retten. Ich riss mich von Dimitri los und er sah mich überrascht an. Was tust du? Das hier ist nicht real, sagte ich. Es ist ein Trick. Du bist immer noch ein Strigoi. Wir können nicht zusammen sein. Nicht hier. Nicht unter den Moroi. Natürlich können wir das. In seinen dunkelbraunen Augen stand ein verletzter Ausdruck und es zerriss mir das Herz. Willst du denn nicht mit mir zusammen sein? Ich muss zu Lissa. Lass sie gehen, sagte er und kam auf mich zu. Lass all das los. Bleib hier bei mir. Wir können alles haben, was wir jemals wollten, Rose. Wir können jeden Tag zusammen sein, jeden Morgen zusammen aufwachen. Nein! Ich trat noch weiter zurück. Ich wusste, wenn ich es nicht tat, würde er mich wieder küssen. Und dann wäre ich endgültig verloren. Lissa brauchte mich. Lissa saß in der Falle. Mit jeder verstreichenden Sekunde erinnerte ich mich deutlicher an die Situation mit Avery. Dies war alles nur eine Illusion. Rose, fragte er. In seiner Stimme lag so viel Schmerz. Was tust du? Es tut mir leid, erwiderte ich und war den Tränen nah. Lissa, ich musste zu Lissa. Das hier ist nicht real. Du bist tot. Du und ich, wir können niemals zusammen sein. Aber ihr kann ich immer noch helfen. Liebst du sie denn mehr als mich? Lissa hatte mir fast die gleiche Frage gestellt, als ich fortging, um Dimitri zu suchen. Offenbar war ich dazu verdammt, mich zwischen den beiden entscheiden zu müssen. Ich liebe euch beide, antwortete ich. Und mit diesen Worten brachte ich meine ganze Willenskraft auf, um zu Lissa zurückzukehren, wo immer sie war, und mich von dieser Fantasie loszureißen. Ehrlich gesagt, ich hätte den Rest meiner Tage in dieser Scheinwelt verbringen können, um mit Dimitri in diesem Haus zu leben und jeden Morgen mit ihm aufzuwachen, wie er es gesagt hatte. Doch es war nicht real. Es wäre viel zu einfach gewesen, und wenn ich irgendetwas allmählich lernte, dann war es die Tatsache, dass das Leben alles andere als einfach war. Die Anstrengung war unerträglich. Doch plötzlich sah ich wieder den Raum in St. Vladimir vor mir. Ich konzentrierte mich auf Avery, die mich und Lissa anstarrte. Sie hatte auf genau die Erinnerung zurückgegriffen, die mich am meisten quälte, und versucht, mich mit einer Fantasie, die ich mehr wollte als alles andere auf der Welt, zu verwirren und von Lissa loszureißen. Doch ich hatte gegen Averys Geistvolle angekämpft und war ziemlich zufrieden mit mir, trotz meines Herzwehs. Ich wünschte, ich hätte direkt mit ihr kommunizieren und ihr ein paar Bemerkungen darüber an den Kopf schleudern können, was sich von ihr und ihrem Spiel hielt. Das stand jedoch außer Frage, daher vereinte ich meine Willenskraft abermals mit Lissas, und gemeinsam stiegen wir von der Fensterbank auf den sicheren Fußboden hinunter. Avery war schweißgebadet, und als sie begriff, dass sie das psychische Tauzin verloren hatte, wurde ihr hübsches Gesicht sehr hässlich. Schön, sagte sie. Es gibt einfachere Methoden, dich zu töten. Plötzlich trat Reed in den Raum. Er wirkte so feindselig wie eh und je. Ich hatte keine Ahnung, woher er gekommen war oder wieso er gewusst hatte, dass er genau in diesem Moment auftauchen musste, aber er ging ohne Umweg und mit ausgestreckten Händen auf Lissa zu. Dieses offene Fenster ragte hinter ihr auf, und man brauchte kein Genie zu sein, um seine Absichten zu erraten. Avery hatte mithilfe von Zwang versucht, Lissa dazu zu bringen, selbst zu springen. Reed würde sie einfach aus dem Fenster stoßen. Binnen eines Herzschlags schoss ein mentales Gespräch zwischen Lissa und mir hin und her. Okay, sagte ich zu ihr. Hier ist mein Plan. Wir müssen einen kleinen Rollentausch veranstalten. Wovon redest du? Furchtdurchflutete sie, was wohl verständlich war, da Reed's Hände sie bereits in wenigen Sekunden packen würden. Nun, sagte ich, da ich gerade einen psychischen Machtkampf hinter mich gebracht habe, musst du jetzt das Kämpfen übernehmen, und ich werde dir zeigen, wie. Lissa brauchte nichts zu sagen, um ihr klarzumachen, wie schockiert sie war. Die Gefühle grenzenlosen Erstaunens, die in mich hineinflossen, sagten mehr als tausend Worte. Ich dagegen hatte zwei wirklich wichtige Worte für sie. Duck dich! Vermutlich lag es an der Überrumpelung, dass sie so schnell reagieren konnte. Sie ließ sich einfach auf den Boden fallen. Das sah zwar etwas unbeholfen aus, aber sie entging damit Reed's direktem Angriff, und das brachte sie größtenteils aus der Gefahrenzone des offenen Fensters. Trotzdem prallte er gegen ihre Schulter und ihren Kopf, doch das war nicht besonders schmerzhaft. Natürlich bedeutete nicht besonders schmerzhaft für Lissa etwas vollkommen anderes als für mich. Lissa wurde bereits einige Male gefoltert, doch die meisten ihrer Kämpfe waren mentaler Art gewesen. Sie hatte noch nie eine körperliche Auseinandersetzung durchlitten. Für mich war es nichts Ungewöhnliches, hin und wieder gegen Wände geschleudert zu werden, aber für sie war ein kleiner Schlag an den Kopf bereits rohe Gewalt. Kriech einfach los, befahl ich. Sieh zu, dass du von ihm und dem Fenster wegkommst, möglichst in Richtung Tür. Lissa krabbelte auf Händen und Füßen los, doch sie war zu langsam. Reed bekam ihr Haar zu fassen. Ich fühlte mich irgendwie, als spielten wir irgendwelche Spiele am Telefon. Angesichts der Verzögerung zwischen meinen Anweisungen und ihrer Reaktion hätte ich die Botschaft ebenso gut durch fünf Personen übermitteln lassen können, bevor sie Lissa erreichte. Ich wünschte, ich hätte ihren Körper wie ein Marionettenspieler kontrollieren können, aber ich war ja leider keine Geistbenutzerin. Es wird wehtun, aber dreh dich so weit wie möglich um und schlag ihn. Oh, es tat wirklich weh. Je weiter sie sich umdrehte, desto schmerzhafter wurde der Griff in ihrem Haar. Sie bekam es jedoch trotzdem ganz gut hin und schlug wild auf Reed ein. Ihre Treffer waren zwar nicht besonders koordiniert, aber sie überraschten ihn immerhin so sehr, dass er ihr Haar losließ und sie abzuwehren versuchte. In dem Moment fiel mir auf, dass auch seine Bewegungen nicht allzu koordiniert waren. Er war stärker als sie, sicher, aber abgesehen von ein paar Grundtechniken hatte er offensichtlich keine komplette Kampfausbildung genossen. Er war aber auch gar nicht zu einem richtigen Kampf hierher gekommen. Er war nur gekommen, um sie aus dem Fenster zu stoßen und die Sache damit hinter sich zu bringen. Lauf weg, wenn du kannst, lauf weg! Sie krabbelte rückwärts durch den Raum, nur leider führte ihr Fluchtweg nicht in Richtung Tür. Stattdessen kam sie weiter in den Raum hinein, bis sie mit dem Rücken gegen einen rollbaren Schreibtischstuhl stieß. Schnapp dir den Stuhl! Schlag ihn damit! Leichter gesagt als getan. Reed stand direkt vor ihr und versuchte immer noch, sie zu packen und auf die Füße zu zerren. Sie ergriff den Stuhl und gab ihm einen Stoß, um Reed damit zu treffen. Ich hatte gewollt, dass Lissa den Stuhl hochhob und damit auf ihn einschlug, doch das war für sie nicht so leicht. Es gelang ihr jedoch, sich aufzurappeln und den Stuhl zwischen sich und Reed zu bekommen. Ich gab ihr Anweisung, weiter mit dem Ding nach Reed zu schlagen, damit er sich zurückzog. Das funktionierte einigermaßen, aber sie hatte einfach nicht genug Kraft, um ihm ernsthaften Schaden zuzufügen. Inzwischen rechnete ich halb damit, dass Avery sich in den Kampf einschalten würde. Es wäre eine Leichtigkeit gewesen, Reed dabei zu helfen, Lissa unter Kontrolle zu bringen. Stattdessen sah ich aus Lissas Augenwinkeln, dass Avery vollkommen reglos, mit leicht getrübtem Blick da saß. Okay, das war zwar seltsam, aber ich hatte nichts dagegen, dass sie sich aus dem Kampf heraushielt. So wie es aussah, steckten Lissa und Reed in einer Patz-Situation, aus der ich meine Freundin unbedingt befreien musste. Du bist in der Defensive, sagte ich. Du musst ihn jetzt angreifen. Endlich bekam ich eine direkte Antwort. Was? So etwas kann ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich zeig's dir. Verpass ihm einen Tritt, vorzugsweise zwischen die Beine. Das zwingt die meisten Männer in die Knie. Ohne weitere Worte versuchte ich, ihr die Gefühle zu übermitteln, die ihr zeigen sollten, wie sie welche Muskeln anspannen musste, um ihn anzugreifen. Lissa wappnete sich und schob den Stuhl beiseite, sodass zwischen ihr und Reed der Weg frei war. Das überraschte ihn offensichtlich und verschaffte ihr eine günstige Gelegenheit. Ihr Bein schnellte vor. Sie verfehlte zwar die Kronjuwelen, aber immerhin traf sie ihn am Knie. Das war fast genauso gut. Als sein Bein unter ihm nachgab, stolperte er rückwärts und schaffte es gerade noch, sich an dem Drehstuhl festzuhalten. Doch der Stuhl rollte weg und nützte ihm somit herzlich wenig. Lissa brauchte nicht erst angetrieben zu werden, um an diesem Punkt sofort zur Tür zu rennen. Allerdings war die inzwischen versperrt. Simon kam soeben herein. Im ersten Augenblick waren Lissa und ich froh und erleichtert. Ein Wächter! Wächter bedeuteten Sicherheit. Wächter beschützten uns. Die Sache war nur die, dass dieser Wächter für Avery arbeitete, und uns wurde sehr bald klar, dass seine Dienste den Schutz vor Strigoi weit überstiegen. Mit großen Schritten hielt er auf Lissa zu, packte sie ohne zu zögern und zerrte sie unwirsch zurück zum Fenster. Für einen Moment gerieten meine Anweisungen ins Stocken. Ich hatte ihr zwar so einigermaßen vermitteln können, wie sie einen mürrischen Teenager abwehren sollte. Aber einen Wächter? Zudem hatte sich dieser mürrische Teenager inzwischen erholt und sich Simon angeschlossen, um den Job zu erledigen. Benutze Zwang gegen ihn! Es war meine letzte verzweifelte Idee. Das war Lissas Stärke. Der Alkohol, den sie zuvor getrunken hatte, war zwar inzwischen so weit abgebaut, dass sich ihre Koordinationsfähigkeit gebessert hatte, aber unglücklicherweise beeinträchtigte er noch immer ihren Zugriff auf das Geistelement. Sie konnte die Macht berühren, jedoch nur einen sehr kleinen Teil davon. Ihre Geistkontrolle war auch ziemlich schwerfällig. Nichtsdestotrotz war sie fest entschlossen. Sie zog so viel Geist in sich hinein, wie sie konnte, und kanalisierte ihn in Zwang. Nichts geschah. Dann nahm ich das seltsame Kitzeln in meinem Kopf wahr. Zuerst dachte ich, Avery hätte wieder ihre Finger mit im Spiel, nur dass diesmal niemand in mich hineingriff, sondern es eher so war, als greife jemand durch mich hindurch. Lissas Macht wallte auf, und mir wurde klar, was geschah. Oksana war immer noch da, irgendwo im Hintergrund, und sie lieh mir abermals ihre Kraft, kanalisierte sie durch mich hindurch und in Lissa hinein. Simon erstarrte, und das war geradezu lustig. Denn bei dem Versuch, auf sie loszugehen und den tödlichen Auftrag auszuführen, zuckte er so komisch und wiegte sich immer vor und zurück. Es sah aus, als schwebe er in Wackelpudding. Aus Angst, die Kontrolle wieder zu verlieren, wollte Lissa sich lieber nicht von der Stelle bewegen. Außerdem gab es da noch das Problem, dass Reed nicht unter Zwang stand. Doch für den Augenblick schien er ohnehin so verwirrt von der Sache mit Simon, um angemessen zu reagieren. Sie können mich nicht einfach töten, platzte Lissa heraus. Meinen Sie nicht, die Leute würden Fragen stellen, wenn sie meinen Leichnam unter einem Fenster finden? Sie werden es nicht bemerken, sagte Simon steif. Selbst diese wenigen Worte bedeuteten eine enorme Anstrengung für ihn. Nicht, wenn sie wieder zum Leben erweckt werden. Und sollte das nicht möglich sein, dann war es eben ein tragischer Unfall eines Problemkinds. Langsam, ganz langsam löste er sich aus ihrem Zwang. Ihre Macht war zwar noch da, wurde jedoch allmählich schwächer. Irgendwo schien da ein Leck zu sein und die Macht sickerte einfach hindurch. Ich vermutete, dass es entweder an Averys Einfluss lag oder einfach an Lissas geistiger Erschöpfung, vielleicht aber auch an beidem. Ein Ausdruck selbstgefälliger Genugtuung legte sich über Simons Züge, als er losstürzte und ... Er erstarrte abermals. Am äußersten Rand von Lissas Blickfeld leuchtete eine flammend-goldene Aura auf. Lissa drehte den Kopf gerade weit genug, um Adrian in der Tür zu sehen. Der Ausdruck auf seinem Gesicht war urkomisch, aber Schock hin oder her. Er hatte die Situation schnell genug erfasst, um Simon ins Visier zu nehmen. Jetzt war es Adrians Zwang, der den Wächter bewegungsunfähig machte. Lissa entwand sich seinem Griff und versuchte abermals von diesem verdammten Fenster wegzukommen. »Halt ihn fest«, rief Lissa. Adrian verzog das Gesicht. »Ich kann nicht. Was zum Teufel ist hier los? Es kommt mir so vor, als wäre da noch jemand ...« »Avery«, sagte Lissa und warf einen kurzen Blick auf das andere Mädchen. Averys Gesicht war selbst für eine Moroi ziemlich bleich geworden. Ihr Atem ging schwer und sie schwitzte mittlerweile noch stärker. Sie kämpfte gegen Adrians Zwang. Einige Sekunden später befreite Simon sich zum zweiten Mal. Er ging auf Lissa und Adrian zu, aber seine Bewegungen wirkten irgendwie träge. »Verdammt«, dachte ich. »Was jetzt?«, wollte Lissa wissen. »Reed! Nimm dir Reed vor! Schalte ihn aus!« Reed war während des Kampfes mit Simon wie erstarrt stehen geblieben und verfolgte fasziniert das Geschehen. Genau wie bei dem Wächter waren auch seine Bewegungen ein wenig träge, dennoch hatte er es wieder auf Lissa abgesehen. Simon hatte anscheinend beschlossen, dass Adrian die unmittelbare Bedrohung darstellte und steuerte nun auf ihn zu. Nun galt es herauszufinden, ob das Motto »Teile und Herrsche« noch funktionierte. »Was ist mit Adrian?«, fragte Lissa. »Wir werden ihn für eine Minute sich selbst überlassen müssen. Geh zu Reed. Schlag ihn bewusst los.« »Was?« Trotzdem näherte sie sich ihm, und zwar mit einer Entschlossenheit, die mich mit Stolz erfüllte. Reed zog die Oberlippe hoch und knurrte sie an. Er war jedoch hektisch und allzu siegessicher. Er konnte nicht klar denken und bewegte sich noch immer ziemlich ungelenk. Einmal mehr versuchte ich, Lissa ohne Worte anzuleiten. Ich konnte sie zu nichts zwingen, aber ich versuchte ihr zu vermitteln, wie es sich anfühlte, jemanden mit der Faust zu schlagen, wie sie den Arm zurückziehen und die Finger richtig schließen musste, wie sie Kraft aufbauen konnte. Nach allem, was ich vorhin gesehen hatte, hoffte ich auf einen Schlag, der einem Boxy bestenfalls einigermaßen nahe kam, gerade genug, um Reed von ihr fernzuhalten und etwas Zeit zu gewinnen. Und in dem Moment geschah etwas wirklich Wunderschönes. Lissa boxte ihm mitten auf die Nase, und ich meine, dass sie ihn boxte. Wir hörten den Aufprall, hörten, wie der Knochen brach. Blut quoll ihm aus der Nase. Reed flog rückwärts und sowohl er als auch Lissa hatten die Augen weit aufgerissen. Nie, niemals hätte ich gedacht, dass Lissa zu so etwas fähig wäre. Nicht meine süße, zarte, schöne Lissa. Am liebsten hätte ich ein Freudengeheul angestimmt, aber das Ganze war noch nicht vorbei. Hör nicht auf, mach das gleich noch mal, du musst ihn K.O. schlagen. Hab ich doch, rief sie, erschrocken über sich selbst. Außerdem tat ihr die Faust furchtbar weh. Diesen Aspekt hatte ich während meiner Unterweisung nicht ausdrücklich erwähnt. Nein, du musst ihn kampfunfähig machen, erklärte ich ihr. Ich glaube, er und Avery teilen ein Band, und ich denke, sie bezieht ihre Stärke von ihm. Jetzt ergab es auch einen Sinn, warum Reed erstarrt war, als Avery sich mit mehr Macht versorgte, um ihren Zwang zu verstärken. Warum er gewusst hatte, dass er genau in jenem Moment auftauchen musste. Sie hatte ihr Band benutzt, um ihn zu rufen. Also ging Lissa abermals auf Reed los. Sie landete noch zwei weitere Treffer, von denen einer seinen Kopf an die Wand schlug. Sein Mund öffnete sich leicht und seine Züge erschlafften. Er sank zu Boden, seine Augen starrten ins Leere. Ich war mir nicht sicher, ob er tatsächlich bewusstlos war, aber für den Moment war er jedenfalls ausgeschaltet. Von der Seite hörte ich, wie Avery aufschrie. Lissa drehte sich zu Adrian und Simon um. Adrian hatte alle Versuche aufgegeben, Zwang zu benutzen, weil Simon ihn mittlerweile mit voller Wucht attackierte. Adrians Gesicht zeigte deutliche Spuren der Treffer, die er hatte einstecken müssen, und ich vermutete, dass er genau wie Lissa noch nie mit vollem Körpereinsatz gekämpft hatte. Ohne irgendeine Anweisung von mir zu brauchen, schritt Lissa durch den Raum und setzte ihren Zwang ein. Simon zuckte überrascht zusammen, und auch wenn er seinen Angriff nicht abbrach, so war er dennoch für einen Moment abgelenkt. Lissa hatte sich zwar noch nicht wieder vollends erholt, doch die Mauern um Simon herum waren ein klein wenig schwächer geworden, gerade so, wie ich es vermutet hatte. »Hilf mir!« rief Lissa. Da Simon für einen Moment unaufmerksam war, versuchte Adrian ebenfalls, seinen Geist einzusetzen. Lissa fühlte und sah die Veränderung in seiner Aura, als Magie durch ihnen durchfloss. Sie spürte, dass er sich ihrem Psychoangriff auf Simon anschloss, und einen Augenblick später nahm ich wahr, dass Oksana sich ebenfalls mit ins Getümmel stürzte. Ich wollte den Generalspiel und Anweisungen erteilen, aber das hier war nicht länger meine Schlacht. Simons Augen weiteten sich, und er fiel auf die Knie. Lissa konnte die beiden anderen Geistbenutzer spüren. Sie war ein wenig erstaunt über Oxanas Anwesenheit, und sie hatte so den Eindruck, als stellten alle drei unterschiedliche Dinge mit Simon an. Lissa versuchte ihn zu zwingen, seinen Angriff zu beenden, indem er sich einfach nur still hinsetzte. Ein kurzer Kontakt mit Adrians Magie sagte ihr, dass er versuchte, den Wächter einschlafen zu lassen, und Oksana wollte, dass Simon aus dem Zimmer lief. Die widersprüchlichen Botschaften und all die Macht waren einfach zu viel. Simons Verteidigung brach in sich zusammen, als ihn diese unterschiedlichen Einflüsse mit voller Wucht trafen und so förmlich eine Flutwelle des Geistes schufen. Er sagte zu Boden. Mit ihrer vereinten Magie hatten die Geistbenutzer ihn außer Gefecht gesetzt. Lissa und Adrian wandten sich zu Avery um und machten sich bereit, doch das war gar nicht nötig. Als Simon von dieser geballten Ladung Geist bombardiert wurde, hatte Avery zu schreien begonnen, und sie schrie und schrie. Sie griff sich an den Kopf, ihr Kreischen ging durch Mark und Bein. Lissa und Adrian tauschten hilflose Blicke, unsicher, wie sie mit dieser neuen Entwicklung umgehen sollten. Um Gottes Willen, stieß Adrian erschöpft hervor. Wie bringen wir sie bloß zum Schweigen? Lissa wusste es nicht. Sie spielte mit dem Gedanken, zu ihr zu gehen. Sie wollte Avery helfen, trotz allem, was geschehen war. Aber einige Sekunden später verstummte Avery. Sie wurde jedoch nicht ohnmächtig wie ihre Gefährten. Sie saß einfach nur mit weit aufgerissenen Augen da. Der benommene Blick, den sie gezeigt hatte, solange sie sich des Elements Geist bediente, war verschwunden. Ihre Augen waren einfach leer, so als sei Avery nur eine leere Hülle. Was ist passiert? fragte Lissa. Ich kannte die Antwort. Der Geist ist von Simon in sich hineingeströmt und hat sie gegrillt. Lissa war bestürzt. Wie konnte er von Simon in sich hineinfließen? Weil sie ein Band teilen. Du hast gesagt, sie würde ein Band mit Reed teilen. Das tut sie auch. Sie ist mit beiden verbunden. Während sie um ihr Leben gekämpft hatte, war Lissa zu sehr abgelenkt gewesen, aber ich konnte durch ihre Augen die Aura aller Beteiligten wahrnehmen. Avery, die ihre Aura nicht länger verbarg, besaß eine goldene, genau wie Adrian und Lissa. Die Auren von Simon und Reed waren beinahe identisch gewesen, mit ganz normalen Farben, allerdings schwarz umrandet. Sie waren schattengeküsst, da Avery sie beide von den Toten zurückgeholt hatte. Lissa stellte keine Fragen mehr und ließ sich einfach in Arians Arme fallen. Es lag nichts Romantisches darin. Sie hatten nur beide den verzweifelten Wunsch, in der Nähe eines Freundes zu sein. Warum bist du hierher gekommen? fragte sie ihn. Machst du Witze? Wie hätte ich nicht kommen können? Ihr wart wie ein Leuchtfeuer mit all dem Geist, den ihr benutzt habt. Ich habe es über den ganzen Campus hinweg gespürt. Er sah sich um. Man, ich habe wirklich haufenweise Fragen. Da sind wir schon zu zweit, murmelte sie. Ich muss gehen, sagte ich zu Lissa. Es erfüllte mich mit einer Spur Melancholie, die beiden verlassen zu müssen. Ich vermisse dich. Wann kommst du zurück? Bald. Danke. Danke, dass du für mich da warst. Immer. Ich vermutete, dass mein Körper lächelte. Oh, und Lissa? Sag Adrian, dass ich stolz auf ihn bin. Der Raum in der Akademie verblasste. Ich saß wieder auf einem Bett am anderen Ende der Welt. Abe musterte mich voller Sorge. Auch Mark war besorgt, aber er hatte nur Augen für Oksana, die neben mir lag. Sie sah ein wenig so aus wie Avery, bleich und verschwitzt. Mark umklammerte verzweifelt ihre Hand. Angst sprach aus seinen Augen. Geht es dir gut? Sie lächelte. Nur müde. Ich komme bald wieder auf die Beine. Ich wollte sie umarmen. Danke, flüsterte ich. Ich bin Ihnen so dankbar. Ich freue mich, dass ich helfen konnte, erwiderte sie. Aber ich hoffe, ich muss so etwas nicht noch einmal tun. Es war seltsam. Ich bin mir nicht sicher, welche Rolle ich dabei gespielt habe. Ich auch nicht. Es hatte sich sogar richtig unheimlich angefühlt. Manchmal schien es, als sei Oksana tatsächlich dort gewesen, als hätte sie zusammen mit Lissa und den anderen gekämpft. Dann wieder hat es sich so angefühlt, als sei Oksana irgendwie mit mir verschmolzen. Ich schauderte. Da waren eindeutig zu viele Psychen miteinander verbunden gewesen. Beim nächsten Mal müssen sie an ihrer Seite sein, sagte Oksana. In der realen Welt. Ich betrachtete meine Hände, verwirrt und unsicher, was ich denken sollte. Der silberne Ring funkelte mich an. Ich nahm ihn ab und reichte ihn ihr. Dieser Ring hat mich gerettet. Kann er sie auch heilen, obwohl sie ihn selbst gemacht haben? Sie hielt ihn einen Moment lang in der Hand, dann gab sie ihn mir zurück. Nein. Aber, wie ich schon sagte, ich bin schon bald wieder hergestellt. Ich erhole mich wirklich sehr schnell von ganz allein. Das stimmte. Ich hatte in der Vergangenheit häufiger erlebt, wie erstaunlich schnell Lissa gesund wurde. Das lag daran, dass sie immer das Geistelement in sich trug. Ich schaute auf den Ring und mir kam ein beunruhigender Gedanke. Diesen Gedanken hatte ich schon während der Fahrt mit dem alten Ehepaar nach Novosibirsk gehabt, als ich immer wieder das Bewusstsein verlor. Oksana, ein Strigoi hat diesen Ring berührt und für einige Augenblicke, als er das tat, schien es so, als ... Nun, er war immer noch ein Strigoi, keine Frage, aber solange er den Ring in der Hand hielt, war er auch beinahe wieder der Alte. Oksana antwortete nicht sofort. Sie sah zu Mark auf und die beiden schauten einander lange an. Er biss sich auf die Lippe und schüttelte den Kopf. Nicht, sagte er. Das ist ein Märchen. Was? rief ich. Ich blickte zwischen den beiden hin und her. Wenn Sie etwas darüber wissen, über Strigoi, dann müssen Sie es mir erzählen. Mark sagte im scharfen Ton etwas auf Russisch, eine Warnung lag in seiner Stimme. Oksana wirkte gleichermaßen entschlossen. Es stellt uns nicht zu, Informationen zurückzuhalten, erwiderte sie. Dann wandte sie sich mit ernster Miene an mich. Mark hat Ihnen doch von dem Moroi erzählt, dem wir vor langer Zeit begegnet sind, dem anderen Geistbenutzer. Ich nickte. Ja. Er erzählte viele Geschichten, von denen ich die meisten für unwahr halte, aber eine von ihnen, nun, er behauptete, er habe einen Strigoi ins Leben zurückgeholt. Abe, der bis dahin geschwiegen hatte, lachte höhnisch auf. Das ist allerdings ein Märchen. Was? Meine ganze Welt gereden, zwanken. Wie denn? Das weiß ich nicht. Er hat nicht viel darüber gesprochen und die Einzelheiten haben sich häufig verändert. Sein Verstand ließ ihn im Stich und ich glaube, die Hälfte der Dinge, von denen er uns erzählt hat, beruht auf Einbildung, erklärte sie. Er ist verrückt, stellte Mark fest. Das entspricht alles nicht der Wahrheit. Lassen Sie sich nicht von der Fantasie eines Geisteskranken einfangen. Fixieren Sie sich nicht darauf. Lassen Sie nicht zu, dass dies zu Ihrer nächsten Mission wird. Sie müssen zu Ihrer Bundgefährtin zurückkehren. Ich schluckte und alle Gefühle dieser Welt brodelten in meinem Magen. War es wahr? Hatte ein Geistbenutzer einen Strigoi ins Leben zurückgeholt? Rein theoretisch. Nun, wenn Geistbenutzer heilen und Tote zurückbringen konnten, warum also nicht auch Untote? Und Dimitri? Dimitri wirkte jedenfalls sehr verändert, als er den Ring in der Hand gehalten hatte. Konnte der Geist auf ihn gewirkt und einen Teil seines alten Ichs berührt haben? In jenem Moment hatte ich lediglich vermutet, es seien liebevolle Erinnerungen an seine Familie, die diese Veränderung bewirkt hatten. Ich muss mit diesem Mann reden, murmelte ich. Nicht, dass ich gewusst hätte, warum. Märchen hin oder her, es war sowieso zu spät. Ich hatte es bereits getan. Ich hatte Dimitri getötet. Nichts würde ihn jetzt wieder zurückholen, auch kein Wunder des Geistes. Mein Herz raste und ich konnte kaum atmen. Vor meinem inneren Auge sah ich ihn fallen, immer tiefer, für alle Ewigkeit mit dem Flock in der Brust. Hätte er gesagt, dass er mich liebte? Diese Frage würde ich mir für den Rest meines Lebens stellen. Eine quälende Trauer erfüllte mich, doch gleichzeitig empfand ich auch Erleichterung. Immerhin hatte ich Dimitri aus seinem Zustand der Bösartigkeit befreit. Ich schenkte ihm Frieden und half ihm auf den Weg ins Glück. Vielleicht waren er und Mason irgendwo im Himmel zusammen und trainierten das eine oder andere Wächtermanöver. Ich hatte das Richtige getan. In diesem Fall sollte es kein Bedauern geben. Oksana, die nichts von meinen Gefühlen ahnte, reagierte auf meine letzte Bemerkung. Das war Marks voller Ernst. Dieser Mann ist verrückt, falls er überhaupt noch lebt. Als wir ihm das letzte Mal begegnet sind, konnte er kaum ein zusammenhängendes Gespräch führen, geschweige denn seine Magie benutzen. Er ist davon gelaufen und hält sich seither versteckt. Niemand weiß, wo er jetzt ist. Ausgenommen vielleicht sein Bruder. Genug, warnte Mark. Doch Apes Neugier war entfacht. Er beugte sich vor, scharfsinnig wie eh und je. Wie heißt dieser Mann? Robert Doru, antwortete Mark nach einigen Augenblicken des Zögerns. Diesen Namen hatte ich noch nie gehört und mir wurde klar, wie sinnlos das alles war. Der Mann war ein hoffnungsloser Fall und hatte sich die ganze Geschichte von der Rettung eines Trigoi sicher nur in einem Anfall von Wahnsinn ausgedacht. Dimitri war tot. Dieser Teil meines Lebens war abgeschlossen. Ich musste zu Lissa zurückkehren. Dann fiel mir auf, dass Abe sehr still geworden war. Kennen Sie ihn? fragte ich. Nein. Sie denn? Nein. Ich musterte Abe. Sie sehen aber ganz so aus, als wüssten Sie etwas, Smee. Ich hab bisher nur von ihm gehört, erklärte Abe. Er ist ein unehelicher Royal. Sein Vater hatte eine Affäre und Robert war das Ergebnis. Er wurde von seinem Vater sogar in die Familie aufgenommen. Robert und sein Halbbruder standen sich sehr nah, wovon aber nur wenige wussten. Doch Abe, wie sollte es auch anders sein, wusste natürlich darüber Bescheid. Doru ist der Familienname seiner Mutter. Das war keine Überraschung. Doru war kein königlicher Name. Wie lautet der Nachname seines Vaters? Daschkopf. Trenton Daschkopf. Das, stellte ich fest, ist allerdings ein Name, den ich kenne. Ich hatte Trenton Daschkopf vor einigen Jahren kennengelernt, als ich Lissa und ihre Familie zu einer königlichen Geburtstagsfeier begleitete. Trenton war damals ein alter, gebeugter Mann gewesen, freundlich, aber dem Tode nah. Moroy wurden häufig über 100 Jahre alt, doch er ging bereits auf die 120 zu, was selbst nach ihren Maßstäben uralt war. Es kursierten keinerlei Gerüchte über einen unehelichen Sohn, aber dafür war sein ehelicher Sohn dort gewesen. Dieser Sohn hatte sogar mit mir getanzt und sich damit einem niederen Dampiermädchen gegenüber ausgesprochen höflich verhalten. Trenton ist Viktor Daschkows Vater, erklärte ich, und Sie sagen, Robert Doru sei Viktor Daschkows Halbbruder? Abe nickte, wobei er mich immer noch eingehend beobachtete. Wie mir auffiel, wusste Abe anscheinend alles. Er kannte wahrscheinlich auch die ganze Vorgeschichte mit Viktor. Oksana runzelte die Stirn. Viktor Daschkows ist jemand Wichtiges, nicht wahr? Weit draußen in ihrem sibirischen Cottage war sie ganz und gar abgeschnitten von dem Wirrwarr der Moroy-Politik und wusste nicht, dass der Mann, der beinahe König geworden wäre, nun im Gefängnis saß. Ich fing an zu lachen, aber nicht etwa, weil ich der Situation irgendwelche Komik abgewinnen konnte. Das Ganze war einfach unglaublich, und mein hysterischer Lachanfall war für mich die einzige Möglichkeit, all den verrückten Gefühlen in mir Luft zu machen. Verzweiflung, Resignation, Ironie. Was ist denn so witzig? fragte Mark verblüfft. Nichts, antwortete ich. Wenn ich nicht gleich zu lachen aufhörte, würde ich wahrscheinlich zu weinen anfangen. Das ist es ja gerade. An der ganzen Geschichte ist überhaupt nichts witzig. Was für eine wunderbare Wendung in meinem Leben. Die einzige Person, die möglicherweise etwas darüber wusste, wie man Strigoi rettete, war der Halbbruder meines größten lebenden Feindes, Viktor Daschkov. Und die einzige Person, die möglicherweise wusste, wo Robert sich aufhielt, war ausgerechnet Viktor. Damals hatte Viktor eine Menge über das Geistelement gewusst, und jetzt konnte ich mir auch gut vorstellen, von wem diese Informationen ursprünglich stammten. Nicht, dass es eine Rolle gespielt hätte. Nichts von alledem spielte noch eine Rolle. Auch wenn Viktor selbst in der Lage gewesen wäre, einen Strigoi ins Leben zurückzuholen, so hätte es mir nichts genutzt. Dimitri war durch meine Hand gestorben. Er war tot, auf die einzige Weise gerettet, die ich kannte. Ich hatte schon einmal zwischen ihm und Lissa wählen müssen und mich für ihn entschieden. Jetzt stand außer Frage, auf wen meine Wahl fiel. Ich entschied mich für Lissa. Sie war real. Sie lebte. Dimitri gehörte der Vergangenheit an. Ich hatte geistesabwesend auf die Wand gestarrt, aber jetzt blickte ich auf und sah Abe direkt in die Augen. Also gut, alter Mann, sagte ich. Schicken Sie mich nach Hause. Letztendlich betrug die Flugzeit wohl eher dreißig Stunden. Es war gar nicht so leicht, aus dem Herzen Sibiriens in das Herz Montanas zu gelangen. Ich flog von Novosibirsk über Moskau, Amsterdam und Seattle nach Missoula. Vier verschiedene Flüge, fünf verschiedene Flughäfen, eine Menge hin und her. Es war anstrengend, doch als ich meinen Pass vorlegte, um in Seattle wieder in die USA einzureisen, wallten seltsame Gefühle in mir auf. Glück und Erleichterung. Vor meiner Abreise aus Russland hatte ich gedacht, dass Abe mich möglicherweise begleiten würde, um seinen Auftrag persönlich zu Ende zu bringen, dass er mich eigenhändig bei demjenigen abliefern würde, der ihn angeheuert hatte, wer immer das sein mochte. Sie werden jetzt wirklich zurückkehren, nicht wahr? fragte er auf dem Flughafen. In die Schule? Sie werden doch nicht an einem ihrer Zwischenstops aussteigen und verschwinden, oder? Ich lächelte. Nein, ich kehre nach St. Vladimir zurück. Und Sie werden auch sicher dort bleiben? hakte er nach. Er wirkte nicht mehr ganz so gefährlich wie in Bayar, doch seine Augen funkelten streng. Mein Lächeln erstarb. Ich weiß nicht, was geschehen wird. Dort ist für mich kein Platz mehr. Rose. Erstaunt über meine eigene Entschlossenheit, hob ich eine Hand, um ihn zum Schweigen zu bringen. Das reicht. Keine außerschulischen Vorschriften. Sie haben gesagt, ihr Auftrag lautete, mich dorthin zurückzubringen. Es steht Ihnen nicht zu, mir zu sagen, was ich danach tun soll. Zumindest hoffte ich das. Wer auch immer mich zurückhaben wollte, musste zur Akademie gehören, und schon bald würde ich dort eintreffen. Sie hatten gewonnen. Apes Dienste wurden nicht länger benötigt. Trotz seines Sieges schien er nicht glücklich darüber zu sein, mich ziehen lassen zu müssen. Er blickte zu einer der Abflugtafeln auf und seufzte. Sie müssen jetzt durch die Sicherheitskontrolle, sonst verpassen Sie Ihren Flug. Ich nickte. Danke für ... für was eigentlich? Seine Hilfe? Für alles. Ich wollte mich abwenden, doch er berührte mich an der Schulter. Ist das etwa alles, was Sie an Kleidung dabei haben? Die meisten meiner Sachen waren überall in Russland verstreut. Einer der Alchemisten hatte Schuhe, Jeans und ein Sweatshirt für mich aufgetrieben. Davon abgesehen, musste ich eben improvisieren, bis ich wieder in den Staaten war. Mehr brauche ich nicht, erwiderte ich. Ape zog eine Augenbraue hoch. Dann wandte er sich an einen seiner Wächter und deutete mit einer kleinen Geste auf mich. Sofort zog der Wächter seinen Mantel aus und reichte ihn mir. Der Mann hatte zwar eine recht schlachsige Figur, aber sein Mantel war mir trotzdem zu groß. Nein, ich brauche keinen. Nehmen Sie ihn, befahl Ape. Ich nahm ihn. Und dann begann Ape zu meiner Verblüffung auch noch, seinen Schal vom Hals zu ziehen. Es war sogar einer seiner besonders hübschen Schals, Kaschmir, in verschiedenen leuchtenden Farben, die eher in die Karibik passten als nach Russland oder Montana. Ich wollte abermals protestieren, doch der Ausdruck auf seinem Gesicht brachte mich zum Schweigen. Ich wickelte mir den Schal um den Hals und bedankte mich bei Ape, wobei ich mich fragte, ob ich ihn wohl jemals wiedersehen würde. Ich sparte mir die Frage jedoch, denn ich hatte so ein Gefühl, dass er mir ohnehin nicht antworten würde. Als ich dreißig Stunden später endlich in Missoula landete, war ich mir ziemlich sicher, dass ich sobald nicht wieder in ein Flugzeug steigen würde, jedenfalls nicht in absehbarer Zeit, sagen wir, für die nächsten fünf Jahre, vielleicht auch zehn. Aber wenigstens war das Verlassen des Flughafens ohne Gepäck schön unkompliziert. Ape hatte die Akademie von meiner Ankunft in Kenntnis gesetzt, aber ich hatte keine Ahnung, wen sie schicken würden, um mich abzuholen. Alberta, die für die Wächter in St. Vladimir zuständig war, schien mir am wahrscheinlichsten. Oder vielleicht schickten sie sogar meine Mutter. Ich wusste eigentlich nie, wo sie sich gerade aufhielt, und plötzlich wollte ich sie wirklich unbedingt sehen. Sie wäre eine logische Alternative gewesen. Daher war ich ziemlich überrascht, als ich sah, dass am Ausgang des Flughafens Adrian auf mich wartete. Ein Grinsen machte sich auf meinem Gesicht breit, und ich beschleunigte meine Schritte. Ich schlang die Arme um ihn, was uns beide erstaunte. Ich habe mich noch nie im Leben so gefreut, dich zu sehen, sagte ich. Er drückte mich fest an sich, dann ließ er wieder los, trat einen Schritt zurück und betrachtete mich bewundernd. Die Träume werden der Realität einfach nie gerecht, kleine Dampir. Du siehst umwerfend aus. Ich hatte mich nach der Tortur mit den Strigoi gründlich gewaschen, und Oksana hatte mich trotz meines Protests geheilt, selbst die blauen Flecken an meinem Hals, nach deren Herkunft sie sich niemals erkundigt hatte. Was diese Flecken betraf, so wollte ich nicht, dass sonst irgendjemand davon erfuhr. Und du siehst! Ich musterte ihn. Er war wie immer schick angezogen, mit seinem dreiviertellangen Wollmantel und einem grünen Schal, der gut zu seinen Augen passte. Seine dunkelbraunen Haare standen sorgfältig, wie er es wollte, in alle Richtungen. Aber sein Gesicht, na ja. Wie bereits erwähnt, hatte Simon ein paar ziemlich gute Treffer gelandet. Eins von Adrians Augen war richtig dick angeschwollen und mittlerweile dunkelblau. Aber wenn ich über ihn nachdachte und über all das, was er getan hatte, spielte keiner dieser kleinen Schönheitsfehler irgendeine Rolle. Großartig aus! Lügnerin, sagte er. Hätte Lissa das blaue Auge nicht heilen können? Es ist ein Ehrenzeichen, lässt mich männlicher wirken. Komm schon, deine Kutsche wartet. Warum haben sie dich hergeschickt, erkundigte ich mich, als wir zum Parkplatz gingen. Du bist doch wohl nüchtern, oder? Adrian reagierte nicht darauf. Na ja, die Schule trägt nicht mehr offiziell die Verantwortung für dich, da du doch eine Schulabbrecherin bist. Also waren sie im Grunde nicht dazu verpflichtet, dich abzuholen. Keiner deiner anderen Freunde kann den Campus verlassen. Und ich, ich bin nur ein Freigeist, der in der Akademie herumhängt. Also habe ich mir einen Wagen geliehen und hier bin ich. Seine Worte weckten gemischte Gefühle in mir. Einerseits war ich natürlich gerührt, dass er den ganzen Aufwand betrieben hatte, um mich abzuholen. Andererseits machte mir der Hinweis, dass die Schule keine Verantwortung mehr für mich trug, ziemlich zu schaffen. Auf allen Reisen hatte ich St. Vladimir immer wieder als mein Zuhause betrachtet. Doch jetzt war es das ganz offiziell nicht mehr. Ich würde zukünftig nur noch eine Besucherin sein. Als wir losfuhren, informierte Adrian mich über die jüngsten Entwicklungen in der Schule. Nach dem großen psychischen Showdown war ich nicht mehr oft in Lissas Geist eingedrungen. Oksana hatte zwar meinen Körper geheilt, aber gefühlsmäßig war ich immer noch erschöpft und voller Trauer. Und obwohl mir gelungen war, was ich mir vorgenommen hatte, verfolgte mich noch immer das Bild von Dimitri, wie er in die dunkle Tiefe stürzte. Wie sich herausstellte, hattest du recht damit, dass Avery mit Simon und Reed verbunden ist, sagte Adrian. Nach allen Informationen, die wir bisher bekommen konnten, klingt es so, als sei Simon vor einigen Jahren in einem Kampf, den Avery miterlebt hat, getötet worden. Alle hielten es für ein Wunder, dass er überlebte, ohne die Wahrheit zu erkennen. Sie hat ihre Kräfte verborgen, genau wie ihr am Anfang auch, überlegte ich laut. Und Reed ist dann später gestorben? Nun, das ist das Seltsame an der ganzen Sache, antwortete Adrian stirnrunzelnd. Niemand kann sich daran erinnern, wann er gestorben sein soll. Ich meine, er ist doch ein Royal. Irgendjemand müsste es eigentlich wissen. Er ist ein Leben lang verhätschelt worden, richtig? Aber nach allem, was wir aus ihm herausbekommen konnten, was allerdings nicht sehr viel war, weil alle drei in einem ziemlich üblen Zustand sind, hört es sich so an, als hätte Avery ihn vielleicht mit Absicht getötet und dann zurückgebracht. Genau wie bei Lissa, bemerkte ich und dachte an Simons Worte während des Kampfes. Avery wollte sie töten, zurückbringen und dann mit ihr verbunden sein. Aber warum ausgerechnet Lissa? Soll ich mal raten? Weil sie eine Geistbenutzerin ist. Seit das Element Geist nicht länger geheim gehalten wird, war es nur eine Frage der Zeit, bis Avery von Lissa und Mia fuhr. Vermutlich dachte Avery, ein Band mit Lissa würde ihre eigene Macht vergrößern. So wie es aussah, hat sie von den beiden anderen sehr viel Energie abgezogen. Adrian schüttelte den Kopf. Das war kein Witz, als ich sagte, ich hätte diesen Geist quer über den ganzen Campus wahrgenommen. Die Menge an Energie, die Avery aufbringen musste, um so viele Leute unter Zwang zu nehmen, ihre Aura zu verbergen und wer weiß, was sonst noch alles. Nun, es war schwindelerregend. Ich starrte auf die Schnellstraße vor uns und dachte über die Folgen von Averys Taten nach. Und das ist auch der Grund, warum Reed so verkorkst war, so wütend und immer kampfbereit. Er und Simon haben all diese Dunkelheit in sich aufgenommen, die Avery durch die Benutzung des Geistes heraufbeschwur. Genau wie bei Lissa und Mia. Ja, klar. Nur, dass ihr beide ganz anders seid als diese drei. Bei Simon war es nicht so aufgefallen, weil er sich besser darauf verstanden hat, sich nichts anmerken zu lassen. Aber alle beide balancierten stets am Rande des Wahnsinns. Und jetzt? Jetzt sind sie abgestürzt. Alle drei. Ich erinnerte mich daran, dass Simon ins Leere gestarrt und Avery geschrien hatte. Mir lief es kalt den Rücken runter. Wenn du sagst, sie sind abgestürzt, dann meine ich damit, dass sie vollkommen und absolut wahnsinnig sind. Diese drei werden bis ans Ende ihrer Tage in einer Anstalt existieren. Wegen der Dinge, die ihr, die wir alle getan haben? fragte ich entsetzt. Zum Teil, bestätigte er. Avery hat all diese Macht gegen uns eingesetzt, und als wir die zurückgeworfen haben, ist, na ja, ich schätze, das war als wäre eine Sicherung durchgebrannt. Und um ehrlich zu sein, wenn man bedenkt, in welchem Zustand Reed und Simon vorher schon waren, musste es früher oder später wohl soweit kommen. Bei Avery ebenfalls. Mark hatte recht, murmelte ich. Wer? Der Schattengeküste, den ich kennengelernt habe. Er hat davon gesprochen, dass Lissa und ich eines Tages vielleicht in der Lage sein würden, einander von der Dunkelheit zu heilen. Es bedarf eines ausgewogenen Gleichgewichts der Macht zwischen dem Geistbenutzer und dem Schattengeküsten. Ich verstehe es immer noch nicht ganz, aber ich schätze, Averys kleines Trio war nicht in der Lage, mit diesem Balanceakt fertig zu werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gesund ist, mit mehr als einer Person ein Band zu teilen. Hm. Adrian schwieg eine Weile und dachte über all das nach. Schließlich lachte er. Mann, ich kann kaum glauben, dass du noch einen Geistbenutzer und einen Schattengeküsten gefunden hast. Das ist wie die berühmte Nadel im Heuhaufen. Aber dir passieren solche Dinge ständig. Ich kann es gar nicht abwarten, den Rest deiner Geschichte zu hören. Ich wandte den Blick ab und lehnte meinen Kopf gegen die Scheibe. Der ist eigentlich gar nicht so interessant. Keiner von den Lehrern der Akademie wusste, dass ich an dem Showdown mit Avery beteiligt gewesen war. Daher musste ich mich bei meiner Rückkehr auch von niemandem ausfragen lassen. Sie waren noch vollauf mit den Hintergründen beschäftigt und stellten Adrian und Lissa deshalb Unmengen von Fragen. Da das Element Geist nach wie vor ein recht neues Phänomen war, wusste niemand so genau, was er von den Ereignissen halten sollte. Avery und ihre Bundgefährten waren an einen Ort gebracht worden, an dem man ihnen vielleicht helfen konnte, und ihr Vater hatte sich bereits vorübergehend beurlauben lassen. Adrian trug mich als seinen Gast ein, sodass ich einen Campusausweis bekam. Wie alle Besucher erhielt ich zudem eine Liste mit den Orten, an denen ich mich aufhalten durfte, und all den Dingen, die ich zu tun oder zu lassen hatte. Eine Liste, die ich prompt ignorierte. Ich muss gehen, erklärte ich Adrian unverzüglich. Er sah mich mit einem wissenden Lächeln an. Das sagte ich mir schon. Danke, dass du mich abgeholt hast. Es tut mir leid, dass ich dich allein lassen muss. Er tat meine Bedenken mit einem Achselzucken ab. Du lässt mich ja nicht allein. Du bist wieder da. Das ist alles, was zählt. Ich war so lange geduldig. Da kann ich auch noch ein Weilchen länger warten. Ich hielt seinen Blick einen Moment lang stand, verblüfft über die Herzenswärme, die plötzlich in mir auffallte. Doch ich behielt meine Gefühle für mich und bedachte Adrian nur mit einem flüchtigen Lächeln, bevor ich mich auf den Weg über den Campus machte. Als ich in Lissas Wohnheim trat, erntete ich von allen Seiten seltsame Blicke. Der Unterricht war gerade zu Ende, sodass ich vielen Schülern begegnete, die hereinkamen oder irgendwo hineilten. Doch sobald ich vorbeiging, erstarben die Gespräche und einige Leute blieben sogar stehen. Das alles erinnerte mich an den Tag, an dem Lissa und ich nach unserer gemeinsamen Flucht wieder zur Schule zurückgekehrt waren. Als wir damals durch die Cafeteria geführt worden waren, hatten uns unsere Mitschüler ganz ähnlich behandelt. Vielleicht bildete ich mir das alles auch nur ein, aber diesmal schien es irgendwie schlimmer zu sein. Die Blicke waren schockierter. Das Schweigen lasten da. Beim letzten Mal hatten die Leute vermutlich geglaubt, unsere Flucht sei so eine Art Streich gewesen. Diesmal konnte niemand wirklich verstehen, warum ich plötzlich verschwunden war. Ich ging als Heldin aus dem Angriff auf die Schule hervor, nur um dann alles hinzuschmeißen und abzuhauen. Ich schätzte, dass einige von Lissas Wohnheimgefährten glaubten, einem Gespenst zu begegnen. Aber ich hatte viel Übung im Ignorieren von Tratsch und der Meinung anderer, und so rannte ich, ohne einen Blick zurückzuwerfen, an den Gaffern vorbei die Treppe hinauf und nahm dabei immer zwei Stufen gleichzeitig. Als ich Lissas Flur entlang ging, schirmte ich mich gegen ihre Gefühle ab. Das mochte albern wirken, aber ich wollte mich überraschen lassen. Ich wollte sie ganz einfach mit eigenen Augen in Fleisch und Blut vor mir sehen, ohne irgendeinen Hinweis auf ihre Gefühle oder Gedanken. Ich klopfte an ihre Tür. Adrian hatte gesagt, unsere Traumbegegnungen konnten es nicht mit den persönlichen Begegnungen aufnehmen. Das Gleiche galt auch für Lissa und mich. Es war etwas völlig anderes, in ihrem Kopf zu sein, als ihr in der Realität gegenüber zu stehen. Die Tür öffnete sich, und es kam mir vor, als hätte ich eine Erscheinung, als sei eine Art Engel vom Himmel herabgestiegen. Ich war noch nie so lange von ihr getrennt gewesen, und nach all der Zeit fragte sich ein Teil von mir, ob ich Melissa womöglich nur einbildete. Sie hielt eine Hand vor den Mund und starrte mich mit großen Augen an. Ich glaube, ihr ging es genauso wie mir, und dabei hatte sie noch nicht einmal gewusst, dass ich schon da war. Man hatte ihr lediglich erzählt, ich würde bald eintreffen. Zweifellos erschien ich ihr ebenfalls wie ein Phantom. Und mit unserem Wiedersehen verhielt es sich, als käme ich, nach fast fünf Wochen, endlich aus einer Höhle heraus ans helle Tageslicht. Als Dimitri verwandelt worden war, hatte ich das Gefühl, einen Teil meiner Seele verloren zu haben. Als ich Lissa verließ, verschwand ein weiterer Teil. Jetzt, da ich sie wieder sah, begann ich zu glauben, dass meine Seele vielleicht doch würde heilen können. Vielleicht gab es für mich zu guter Letzt doch noch eine gute Zukunft. Ich fühlte mich zwar noch nicht wieder zu hundert Prozent als Ganzes, aber Lissas Anwesenheit füllte diesen fehlenden Teil von mir auf. Ich war seit einer Ewigkeit nicht mehr so sehr ich selbst gewesen. Zwischen uns herrschte verwirrtes Schweigen, unzählige Fragen hingen in der Luft. Trotz allem, was wir mit Avery durchgemacht hatten, gab es noch immer einiges, das wir miteinander klären mussten, noch aus der Zeit, da ich die Schule abgebrochen hatte. Zum ersten Mal, seit ich einen Fuß auf das Gelände der Akademie gesetzt hatte, bekam ich es mit der Angst zu tun. Angst davor, dass Lissa mich womöglich zurückweisen oder mich wegen meiner Taten anschreien würde. Stattdessen zog sie mich an sich und umarmte mich fest und innig. Ich wusste es, schluchzte sie. Ich wusste, dass du zurückkommst. Natürlich, nuschelte ich in ihre Schulter. Das habe ich doch gesagt. Meine beste Freundin. Ich hatte meine beste Freundin zurück. Solange ich Lissa hatte, würde ich mich von den Dingen, die in Sibirien geschehen waren, erholen können. Ich würde mein Leben weiterleben. Es tut mir leid, sagte sie. Was ich getan habe, tut mir so leid. Überrascht ging ich einen Schritt zurück. Dann trat ich in ihr Zimmer und zog die Tür hinter uns zu. Es tut dir leid? Was sollte dir leid tun? Ungeachtet meiner Freude, sie zu sehen, war ich in der Annahme hierher gekommen, dass sie mir immer noch böse sei, weil ich sie verlassen hatte. Dieses ganze Chaos mit Avery wäre gar nicht erst passiert, wenn ich bei Lissa geblieben wäre. Ich machte mir Vorwürfe. Mit Tränen in den Augen setzte sie sich auf ihr Bett. All das, was ich gesagt habe, als du fortgegangen bist. Ich hatte kein Recht, solche Sachen zu sagen. Ich habe einfach kein Recht dazu, dir Befehle zu erteilen. Ich fühle mich schrecklich, weil … Sie fuhr sich mit dem Handrücken über die Augen und versuchte, die Tränen wegzuwischen. Ich fühle mich schrecklich, weil ich dir gesagt habe, ich würde Dimitri nicht zurückholen. Ich meine, ich weiß, es hätte nichts geändert, aber ich hätte es trotzdem anbieten sollen. Nein, Lissa nicht. Ich kniete mich vor sie hin und griff nach ihren Händen. Ich konnte immer noch nicht fassen, dass ich wieder mit ihr zusammen war. Sieh mich an. Es gibt nichts, was dir leidtun müsste. Ich habe auch Dinge gesagt, die ich nicht hätte sagen sollen. Das passiert, wenn Leute aufgebracht sind. Keiner von uns sollte sich deswegen verurteilen. Und was die Idee angeht, ihn zurückzuholen … Ich seufzte. Es war richtig, von dir das abzulehnen. Selbst wenn wir ihn gefunden hätten, bevor er verwandelt worden war, hätte das im Grunde auch keine Rolle gespielt. Denn du kannst nicht mit mehreren Personen ein Bann teilen, ohne dich selbst in Gefahr zu bringen. Das war doch genau das, was bei Avery schiefgegangen ist. Nun ja, das war zumindest ein Teil dessen, was bei Avery schiefging. Manipulation und Machtmissbrauch hatten dabei ebenfalls eine große Rolle gespielt. Lissa hörte auf zu weinen. Wie hast du das gemacht, Rose? Wie konntest du am Ende da sein, als ich dich brauchte? Woher hast du es gewusst? Eine andere Geistbenutzerin hat mir geholfen. Ich habe sie in Sibirien kennengelernt. Sie kann direkt in andere hineingreifen, in jeden x-beliebigen Kopf, nicht nur in den ihres Bundgefährten. Und aktiv kommunizieren. Eigentlich genau wie Avery. Also hat Oxana an mich hineingegriffen, während ich mit dir verbunden war. Es ist schon seltsam, wie das alles passiert ist. Gelinde gesagt. Noch eine Fähigkeit, die ich nicht habe, bemerkte Lissa kläglich. Ich grinste. Hey, ich habe noch keinen Geistbenutzer getroffen, der so boxen kann wie du. Das war reinste Poesie, Liz. Sie stöhnte. Doch ich spürte, dass sie sich freute, als ich ihren alten Spitznamen benutzte. Ich hoffe, dass ich so etwas nie wieder tun muss. Ich bin einfach nicht zum Kämpfen gemacht, Rose. Du bist für das Angreifen zuständig. Und ich bin diejenige, die dich moralisch unterstützt und nach dem Kampf wieder zusammenfliegt. Sie hob ihre Hände und betrachtete sie. Oh, nein. Ich verspüre definitiv nicht das geringste Verlangen, noch einmal mit den Fäusten auf jemanden loszugehen. Aber jetzt weißt du wenigstens, dass du es kannst. Und falls du es bei Gelegenheit lieber nochmal üben möchtest? Nein. Sie lachte. Es gibt jetzt schon so vieles, dass ich mit Adrian üben muss. Und erst recht, nachdem du mir von immer neuen Fähigkeiten erzählst, die andere Geistbenutzer haben. Gut, vielleicht ist es das Beste, wenn alles wieder so wird wie früher. Sie wurde ernst. Gott, das hoffe ich sehr. Rose, ich habe so viele Dummheiten gemacht, seit Avery bei mir war. Durch das Bann spürte ich, was ihr am meisten zusetzte. Christian. Ihr Herz verzehrte sich nach ihm, und sie hatte endlos viele Tränen vergossen. Seit Dimitri mir entrissen worden war, wusste ich nur zu gut, wie es sich anfühlte, seine große Liebe zu verlieren, und ich schwor mir, dass ich etwas unternehmen würde, um ihr zu helfen. Doch jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Wir mussten erst wieder zueinander finden. Aber du konntest doch nichts dafür, stellte ich fest. Sie war zu stark mit ihrem Zwang, vor allem, nachdem sie dich dazu gebracht hatte, Alkohol zu trinken und damit deine Abwehr zerstört hat. Ja, aber nicht jeder weiß davon oder könnte es überhaupt verstehen. Die Leute vergessen das alles auch wieder, sagte ich. Das tun sie immer. Ich verstand ihre Angst um ihren Ruf, aber ich bezweifelte, dass sie wirklich dauerhaft unter den Folgen zu leiden haben würde, abgesehen von der Sache mit Christian. Adrian und ich hatten Averys Manipulationen analysiert und uns alles zusammengereimt, nachdem wir es mit Simons Bemerkung in Verbindung gebracht hatten, dass Lissa einen bedauerlichen Unfall haben sollte. Der üble Plan sah vor, dass Lissa auf alle einen möglichst labilen Eindruck machte, falls Avery aus irgendeinem Grund doch nicht die Kraft haben sollte, sie wieder zu beleben. Wenn Lissa tatsächlich gestorben wäre, hätte niemand Nachforschungen angestellt. Nicht nachdem sie sich wochenlang wie verrückt aufgeführt und sich ständig betrunken hatte. Es wäre zwar tragisch, aber nicht völlig undenkbar gewesen, wenn sie die Kontrolle verloren hätte und versehentlich aus einem Fenster gestürzt wäre. Das Element Geist ist manchmal richtig ätzend, erklärte Lissa. Jeder will einen ausnutzen, sowohl Nichtbenutzer wie Victor als auch Benutzer wie Avery. Ich schwöre, ich würde wieder meine Medikamente nehmen, wenn ich nicht diese Wahnvorstellung hätte, dass ich mich ab sofort andauernd vor anderen Leuten wie Avery schützen muss. Warum wollte sie überhaupt mich töten und nicht Adrian? Wieso bin ich eigentlich immer die Zielscheibe? Trotz des grimmigen Themas konnte ich mir ein Lächeln nicht verkneifen. Weil sie dich als Marionette und ihn als festen Freund wollte. Wahrscheinlich brauchte sie einen Mann, der ihren gesellschaftlichen Aufstieg beschleunigte, und sie konnte das Risiko nicht eingehen, ihn bei dem Versuch umzubringen, ein Band mit ihm zu knüpfen. Aber wer weiß, vielleicht hätte sie es irgendwann auch bei ihm versucht. Es würde mich, ehrlich gesagt, nicht wundern, wenn sie sich durch dich bedroht gefühlt hat und sicherstellen wollte, dass sie den einzigen anderen weiblichen Geistbenutzer kontrollieren konnte. Machen wir uns nichts vor, Liz. Wir könnten stundenlang darüber spekulieren, wie Avery Lazar denkt und würden trotzdem keinen Schritt weiterkommen. Wie wahr, wie wahr. Sie rutschte vom Bett und setzte sich neben mich auf den Boden. Aber weißt du was? Ich habe so ein Gefühl, als könnten wir über alles stundenlang reden. Du bist erst seit zehn Minuten hier und es kommt mir so vor... Es kommt mir so vor, als wärst du nie fortgewiesen. Ja, stimmte ich ihr zu. Bevor Dimitri ein Träger geworden war, hatte sich unser Zusammensein immer vollkommen natürlich und richtig angefühlt. Auch das Zusammensein mit Lissa fühlte sich natürlich und richtig an, auch wenn es eine andere Art von Richtigkeit war. In meiner Trauer um Dimitri hatte ich beinahe vergessen, wie viel sie mir bedeutete. Sie gehörten einfach beide zu mir. In ihrer unheimlichen Art, Gedanken zu erraten, fuhr Lissa fort. Es war mir ernst mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Meine Worte von damals tun mir sehr leid. Und dass ich mich so benommen habe, als hätte ich das Recht, dir vorzuschreiben, wie du dein Leben zu leben hast. So ein Recht gibt es nicht. Wenn du beschließt, zu bleiben und über mich zu wachen, dann sollst du das aus freien Stücken und allein aus Freundlichkeit tun. Ich will dafür sorgen, dass du dein eigenes Leben leben und frei entscheiden kannst. Das hat nichts mit Freundlichkeit zu tun. Ich wollte dich schon immer beschützen. Das will ich auch immer noch. Ich seufzte. Ich musste, ich musste mich nur um ein paar Dinge kümmern. Ich musste wieder zu mir finden. Und es tut mir leid, dass ich dich dabei nicht gut behandelt habe. Da kamen ziemlich viele Entschuldigungen zusammen, aber ich begriff, dass das mit Leuten, die einem am Herzen lagen, eben einfach so war. Man fährt sie einander und blickte nach vorn. Lissa zögerte, bevor sie ihre nächste Frage stellte. Aber ich hatte gewusst, dass sie kommen würde. Also, was ist passiert? Hast du, hast du ihn gefunden? Zuerst wollte ich eigentlich gar nicht darüber sprechen. Aber dann wurde mir klar, dass ich sogar darüber sprechen musste. Denn die Sache war die, zwischen Lissa und mir hat es früher ein paar Reibungspunkte gegeben. Ein Problem war, dass sie mich stets für selbstverständlich gehalten hatte. Der andere Streit rührte daher, dass ich ihr nicht die Wahrheit sagen konnte, was ich ihr dann später auch noch übel genommen hatte. Wenn wir diese Freundschaft aufrecht erhalten und einander verzeihen wollten, durften wir die Vergangenheit auf keinen Fall wiederholen. Ich habe ihn tatsächlich gefunden, sagte ich schließlich. Und dann stürzte ich mich mitten hinein in die Geschichte und erzählte ihr alles, was mir widerfahren war. Meine Reisen, die Berlikows, die Alchemisten, Oksana und Marc, die Unversprochenen und natürlich Dimitri. Genau wie Lissa es zuvor im Scherz vorausgesagt hatte, redeten wir stundenlang. Ich schüttete ihr mein Herz aus und sie hörte mir zu, ohne mich zu verurteilen. Ihr Gesicht war die ganze Zeit über voller Mitgefühl. Und als ich zum Ende kam, schluchzte ich hemmungslos. Die Liebe, der Zorn und die Qual, die ich seit jener Nacht auf der Brücke empfunden hatte, platzten aus mir heraus. In Novosibirsk hatte ich niemandem bis ins Detail erzählt, wo ich während meiner Zeit mit Dimitri gewesen war. Ich wagte es nicht irgendjemandem anzuvertrauen, dass ich die Bluthure für einen Strigoi gewesen war. Ich hatte mich stets vage ausgedrückt und gehofft, dass es, wenn ich einfach nicht darüber redete, vielleicht nicht wahr sein würde. Jetzt, bei Lissa, musste ich die Realität all dessen akzeptieren und sie auch wirklich fühlen. Ich hatte den Mann getötet, den ich liebte. Ein Klopfen an der Tür riss Lissa und mich aus einer Welt, in der es nur uns beide gab. Ich schaute auf die Uhr und stellte überrascht fest, dass schon fast Sperrstunde war. Ich fragte mich, ob ich wohl hinausgeworfen werden sollte. Doch als Lissa die Tür öffnete, nachdem ich mir hastig die Augen getrocknet hatte, überbrachte die wartende Wohnheimangestellte eine Nachricht ganz anderer Art. Alberta möchte sie sprechen, sagte die Frau zu mir. Sie vermutete, dass sie hier sein könnten. Lissa und ich tauschten ungläubige Blicke. Wann? Jetzt? fragte ich. Die Frau zuckte die Achseln. Nach ihrem Tonfall zu urteilen? Ja, ich würde sagen jetzt. Oder früher. Sie schloss die Tür. Alberta war das Haupt der Wächter auf dem Campus, und wenn sie sprach, reagierten die Leute am besten sofort. Was kann sie von dir wollen? fragte Lissa. Ich stand auf. Es widerstrebte mir zutiefst, jetzt zu gehen. Alles Mögliche könnte ich mir vorstellen. Ich werde erst mal zu ihr gehen und danach zurück ins Gästequartier. Nicht, dass ich schlafen könnte. Ich habe keinen blassen Schimmer mehr, in welcher Zeitzone ich mich befinde. Lissa umarmte mich zum Abschied, und es fiel uns beiden schwer, uns aus dieser Umarmung wieder zu lösen. Viel Glück. Als ich gerade die Türklinke herunterdrücken wollte, fiel mir noch etwas ein. Ich zog den Silberring von meinem Finger und reichte ihn, Lissa. Ist das der Ring, den du ... Oh! Sie legte ihn in ihre Hand und ein verzückter Ausdruck erhellte ihr Gesicht. Kannst du die Magie darin spüren? fragte ich. Ja. Sie ist schwach, aber sie ist da. Sie hielt den Ring ins Licht und betrachtete ihn. Wahrscheinlich würde sie gar nicht bemerken, wenn ich einfach ging, denn ich hatte das Gefühl, dass sie den Ring die ganze Nacht lang untersuchen würde. Es ist so seltsam. Ich kann fast spüren, wie sie das gemacht hat. Mark meinte, es würde wahrscheinlich eine Weile dauern, bis wir so heilen können wie sie, aber könntest du, während wir warten, vielleicht herausfinden, wie man Schutzzauber macht? Der Blick ihrer jadegrünen Augen ruhte noch immer auf dem Ring. Ja, klar, ich denke schon. Ich freute mich über ihre Aufregung und machte mich abermals daran zu gehen, doch sie hielt mich am Arm fest. Hey, Rose, ich weiß, wir sehen uns ja morgen wieder, aber... Aber was? Ich wollte nur sagen, nach allem, was passiert ist. Nun, eine derartige Trennung von dir möchte ich einfach nie wieder erleben. Ich meine, ich weiß, dass wir nicht jede einzelne Minute zusammen sein können. Das wäre auch ziemlich unheimlich. Aber es gibt einen Grund, warum wir ein Band teilen. Es ist uns bestimmt, aufeinander Acht zu geben und füreinander da zu sein. Bei ihren Worten lief mir ein Schauer über den Rücken, so als lenkten uns Mächte, die größer waren als wir. Das werden wir auch. Nein, ich meine, du bist immer nur für mich da. Jedes Mal, wenn ich in Gefahr gerate, kommst du herbeigeeilt, um mich zu retten. Jetzt nicht mehr. Du willst nicht mehr, dass ich dich rette? Das habe ich nicht gemeint. Sondern ich möchte auch mal für dich da sein, Rose. Wenn ich in der Lage bin, jemanden niederzuschlagen, dann kann ich alles andere auch, obwohl das richtig wehgetan hat. Sie atmete frustriert aus. Gott, ich rede wirres Zeug. Hör mal, die Sache ist die, wenn du jemals wieder allein losziehen musst, nimm mich mit, lass mich nicht zurück. Liz, ich meine es ernst. Ihre ohnehin schon leuchtende Schönheit glühte jetzt geradezu vor Entschlossenheit und Zielstrebigkeit. Gegen welche Hindernisse du auch ankämpfen musst, ich werde für dich da sein. Geh nicht allein. Schwöre mir, dass du mich mitnehmen wirst, solltest du jemals wieder fortgehen wollen. Wir ziehen das gemeinsam durch. Ich wollte protestieren, weil mir Millionen Ängste in den Sinn kamen. Wie konnte ich ihr Leben riskieren? Doch als ich sie ansah, wusste ich, dass sie recht hatte. Im Guten wie im Schlechten. Wir teilten ein Band, dem wir nicht entkommen konnten. Lissa war unumstößlich an diesen Teil meiner Seele gebunden und wir waren im Kampfverein stärker als getrennt. In Ordnung, sagte ich und gab ihr die Hand. Ich schwöre es. Wenn ich das nächste Mal eine Dummheit mache, die möglicherweise meinen Tod bedeuten könnte, darfst du mitkommen. Alberta erwartete mich in der Geschäftsstelle des Verwaltungsgebäudes der Wächter. Ihre Position als Hauptmann hier war wirklich bemerkenswert, wenn man die geringe Anzahl an Frauen in unseren Reihen betrachtete. Sie war in den Fünfzigern und eine der kraftvollsten Frauen, die ich je kennengelernt hatte. Ihr sandfarbenes Haar zeigte bereits einige graue Strähnen und die vielen Jahre harter Arbeit an der frischen Luft hatten ihre Haut gegerbt. Willkommen, Rose, sagte sie und stand auf, als ich näher kam. Selbstverständlich umarmte sie mich nicht und ihre Haltung war eher geschäftsmäßig, aber die Tatsache, dass sie meinen Vornamen benutzte, war für ihre Verhältnisse schon eine recht großherzige Geste. Zum einen das, und ich glaubte außerdem einen kleinen Funken Erleichterung und Freude in ihren Augen zu sehen. Gehen wir in mein Büro. Ich war noch nie dort gewesen. Alle disziplinarischen Angelegenheiten, die ich mit den Wächtern zu klären hatte, wurden normalerweise vor einem Komitee besprochen. Wie ich es mir schon gedacht hatte, war ihr Büro makellos. Alles war mit militärischer Effizienz arrangiert. Wir setzten uns einander gegenüber an ihren Schreibtisch und ich machte mich auf ein Verhör gefasst. Rose, begann sie und beugte sich vor. Ich möchte offen mit ihnen reden. Ich werde ihnen keine Vorträge halten oder irgendwelche Erklärungen verlangen. Um ehrlich zu sein, habe ich auch gar nicht das Recht, sie auszufragen oder zurechtzuweisen, da sie nicht länger meine Schülerin sind. Es war genau, wie Adrian gesagt hatte. Sie dürfen mir gern Vorträge halten, erwiderte ich. Ich habe sie immer respektiert und möchte hören, was sie zu sagen haben. Der Hauch eines Lächelns huschte über ihr Gesicht. Also schön, frei heraus. Sie haben Mist gebaut. Wow, na, sie hatten ja gesagt, dass sie offen reden wollten. Die Gründe spielen keine Rolle. Sie hätten nicht weggehen dürfen. Sie hätten nicht einfach die Schule abbrechen dürfen. Ihre Ausbildung und ihr Training sind zu wertvoll, ganz gleich wie viel sie schon zu wissen glauben. Und sie sind bei weitem zu talentiert, um ihre Zukunft zu riskieren. Ich hätte beinahe laut gelacht. Wissen Sie was? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie meine Zukunft überhaupt aussieht. Und aus genau diesem Grund müssen Sie Ihren Abschluss machen. Aber ich bin doch einfach so ausgestiegen. Sie schnaubte. Dann steigen Sie eben wieder ein. Ich... Was? Wie? Mit ein bisschen Papierkram. Genau wie bei allem anderen auf der Welt. Um ehrlich zu sein, hatte ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht, was ich als nächstes tun sollte. Meine unmittelbare Sorge galt Lissa. Ich wollte mit ihr zusammen sein und dafür sorgen, dass es ihr gut ging. Ich wusste natürlich, dass ich offiziell nicht länger ihre Wächterin sein konnte. Aber ich hatte mir überlegt, dass sie schließlich niemand daran hindern konnte, mit einer Freundin zusammen zu sein. Ich würde sozusagen Lissas bezahlte Leibwächterin werden. Genau wie die beiden Typen von Abe. Und in der Zwischenzeit würde ich mich mit Adrian auf dem Campus herumtreiben. Aber mich wieder einschreiben? Ich... Ich habe einen Monat versäumt, wenn nicht mehr. Ich hatte irgendwie den Überblick über die Tage verloren. Es war jetzt Anfang Mai und ich war Ende März weggegangen, an meinem Geburtstag. Wie lange war das her? Fünf Wochen? Fast sechs? Sie haben schon mal zwei Jahre versäumt und es geschafft, alles wieder aufzuholen. Ich glaube an sie. Und selbst wenn sie Probleme haben sollten, so ist ein Abschluss mit schlechten Zensuren immer noch besser als überhaupt kein Abschluss. Ich versuchte mir vorzustellen, wieder in dieser Welt zu leben. War das alles wirklich erst einen Monat her? Unterricht? Alltägliche Intrigen? Wie sollte ich zu all dem zurückkehren? Wie sollte ich in dieses Leben zurückkehren können, nachdem ich gesehen hatte, wie Dimitris Familie lebte, nachdem ich mit Dimitri zusammen gewesen war und ihn verloren hatte. Zum zweiten Mal. Hätte er noch gesagt, dass er mich liebt? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, wandte ich mich an Alberta. Ich muss mir das Ganze erst einmal durch den Kopf gehen lassen. Nun, sie sollten sich schnell entscheiden. Je eher sie wieder am Unterricht teilnehmen, desto besser. Und man würde mir das tatsächlich erlauben? Das war der Teil, den ich ein klein wenig unglaubwürdig fand. Ich werde es ihnen erlauben, erklärte sie. Auf keinen Fall werde ich jemanden wie sie einfach gehen lassen. Und jetzt, da Lazar fort ist... Nun, es geht hier ziemlich drunter und drüber. Bei dem Papierkram wird mir gewiss niemand dazwischen funken. Ihr schiefes Lächeln verrutschte ein wenig. Und sollte uns doch jemand dazwischen funken. Man hat mir zu verstehen gegeben, dass sie einen Gönner haben, der gegebenenfalls einige Gefälligkeiten einfordern kann, um ihnen den Weg zu ebnen. Ein Gönner? Wiederholte ich tonlos. Einer, der protzige Schals und zu viel Goldschmuck trägt? Sie zuckte mit den Schultern. Dazu kann ich nichts sagen. Ich weiß nicht einmal seinen Namen. Nur, dass er damit droht, eine beachtliche Spendenzahlung an die Schule zurückzuhalten, sollte man sie nicht wieder aufnehmen, falls sie überhaupt wieder aufgenommen werden wollen. Ja, klar. Tauschhandel und Erpressung. Ich glaubte ziemlich genau zu wissen, wer mein Gönner war. Geben Sie mir ein wenig Zeit, um darüber nachzudenken. Ich werde mich bald entscheiden. Versprochen. Sie runzelte nachdenklich die Stirn, dann nickte sie scharf. In Ordnung. Wir standen beide auf, und sie begleitete mich zum Eingang des Gebäudes. Ich warf ihr einen Blick zu. Hey, wenn ich tatsächlich meinen Abschluss mache, glauben Sie, es bestünde vielleicht eine Chance, dass man mich irgendwann offiziell zu Lissas Wächterin ernennt? Ich weiß, man hat bereits Leute für sie ausgewählt, und ich bin, naja, ein wenig in Ungnade gefallen. Wir blieben an den Außentüren stehen, und Alberta stemmte eine Hand in die Hüfte. Ich weiß nicht. Wir können es auf jeden Fall versuchen. Die Situation ist sehr viel komplizierter geworden. Ja, ich weiß, erwiderte ich bekümmert und dachte an Tatianas selbst herrliches Treiben. Aber wie gesagt, wir werden tun, was wir können. Und was ich über einen Abschluss mit schlechten Zensuren gesagt habe? Sie werden keine schlechten Noten bekommen. Nun, vielleicht in Mathe und Naturwissenschaft, aber das liegt nicht in meiner Hand. Sie werden jedoch zu den besten Novizen gehören. Ich werde persönlich mit Ihnen arbeiten. Okay, sagte ich und begriff, wie groß dieses Zugeständnis war. Vielen Dank. Als ich gerade nach draußen gehen wollte, rief sie meinen Namen. Rose? Ich hielt die Tür fest und drehte mich noch einmal um. Ja? Albertas Gesichtsausdruck war ganz sanft. Das hatte ich noch nie zuvor gesehen. Es tut mir leid, sagte sie. Ich bedauere sehr, was geschehen ist, und dass keiner von uns etwas dagegen tun konnte. In diesem Moment sah ich in ihren Augen, dass sie über Dimitri und mich Bescheid wusste. Ich war mir jedoch nicht sicher, woher sie es wissen konnte. Vielleicht hatte sie nach der Schlacht davon gehört. Vielleicht hatte sie es aber auch schon vorher erraten. Wie dem auch sei, es lag kein Tadel in ihrer Miene, nur aufrichtiger Kummer und tiefes Mitgefühl. Ich nickte ihr dankbar zu und ging nach draußen. Ich fand Christian am nächsten Tag, aber unser Gespräch war nur kurz. Er war gerade auf dem Weg zu einem Treffen mit einigen seiner Praktikanten und bereits spät dran. Doch er umarmte mich und schien sich ehrlich zu freuen, mich wieder hier zu sehen. Das zeigte deutlich, wie weit wir mit unserer Beziehung mittlerweile gekommen waren, wenn man bedachte, wie feindselig wir einander am Anfang begegnet waren. Wurde auch langsam Zeit, bemerkte er. Lissa und Adrian haben sich natürlich die größten Sorgen um dich gemacht, aber sie waren nicht die einzigen. Und außerdem muss irgendjemand Adrian mal wieder in seine Schranken weisen. Ich kann das schließlich nicht ständig alleine machen. Danke. Es fällt mir zwar schwer, das zu sagen, aber ich habe dich auch vermisst. In Russland gibt es niemanden, der es in puncto Sarkasmus mit dir aufnehmen könnte. Meine Heiterkeit verebte. Aber da du gerade Lissa erwähnt hast... Nein, Moment. Er hob zum Zeichen des Protestes eine Hand und seine Züge verhärteten sich. Ich wusste, dass du davon anfangen würdest. Christian, sie liebt dich. Und du weißt, dass die Dinge, die geschehen sind, nicht ihre Schuld waren. Das weiß ich, unterbrach er mich. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass es mich nicht verletzt hätte. Rose, ich weiß, es liegt dir im Blut, dich einfach überall einzumischen und laut auszusprechen, wovor alle anderen sich fürchten. Aber bitte, nicht diesmal. Ich brauche Zeit, um über die ganze Situation und meine Gefühle nachzudenken. Ich musste mir einige Male kräftig auf die Zunge beißen. Lissa hatte Christian in unserem Gespräch gestern erwähnt. Was zwischen ihnen vorgefallen war, bedauerte sie am allermeisten. Und dafür hasste sie Avery wahrscheinlich auch am meisten. Lissa wollte zu ihm gehen und sich mit ihm versöhnen. Doch er warte Abstand. Und ja, er hatte recht. Es stand mir nicht zu, mich einzumischen. Noch nicht. Aber die beiden mussten das unbedingt wieder in Ordnung bringen. Also respektierte ich seine Wünsche und nickte nur. Okay. Fürs Erste. Bei meinen letzten Worten verrutschte sein Lächeln ein wenig. Danke. Hör zu, ich muss weiter. Falls du diesen Kindern mal zeigen willst, wie man jemandem auf altmodische Art in den Hintern tritt, kannst du jederzeit gern vorbeikommen. Jill fällt in Ohnmacht, wenn sie dich wieder sieht. Ich sagte ihm, dass ich das tun würde und ließ ihn seiner Wege ziehen, da auch ich noch einiges zu erledigen hatte. Aber ich war ganz sicher noch nicht fertig mit ihm. Zum Abendessen traf ich mich mit Adrian und Lissa in der oberen Lounge des Gästequartiers. Durch das Gespräch mit Christian hatte ich mich verspätet und als ich durch die Eingangshalle hastete, nahm ich meine Umgebung kaum wahr. Immer in Eile, erklang eine Stimme. Es grenzt schon an ein Wunder, wenn dich überhaupt mal jemand bremsen kann. Ich blieb stehen und drehte mich mit großen Augen um. Mom! Sie lehnte an einer Wand, die Arme vor der Brust verschränkt, das kurze kastanienbraune Haar so lockig und will wie eh und je. Ihr Gesicht, genauso wettergegerbt wie das von Alberta, war voller Erleichterung und Liebe. Es sprach keinerlei Ärger daraus, keine Verurteilung. Ich war noch nie im Leben so glücklich gewesen, sie zu sehen. Im nächsten Augenblick lag ich in ihren Armen und schmiegte meinen Kopf an ihre Brust, obwohl sie kleiner war als ich. »Rose, Rose, Rose«, murmelte sie in mein Haar, »tu so etwas nie wieder, bitte.« Ich löste mich von ihr und blickte ihr erstaunt in die Augen. Tränen liefen über ihre Wangen. Nach dem Angriff auf die Schule hatte ich meine Mutter einmal dabei beobachtet, wie sie mit den Tränen kämpfte. Aber noch nie, niemals hatte ich sie unverhohlen weinen sehen. Und schon gar nicht meinetwegen. Am liebsten hätte ich mitgeweint und versuchte erfolglos ihr mit Apes Schal die Tränen zu trocknen. »Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Nicht weinen«, sagte ich und vollzog damit einen seltsamen Rollentausch. »Es tut mir sehr leid. Das mache ich ganz bestimmt nicht wieder. Ich habe dich so vermisst.« Und das war die Wahrheit. Zwar liebte ich Olena Bellikova. Sie war freundlich und wunderbar, und ich würde mich stets voller Zuneigung daran erinnern, wie sie mich wegen Dimitri getröstet und sich immer die größte Mühe gegeben hatte, mich zu füttern. In einem anderen Leben wäre sie meine Schwiegermutter geworden. In diesem würde ich sie immer als eine Art Ziehmutter betrachten. Aber sie war eben nicht meine richtige Mutter. Das war Janine Hathaway. Und als ich dort so mit ihr stand, war ich glücklich, überglücklich, ihre Tochter zu sein. Sie war nicht perfekt, aber das war ja niemand, wie ich auch langsam lernte. Sie war jedoch gut und tapfer und leidenschaftlich und mitfühlend. Und ich glaube, sie verstand mich besser, als ich es bisweilen angenommen hatte. Ich hätte alles darum gegeben, nur halb so gut zu sein wie sie.« »Ich habe mir solche Sorgen gemacht«, sagte sie, nachdem sie sich gefangen hatte. »Wo bist du gewesen? Ich meine, ich weiß jetzt, dass du in Russland warst. Aber warum?« Ich dachte... Ich schluckte und sah abermals Dimitri mit meinem Flock in der Brust vor mir. Naja, ich hatte etwas zu erledigen. Und ich dachte, ich müsse es allein tun. Was diesen letzten Teil betraf, war ich mir inzwischen nicht mehr so sicher. Klar, ich hatte mein Ziel ganz allein erreicht, aber ich begriff jetzt, wie viele Leute mich liebten und zu mir hielten. Wer konnte schon sagen, wie sich die Dinge entwickelt hätten, wenn ich um Hilfe gebeten hätte. Vielleicht wäre es einfacher gewesen. »Ich habe viele Fragen«, sagte sie warnend. Ihre Stimme hatte wieder einen härteren Tonfall angenommen und ich musste lächeln. Jetzt war sie wieder die Janine Hathaway, die ich kannte, und ich liebte sie dafür. Ihr Blick glitt über mein Gesicht und dann zu meinem Hals, und ich sah, wie sie sich versteifte. Panik breitete sich in mir aus, und ich fragte mich, ob Oksana es versäumt hatte, eine der Bisswunden zu heilen. Der Gedanke, dass meine Mutter sehen konnte, wie tief ich in Sibirien gesunken war, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Stattdessen streckte sie die Hand aus und berührte den leuchtend bunten Kaschmischal. Sie wirkte erstaunt und geschockt zugleich. »Das, das ist Ibrahim Schal. Er ist ein Familienerbstück.« »Nein, der gehört diesem Mafia-Typen namens Abe.« Ich brach ab, kaum dass mir der Name über die Lippen angekommen war. Abe. Ibrahim. Beide Namen laut zu hören, machte mir klar, wie ähnlich sie einander waren. Abe. Abe war auf Englisch die Kurzform von Abraham. Abraham. Ibrahim. Nur ein geringfügiger Unterschied bei den Vokalen. Abraham war in den USA ein durchaus verbreiteter Name, aber den Namen Ibrahim hatte ich nur ein einziges Mal gehört, und zwar voller Verachtung aus dem Munde Königin Tatjanas, als sie auf jemanden anspielte, mit dem meine Mutter mal eine Affäre gehabt hatte. »Mom«, sagte ich ungläubig, »du kennst Abe?« Ihre Hand ruhte noch immer auf dem Schal, und aus ihren Augen sprachen tiefe Gefühle, allerdings nicht die Art von Gefühlen, die sie für mich empfand. »Ja, Rose, ich kenne ihn.« »Bitte erzähl mir jetzt nicht...« Oh Mann, warum konnte ich nicht wie Robert Doru das außereheliche Kind eines Royals sein, oder meinetwegen die Tochter des Postboten? Bitte erzähl mir nicht, dass Abe mein Vater ist. Sie brauchte es mir gar nicht zu erzählen. Es stand ihr ins Gesicht geschrieben, und ihr verträumter Blick verlor sich in einer Erinnerung an eine andere Zeit und einen anderen Ort. Eine Zeit und einen Ort, die zweifellos mit meiner Empfängnis zusammenhingen. Puh. »Oh Gott«, sagte ich. »Ich bin Smees Tochter, Smee Junior, oder sogar Smee jetzt.« Damit errang ich ihre Aufmerksamkeit. Sie blickte zu mir auf. »Wovon um alles in der Welt redest du da?« »Nichts«, antwortete ich. Ich war zu verblüfft und versuchte verzweifelt, diese neue Information in meine Welt zu integrieren. Ich beschwor ein Bild von diesem verschlagenen, bärtigen Gesicht herauf und suchte nach einer gewissen Familienähnlichkeit. Alle sagten immer, meine Gesichtszüge glichen denen meiner Mom, als sie jünger gewesen war. Aber mein dunkler Teint, die dunklen Haare und Augen, ja, das hatte ich von Abe. Ich wusste schon vorher, dass mein Vater Türke war. Doch das erklärte mir erst jetzt Apes rätselhaften Akzent, der in meinen Ohren nicht russisch, aber doch irgendwie fremdgeklungen hatte. Ibrahim musste demnach die türkische Version von Abraham sein. »Wie?« fragte ich. »Wie um alles in der Welt bist du mit so jemandem zusammengekommen?« Sie wirkte gekränkt. »Ibrahim ist ein wunderbarer Mann. Du kennst ihn eben nicht so, wie ich ihn kenne.« »Offensichtlich«, ich zögerte. »Mom, du musst es doch wissen. Womit verdient Abe seinen Lebensunterhalt?« »Er ist Geschäftsmann und er erweist vielen Leuten Gefährlichkeiten, was auch der Grund ist, warum er so viel Einfluss hat.« »Aber was für eine Art von Geschäft betreibt er denn? Ich habe gehört, es ist illegal. Er wird doch nicht...« »Oh Gott, bitte sag mir, dass er keine Bluthuren verkauft oder so etwas Ähnliches.« »Was?« Sie wirkte schockiert. »Nein, natürlich nicht.« »Aber er macht illegale Geschäfte.« »Wer kann das schon sagen? Er ist immerhin noch nie bei irgendetwas Illegalem erwischt worden.« Ich dachte eigentlich, das sollte ein Witz sein. Ich hätte nie von ihr gedacht, dass sie einen Kriminellen verteidigte. Aber ich wusste besser als die meisten, dass die Liebe einen zu den verrücktesten Dingen treiben konnte. Wenn er es dir erzählen will, so wird er das selbst tun. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen, Rose. Außerdem hast du doch mit Sicherheit selbst eine Menge Geheimnisse. Ihr zwei seid euch wirklich sehr ähnlich. Machst du Witze? Er ist arrogant, sarkastisch, setzt gern Leute unter Druck und... Oh. Okay. Vielleicht hatte sie ja nicht ganz Unrecht. Ein schwaches Lächeln umspielte ihre Lippen. »Ich habe eigentlich nie damit gerechnet, dass ihr euch auf diesem Wege kennenlernen würdet. Genau genommen habe ich nicht damit gerechnet, dass ihr euch überhaupt je kennenlernen würdet. Punkt. Wir dachten beide, es sei das Beste, wenn er in deinem Leben einfach keine Rolle spielen würde. Mir kam ein neuer Gedanke. Das warst du, nicht wahr? Du hast ihn engagiert, mich zu finden. Wie bitte? Ich habe mich mit ihm in Verbindung gesetzt, als du verschwunden bist, ja. Aber ich habe ihn bestimmt nicht engagiert. Wer war's dann? Fragte ich mich. Er sagte, er arbeite für jemanden. Ihr wehmütiges Lächeln wurde bitter. Rose, Ibrahim Maiser arbeitet für niemanden und er ist sicher nicht der Typ, den man engagieren kann. Aber er hat gesagt... Moment mal, warum ist er mir gefolgt? Willst du damit andeuten, dass er gelogen hat? Nun, gestand sie, es wäre nicht das erste Mal. Wenn er dir gefolgt ist, dann nicht deshalb, weil jemand es von ihm verlangt oder ihn dafür bezahlt hat, sondern weil er es so wollte. Er wollte dich finden und sicherstellen, dass es dir gut ging. Er hat dafür gesorgt, dass all seine Verbindungsleute nach dir Ausschau hielten. Im Geiste ging ich meine kurzen Begegnungen mit Abe noch einmal durch. Schattenhaft, spöttisch, aufreizend. Dennoch war er in die Nacht hinausgefahren, um mich zu holen, als ich angegriffen worden war. Trotz allem hatte er nicht von seinem Ziel abgelassen, mich zurück in die Schule und in Sicherheit zu bringen. Und anscheinend hatte er mir ein Erbstück geschenkt, weil er dachte, ich würde auf dem Heimweg frieren. Er ist ein wunderbarer Mann, hatte meine Mutter gesagt. Vermutlich konnte man schlimmere Felder haben. Rose, da bist du ja! Warum dauert das so lange? Meine Mom und ich drehten uns um, als Lissa in die Halle trat. Ihr Gesicht leuchtete auf, als sie mich sah. Kommt schon, alle beide, das Essen wird kalt. Und du wirst nicht glauben, was Adrian organisiert hat. Meine Mom und ich sahen einander kurz an und keine von uns musste irgendetwas sagen. Wir hatten ein langes Gespräch vor uns, aber das würde warten müssen. Ich habe keine Ahnung, wie Adrian das alles arrangiert hatte, aber als wir die Lounge erreichten, waren dort lauter chinesische Leckereien aufgebaut. Die Akademie servierte so gut wie nie chinesisches Essen und selbst wenn, schmeckte es einfach nie ganz richtig. Aber das hier war richtig gut. Etliche Schalen mit süßsaurem Huhn und Omelette Fouillon. In einem Apfeleimer in der Ecke entdeckte ich einige Restaurantverpackungen mit einer Adresse in Missoula an der Seite. Wie zum Teufel hast du das herbekommen? fragte ich. Und nicht nur das, es war sogar noch warm. Hinterfrage diese Dinge einfach nicht, Rose, erwiderte Adrian, während er gebratenen Reis mit Schweinefleisch auf seinen Teller häufte. Er schien sehr zufrieden mit sich zu sein. Nimm es einfach so hin. Und sobald Alberta deinen ganzen Papierkram geregelt hat, werden wir jeden Tag so essen. Ich hielt mitten im Bissen inne. Woher weißt du davon? Er zwinkerte mir nur zu. Wenn man nichts anderes zu tun hat, als ständig auf dem Campus herumzuhängen, schnappt man eben das eine oder andere auf. Lissa blickte zwischen uns beiden hin und her. Sie war den ganzen Tag im Unterricht gewesen und wir hatten kaum Zeit zum Reden gehabt. Worum geht's denn? Alberta will, dass ich mich wieder einschreibe und meinen Abschluss mache, erklärte ich. Lissa hätte um ein Haar ihren Teller fallen lassen. Dann tu es. Meine Mutter wirkte ebenfalls wie vom Blitz getroffen. Sie erlaubt es dir? Das hat sie mir zumindest erzählt. Antwortete ich. Dann tu es, rief meine Mutter. Weißt du, meinte Adrian, irgendwie hat mir die Idee ganz gut gefallen, dass wir zwei zusammen die Straßen unsicher machen. Ach ja, gab ich zurück. Du würdest mich doch wahrscheinlich nicht einmal fahren lassen. Hört auf damit. Meine Mutter war wieder ganz die Alte. Keine Spur von Trauer um das Verschwinden ihrer Tochter oder von Sehnsucht nach einem verlorenen Geliebten. Du musst das ernst nehmen. Deine Zukunft steht auf dem Spiel. Sie deutete mit dem Kopf auf Lissa. Ihre Zukunft steht auf dem Spiel. Die Chance, deine Ausbildung hier zu beenden und Wächterin zu werden, ist das. Ja, sagte ich. Ja? fragte sie verwirrt. Ich lächelte. Ja, einverstanden. Du stimmst mir zu? Meine Mutter konnte sich vermutlich nicht daran erinnern, dass so etwas jemals vorgekommen wäre. Und ich konnte es eigentlich auch nicht. Jepp, ich werde die Prüfungen ablegen, meinen Abschluss machen und ein so respektables Mitglied der Gesellschaft werden, wie es mir möglich ist. Nicht, dass das nach viel Spaß klingen würde, neckte ich sie. Mein Tonfall klang unbekümmert, aber tief in meinem Innern wusste ich, dass es genau das Richtige für mich war. Ich musste wieder mit Leuten zusammen sein, die mich liebten. Ich brauchte ein neues Ziel oder ich würde niemals über Dimitri hinwegkommen. Ich würde niemals aufhören, sein Gesicht zu sehen oder seine Stimme zu hören. Lissadin neben mir saß, quiekte vor Freude und klatschte in die Hände. Ihr Glück strömte in mich herein. Adrian stellte seine Gefühle nicht so offen zur Schau, aber ich konnte erkennen, dass auch er sich freute, mich in seiner Nähe zu wissen. Meine Mom schien immer noch irgendwie sprachlos zu sein. Sie war eben einfach nicht daran gewöhnt, dass ich so vernünftig handelte, was ich normalerweise ja auch eher nicht tat. Du willst also wirklich bleiben? fragte sie. Gütiger Gott! Ich lachte. Wie oft muss ich es denn noch sagen? Ja, ich werde wieder zur Schule gehen. Und bleiben? hakte sie nach. Die ganzen zweieinhalb Monate? Versteht sich das nicht von selbst? Ihr Gesicht war streng, typisch Mom. Ich möchte absolut sicher gehen, dass du nicht wieder wegläufst. Du wirst also bleiben und die Schule beenden, ganz gleich, was passiert? Du bleibst so lange, bis du deinen Abschluss gemacht hast. Versprichst du mir das? Ich sah ihr erstaunt über die Eindringlichkeit ihrer Bitte in die Augen. Ja doch, ja, ich verspreche es. Ausgezeichnet, sagte sie. Letzten Endes wirst du froh sein, dass du dich dafür entschieden hast. Ihre Worte waren die nüchternen Worte einer Wächterin, doch in ihrem Blick sah ich Liebe und Glück. Wir beendeten unser Abendessen und halfen dabei, das Geschirr für den Reinigungsdienst zu stapeln. Während ich die letzten Essensreste in einen Mülleimer kratzte, spürte ich Adrian an meiner Seite. Hausarbeit steht dir richtig gut, bemerkte er. Eigentlich finde ich es sogar echt scharf. Ich sehe dich schon, wie du nur mit einer Schürze bekleidet bei mir Staub saugst. Oh, Adrian, wie sehr ich dich doch vermisst habe, gab ich zurück und verdrehte die Augen. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht mithelfen möchtest, oder doch? Nein, ich war bereits eine Hilfe, als ich meinen Teller leer gegessen habe. Dadurch musst du immerhin weniger Reste vom Teller kratzen. Er hielt inne. Und ja, gern geschehen. Ich lachte. Nur gut, dass du nicht viel dazu gesagt hast, als ich Mom versprochen habe, hier zu bleiben. Womöglich hätte ich mich sonst anders entschieden. Ich bin mir nicht sicher, ob du ihr die Stirn bieten könntest. Deine Mom macht den Eindruck, als bekäme sie fast immer ihren Willen. Er warf einen verstohlenen Blick auf die gegenüberliegende Seite des Traums, wo Lissa und meine Mom beieinander standen und sich unterhielten. Dann fügte er etwas leiser hinzu. Das muss wohl in der Familie liegen. Tatsächlich sollte ich sie wohl in einer gewissen Angelegenheit um Hilfe bitten. Wie du an illegale Zigaretten rankommst? Wie ich ihre Tochter frage, ob sie mit mir ausgehen möchte. Beinahe wäre mir der Teller aus der Hand gefallen. Das hast du mich doch schon tausendmal gefragt. Nicht wirklich. Ich habe unanständige Vorschläge gemacht und wiederholt auf Nacktheit gedrängt, aber ich habe dich nie um ein richtiges Date gebeten. Und wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, wolltest du mir eine faire Chance geben, nachdem ich dir erst einmal erlaubt habe, mein Treuhandvermögen durchzubringen. Aber das habe ich doch gar nicht durchgebracht, spottete ich. Doch als ich dort stand und ihn ansah, fiel mir wieder ein, was ich gesagt hatte. Wenn ich meine Suche nach Dimitri überlebte, wollte ich Adrian eine Chance geben. Zu dem Zeitpunkt hätte ich alles gesagt, um das Geld zu bekommen, das ich brauchte. Aber jetzt sah ich Adrian mit anderen Augen. Ich war ganz bestimmt nicht bereit, ihn zu heiraten, so sehr ich meine Fantasie auch strapazieren mochte. Und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass er als fester Freund überhaupt für mich in Frage kommen könnte. Ich wusste nicht mal, ob ich jemals einen festen Freund haben wollte. Doch er war mir und allen anderen in dem ganzen Chaos ein guter Kamerad gewesen. Freundlich und verlässlich. Und ja, ich konnte es nicht leugnen. Selbst mit dem langsam verblassenden blauen Auge sah er immer noch ausgesprochen gut aus. Und obwohl es keine Rolle hätte spielen dürfen, hatte Lisse aus ihm herausgeholt, dass er zum größten Teil in Avery vernarrt gewesen war, weil er unter Zwang stand. Er hatte sie gemocht und ein Techtelmechtel nicht ausgeschlossen, doch ihre Kräfte hatten seinen Gefühlen eine Intensität beschert, die er nicht wirklich empfand. Zumindest behauptete er das. Wäre ich ein Mann gewesen und all das wäre mir passiert, würde ich wahrscheinlich auch behaupten, ich hätte unter dem Einfluss von Magie gestanden. Wenn er mich jetzt jedoch so ansah, fiel es mir schwer zu glauben, dass im Laufe des letzten Monats eine andere an meine Stelle getreten war. Mach mir ein Angebot, sagte ich schließlich. Schreib es auf und gib mir eine detaillierte Liste, warum du glaubst, ein guter Verehrer zu sein. Er fing an zu lachen. Dann sah er mir direkt in die Augen. Im Ernst? Das ist ja, als müsste ich Hausaufgaben machen. Schließlich ist es kein Zufall, dass ich nicht mehr auf dem College bin. Ich schnippte mit den Fingern. Fang an, Iwaschkow. Ich will sehen, ob du einen ganzen Tag lang richtig arbeiten kannst. Ich erwartete einen Scherz oder eine Ausrede, doch stattdessen antwortete er, Okay. Okay? Jetzt fühlte ich mich so, wie meine Mom sich gefühlt haben musste, als ich ihr so ungewöhnlich schnell zugestimmt hatte. Jepp, ich werde sofort in mein Zimmer gehen, um meinen Antrag zu entwerfen. Ungläubig sah ich zu, wie er nach seinem Mantel griff. Ich hatte noch nie gesehen, dass Adrian sich so schnell bewegen konnte, wenn es um irgendeine Art von Arbeit ging. Oh nein, was hatte ich mir da nur eingebrockt? Plötzlich hielt er inne und griff mit entnervten Lächeln in seine Manteltasche. Im Grunde habe ich dir bereits einen kleinen Aufsatz geschrieben. Hätte ich fast vergessen. Er förderte ein zusammengefaltetes Blatt Papier zutage und wedelte damit. Du musst dir unbedingt dein eigenes Telefon anschaffen. Ich will nicht länger den Sekretär für dich spielen. Was ist das? So ein ausländischer Bursche hat mich vorhin angerufen, sagte, er hätte meine Nummer in seinem Telefonspeicher gefunden. Wieder sah Adrian zu Lissa und meiner Mom hinüber. Sie waren noch immer in ihr Gespräch vertieft. Er sagte, er hätte eine Nachricht für dich und er wollte nicht, dass ich irgendjemandem sonst davon erzähle. Ich musste alles aufschreiben und es ihm dann noch einmal vorlesen. Du bist übrigens die Einzige, für die ich so etwas tun würde. Ich denke, das sollte ich erwähnen, wenn ich meinen Antrag auf ein Date stelle. Würdest du mir den Zettel bitte einfach geben? Er reichte ihn mir mit einem Augenzwinkern, machte eine schwungvolle Verbeugung und verabschiedete sich dann von Lissa und meiner Mom. Ich fragte mich, ob er wirklich einen Antrag auf ein Date verfassen würde. Im Wesentlichen galt meine Aufmerksamkeit jetzt allerdings dem Blatt Papier in meiner Hand. Ich wusste genau, wer der Mann am Telefon gewesen war. In Novosibirsk hatte ich Apes Handy benutzt, um Adrian anzurufen, und später hatte ich Ape von Adrians finanzieller Beteiligung an meiner Reise erzählt. Anscheinend hatte mein Vater – puh, das war vielleicht eine unwirkliche Vorstellung – beschlossen, dass dieser Umstand Adrian vertrauenswürdig machte, obwohl ich mich fragte, warum er nicht meine Mom als Botin benutzen konnte. Ich faltete den Zettel auseinander und brauchte ein paar Sekunden, um Adrians Schrift zu entziffern. Wenn er tatsächlich einen Antrag auf ein Date schrieb, hoffte ich, er würde ihn abtippen. Dann lasse ich die Notiz. Habe einen Boten zu Roberts Bruder geschickt. Er erklärte mir, ich hätte nichts zu bieten, was ihn dazu bringen könnte, Roberts Aufenthaltsort preiszugeben. Aber glauben Sie mir, ich habe eine Menge zu bieten. Aber er sagte, solange er den Rest seines Lebens dort drin verbringen müsse, würde die Information mit ihm sterben. Ich dachte mir, das würden Sie gern wissen. Das war wohl kaum der Aufsatz, als den Adrian das Schriftstück dargestellt hatte. Außerdem war das Ganze ein wenig kryptisch. Andererseits jedoch hätte Abe nicht gewollt, dass der Inhalt für Adrian mühelos verständlich gewesen wäre. Für mich war die Bedeutung klar. Roberts Bruder war Viktor Daschkopf. Abe hatte es irgendwie geschafft, Viktor eine Nachricht in das grausame, einsame Gefängnis zu schicken, in dem er eingesperrt war. Irgendwie überraschte es mich nicht, dass Abe zu so etwas in der Lage war. Nicht einmal wir wussten, wo genau dieses Gefängnis lag. Abe hatte zweifellos versucht, mit Viktor ein Abkommen zu treffen, um herauszufinden, wo Robert sich aufhielt. Doch Viktor hatte abgelehnt. Auch das war keine Überraschung. Viktor war nicht gerade der hilfsbereite Typ, und ich konnte ihm nicht wirklich einen Vorwurf daraus machen. Der Mann war lebenslänglich dort drin eingesperrt, im Gefängnis. Was konnte man einem Verurteilten schon anbieten, das eine echte Veränderung für sein Leben darstellen würde? Ich seufzte und steckte den Zettel weg, irgendwie gerührt, dass Abe so etwas für mich getan hatte, wenn es auch nutzlos sein mochte. Und wieder kam mir das gleiche Argument in den Sinn. Selbst wenn Viktor Roberts Aufenthaltsort verraten hätte, was spielte es für eine Rolle? Je weiter ich mich von den Ereignissen in Russland entfernte, umso lächerlicher wurde die Vorstellung, einen Strigoi in sein ursprüngliches Ich zurückzuverwandeln. Nur der wahre Tod konnte sie befreien. Nur der Tod. Die Stimme meiner Mann rettete mich, bevor ich die Szene auf der Brücke innerlich einmal mehr durchleben musste. Sie sagte, sie müsse los, versprach jedoch, dass wir später miteinander reden würden. Sobald sie fort war, räumten Lissa und ich die Lounge auf und machten uns anschließend auf den Weg in mein Zimmer. Wir beide hatten noch einiges zu bereden. Wir gingen nach oben und ich fragte mich, wann ich wohl aus dem Gästequartier wieder ins Wohnheim ziehen konnte. Wahrscheinlich, sobald Alberta mit dem ganzen Verwaltungskram fertig war. Es schien mir immer noch unvorstellbar, wie ich in mein altes Leben zurückkehren und nach allem, was im vergangenen Monat geschehen war, einfach weitermachen sollte. Hat Adrian dir ein Liebesbriefchen zugesteckt? fragte Lissa mich. Es klang, als wollte sie mich damit aufziehen, aber durch unser Band spürte ich, dass sie sich noch immer Sorgen um mich machte, weil ich um Dimitri trauerte. Noch nicht, sagte ich, aber das erkläre ich dir später. Vor meinem Zimmer wollte gerade eine der Hausangestellten an die Tür klopfen. Als sie mich sah, hielt sie mir einen dicken, gepolsterten Umschlag entgegen. Den wollte ich Ihnen gerade bringen. Er ist heute mit der Post gekommen. Danke, antwortete ich. Ich nahm den Umschlag entgegen und betrachtete ihn. Darauf standen in säuberlicher Handschrift mein Name und die Adresse von St. Wladimir geschrieben, was ich seltsam fand, da meine Ankunft hier doch ziemlich unerwartet gewesen war. Auf dem Umschlag fand sich kein Absender, dafür aber ein russischer Poststempel und Luftpostmarken für den internationalen Expressversand. Weißt du, von wem der Brief ist? fragte Lissa, sobald die Frau gegangen war. Keine Ahnung, ich habe in Russland eine Menge Leute kennengelernt. Er konnte von Olena kommen, von Mark oder Sidney. Dennoch, irgendetwas, das ich mir nicht recht erklären konnte, versetzte meine Sinne in Alarmbereitschaft. Ich riss eine Seite des Umschlags auf und griff hinein. Meine Hand schloss sich um etwas Kaltes, Metallisches. Noch bevor ich es herauszog, wusste ich, was es war. Es war ein silberner Pflock. Mein Gott, sagte ich. Ich drehte den Pflock herum und strich mit dem Finger über das gravierte geometrische Muster an seinem Griff. Es gab keinen Zweifel. Ein einmaliges Stück. Dies war der Pflock, den ich aus dem Gewölbe in Galinas Haus mitgenommen hatte. Der, mit dem ich … Warum sollte dir jemand einen Pflock schicken? fragte Lissa. Schweigend holte ich noch etwas aus dem Umschlag. Eine kleine Karte. Darauf stand in einer Handschrift, die ich nur allzu gut kannte. Du hast eine weitere Lektion vergessen. Kehre deinem Feind erst dann den Rücken, wenn du sicher weißt, dass er tot ist. Sieht so aus, als müssten wir diese Lektion noch einmal durchgehen, wenn wir uns das nächste Mal sehen, was schon sehr bald sein wird. In Liebe, die. Oh, sagte ich und ließ die Karte beinahe fallen. Das ist gar nicht gut. Für einen Moment drehte sich die Welt um mich herum. Ich schloss die Augen und holte tief Luft. Zum hundertsten Mal ging ich die Ereignisse jener Nacht durch, in der ich Dimitri entkommen war. Bisher hatte ich mich allerdings stets auf seinen Gesichtsausdruck in dem Augenblick konzentriert, in dem ich zugestoßen hatte, auf den Anblick seines Körpers, wie er in das schwarze Wasser stürzte. Nun beschwor ich alle Einzelheiten unseres Kampfes herauf. Ich erinnerte mich, dass er mir im letzten Augenblick ausgewichen war, als ich auf sein Herz gezielt hatte. Einen Moment lang hatte ich gedacht, ich hätte den Pflock nicht hart genug in seine Brust gerammt, bis ich sah, wie seine Züge erschlafften und er abstürzte. Offenbar hatte ich den Pflock tatsächlich nicht hart genug geführt. Mein Gefühl hatte mich nicht getrogen, aber es ging alles so schnell. Er war gestürzt. Und was dann? Hatte der Pflock so locker gesessen, dass er von allein herausfiel? Hatte er ihn herausziehen können? War der Pflock herausgerutscht, als er auf dem Wasser aufschlug? All die schönen Übungs-Dummys haben nichts gebracht, murmelte ich, und dachte daran, wie Dimitri mir wieder und wieder eingebläut hatte, einen Pflock so in die Brust zu rammen, dass er an den Rippen vorbei ins Herz traf. Rose, rief Lissa. Anscheinend hatte sie meinen Namen nicht zum ersten Mal gerufen. Was ist hier los? Die wichtigste Pfählung meines Lebens. Und ich hatte sie vermasselt. Was würde jetzt geschehen? Sieht so aus, als müssten wir diese Lektion noch einmal durchgehen, wenn wir uns das nächste Mal sehen, was schon sehr bald sein wird. Ich wusste nicht, was ich empfinden sollte, Verzweiflung, dass ich Dimitris Seele nicht erlöst und mein Versprechen nicht erfüllt hatte, Erleichterung, dass ich den Mann, den ich liebte, nicht getötet hatte. Und immer, immer wieder diese Frage. Hätte er gesagt, dass er mich liebt, wenn uns noch ein paar Sekunden mehr geblieben wären? Ich hatte auf all die Fragen keine Antworten. Und so aufgewühlt ich auch war, musste ich doch meine Gefühle bändigen und analysieren, was ich wusste. Zweieinhalb Monate. Ich hatte meiner Mom zweieinhalb Monate versprochen. Keine Aktion bis dahin. In der Zwischenzeit war Dimitri immer noch dort draußen, immer noch ein Strigoi. Solange er frei herumlief, würde es für mich keinen Frieden geben. Konnte ich keinen Schlussstrich ziehen. Als ich die Karte noch einmal betrachtete, wurde mir klar, dass ich selbst dann keinen Frieden finden würde, wenn ich versuchte, Dimitri zu ignorieren. Ich verstand die Nachricht auf der Karte nur zu gut. Diesmal kam Dimitri zu mir. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich meine Chance, in einen Strigoi verwandelt zu werden, vertan hatte. Er kam, um mich zu töten. Was hatte er noch gesagt, als ich aus der Villa geflohen war? Es sei unmöglich, dass wir beide in dieser Welt leben könnten. Und doch, vielleicht konnten wir. Als ich ihr nicht sofort antwortete, wuchs Lissas Sorge noch. Deine Miene macht mir ein wenig Angst. Was geht in dir vor? Glaubst du an Märchen? fragte ich und schaute ihr in die Augen. Noch während ich die Worte aussprach, konnte ich mir Marks missbilligenden Blick vorstellen. Was, was für eine Sorte Märchen? Die Sorte, für die man sein Leben nicht vergeuden sollte. Ich verstehe dich nicht, sagte sie. Jetzt kapiere ich gar nichts mehr. Sag mir, was los ist, was kann ich tun? Zweieinhalb Monate. Ich musste zweieinhalb Monate hierbleiben. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Aber ich hatte es meiner Mom versprochen, und ich weigerte mich wieder einmal vorschnell zu handeln. Vor allem jetzt, da der Einsatz so hoch war. Versprechen. Ich ertrank förmlich in Versprechen. Sogar Lissa hatte ich etwas versprochen. War es dir ernst mit dem, was du gesagt hast? Dass du mich bei meiner nächsten verrückten Mission begleiten willst? Ganz gleich, was geschieht? Ja. Weder Unsicherheit noch zögern sprachen aus diesem Wort. Kein Zaudern zuckte in ihren ruhigen grünen Augen. Natürlich fragte ich mich, ob sie später noch genauso empfinden würde, wenn sie erfuhr, was genau wir vorhatten. Was konnte man einem Verurteilten schon anbieten, das eine echte Veränderung für sein Leben darstellen würde? Über diese Frage hatte ich vorhin nachgedacht, um herauszufinden, was Viktor Daschkopf zum Reden bringen könnte. Viktor hatte Abe gesagt, dieser könne ihm nichts anbieten, das ihn dazu bringen würde, Informationen über die angeblichen Fähigkeiten seines Bruders preiszugeben. Viktor verbüßte eine lebenslängliche Freiheitsstrafe. Für ihn spielte Bestechung keine Rolle mehr. Nur eines. Das wurde mir nun klar. Spielte noch eine Rolle. Die Freiheit. Und die ließ sich nur auf eine Art und Weise erlangen. Wir würden Viktor Daschkopf aus dem Gefängnis holen müssen. Ich beschloss jedoch, Lissa lieber noch nichts davon zu sagen. Im Augenblick wusste ich nur, dass eine winzig kleine Chance bestand, Dimitri zu retten. Mark hatte gesagt, das alles sei nur ein Märchen. Aber ich musste das Risiko eingehen. Die Frage war, wie viel Zeit blieb mir, bis Dimitri kam, um mich zu töten? Wie viel Zeit blieb mir, um herauszufinden, ob das Unmögliche vielleicht doch möglich war? Das war die eigentliche Frage. Denn wenn Dimitri auftauchte, bevor ich den Drachen in dieser Geschichte aufgespürt hatte, Viktor, würden die Dinge ziemlich unschön werden. Vielleicht war diese ganze Robert-Geschichte ohnehin nur eine einzige große Lüge. Doch selbst wenn nicht, die Uhr tickte. Wenn Dimitri zu mir kam, bevor ich Viktor und Robert erreicht hatte, würde ich abermals gegen ihn kämpfen müssen, ohne Frage. Ich konnte nicht auf diese magische Heilung warten. Diesmal würde ich Dimitri wirklich töten müssen und somit jede noch so kleine Chance verlieren, meinen Prinzen zurückzuholen. Verdammt! Ein Glück, dass ich unter Druck so gut funktionierte.